Frederick Forsyth, der Veteran, Erzählungen, gelesen von Sascha Schiffbauer Das Wunder Siena 1975 Die Sonne brannte unbarmherzig vom Himmel. Sie knallte auf die verschachtelten Dächer der toskanischen Stadtfestung und ließ die mittelalterlichen Ziegel aufleuchten. Einige schimmerten Rosa, doch die meisten waren unter der ewigen Sonnenglut längst dunkelbraun oder aschgrau geworden. Die oberen Fenster der Häuser lagen im nachtdunklen Schatten der weit vorstehenden Dächer, doch dort, wo die Sonne hinkam, glühten die Wände und uralten Ziegel hell in der Hitze. Die hölzernen Fensterbretter waren aufgeworfen und voller Risse. Auf dem Kopfsteinpflaster der engen Gassenschluchten des ältesten Stadtteils gab es erholsame Schatteninseln, auf die sich die eine oder andere schläfrige Katze geflüchtet hatte. Von den Bewohnern der Stadt jedoch fehlte jede Spur, denn dies war der Tag des Palio. Durch eine der Altstadtgassen, die kaum breiter als seine Schultern waren, eilte ein amerikanischer Tourist mit hochrotem Gesicht. Er hatte sich im Gewirr der vielen winzigen Gassen verirrt, die leichte Tropenjacke hing ihm schwer wie eine Decke von der Schulter und sein kurzämliges Baumwollhemd war von Schweiß durchnässt. Hinter ihm stöckelte seine Frau in unpassend hohen und drückenden Plateausandalen. Die beiden Amerikaner hatten sich zum Höhepunkt der Saison viel zu spät um ein Hotel in der Stadt bemüht und mussten schließlich mit einem Zimmer in der Cassola d'Elsa vorlieb nehmen. Auf der Fahrt hatte sich der Mietwagen in einen Brutkasten verwandelt und es hatte lange gedauert, bis sie endlich einen Parkplatz außerhalb der Stadtmauern fanden. Jetzt eilten sie von der Porta Ovile zu ihrem Ziel. Im Labyrinth der über 500 Jahre alten Gassen hatten sie schon bald die Orientierung verloren. Mit brennenden Füßen hasteten sie über das heiße Kopfsteinpflaster. Ab und zu blieb der Viehzüchter aus Kansas stehen und horchte in die Richtung, aus der das laute Stimmengewirr der Menschenmenge kam. Dort wollte er hin. Seine gut gepolsterte Frau bemühte sich verzweifelt, mit ihm Schritt zu halten und fächelte sich ständig mit dem Reiseführer Luft zu. »Warte auf mich!« rief sie, als sie durch einen weiteren Steinbogen zwischen zwei Stadthäusern eilten, durch den schon Cosimo de' Medici geritten war. Schon zu seiner Zeit waren die Häuser alt gewesen. »Komm, versuch ein bisschen schneller zu laufen, Schatz!« rief er über die Schulter. »Sonst verpassen wir noch den Umzug!« Eine Viertelmeile von ihnen entfernt drängte sich die Menschmenge um die Piazza del Campo. Jeder versuchte als erster einen Blick auf den Campase zu erhaschen. An dem farbenprächtigen Umzug in mittelalterlichen Gewändern nahmen die 17 Kontraten der Stadt teil, die historischen Stadtteilgemeinschaften, von denen Siena einmal regiert wurde. Nach alter Tradition waren 10 der 17 Kontraten zu dem Pferderennen zugelassen, dessen Gewinner die Siegestrophäe, das Palium, mit ins heimische Rathaus nehmen durfte. Doch vor dem Rennen kam erst einmal der Umzug. Am Vorabend hatte der Amerikaner seiner Frau alles laut vorgelesen. »Die Kontraten, die Stadtteile Sienas, entstanden zwischen Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts.« »Das war vor Kolumbus«, warf seine Frau ein. Für sie schien die Geschichte erst mit dem Tag zu Beginn, an dem der große Christobal von den Ufern des Techo in Richtung Westen aufgebrochen war, um dort Ruhm zu erringen oder der Vergessenheit anheimzufallen. »Richtig, Kolumbus war 1492. Wir sprechen von einer Zeit 300 Jahre vor Kolumbus. Hier steht, dass es ursprünglich 42 Kontraten gab. 300 Jahre später waren es nur noch 23. Seit 1675 sind es die 17, die wir morgen im Umzug sehen werden.« Doch jetzt marschierten bereits die ersten Reihen der prächtig herausgeputzten Trommler, Musiker und Fahnenschwinger auf den Campo, dessen 16 Paläste mit Wappen und Bannern geschmückt waren. In jedem Fenster und auf jedem Balkon drängten sich die Privilegierten über den 40.000 Menschen, die unten an der Rennbahn standen. »Schnell, Schatz«, rief der Amerikaner wieder, als das Tosen der Menge vor ihm lauter wurde. »Wir haben für dieses Rennen einen weiten Weg auf uns genommen. Jetzt sehe ich schon den verdammten Turm. Endlich!« Und tatsächlich ragte über den Dächern vor ihnen die Spitze des Torre del Magna auf. In dem Moment stolperte die Frau und stürzte auf die Straße. In ihren hohen Schuhen war sie auf dem holprigen Pflaster umgeknickt. Als ihr Mann sie aufschreien hörte, drehte er sich um und eilte zu ihr. »Oh, Schatz, was ist passiert?« Sorgenvoll beugte er sich über sie. Seine Frau hielt sich den Knöchel. »Ich glaube, ich habe mir den Fuß verknackst«, jammerte sie und begann zu weinen. Alles hatte so schön angefangen, und jetzt war es ein so fürchterlicher Tag geworden. Ihr Mann sah sich in der Gasse um, doch die schweren alten Holztüren waren alle fest verschlossen. Ein paar Meter weiter entdeckte er in der hohen Mauer, von der die Gasse auf einer Seite begrenzt wurde, einen Bogen. »Gehen wir da durch. Vielleicht kannst du dich dort irgendwo hinsetzen«, sagte er. Er zog sie hoch und sie humpelten auf den Durchgang zu. Er führte in einen mit Steinplatten ausgelegten Innenhof, in dem Rosen in Tonkübeln blühten. Im Schatten einer Wand stand eine Steinbank. Der Amerikaner half seiner Frau zu dem kühlen Stein, auf dem sie erleichtert zusammensank. In der Ferne verließ das Schwanzende des Umzugs die Piazza del Duomo, während der Kopf bereits auf dem Campo an den Preisrichtern vorbeimarschierte, die mit strengem Auge Ausstattung, Haltung und Können der Fahnenschwinger begutachteten. Unabhängig vom Ergebnis des Pferderennens würde das am besten ausgestattete Contrade-Team mit dem Mascalano ausgezeichnet werden, einem fein zisilierten Silberteller. Es war eine wichtige Auszeichnung, was allen Anwesenden bewusst war. Der Tourist bückte sich, um das Fußgelenk seiner Frau zu untersuchen. »Kann ich Ihnen helfen?« fragte eine ruhige Stimme. Der Amerikaner drehte sich erschreckt um. Hinter ihm stand ein Fremder in der Sonne. Der Tourist richtete sich auf. Der Mann war hochgewachsen und schlagsig und hatte ein unbewegtes, markantes Gesicht. Die beiden Männer waren ungefähr gleich alt, Mitte 50. Das Haar des Fremden begann grau zu werden. In seiner ausgebleichten Leinenhose und dem Jeansent sah er wie ein Tramp aus, ein altgewordener Hippie. Sein Englisch war gut, hatte aber einen Akzent. Vermutlich war er Italiener. »Ich weiß nicht«, erwiderte der Amerikaner misstrauisch. »Ihre Frau ist gestürzt. Hat sie sich das Fußgelenk verletzt?« »Ja.« Der Fremde kniete sich auf die Steinplatten des Bodens, zog die Sandale aus und massierte mit langsamen Bewegungen den verletzten Knöchel. Seine Finger waren sanft und geübt. Der Mann aus Kansas beobachtete ihn, jederzeit bereit, seine Frau zu verteidigen. »Er ist nicht gebrochen, aber wahrscheinlich verstaucht«, sagte der Mann. »Woher wissen Sie das?«, fragte der Amerikaner. »Ich weiß es eben«, sagte der Mann. »Herr? Wer sind Sie?« »Ich bin der Gärtner.« »Der Gärtner? Hier?« »Ich kümmere mich um die Rosen, fege den Hof. Halte alles in Ordnung.« »Aber heute ist doch der Palio. Hören Sie es nicht?« »Ich höre es. Der Fuß muss bandagiert werden. Ich habe ein sauberes T-Shirt, das ich zerreißen kann und kaltes Wasser, damit der Fuß nicht anschwillt.« »Warum sind Sie am Tag des Palio hier?« »Ich schaue mir nie den Palio an.« »Warum alle gehen zum Palio?« »Weil er heute stattfindet, am 2. Juli.« »Was ist so Besonderes an dem Datum?« »Es ist auch der Tag der Freiheit.« »Was?« »Heute vor 30 Jahren, am 2. Juli 1944, wurde Siena von den deutschen Besatzern befreit. Außerdem ist in diesem Hof etwas passiert, etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, es war ein Wunder. Jetzt gehe ich Wasser holen.« Der Amerikaner aus Tupica war verwirrt. Als guter Katholik ging er regelmäßig in die Kirche und zerbeichte. Er glaubte an Wunder, wenn sie den Segen Roms hatten. Rom zu sehen, war einer der Hauptgründe für seine Sommerreise nach Italien gewesen. Nach Siena waren sie erst später gekommen. Er sah sich im leeren Hof um. Der Hof war ungefähr 20 auf 30 Meter groß. An zwei Seiten wurde er von einer fast vier Meter hohen Mauer umschlossen, durch deren offenstehenden Torbogen sie gekommen waren. Mindestens 15 Meter hohe Hauswände bildeten die anderen beiden Grenzen. Sie waren bis auf ein paar Luftschlitze völlig kahl und gingen in Dächer über. Es mussten die Außenmauern eines riesigen, jahrhundertealten Gebäudes sein. In einer der Hauswände am anderen Ende des Hofs befand sich noch eine Tür. Sie war nicht aus Holzlatten, sondern aus ganzen Balken gezimmert, um jedem Angriff standzuhalten, und sie war fest geschlossen. Das Holz schien so alt wie die Stadt selbst zu sein, und die Sonne hatte es bis auf ein paar dunkle Flecken ausgebleicht. An einer Hofseite lief eine Arkade oder ein Kreuzgang entlang, dessen schräges Dach von Steinsäulen gestützt wurde. In ihm herrschte tiefer, kühler Schatten. Der Gärtner kam mit Stoffstreifen und einem kleinen Wassergefäß zurück. Er kniete wieder nieder und legte einen festen Verband um das verletzte Gelenk an. Dann goss er Wasser über die Stoffstreifen, um die Stelle zu kühlen. Die Frau des Amerikaners seufzte vor Erleichterung. »Schaffst du es noch bis zum Palio?« fragte ihr Mann. Die Frau erhob sich, stellte sich auf den Fuß und stöhnte auf. Es tat weh. »Was meinen Sie?« fragte der Tourist den Gärtner. Der zuckte mit den Schultern. »Die Gassen sind holprig, und in der dichten Menschenmenge wird viel gestoßen und gedrängelt. Ohne Leiter oder einen erhöhten Standplatz werden Sie sowieso nichts sehen. Außerdem wird die ganze Nacht durchgefeiert. Sie können auch später noch dem bunten Treiben in allen Gassen zusehen. Oder Sie kommen im August wieder. Dann gibt es noch mal einen Palio. Haben Sie so lange Zeit? Nein, ich muss mich wieder um mein Vieh kümmern. Nächste Woche geht es zurück nach Hause. Ah, dann, vielleicht kann Ihre Frau ja gehen, aber bitte seien Sie vorsichtig. Können wir noch einen Moment warten, Schatz?« fragte sie. Der Tourist nickte. Er saß sich noch einmal im Hof um. »Was für ein Wunder. Ich sehe kein Altar.« »Es gibt kein Altar. Es gibt auch keinen Heiligen. Noch nicht. Aber eines Tages wird es hoffentlich soweit sein.« »Also, was ist nun vor 30 Jahren in diesem Hof passiert?« »Die Geschichte des Gärtners.« »Waren Sie im Zweiten Weltkrieg?« »Klar, US Navy, die Pacific Theater.« Hier in Italien waren Sie nicht. »Nein, aber mein kleiner Bruder war hier, hat an der Seite von Mark Clark gekämpft.« Der Gärtner nickte. Sein Blick schien in die Vergangenheit zu schweifen. Im Jahr 1944 haben sich die Alliierten Stück für Stück die italienische Halbinsel hochgekämpft, von Sizilien bis in den äußersten Norden an die Grenze zu Österreich. Die deutsche Armee hat in diesem Jahr immer wieder zwischen Angriff und Rückzug, Angriff und Rückzug gewechselt. Es war ein langer Rückzug. Anfangs waren die Deutschen die Verbündeten der Italiener, aber als Italien den Waffenstillstand unterzeichnete, wurden sie zu Besatzern. Hier in der Toskana haben sie schwer gekämpft. Feldmarschall Kesselring war Oberbefehlshaber der deutschen Truppen. Ihnen gegenüber standen die Amerikaner unter General Clark, die Briten unter General Alexander und die freien Franzosen unter General Jean. Anfang Juni hatte die Front sich bis an die nördliche Grenze Umbriens und den westlichen Sektor der südlichen Toskana vorgeschoben. Das Gebiet südlich von Siena ist rau und zerklüftet. Steile Höhenzüge und Täler mit unzähligen Flüssen. Die Straßen schlängeln sich durch die Hügel und bilden die einzige Möglichkeit, diese Gegend mit Fahrzeugen zu durchqueren. Natürlich lassen sich dort leicht Minen vergraben. Außerdem kann man die Straßen von der anderen Seite des Tals aus gut unter Beschuss nehmen. Aufklärer, die oben auf den Hügeln stationiert sind, können mit ihren Artilleriegranaten hervorragend auf sie ziehen. Auf beiden Seiten gab es schwere Verluste. Siena wurde ein großes medizinisches Zentrum. Die Sanitätstruppe der Wehrmacht hatte hier mehrere Krankenhäuser und sie waren immer voll belegt. Als sie nicht mehr ausreichten, wurden Klöster beschlagnahmt. Die Front der Alliierten schob sich unterdessen immer weiter vor. Kesselring ließ alle transportfähigen Verletzten in den Norden bringen. Ganze Kolonnen von Sanitätswagen waren Tag und Nacht unterwegs. Doch wer nicht transportfähig war, musste bleiben. Viele starben an ihren Verletzungen und wurden vor den Toren der Stadt begraben. Für eine Weile besserte sich die Raumnot, doch in den letzten zehn Tagen des Monats ging es wieder los. Sie kämpften jetzt ganz in der Nähe der Stadt und zwar unerbittlicher als zuvor. In diesen letzten zehn Tagen wurde ein junger deutscher Arzt nach Siena abkommandiert. Er kam frisch von der Universität und hatte kaum Erfahrung. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zuzuschauen, zu lernen und dann selbst zu operieren. Schlaf war Mangelware und auch die Vorräte neigten sich dem Ende zu. Ein Dröhnen erfüllte den Sommerhimmel, als außer Sichtweite die letzte Kontrade auf der Piazza del Campo einmarschierte. Alle rivalisierenden Kontraden umrundeten einmal die Rennbahn, die aus Sand auf das Kopfsteinpflaster aufgeschüttet worden war. Mit noch lauterem Geschrei wurde dann der Carroccio begrüßt, der Ochsenkarren mit der begehrten Siegestrophäe, dem Palio. In diesem Sektor kämpfte die 14. Armee der deutschen Wehrmacht unter General Lemelson. Theoretisch mag das beeindruckend klingen, doch viele Einheiten waren nach den monatelangen Gefechten völlig erschöpft und entkräftet. Das Hauptkontingent der 14. Armee war das erste falsche Meagerkorps unter General Schlemm. Schlemm verlegte alle seine Leute vom Meer in die Berge südlich von Siena. Das war sein rechter Flügel. Weiter im Landesinneren versuchte im linken Flügel die völlig übermüdete 90. Panzergrenadierdivision, die erste US-Panzerdivision von General Harmon aufzuhalten. Die freien Franzosen unter General Jean standen kurz vor Siena, mitten in Mark Clarks 5. US-Armee. Jean wurde von seiner 3. algerischen Infanteriedivision auf der einen und der 2. marokkanischen Infanteriedivision auf der anderen Seite flankiert. Fünf Tage lang, vom 21. Juni bis zum 26. Juni, leisteten die Deutschen erbitterten Widerstand. Dann durchbrachen die amerikanischen Panzer die deutsche Linie und die Flanke Siena wurde umfasst, erst im Osten, später dann von den Franzosen im Westen. Die deutschen Einheiten zogen sich zurück und nahmen ihre Verwundeten mit. Es waren Infanteristen, Panzergrenadiere, Soldaten der Luftwaffe und Fallschirmjäger. Am 29. Juni kam es vor dem endgültigen Durchbruch der Alliierten noch zu einer letzten Schlacht, in der äußerst grausam Mann gegen Mann gekämpft wurde. Im Schutz der Dunkelheit taten die deutschen Sanitäter, was sie konnten. Hunderte von Verwundeten, sowohl Deutsche als auch Amerikaner, wurden nach Siena gebracht. General Lemmelsen bat Kesselring, um die Erlaubnis, die Front begradigen zu dürfen. Da beide deutschen Flanken umfasst waren, musste er das Risiko eingehen, sich mit dem gesamten ersten Fallschirmkorps in Siena einkreisen zu lassen. Kesselring willigte ein, und die falschen Jäger zogen sich in die Stadt zurück. Siena quoll über vor Soldaten. Es gab so viele Verletzte, dass dieser Hof unterhalb der Mauern des alten Klosters zum Übergangsquartier und Lazarett für die 100 zuletzt eingetroffenen Deutschen und alle Verletzten der Alliierten Truppen erklärt wurde. Dem jungen deutschen Arzt übertrug man die alleinige Verantwortung. Das geschah am 30. Juni 1944. Hier, fragte der Amerikaner, in diesem Hof war ein Feldlazarett? Ja. Aber es gab doch nichts, kein Wasser, keinen Strom. Das muss hart gewesen sein. War es auch. Ich befand mich damals auf einem Flugzeugträger. Für die Verletzten gab es ein richtig großes Sanatorium. Da hatten sie Glück. Hier blieben die Männer an dem Platz liegen, an dem die Sanitäter sie abgestellt hatten. Amerikaner, Algerier, Marokkaner, Engländer, Franzosen und die 100 Deutschen mit den schwersten Verletzungen. Eigentlich waren sie zum Sterben hergebracht worden. Zum Schluss waren es 220 Männer. Und der junge Arzt? Der Mann zuckte mit den Schultern. Was sollte er tun? Er machte sich an die Arbeit und gab sein Bestes. Vom Oberstabsarzt waren ihm drei Sanitäter zugeteilt worden. Matratzen, Mäntel. Sie haben alles aus den Häusern geholt, was als Unterlage geeignet war. Jedes Laken, jede Decke, die sie finden konnten, haben sie mitgehen lassen. Die Laken brauchten sie als Verbandstoff. In Siena gibt es keinen Fluss, doch haben die Einwohner schon vor Jahrhunderten ein kompliziertes System unterirdischer Brunnen und Kanäle angelegt, um die Stadt mit frischem Wasser aus den Bergen zu versorgen. Die Sanitäter haben eine Eimerkette vom nächsten Brunnenschacht bis in den Hof organisiert. Aus einem Haus in der Nachbarschaft wurde ein großer Küchentisch geholt und mitten im Hof zwischen den Rosenbüschen als Operationstisch aufgestellt. Medikamente gab es nur wenige und die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal. Am ersten Tag operierte der Arzt bis zum Einbruch der Dunkelheit. Als er nichts mehr sehen konnte, ist er zum nächsten Militärkrankenhaus gelaufen und hat um ein paar Petroleumlaternen gebettelt. Im Schein dieser Laternen machte er weiter. Doch es war hoffnungslos. Er wusste, dass die Männer sterben würden. Die meisten hatten schreckliche Verwundungen davon getragen und viele waren traumatisiert. Schmerzmittel gab es keine mehr. Einige Männer waren von Minen zerfetzt worden, die nur wenige Schritte von ihnen entfernt unter dem Körper eines Kameraden explodiert waren. Andere hatten Granatsplitter in sich stecken oder Kugeln in den zertrümmerten Knochen. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit kam das Mädchen. Was für ein Mädchen? Einfach ein Mädchen. Er hielt es für ein italienisches Mädchen aus der Stadt. Eine junge Frau, vielleicht Anfang 20. Sie sah seltsam aus und starrte ihn an. Er nickte ihr zu. Sie lächelte und er operierte weiter. Was meinen Sie damit, dass sie seltsam aussah? Ein blasses ovales Gesicht. Sehr ruhig. Sie trug das Haar in einem kurzen Pagenkopf und nicht kinnlang, wie es der Mode der Zeit entsprach. Eine ordentliche, strenge Frisur. Und sie hatte ein hellgraues Baumwollkleid an. Hat sie dem Arzt geholfen? Nein. Sie ist weitergegangen. Ganz langsam hat sie sich durch die Reihen der Männer bewegt. Er sah, wie sie ein Tuch nahm und es in einem Wassereimer tränkte. Dann tupfte sie den Männern die Stirn ab. Der Arzt musste weiterarbeiten, denn sie legten ihm ständig neue Verwundete auf den Tisch. Obwohl er wusste, dass es reine Zeitverschwendung war, machte er einfach weiter. Mit seinen erst 24 Jahren war er fast noch ein Junge, musste aber schon die Arbeit eines Mannes bewältigen. Hundemüde versuchte er jeden Fehler zu vermeiden und amputierte mit einer in Grappa sterilisierten Knochensäge. Zum Nähen der Wunden benutzte er normales Haushaltsgarn, das er mit Bienenwachs eingefettet hatte. Das zur Neige gehende Morphium musste er streng rationieren. Und sie haben geschrien. Oh, wie sie geschrien haben. Der Amerikaner starrte ihn an. Mein Gott, flüsterte er. Sie waren dieser Arzt. Sie sind kein Italiener. Sie waren der deutsche Arzt. Der Mann nickte langsam. Ja, ich war der Arzt. Schatz, ich glaube, meinem Fuß geht es jetzt besser. Vielleicht kriegen wir ja noch den Schluss des Rennens mit. Sei still, Schatz. Nur noch ein paar Minuten. Was ist dann passiert? Auf der Piazza del Campo hatte der Festumzug die Rennbahn verlassen und die Teilnehmer hatten ihre reservierten Plätze auf den Podien vor den Palästen eingenommen. Aus jeder Kontrade waren nur ein Trommler und ein Fahnenschwinger auf der Sandbahn geblieben. Jetzt mussten sie ihr Können unter Beweis stellen. Zum Rhythmus der Trommeln webten die Fahnenschwinger komplizierte Muster in die Luft. Es war ihr letzter Gruß an die Menschenmenge und die letzte Chance, den Silberteller zu gewinnen. Die Geschichte des Arztes Ich habe die ganze Nacht und bis in die Morgendämmerung hinein durchoperiert. Die Sanitäter waren genauso müde wie ich, doch sie brachten immer neue Männer. Ich tat, was ich konnte. Als der Tag dämmerte, war sie verschwunden. Ich hatte sie nicht kommen sehen und ich sah sie nicht gehen. Als die Sonne aufging, machten wir eine Pause. Der Strom von Tragen, die durch den Bogen dort drüben kam, ließ allmählich nach und versiegte schließlich ganz. Ich konnte mir die Hände waschen und durch die Reihen der Verwundeten gehen, um zu zählen, wie viele in der Nacht gestorben waren und entfernt werden mussten. Wie viele waren es? Kein einziger. Keiner? Es gab keine Toten. In dieser Nacht war niemand gestorben und auch an jenem Morgen des ersten Juli starb niemand. In der Ecke dort drüben lagen drei Algerier, Brust- und Bauchwunden, einem hatten sie die Beine weggeschossen. Ich hatte sie im Augengrauen operiert. Sie nahmen es ganz stoisch. Schweigend lagen sie da und starrten in den Himmel. Vermutlich dachten sie an die trockenen Hügel des Magreb, von denen sie gekommen waren, um für Frankreich zu kämpfen und zu sterben. Sie wussten, dass es mit ihnen zu Ende ging und warteten, dass Allah kam und sie zu sich rief. Doch sie starben nicht. Genau dort, wo ihre Frau jetzt sitzt, lag ein Junge aus Austin, Texas. Als sie ihn brachten, hatte er die Hände fest über den Bauch verschränkt. Ich zog sie auseinander. Er versuchte, seine Eingeweide zusammenzuhalten, die durch die zerfetzte Bauchdecke quollen. Alles, was ich tun konnte, war, sie wieder hinein an ihren Platz zu drücken, zu klammern und zu nähen. Er hatte viel Blut verloren und ich besaß kein Plasma. In der Morgendämmerung hörte ich, wie er weinte und nach seiner Mutter rief. Ich gab ihm bis Mittag, aber er starb nicht. Obwohl die Sonne noch hinter den Dächern verborgen war, stieg die Temperatur am Vormittag schnell an. Wenn die Sonne erst über uns stand, würde dieser Hof zu einem Inferno werden. Ich ließ den Operationstisch in den Schatten des Kreuzgangs tragen, doch für die Männer draußen im Hof gab es wenig Hoffnung. Was Blutverlust und Verletzungen nicht allein ausrichten konnten, würde die Sonne vollenden. Diejenigen, die unter dem Dach des Kreuzgangs lagen, durften sich glücklich schätzen. Es waren drei Tommys dabei, alle aus Nottingham. Einer bat mich um eine Zigarette. Damals war mein Englisch noch sehr schlecht, doch dieses Wort war international. Ich sagte, eine Zigarette sei wirklich das letzte, was eine von Granatsplittern zerfetzte Lunge brauchen könne. Er lachte nur und meinte, wenn General Alexander erst da sei, würde er seinen Sargnagel schon bekommen. Verrückter englischer Humor. Aber auch tapfer. Sie wussten, dass sie ihr Zuhause nie mehr wiedersehen würden und konnten noch immer dumme Witze machen. Als die Sanitäter aus der Gefechtszone zurückkehrten, bekam ich drei neue Männer zur Unterstützung. Sie waren erschöpft und aufsässig, aber zum Glück überwog die gute alte deutsche Disziplin. Sie lösten meine drei Sanitäter ab, die sich einfach in einer Ecke zusammenrollten und sofort einschliefen. Und der Tag ging vorüber, fragte der Tourist. Der Tag ging vorüber. Ich befahre meinen neuen Männern in den Häusern der Nachbarschaft, nach Garn, Bindfäden, Seilen und mehr Bettlaken zu suchen. Wir spannten die Seile über den Hof und befestigten die Laken mit Wäscheklammern daran, um mehr Schatten zu schaffen. Trotzdem stieg die Temperatur weiter. Wasser. Das war die Lösung. Die leidenden Männer lächelten nach Wasser und meine Sanitäter bildeten wieder eine Eimerkette vom Brunnen, um die Becher so schnell wie möglich nachfüllen zu können. Die Deutschen sagten Danke, die Franzosen flüsterten Merci und die Engländer sagten Tag, Campbell. Ich betete um einen kühlen Wind oder den Sonnenuntergang. Wind gab es keinen, doch nach zwölf Stunden in der Hölle verschwand die Sonne endlich und es wurde wieder kühler. Am späteren Nachmittag hatte sich ein junger Offizier aus der Truppe von Lemelson in den Hof verirrt. Er blieb stehen, blickte sich mit großen Augen um und bekreuzigte sich. Du lieber Gott, murmelte er nur und rannte weg. Ich lief hinter ihm her und schrie, dass ich Hilfe brauchte. Ich werde sehen, was ich tun kann, rief er über die Schulter zurück. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Doch vielleicht hat er tatsächlich etwas unternommen. Eine Stunde später schickte mir der Generalstabsarzt der 14. Armee einen Handkarren mit Medikamenten. Verbandzeug, Morphium, Sulfonamide. Immerhin. Nach Sonnenuntergang kamen neue Schwerverletzte, diesmal nur Deutsche. Es waren ungefähr 20, womit die Zahl der Männer im Hof auf über 220 stieg. Als es dunkel wurde, kam auch sie zurück. Das Mädchen? Das seltsame Mädchen? Ja. Wie schon am Abend zuvor stand sie plötzlich wieder da. Das Artilleriefeuer vor den Mauern der Stadt schien endlich aufgehört zu haben. Vermutlich bereiteten die Alliierten sich auf ihren letzten endgültigen Schlag vor, die Zerstörung Sienas. Ich betete, dass wir verschont würden, obwohl ich mir wenig Hoffnung machte. Im Hof war es bis auf das Stöhnen und Weinen und die gelegentlichen Schmerzensschreie still. Ich kümmerte mich gerade um einen Panzergrenadier aus Stuttgart, der seinen halben Kiefer verloren hatte, als ich ihr Kleid neben mir rascheln hörte. Ich drehte mich um und sah, wie sie ein Handtuch in einen Eimer mit frischem Wasser tauchte. Sie lächelte und begann durch die Reihen der Männer am Boden zu gehen. Sie kniete nieder, kühlte ihnen die Stirn und berührte sanft ihre Wunden. Ich rief ihr zu, sie solle die Verbände nicht anfassen, aber sie machte einfach weiter. War es dasselbe Mädchen? fragte der Amerikaner. Ein und dasselbe Mädchen. Doch diesmal fiel mir etwas auf, das ich am Vorabend übersehen hatte. Sie trug kein Kleid, sondern eine Art Kutte, wie man sie von Nonnen im Noviziat kennt. Da ging mir auf, dass sie aus einem der Klöster in Siena kommen musste. Auf der Vorderseite ihrer Kutte gab es ein Muster, dunkelgrau auf hellgrau. Es war ein Kruzifix, aber kein gewöhnliches. Ein Arm des Kreuzes war zerbrochen und hing in einem Winkel von 45 Grad herab. Von der großen Piazza her dröhnte es laut über die Dächer. Die Fahnenschwinger hatten ihre Vorführung beendet und die zehn Pferde, die bis zu dem Moment unter strenger Bewachung im Hof des Podesta standen, wurden in den Ring geführt. Sie trugen Zaumzeug, aber keine Sättel, denn das Rennen wurde auf nackten Pferderücken ausgetragen. Als vor dem Richter stand, die Palio-Flagge hochbezogen wurde, die dem Sieger des Rennens als Preis winkte, brach wieder jubellos. Im Hof erhob sich die Frau des Touristen und versuchte erneut, ihren verletzten Fuß zu belasten. Ich glaube, dass ich jetzt langsam gehen kann, sagte sie. Noch ein paar Minuten, Schatz, erwiderte ihr Mann. Ich verspreche dir, dass wir gleich gehen und uns in den Trubel stürzen. Und was passierte in der zweiten Nacht? Zuerst operierte ich die letzten 20 Neuankömmlinge, die Deutschen. Dann versuchte ich mit den neuen Medikamenten und Verbänden, die Fälle der letzten Nacht besser zu verarzten. Jetzt hatte ich Morphium und Antibiotika, denen mit den schlimmsten Schmerzen konnte ich wenigstens helfen, in Frieden zu sterben. Und? Sind welche gestorben? Nein. Sie waren sterbenskrank, aber keiner starb. Nicht in dieser Nacht, in der die junge Nonne von einem Kranken zum anderen ging, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Sie lächelte, kühlte ihnen die Gesichter mit frischem Brunnenwasser und berührte ihre Wunden. Die Männer bedankten sich und streckten die Hände nach ihr aus, um sie zu berühren. Doch sie lächelte nur, wich zurück und ging weiter. 24 Stunden lang hatte ich mich mit dem Kauen von Benzedrin wachgehalten, doch in den frühen Morgenstunden gab es nichts mehr für mich zu tun. Meine Medizinvorräte waren aufgebraucht und die Sanitäter lehnten an der Wand und schliefen. Mein Kittel, meine Hände und mein Gesicht waren voller Blut. Ich saß an dem Tisch, an dem früher einmal eine Familie aus Jena ihre Mahlzeiten eingenommen hatte, stützte den Kopf auf die Arme und schlief ein. Bei Sonnenaufgang wurde ich von einem der Sanitäter wachgerüttelt. Er war auf Raubzug gewesen und brachte mir einen Feldkessel voll mit echtem italienisch Kaffee, den irgendjemand gehortet hatte. Das war der beste Kaffee, den ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Und das Mädchen, die junge Nonne. Sie war verschwunden. Und die Männer? Ich machte eine schnelle Runde über den Hof und schaute mir jeden Einzelnen an. Alle lebten noch. Das hat sie bestimmt gefreut. Mehr als gefreut. Ich war verblüfft. Eigentlich war das unmöglich. Meine Ausrüstung war zu schlecht. Die Bedingungen waren katastrophal. Die Verwundungen zu schwer und meine Kenntnisse zu gering. Es war der 2. Juli. Stimmt's? Der Tag der Befreiung. Richtig. Und die Alliierten haben zum letzten Schlag ausgeholt? Falsch. Sienna wurde nicht angegriffen. Haben Sie schon mal von Feldmarschall Kesselring gehört? Nein. Meiner Meinung nach gehört er zu den am meisten unterschätzten Kommandanten des Zweiten Weltkriegs. Seinen Marschallstab erhielt er 1940. Doch zu dem Zeitpunkt konnte noch jeder deutsche General an der Westfront siegen. Niederlagen und das ständige Zurückweichen vor dem überlegenen Feind sind viel schwieriger zu bewältigen. Generelle lassen sich in unterschiedliche Typen einteilen. Der eine kann einen erfolgreichen Vorstoß unternehmen, der andere einen Rückzug planen und ausführen. Rommel hat zur ersten Gruppe gehört, Kesselring zur zweiten. Er musste sich von Sizilien bis nach Österreich zurückkämpfen. 1944 hatten die Alliierten bereits den ganzen Luftraum unter Kontrolle. Sie verfügten über die besseren Panzer, unbegrenzte Mengen Treibstoff und jede Menge Vorräte. Die Bevölkerung war auf ihrer Seite und sie hätten Italien eigentlich bis zum Sommer zurückerobern müssen. Doch Kesselring ließ sie um jeden Zentimeter Boden ring. Anders als die meisten war er kein Barbar, sondern ein kultivierter Mann, der Italien leidenschaftlich liebte. Hitler hatte befohlen, in Rom die Brücken über den Tiber zu sprengen. Es waren architektonische Meisterwerke. Kesselring weigerte sich und unterstützte so den Vorstoß der Alliierten. Als ich an jenem Morgen hier saß und meinen Kaffee trank, befahl Kesselring, General Schlemm, das gesamte Fallschirm-Springer-Korps aus Siena abzuziehen, ohne auch nur einen Schuss abzufeuern. Nichts sollte beschädigt, nichts zerstört werden. Was ich damals ebenfalls nicht wusste, war, dass Papst Pius XII. bei Charles de Gaulle vorgesprochen hatte, dessen freie Franzosen die Stadt einnehmen sollten. Er bat darum, Siena nicht zu zerstören. Ob es zwischen Lemelson und Jean einen Geheimpakt gegeben hat, werden wir nie erfahren. Sie haben es beide abgestritten, und jetzt sind sie tot. Doch beide bekamen denselben Befehl. Verschonen sie Siena. Es wurde kein Schuss abgefeuert? Keine Granate? Keine Bombe? Nichts. Am späten Vormittag begann unser falschem Jäger abzuziehen. Es dauerte den ganzen Tag. Am späten Nachmittag hörten wir aus der Gasse draußen das Geräusch dröhnender Marschschritte, und plötzlich tauchte der Stabsart der 14. Armee auf. Vor dem Krieg war Majorgeneral von Steglitz ein berühmter Orthopäde gewesen. Auch er hatte in den letzten Tagen in einem der großen Krankenhäuser ununterbrochen am Operationstisch gestanden und war genauso erschöpft wie ich. Von Steglitz stand im Torbogen und blickte sich verwundert um. Es arbeiteten jetzt sechs Sanitäter für mich, von denen sich zwei ausschließlich um die Wasservorräte kümmerten. Steglitz sah meinen blutverschmierten Kittel und den Küchentisch, der jetzt wegen des besseren Lichts wieder in der Mitte des Hofs stand. Er schaute auf den stinkenden Haufen amputierter Gliedmaßen in der Ecke dort drüben. Hände, Arme und Beine, von denen einige noch in Stiefeln steckten. Was für ein Beinhaus, sagte er. Sind Sie allein hier, Herr Hauptmann? Ja, Sir, erwiderte ich. Wie viele Verletzte? Ungefähr 220, Herr General. Nationalität? 120 von uns und ungefähr 100 Soldaten unterschiedlicher Nationalität. Wie viele Tote? Bis jetzt? Keine, Sir. Er starrte mich an. Unmöglich. Dann begann er an den Lagern entlang zu wandern. Er musste keine Fragen stellen. Auf den ersten Blick erkannte er die Art und den Grad der Verwundung und die Überlebenschance. Er war von einem Pater begleitet, der sich niederkniete und allen die letzte Ölung spendete, die den nächsten Morgen nicht überleben würden. Als der Generalstabsarzt mit seiner Inspektionsrunde fertig war, kam er zu mir zurück. Er sah mich lange an. Ich bot einen katastrophalen Anblick. Halbtot vor Müdigkeit, blutbesudelt, stinkend wie eine räudige Katze und seit 48 Stunden ohne eine feste Mahlzeit. Sie sind ein bemerkenswerter junger Mann, meinte er schließlich, und haben ihr Übermenschliches geleistet. Sie wissen, dass wir unsere Truppen abziehen? Ich bejahte. In einer geschlagenen Armee breiten sich Gerüchte in Windeseiler aus. Von Steglitz erteilte seinen Männern Befehle. Ganze Kolonnen von Sanitätern traten aus der Gasse in den Hof. Nehmt nur Deutsche mit, forderte er sie auf. Die Alliierten wollen wir den Alliierten überlassen. Er ging an den deutschen Verletzten vorüber und wählte nur 70 von ihnen aus, die eine Chance hatten, die lange, anstrengende Fahrt über die Hügel des Chianti bis nach Mailand zu überleben. Dort würden sie dann ordentlich versorgt werden. Die Deutschen, für die es keine Hoffnung mehr zu geben schien, ließ er da. Es waren 50. Von Steglitz kam noch einmal zu mir. Die Sonne war bereits hinter den Häusern verschwunden und würde bald untergehen. Er hatte seine Barsche Art abgelegt und sah mit einem Mal nur noch alt und krank aus. Irgendjemand muss sich um sie kümmern. Bleiben Sie bei ihnen. Das werde ich, erwiderte ich. Das bedeutet, dass Sie in Kriegsgefangenschaft kommen werden. Ich weiß, Herr. Wenigstens war es ein kurzer Krieg für Sie. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages in unserem Vaterland wiedersehen. Mehr gab es nicht zu sagen. Er ging durch den Bogen, drehte sich noch einmal um und salutierte. Können Sie sich das vorstellen? Ein General, der einem Hauptmann salutiert? Ich trug keine Mütze, deshalb konnte ich den Gruß nicht erwidern. Dann war er verschwunden. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Sechs Monate später ist er bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Jetzt stand ich wieder allein da. Allein mit 150 Männern, die fast alle sterben würden, wenn ich bald Hilfe eintraf. Die Sonne ging unter, die Dunkelheit brach herein und meine Laternen hatten kein Petroleum mehr. Doch dann ging der Mond auf. Ich ließ Wasser verteilen. Als ich mich umdrehte, war sie wieder da. Der Lärm von der Piazza del Campo war zu ununterbrochenem Schreien und Rufen angeschwollen. Die zehn Jockeys, kleine drahtige Männer, saßen jetzt auf ihren Pferden. Jeder hatte seine Gärte bekommen, einen mörderischen Ochsenziemer, mit dem sie nicht nur auf ihre eigenen Pferde eindreschen würden, sondern auch auf jedes andere Ross oder jeden Jockey, der ihnen zu nahe kam. Sabotage, Behinderung, Verletzungen. Zimperlich darf ein Reiter beim Palio nicht sein. Die Wetten sind schwindelerregend hoch und der Wille zum Sieg ist grenzenlos. Auf der Sandbahn ist alles erlaubt. Die zehn Pferde wurden auf ihre Startpositionen hinter einen dicken Seil geführt. Jeder Jockey trug die leuchtenden Farben seiner Kontrade und einen runden Stahlhelm. Zügel und Reitgärte hielten sie fest in der Hand. Die Pferde tänzelten vor Erwartung. Der Mossere, der Startmeister, sah zum Bürgermeister hoch. Sobald das letzte Pferd seinen Platz eingenommen hatte, würde dieser ihn mit einem Kopfnicken auffordern, das Seil fallen zu lassen. Das Gebrüll der Menge erinnerte an Löwen in der afrikanischen Steppe. Sie ist zurückgekommen? Auch am dritten Abend? Ein drittes und letztes Mal. Es war fast eine Art Teamarbeit. Hin und wieder habe ich etwas auf Deutsch zu ihr gesagt, das sie natürlich nicht verstand. Sie lächelte nur und schwieg. Näher gekommen sind wir uns nicht. Sie hat sich um die verwundeten Männer gekümmert, während ich mehr Wasser herbeischaffte und Verbände wechselte. Der Generalstabsarzt hatte mir frisches Material dargelassen, zumindest so viel, wie er für mein hoffnungsloses Unterfangen erübrigen konnte. Als der Morgen dämmerte, war sie wieder verschwunden. An diesem Abend war mir etwas aufgefallen, das ich bisher übersehen hatte. Sie war ein hübsches Mädchen, doch im Licht des Mondes entdeckte ich auf ihren beiden Handrücken schwarze Flecken, jeder ungefähr so groß wie eine Dollarmünze. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Erst Jahre später. Und Sie haben sie nie mehr wieder gesehen? Nein, nie mehr. Kurz nach Sonnenaufgang hingen aus allen Fenstern in der Nachbarschaft Fahnen. Es war nicht mehr der Reisadler. Die Bürger Sienas hatten die Flaggen der Alliierten zusammengeflickt. Am häufigsten sah man in der Stadt die französische Tricolore. Gegen sieben Uhr hörte ich Marschschritte in der Gasse. Angst ergriff mich. Bis zu diesem Moment hatte ich noch keine alliierten Soldaten mit Gewehr zu Gesicht bekommen. Doch Hitlers Propagandamaschine hatte uns eingetrichtert, dass sie alle Mörder seien. Wenige Minuten später standen fünf Soldaten im Torbogen. Sie waren dunkelhäutig und ihre Uniformen so verdreckt, dass ich kaum erkennen konnte, welcher Einheit sie angehörten. Dann sah ich das Kreuz von Lothringen. Es waren Franzosen, auch wenn die Männer aus Algerien stammten. Sie riefen mir etwas auf Französisch oder Arabisch zu, das ich nicht verstand. Ich lächelte und zuckte mit den Schultern. Über meinem Wehrmachtshemd und der Hose trug ich den blutverschmierten Kittel. Doch sie mussten die Stiefel darunter gesehen haben. Wehrmachtsstiefel. Daran gab es keinen Zweifel. In den Gefechten südlich von Siena hatten die Alliierten hohe Verluste erlitten und hier stand ich, der Feind. Sie betraten den Hof, schrien mich an und fuchtelten mit ihren Gewehren vor meiner Nase herum. Ich dachte, sie würden mich erschießen. Dann hörte ich einen der algerischen Verletzten leise aus einer Ecke rufen. Die Soldaten gingen zu ihm und er flüsterte ihnen etwas zu. Als sie zurückkam, hatte sich ihr Verhalten geändert. Sie zogen eine wirklich ekelerregende Zigarette hervor und zwangen mich, sie als Zeichen unserer Freundschaft zu rauchen. Um neun Uhr morgens war die ganze Stadt voller Franzosen, die überall euphorisch von Italienern begrüßt wurden. Die Mädchen überhäuften sie mit Küssen. Ich blieb mit meinen mir freundlich gesinnten Soldaten im Hof. Dann tauchte ein französischer Major auf. Wie ich sprach er ein wenig Englisch. Ich erklärte, dass ich ein deutscher Arzt sei und hier bei meinen Kranken zurückgeblieben wäre, von denen einige Franzosen seien und die meisten anderen ebenfalls alliierte. Er lief durch die Reihen der am Boden liegenden Kranken, zählte 20 seiner Landsleute unter den alliierten Engländern und Amerikanern und stürzte wieder hinaus auf die Gasse, wo man ihnen Befehle erteilen hörte. Innerhalb einer Stunde waren alle Verletzten in das mittlerweile fast leere Zentralkrankenhaus abtransportiert worden. Jetzt lagen nur noch ein paar transportunfähige Deutsche im Hof. Ich blieb bei ihnen. Während ein französischer Armeearzt einen nach dem anderen untersuchte, wurde ich im Zimmer der Oberen eingeschlossen. Mittlerweile lagen alle auf sauberen weißen Laken und wurden von ganzen Heerscharen italienischer Krankenschwestern gewaschen und mit Lebensmitteln versorgt. Am Nachmittag erschien der Armeearzt in meinem Zimmer. Er wurde von einem französischen General namens Demosabea begleitet, der Englisch sprach. Mein Kollege meint, dass die Hälfte der Männer hier eigentlich tot sein müsste, sagte er. Was haben sie mit ihnen angestellt? Ich erklärte, dass ich nichts Besonderes gemacht hätte, nur das, was mir mit der zur Verfügung stehenden Ausrüstung und den Medikamenten möglich gewesen sei. Sie unterhielten sich auf Französisch. Wir müssen für die nächsten Verwandten die Personalien der Männer aufnehmen, meinte der General dann. Wo sind die Erkennungsmarken der Verstorbenen, und zwar aller Nationalitäten? Ich erklärte, dass es keine Erkennungsmarken gebe. Keiner der Männer, die in diesen Hof gebracht worden waren, sei gestorben. Wieder unterhielten sie sich, wobei der Arzt öfter mit den Schultern zuckte. Dann sagte der General, geben Sie mir Ihr Ehrenwort, hier zu bleiben und mit meinem Kollegen zusammenzuarbeiten, es ist noch viel zu tun. Natürlich gab ich es ihm. Wohin hätte ich auch gehen sollen? Meine Heimatarmee zog sie schneller zurück, als ich ihr hätte folgen können. Wenn ich es schaffte, bis aufs Land zu gelangen, würde ich dort sicher von Partisanen getötet werden. Als nächstes fiel ich vor Hunger und Schlafmangel vor ihnen in Ohnmacht. Nach 20 Stunden Schlaf, einem Bad und einer Mahlzeit war ich wieder einsatzbereit. Alle französischen Verletzten der letzten zehn Tage waren in den Süden nach Perugia, Assisi oder sogar bis Rom gebracht worden. Im Krankenhaus von Siena lagen nur noch die Männer aus diesem Hof. Knochen mussten gerichtet und geschient werden. Wir öffneten halbverheilte Nähte und behandelten innere Verletzungen noch einmal ordentlich. Wunden, die sich eigentlich hätten entzünden müssen, waren auf wundersame Weise verheilt. Zerrissene Arterien schienen sich selbst versiegelt zu haben und Blutungen hatten einfach aufgehört. Einen Tag und eine ganze Nacht lang operierten wir ohne Unterbrechung. Kein einziger Patient starb. Die Kriegsfront schob sich weiter in den Norden. Man erlaubte mir, bei den französischen Offizieren zu wohnen. General Jean besuchte das Krankenhaus und dankte mir für alles, was ich für die französischen Soldaten getan hatte. Später musste ich mich dann nur noch um die 50 Deutschen kümmern. Nach einem Monat wurden wir alle in den Süden nach Rom evakuiert. Da keiner der Deutschen jemals wieder kämpfen würde, organisierte man über das Rote Kreuz ihre Rückführung ins Heimatland. Sie kamen zurück in die Heimat? fragte der Amerikaner. Alle, sagte der Arzt. Das US Army Medical Corps hat seine Soldaten von Ostia aus zurück in die Staaten verschifft, sobald sie reisefähig waren. Die Jungs aus Virginia kamen zurück an den Shenandoah und die aus Texas in ihren Lone Star State. Auch der junge Mann aus Austin, der in jener Nacht nach seiner Mutter gerufen hatte, ist mit all seinen Eingeweihten nach Hause gefahren, als die Bauchdecke verheilt war. Nachdem Frankreich befreit war, haben auch die Franzosen ihre Männer abgeholt. Als General Alexander das Krankenhaus in Rom besuchte, in dem wir mittlerweile untergebracht waren, erzählte man ihn von diesem Hof in Siena. Wenn ich mich weiter an mein Ehrenwort halten würde, meinte er, könne ich mich bis Kriegsende in einem Feldlazarett in England um die deutschen Verwundeten kümmern. Ich willigte ein. Deutschland hatte den Krieg sowieso verloren. Im Herbst 1944 war uns das allen klar. Nach der Kapitulation im Mai 1945 herrschte endlich Frieden und ich durfte wieder heim in meine zerstörte Vaterstadt Hamburg. Aber warum sind sie dann jetzt, 30 Jahre später, hier? Das Geschrei von der Piazza del Campo war nicht zu überhören. Ein Pferd war gestürzt und hatte sich das Bein gebrochen. Der Jockey lag bewusstlos am Boden, während das Rennen weiterging. Obwohl eine dicke Sanddecke über das Pflaster der Piazza gestreut wurde, kam es bei dem verrückten Tempo immer wieder zu schlimmen Unfällen. Der blasse Mann zuckte mit den Schultern und blickte versonnen über den Hof. Was sich in jenen drei Tagen in diesem Hof ereignet hat, war meiner Meinung nach ein Wunder. Mit mir hatte das nichts zu tun. Ich war ein junger, ehrgeiziger Arzt, aber nicht außergewöhnlich begabt. Es war das Mädchen. Es wird noch andere Palios geben, sagte der Tourist. Erzählen Sie mir mehr über das Mädchen. Gut. Im Herbst 1945 wurde ich zurück nach Deutschland geschickt. Hamburg war unter britischer Besatzung. Anfangs arbeitete ich im britischen Krankenhaus, später dann in der Hamburger Zentralklinik. 1949 waren wir dann wieder eine nazifreie Republik und ich wechselte an ein Privatkrankenhaus. Mit meiner Karriere ging es gut voran. Ich wurde Mitinhaber der Klinik, heiratete ein Hamburger Mädchen und wir bekamen zwei Kinder. Das Leben wurde leichter, da es Deutschland wirtschaftlich immer besser ging. Nach einiger Zeit gründete ich mein eigenes kleines Krankenhaus. Ich behandelte die Neureichen und wurde selbstreich. Doch diesen Hof hier und das Mädchen in der Nonnenkutte habe ich niemals vergessen. 1965 wurde meine Ehe nach 15 Jahren geschieden. Die Kinder, damals schon im Teenageralter, waren sehr traurig darüber, dass sie verstanden es. Ich besaß Geld und ich war wieder frei. 1968 beschloss ich hierher zurückzukommen, um sie zu suchen. Ich wollte mich einfach nur bei ihr bedanken. Und haben sie sie gefunden? In gewisser Hinsicht schon. 24 Jahre waren vergangen. Sie musste mittlerweile wie ich Ende 40 sein. Vermutlich war sie noch immer Nonne. Falls sie aber ihren Orden aus irgendeinem Grund verlassen hatte, war sie sicher verheiratet und hatte Kinder. Ich kam also im Sommer 1968 hier an, nahm mir ein Zimmer in der Villa Patrizia und begann meine Suche. Als erstes besuchte ich alle Nonnenklöster. Es gab drei und sie gehörten verschiedenen Orden an. Ich heuerte einen Übersetzer an, der mir half, mich mit den Oberinnen zu verständigen. Zwei von ihnen waren schon während des Kriegs hier gewesen, die dritte war erst später hergekommen. Als ich ihnen die Novizin beschrieb, die ich suchte, schüttelten sie nur den Kopf. Sie befragten jeweils die älteste Schwester der Gemeinschaft, doch von einer solchen Novizin wusste niemand etwas. Ich beschrieb ihnen genau die Kutte, die sie getragen hatte, hellgrau mit einem dunkelgrauen Stickmuster auf der Vorderseite. Niemand kannte sie. In keinem der Orden wurden hellgraue Kutten getragen. Ich zog meinen Kreis weiter. Vielleicht war sie aus einem Orden außerhalb der Stadt und hatte in den letzten Wochen der deutschen Besatzung nur Verwandte in Siena besucht. Ich suchte in der gesamten Toskana nach ihrem Kloster, aber ohne Erfolg. Mein Übersetzer verlor allmählich die Geduld, während ich herauszufinden versuchte, welche Kuttenformen man in sämtlichen Nonnenklöstern früher getragen hatte und heute trug. Es gab mehrere hellgraue Kutten, doch das Muster eines Kreuzes mit gebrochenem Arm war völlig unbekannt. Nach sechs Wochen sah ich ein, dass es hoffnungslos war. Niemand hatte jemals von ihr gehört, geschweige denn sie gesehen. 24 Jahre zuvor hatte sie in drei aufeinanderfolgenden Nächten diesen Hof besucht. Sie hatte sterbenden Soldaten die Gesichter gekühlt und ihnen Trost gespendet. Sie hatte ihre Wunden berührt und diese Soldaten waren nicht gestorben. Vielleicht gehörte sie zu den Personen, die durch Handauflegen heilen können. Doch dann war sie in dem kriegszerrissenen Italien verschwunden. Ich hoffte, es würde ihr gut gehen, doch ich wusste, dass ich sie niemals finden würde. Aber sie haben gesagt, sie hätten sie gefunden, warf der Amerikaner ein. Ich habe gesagt, in gewisser Hinsicht, korrigierte ihn der Arzt. Ich hatte schon meine Sachen für die Abreise gepackt, als ich einen letzten Versuch unternahm. In dieser Stadt gibt es zwei Zeitungen, den Corriere di Siena und La Gazzetta di Siena. In jede setzte ich eine Anzeige, die eine Viertelseite groß und sogar illustriert war. Ich hatte das gestickte Muster auf ihrem Kleid nachgezeichnet und diese Zeichnung neben den Text gestellt. Für jede Information zu diesem Symbol stellte ich eine Belohnung in Aussicht. Die Zeitung mit meiner Anzeige erschien an dem Morgen, an dem ich abreisen wollte. Ich war gerade dabei, mein Gepäck aus dem Zimmer zu bringen, als man mich von der Rezeption aus anrief. Man sagte mir, es wolle mich jemand sprechen. Weil mein Taxi in einer Stunde kommen würde, ging ich mit meinen Koffern nach unten. Das Taxi habe ich dann nicht mehr gebraucht und meinen Flug verpasste ich. In der Hotelhalle wartete ein kleiner weißhaariger alter Mann in Mönchskutte auf mich. Es war ein dunkelgraues Gewand, das in der Taille von einer weißen Kordel gehalten wurde. An den Füßen trug er Sandalen. Er hielt eine Ausgabe der Gazzetta in der Hand, die auf der Seite meiner Anzeige aufgeschlagen war. Wir begaben uns ins Café des Hotels und ließen uns dort nieder. Er sprach Englisch. Zunächst fragte er, wer ich sei und warum ich die Anzeige aufgegeben hätte. Ich erklärte ihm, dass ich eine junge Frau aus Siena suchte, die mir vor fast einem Vierteljahrhundert geholfen habe. Dann stellte er sich als Fra Domenico vor und erzählte, dass er aus einem geschlossenen Orden stamme, dessen Angehörige sich ganz dem Fasten, dem Gebet und dem Studium widmeten. Sein persönliches, lebenslanges Studienobjekt sei die Geschichte Sienas und seiner verschiedenen religiösen Orden. Er wirkte nervös und aufgeregt und bat mich, ihm genau zu schildern, wann und wo ich in Siena dieses besondere Muster auf der Kutte einer jungen Frau gesehen hätte. Ich wandte ein, dass dies eine lange Geschichte sei. Wir haben Zeit, erwiderte er nur. Bitte erzählen Sie mir alles. Und das tat ich dann auch. Auf der großen Piazza erreichte der Lärm seinen Höhepunkt, als eines der Pferde mit einer halben Länge Vorsprung die Ziellinie passierte. Die Angehörigen der anderen neun Kontraden stöhnten enttäuscht auf, während die der siegreichen zehnten Kontrade, die den Namen Istrice, Stachelschwein trug, in Jubelgeschrei ausbrachen. Trotzdem würde auch in den Rathäusern der neun Verlierer in dieser Nacht der Wein in Strömen fließen. Fahren Sie fort, drängte der Amerikaner. Was haben Sie ihm erzählt? Alles. Er bestand darauf, alles zu hören. Von Anfang bis Ende. Jede kleinste Einzelheit. Das Taxi kam und ich schickte es wieder fort. Trotzdem hatte ich ein winziges Detail vergessen, das mir erst einfiel, als ich am Ende meiner Geschichte angelangt war. Die Hände, die Hände des Mädchens. Als ich ihm berichtete, dass ich ihn mondlich dunkle Flecken auf beiden Handrücken gesehen hätte, wurde der Mönch so weiß wie sein Haar und begann, seinen Rosenkranz durch die Finger gleiten zu lassen. Er hatte die Augen geschlossen und bewegte lautlos seine Lippen. Damals war ich noch Lutheraner. Erst später konvertierte ich zum katholischen Glauben. Ich fragte ihn, was er da mache. Ich bete, mein Sohn, erwiderte er. Für wen, fragte ich, für die Unsterblichkeit meiner Seele und auch für die Ihre. Denn ich glaube, Sie haben das Wirken Gottes gesehen. Dann bat ich ihn, mir alles zu sagen, was er wüsste. Und er erzählte mir die Geschichte von der barmherzigen Katharina. Die Geschichte Frau Domenikus Kennen Sie sich in der Geschichte Sieners aus? fragte er mich. Nein, erwiderte ich, fast überhaupt nicht. Sie geht weit zurück. Die Stadt hat schon viele Jahrhunderte an sich vorüberziehen sehen. Einige waren von Wohlstand und Frieden geprägt. Doch in den meisten gab es viel Blutvergießen, tyrannische Herrscher, Fäden, Hungersnöte und die Pest. Die beiden schlimmsten Jahrhunderte waren die zwischen 1355 und 1559. Sie waren von einem endlosen, sinnlosen und erfolglosen Krieg geprägt. Sowohl im eigenen Land als auch gegen feindliche, fremde Mächte. Immer wieder wurde die Stadt von plündernden Söldnerheeren heimgesucht, den gefürchteten Condottieri. Eine starke Regierung, welche die Bürger hätte schützen können, gab es nicht. Sie müssen wissen, dass es in jenen Tagen kein Italien gab, wie wir es heute kennen. Damals war dieses Land ein Flickenteppich aus verschiedenen Fürsten und Herzogtümern, Kleinstaaten und Stadtstaaten, die ständig bestrebt waren, einander zu erobern. Siena war ein Stadtstaat, auf den es das Herzogtum Florenz, schon seit Alters her abgesehen hatte. Unter Cosimo I. aus dem Haus der Medici haben sie uns dann schließlich erobert. Doch diesem Ereignis ging die schlimmste Periode von allen voraus, die Jahre zwischen 1520 und 1550. In dieser Zeit spielt meine Geschichte. Siena wurde damals von fünf Familienclans regiert, die sich so lange befädigten, bis die Stadt ruiniert war. Bis 1512 hatte eine ihrer Anführer, Pandolfo Petrucci, die Macht über den Stadtstaat. Er war der brutalste von allen und regierte wie ein Tyrann, aber wenigstens brachte er der Stadt wieder Stabilität. Nach seinem Tod brach in Siena die Anarchie aus. Die Stadt sollte von Balia regiert werden, einem Rat, dem Petrucci geschickt und skrupellos vorgestanden hatte. Doch jedes Ratsmitglied gehörte auch einem der verfeindeten Clans an. Statt also zum Wohlergehen der Stadt zusammenzuarbeiten, bekämpften sie einander, bis sie auch Siena in die Knie gezwungen hatten. 1520 wurde einem der unbedeutenderen Sprösslinge des Hauses Petrucci eine Tochter geboren. Auch nach dem Tod Pandolfos wurde die Stadt noch einige Zeit von den Petrucci regiert. Doch als dieses Mädchen vier Jahre alt war, verlor das Haus der Petrucci seine Macht über den Balia und die verbleibenden vier verfeindeten Clans trugen ihre Fäden wieder ungehemmt aus. Das Mädchen wuchs zu einer schönen jungen Frau heran. Sie war sehr fromm und mehrte das Ansehen ihrer Familie. Diese lebte in einem großen Palast hier ganz in der Nähe, wo sie von dem Elend und dem Chaos draußen wenig spürte. Doch während andere reiche Mädchen eigenwillig, verwöhnt oder sogar zügellos wurden, blieb Katharina die Petrucci bescheiden und tiefgläubig. Den einzigen Zwist mit ihrem Vater gab es, als es um ihre Eheschließung ging. In jenen Tagen war es normal, dass ein junges Mädchen schon mit 16 oder gar 15 heiratete. Doch die Jahre zogen ins Land und Katharina lehnte zum Kummer ihres Vaters einen Bewerber nach dem anderen ab. 1540 wurde die Stadt Siena und ihr Umland dann von einer Hungersnot, der Pest, Unruhen, Bauernaufständen und inneren Streitigkeiten heimgesucht. Im Schutz der Palastmauern und der Wachen war Katharina kaum davon berührt. Sie verbrachte ihre Zeit mit Handarbeiten, Lesen und regelmäßigen Gottesdiensten in der Familienkapelle. Doch in diesem Jahr geschah etwas, das ihr ganzes Leben verändern sollte. Eines Tages brach sie zu einem Ball auf, doch ist sie nie dort angekommen. Wir wissen, was passiert ist. Oder zumindest glauben wir es zu wissen, denn es gibt ein auf Latein verfasstes Dokument ihres Beichtvaters, eines alten Priesters, den die Familie für ihre religiösen Bedürfnisse in Dienst genommen hatte. Katharina hatte den Palast in einer Kutsche verlassen. In ihrer Begleitung befanden sich eine Hofdame und sechs Leibwächter, denn auf den Straßen war es gefährlich. Unterwegs wurde ihrer Kutsche von einer anderen quer über der Straße stehenden der Weg versperrt. Katharina hörte einen Mann vor Schmerzen schreien. Sie widersetzte sich den Anweisungen ihrer Gouvernante, schob den Vorhang zur Seite und sah hinaus. Die andere Kutsche gehörte einer der verfeindeten Herrscherfamilien. Offensichtlich war ein alter Bettler auf die Straße getaumelt. Die Pferde hatten vor ihm gescheut und waren durchgegangen. Der aufgebrachte Insasse der Kutsche, ein grausamer junger Edelmann, war ausgestiegen und schlug nun mit dem Knüppel eines seiner Wächter wie wild auf den Bettler ein. Ohne lange zu überlegen sprang Katharina aus der Kutsche in den Matsch der Straße, wo sie sich ihre seidenden Schuhe ruinierte, und schrie den Mann an, er solle sofort aufhören. Er blickte auf und sie erkannte, dass es einer der jungen Edelmänner war, mit denen ihr Vater sie verheiraten wollte. Als er das Wappen der Petrucci an ihrer Kutschentür erblickte, hörte er auf der Stelle mit dem Prügeln auf und verschwand in seiner Karosse. Das Mädchen hockte sich im Straßendreck nieder und umfing den Körper des schmutzigen alten Bettlers. Er war so erbarmungslos geschlagen worden, dass er im Sterben lag. Obwohl er voller Parasiten sein musste und nach Schmutz und Exkrementen stank, hielt sie ihn in den Armen, bis er tot war. Die Legende berichtet, sie habe in dem erschöpften, schmerzverzerrten und von Dreck und Blut besudelten Gesicht das Antlitz des sterbenden Christus erkannt. Unser Chronist schreibt, dass der Bettler ihr noch ein paar letzte Worte zugeflüstert habe. Kümmern sie sich um die Meinen. Wir werden nie erfahren, was an jenem Tag wirklich geschehen ist, denn es gab nicht einen Augenzeugenbericht. Wir haben nur die Worte des alten Priesters, der sie Jahre später in einer einsamen Klosterzelle aufgeschrieben hat. Doch was immer es war, es hat ihr Leben verändert. Sie fuhr zurück in den Palast und verbrannte im Hof ihre gesamte Garderobe. ihrem Vater verkündete sie, sie wolle der Welt entsagen und den Schleier nehmen. Er wollte davon nichts hören und verbat es ihr ausdrücklich. Sie widersetzte sich seinem Willen, was für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich war, und bewarb sich in allen Klöstern der Stadt um die Aufnahme als Novizin. Doch die Boten ihres Vaters waren ihr zuvor gekommen, weshalb sie überall abgewiesen wurde. Niemand wagte es, der noch verbleibenden Macht der Petrucci zu trotzen. Doch ihr Vater irrte, wenn er glaubte, sie so von ihrem Vorhaben abbringen zu können. Aus der Schatzkammer der Familie entwendete sie ihre eigene Mitgift, und nach langen geheimen Verhandlungen mit einem verfeindeten Konte rang sie ihm schließlich einen langfristigen Pachtvertrag für einen bestimmten Hof ab. Viel war es nicht. Der Hof gehörte zum Kloster Santa Cecilia, an dessen hohe Mauern er grenzte. Die Mönche brauchten den 20 auf 30 Meter großen Platz mit dem Kreuzgang, der im Schatten der mächtigen Steinmauern lag, nicht. Um den Hof völlig vom Kloster zu trennen, ließ der Abt im einzigen Durchgang, der vom Klostergebäude in den Hof führte, ein schweres Holztor aus Eichenbalken anbringen und es mit mächtigen Riegeln versehen. In diesem Hof schuf die junge Frau eine Zufluchtsstätte für die Armen und Notleidenden der Straßen und Gassen. Heute würden wir so eine Einrichtung Suppenküche nennen, aber damals gab es so etwas natürlich noch nicht. Katharina schnitt sich ihr schönes langes Haar ab, trug ein einfaches Gewand aus grauer Baumwolle und ging barfuß. Die Ärmsten der Armen, die von der Gesellschaft Ausgestoßenen, die Lahmen und Siechen, die Bettler und Obdachlosen, schwangere Dienstmädchen, die man aus ihrer Stellung vertrieben hatte, die Blinden und die von allen am meisten gefürchteten kranken. Sie alle fanden in Katharinas Hof Zuflucht. Sie lagen zwischen Exkrementen und Ratten, denn sie kannten es nicht anders, doch Katharina säuberte sie und kümmerte sich um ihre Wunden und Gebrechen. Katharina brauchte den Rest ihrer Mitgift für Nahrungsmittel auf, dann bettelte sie in den Straßen um Geld. Ihre Familie hatte sie natürlich enterbt. Ein Jahr ging vorüber, indem die Stimmung in der Stadt umschlug. Die Leute sprachen jetzt von ihr als Katharina della Misericordia, der barmherzigen Katharina. Die Wohlhabenden und alle, die ihr Gewissen beruhigen wollten, schickten anonyme Spenden. Ihr Ruhm verbreitete sich in der ganzen Stadt und über deren Mauern hinaus. Eine andere junge Frau aus vornehmer Familie gab ihr Leben im Wohlstand auf und kam zu ihr. Und dann noch eine. Im dritten Jahr waren Katharina und ihr Hof in der ganzen Toskana bekannt. Auch die Kirche wurde auf sie aufmerksam, was weniger gut war. Sie müssen verstehen, Signore, dass es damals schlecht stand mit der heiligen katholischen Kirche. Selbst ich muss das zugeben. Nach zu vielen Jahren der Privilegien, der Macht und des Reichtums war sie korrupt und verlogen geworden. Viele Kirchenfürsten, Bischöfe, Erzbischöfe und Kardinäle lebten wie die weltlichen Herrscher. Sie gaben sich ihrem Vergnügen hin, waren grausam und erlagen den Versuchungen des Fleisches. Das Volk hatte bereits darauf reagiert und sich neue Fürsprecher gesucht. Es war eine Bewegung, die sich Reformation nannte. In Nordeuropa war die Situation noch schlimmer. Luther hatte bereits seine ketzerischen Thesen verbreitet und der englische König mit Rom gebrochen. Bei uns in Italien glich der einzig wahre Glaube einem brodelnden Hexenkessel. Nur ein paar Malen von hier entfernt, in Florenz, hatte man den Mönch und Prediger Savonarola nach schrecklichen Folterungen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil er nicht widerrufen wollte. Doch auch nach seinem Tod wurde weiter von Rebellion gemunkelt. Die Kirche brauchte Reformen, aber kein Chisma, doch viele der Mächtigen sahen das anders. Zu ihnen gehörte Ludovico, der Bischof von Siena. Weil in seinem Palast die Sünden des Fleisches, Völlerei, Korruption und Laster regierten, hatte er besonders viel zu fürchten. Er betrieb einen regen Ablasshandel und sprach die Reichen nur dann für immer von allen Sünden frei, wenn sie sich dafür von ihrem gesamten Besitz trennten. Und doch lebte in seiner eigenen Stadt, ganz in der Nähe der Mauern seines Palastes, eine junge Frau, deren Beispiel ihn beschämen musste. Obwohl sie nicht predigte oder hetzte wie Savonarola, wurde sie für ihn zur Bedrohung. Auf dem Richterpodium der Piazza del Campo wurde der begehrte Palio feierlich den Führern der siegreichen Contrada überreicht. Unter begeistertem Schwenken der Flaggen mit dem Wappen des Stachelschweins brach der Zug singend zum Siegesbankett auf. »Jetzt haben wir alles verpasst, Schatz«, sagte die Frau des Amerikaners. Ihrem Fuß ging es schon sehr viel besser. »Es gibt nichts mehr zu sehen.« »Nur noch einen Moment. Ich verspreche dir, dass wir uns die Feiern und die Festzüge anschauen werden. Sie dauern bis zum Morgengrauen.« »Also, wie geht es weiter? Was ist mit der barmherzigen Katharina geschehen?« Im darauffolgenden Jahr bekam der Bischof seine Chance. Es war ein mörderisch heißer Sommer. Das Land war vertrocknet, die Flüsse führten kein Wasser mehr, in den Straßen türmten sich menschliche und tierische Abfälle, und die Zahl der Ratten stieg ins Unermessliche. Dann kam die Pest. In den Straßen ging wieder einmal der gefürchtete schwarze Tod um, den wir heute als Beulen- oder Lungenpest kennen. Tausende erkrankten und starben. Heute wissen wir, dass die Krankheit von Ratten und Flöhen übertragen wurde, doch damals dachten die Leute, es sei die Strafe eines zöhnenden Gottes. Und ein solcher Gott musste mit einem Opfer besänftigt werden. Katharina hatte mittlerweile ein Symbol entworfen, das sie und ihre drei Gehilfinnen auf ihren Kutten trugen, um sich von den anderen Ordensschwestern der Stadt zu unterscheiden. Es war das Kreuz unseres Herrn Jesus, doch es hatte einen gebrochenen Arm, der für den Schmerz des Herrn über sein Volk stand. Wir wissen heute davon, weil es von jenem Beichtvater, der seine Erinnerungen Jahre später aufzeichnete, genau beschrieben wurde. Der Bischof erklärte, das Symbol sei eine Gotteslästerung und hetzte den Mob, den er mit Münzen aus seiner eigenen Schatulle bezahlte, gegen Katharina auf. Die Pest, so behauptete er, sei aus diesem Hof gekommen und von den Bettlern verbreitet worden, die nachts dort schliefen, aber tagsüber durch die Straßen zogen. Die Leute waren froh, jemanden zu haben, der die Schuld an ihrer Krankheit trug. So fielen sie über den Hof her. Der alte Chronist war zwar nicht dabei, doch er behauptet, dass er aus verschiedenen Quellen über die Geschehnisse unterrichtet worden sei. Als sie den Mob kommen hörten, warfen sich die drei Gehilfinnen alte Decken über ihre Kleider und flüchteten. Katharina aber blieb. Der Pöbel stürmte in den Hof, prügelte auf die Männer, Frauen und Kinder ein, die sich dort aufhielten, und jagte sie bis vor die Stadtmauern, wo sie auf dem von Hungersnöten geplagten Land ihrem Schicksal überlassen wurden. Die ganz besondere Wut der Meute aber konzentrierte sich gegen Katharina, die sicher noch Jungfrau war. Man hielt sie am Boden fest und vergewaltigte sie mehrmals. Unter den Tätern mussten auch Wachen des Bischofs gewesen sein. Als sie mit ihr fertig waren, kreuzigten sie sie an der schweren Holztür im hinteren Hofteil, wo sie schließlich starb. »Das war die Geschichte«, sagte der blasse Mann, die Mefra Domenico vor sieben Jahren in einem Hotelcafé berichtete. »Das war alles?« fragte der Amerikaner. »Mehr hat er nicht erzählt?« »Doch, es gibt noch etwas«, gab der Deutsche zu. »Erzählen Sie es mir! Bitte erzählen Sie mir alles!« bettelte der Tourist. »Nun, nach den Worten des alten Mönchs ist dann Folgendes passiert. In jener Mordnacht wurde die Stadt von einem fürchterlichen Unwetterheim gesucht. Dunkle Gewitterwolken zogen von den Bergen heran, welche die Sonne und später Mond und Sterne verhüllten. Bald begann es zu regnen. Nie zuvor hatte man hier so heftige Niederschläge erlebt, die drohten Siena fortzuschwemmen. Das Unwetter dauerte eine ganze Nacht. Am nächsten Morgen verzogen sich die Wolken und die Sonne kam wieder hervor. Siena war sauber gewaschen und der Schmutz aus allen Ecken und Ritzen gespült worden. Mit dem Wasser verschwanden auch die Ratten. Sie wurden fortgespült wie die Sünden des Bösen durch die Tränen Christi. Schon nach wenigen Tagen begann die Pest abzuklingen und war bald ganz verschwunden. Doch diejenigen, die sich mit dem Mob verbündet hatten, schämten sich für ihre Tat. Einige von ihnen kehrten in den Hof zurück. Er war leer und verlassen. Sie nahmen den geschundenen Leib Katharinas von der Tür und wollten ihn christlich beerdigen. Doch die Priester fürchteten den Bischof, der sie der Heresie beschuldigen konnte. Ein paar Mutige brachten deshalb Katharinas Leichnam aus der Stadt hinaus aufs Land. Dort verbrannten sie ihn und streuten die Asche in einen Gebirgsbach. Der Beichtvater des Hauses Petrucci, der all dies in Latein aufgeschrieben hat, nannte keine genaue Jahreszahl, geschweige denn einen Monat oder Tag. Doch wir kennen eine andere Quelle, in der die Zeit des großen Regens genauer angegeben wird. Es war im Juli des Jahres 1544. Der Regen ist am Abend des zweiten Tages gekommen. Schluss Der Tag des Palio, sagte der Amerikaner. Und der Tag der Befreiung. Der Deutsche lächelte. Dass der Palio immer am zweiten Juli stattfindet, wurde erst später festgelegt und die Wehrmacht zog eher zufällig an genau dem Tag ab. Doch sie ist wiedergekommen. 400 Jahre später ist sie zurückgekommen. Daran glaube ich, erwiderte der Deutsche ruhig. Sie hat sich um die Soldaten gekümmert, obwohl sie selbst von Soldaten vergewaltigt wurde. Ja. Und die Flecken an ihren Händen? Die Male der Kreuzigung? Ja. Der Tourist starrte die Eichentür an. Die Flecken? Ihr Blut? Ja. Oh mein Gott, sagte der Tourist. Er dachte eine Weile nach. Und Sie kümmern sich um diesen Garten? Zu Ihrem Gedenken? Ich komme jeden Sommer, fege den Boden und kümmere mich um die Rosen. Es ist einfach eine Art Dankeschön. Vielleicht weiß sie es, wo immer sie jetzt ist. Vielleicht auch nicht. Heute ist der zweite Juli. Wird sie wiederkommen? Vielleicht, aber eher nicht. Doch eins kann ich Ihnen garantieren. Heute Nacht wird in ganz Siena kein Mensch sterben. Sicher kostet es etwas, den Hof in diesem Zustand zu halten. Wenn ich irgendetwas, sagte der Tourist. Der blasse Mann zuckte mit den Schultern. Eigentlich nicht. Dort drüben über der Bank an der Wand gibt es einen Opferstock. Das Geld ist für die Waisenkinder Sienas bestimmt. Ich habe gedacht, es würde ihr gefallen. Der Amerikaner war so großzügig wie alle seine Landsleute. Er griff in seine Jackentasche und zog ein dickes Bündel Geldscheine heraus. Vor dem Opferstock zählte er mehrere Scheine ab und stopfte sie hinein. Sir, sagte er, während er seiner Frau auf die Beine half, ich werde Italien bald verlassen und zurück nach Kansas fliegen. Dort werde ich auf meiner Ranch arbeiten und Vieh züchten. Doch mein Lebtag werde ich nicht vergessen, dass ich in dem Hof gewesen bin, wo sie gestorben ist. Die Geschichte von der barmherzigen Katharina wird mich begleiten, solange ich lebe. Komm Schatz, jetzt stürzen wir uns ins Getümmel. Sie verließen den Hof und bogen in die Gasse ein, wo sie dem Lärm der feiernden Menschenmassen folgten. Kurze Zeit später tauchte eine Frau aus den dunklen Schatten des Kreuzgangs auf. Sie hatte die Haare zu Zöpfen geflochten. Um den Hals trug sie eine Kette aus Holzperlen und über dem Rücken hing eine Gitarre. In ihrer rechten Hand hielt sie einen schweren Militärrucksack und in der linken eine Einkaufstasche. Sie ging zu dem Mann, fischte einen Joint aus ihrer Tasche, zündete ihn an und nahm einen langen, tiefen Zug. Dann reichte sie ihn an den Mann weiter. Wie viel hat er da gelassen? fragte sie. 500 Dollar, erwiderte er. Von dem deutschen Akzent war nichts mehr zu hören, denn jetzt sprach er im Slang der Woodstock-Generation. Er zog das Dollarbündel aus der Holzkiste und steckte es sich in die Hemdtasche. Es ist auch wirklich eine großartige Geschichte, sagte seine Partnerin, und du erzählst sie einfach wunderbar. Ja, sie gefällt mir auch, gab der Hippie bescheiden zu. Dann schulterte er seinen Rucksack und wandte sich zum Gehen. Und weißt du, was das Schönste ist? Sie fallen jedes Mal darauf herein. Kunst und Können. November. Eine dichte Regenwand schob sich langsam durch den Hyde Park und trieb im leichten Westwind als grauer Schleier weiter zur Parklane, wo sie über der dichten Platanenreihe auf dem grünen Streifen zwischen den beiden Fahrbahnen niederging. Unter den kahlen Bäumen stand ein durchnester, düster dreinblickender Mann. Der Eingang zum Ballsaal des Grosvenner House Hotels wurde von mehreren Lichterketten und dem endlosen Blitzen der Kameras hell erleuchtet. Drinnen war es warm, trocken und behaglich, doch vor dem Baldachin des Portals musste eine kurze Strecke nasse Asphalt überwunden werden. Dort standen Hotelportiers in Livret mit Regenschirmen bereit, während unentwegt Limousinen vorfuhren. Sobald ein Wagen vor dem Baldachin hielt, lief ein Portier herbei, um seinen Regenschirm über die Berühmtheiten oder Filmstars zu halten, die ausstiegen und mit gesenktem Kopf die zwei Meter bis zum Baldachin eilten. Erst wenn sie dort angekommen waren, richteten sie sich auf und strahlten mit einem routinierten Lächeln in die Kameras. An beiden Seiten des Baldachins standen die Paparazzi. Sie waren bis auf die Haut durchnässt und versuchten so gut wie möglich, ihre wertvolle Ausrüstung zu schützen. »Hier hin, Michael! Schauen Sie hier, Herr Roger! Shakira, bitte ein Lächeln! Sieh's!« Die Großen und Schönen der Filmwelt nickten ihren Bewunderern wohlwollend zu, lächelten in die Objektive und für die Fans in der Ferne, ignorierten aber die wenigen Autogrammjäger im Anorak. Während die Stars an diesen vorbei ins Hotel schwebten und zu ihren Tischen geführt wurden, blieben sie immer wieder stehen. Sie grüßten, winkten und strahlten, denn es war die alljährliche Preisverleihung der British Academy of Film and Television. Der kleine Mann unter den Bäumen beobachtete alles mit unerfüllter Sehnsucht im Blick. Früher hatte er geträumt, dass er einmal dazugehören würde. Als großer Filmstar oder wenigstens als anerkannter Vertreter seines Standes. Doch jetzt wusste er, dass daraus nichts mehr werden würde. Es war zu spät. Seit über 35 Jahren arbeitete er jetzt als Schauspieler und hatte fast ausschließlich in Filmen gespielt. Es waren sicher über 100 gewesen. Angefangen hatte er als stummer Statist, dann ging es weiter mit kleineren Rollen. Einen wirklich großen Auftritt aber hatte er nie bekommen. Er hatte einen Hotelportier gemimt, an dem Peter Sellers vorbeiging, sodass er wenige Sekunden mit im Bild war. Als Fahrer eines Armeelasters hatte er Peter O'Toole ein Stück weit bis Kairo mitgenommen. Nur wenige Schritte von Michael Pallon entfernt, hatte er in unbeweglicher Haltung einen römischen Speer gehalten und als Luftfahrtmechaniker hatte er Christopher Plummer in eine Spitfire geholfen. Er hatte Kellner, Pförtner und Soldaten sämtlicher Armeen von der Bibel bis zur Denenschlacht gespielt. Taxifahrer, Polizisten, einen Restaurantgast, einen Mann, der die Straße überquert, den pfeifenden Straßenhändler. Kurzum, alles. Doch es war immer das gleiche gewesen. Ein paar Tage am Set, zehn Sekunden auf der Leinwand und dann tschüss. Ganz nahe war er den großen Stars am Filmhimmel gekommen, hatte die Vornehmen und die miesen Schweine kennengelernt, die Prima Donnen und die Unkomplizierten. Er wusste, dass er jede einzelne Rolle absolut überzeugend gespielt hätte, denn er war ein echter Verwandlungskünstler. Doch niemand hatte dieses Talent, von dem er felsenfest überzeugt war, jemals entdeckt. Und so stand er im Regen, während seine Idole in einer Nacht voller Glamour entschwebten, um später in ihre Luxusapartments oder Suiten zurückzukehren. Als alle verschwunden und die Lichter verblasst waren, trottete er durch den Regen zur Bushaltestelle Marble Arc, stand tropfnass im Bus, bis dieser ihn eine halbe Meile von seiner billigen Einzimmerwohnung entfernt in den Nebenstraßen zwischen White City und Shepherds Bush wieder ausspuckte. Zu Hause zog er sich die nassen Klamotten aus, wickelte sich in einen alten Bademantel, den er aus einem Hotel in Spanien hatte mitgehen lassen, der Mann von La Mancha mit Peter O'Toole, er hatte die Pferde gehalten, und schaltete das kleine elektrische Kaminfeuer an. Seine feuchten Kleider dampften leicht und waren am nächsten Morgen noch immer feucht. Er wusste, dass er kein Geld mehr besaß. Er war absolut pleite. Seit Wochen hatte er nicht mehr gearbeitet und es war auch nichts zu erwarten. In seinem Beruf gab es zu viele kleine Männer in mittleren Jahren. Sie hatten ihm das Telefon abgeschaltet. Wenn er mit seinem Agenten sprechen wollte, musste er ihn schon persönlich aufsuchen. Ein weiteres Mal. Morgen, beschloss er, würde er es wieder versuchen. Er saß und wartete. Immer musste er sitzen und warten, das war sein Schicksal. Endlich ging die Bürotür auf und ein Mantrat heraus, erkannte ihn und sprang auf. »Hallo Robert, kennen Sie mich noch? Trumpy!« Robert Powell reagierte überrascht und konnte sich ganz offensichtlich nicht an das Gesicht erinnern. »Der Dreh in Italien, Turin! Ich habe das Taxi gefahren und Sie haben hinten gesessen!« Die unerschütterliche gute Laune von Robert Powell rettete die Situation. »Natürlich, Turin!« »Schon lange her. Wie geht's, Trumpy? Wie läuft das Geschäft?« »Nicht schlecht, ich kann nicht klagen. Ich wollte nur mal reinschauen, ob Sie wissen schon, wer was für mich hat.« Powell registrierte das abgetragene Hemd und den schäbigen Regenmantel. »Bestimmt hat er was. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Alles Gute, Trumpy!« »Ihen auch, alter Junge! Halten Sie die Ohren steif!« Sie schüttelten sich die Hände und Powell ging. Der Agent war freundlich und zuvorkommend, aber Arbeit hatte er keine. In Shepperton wollten sie einen Kostümfilm drehen, doch das Casting war bereits abgeschlossen. Ein wirklich überlaufender Berufszweig, in dem einen nur Optimismus und die Hoffnung auf die große Chance über Wasser hielten. Zurück in seiner Wohnung machte sich der verzweifelte Trumpy an eine Bestandsaufnahme. Von der Sozialhilfe bekam er jede Woche ein paar Pfund, doch London war ein teures Pflaster. Gerade erst war er mit seinem Vermieter, Mr. Kuzakis, aneinandergeraten, der ihn zum wiederholten Mal daran erinnert hatte, dass er mit der Miete im Rückstand war und seine Geduld nicht so endlos sei wie der Sonnenschein in seiner Heimat Zypern. Es stand schlecht um ihn. Genau genommen konnte es eigentlich gar nicht mehr schlechter werden. Als die milchige Sonne hinter den Hochhäusern auf der anderen Seite des Hofs verschwand, ging der alternde Schauspieler zum Schrank und holte ein in Sackleinen gewickeltes Paket heraus. Immer wieder hatte er sich in den letzten Jahren gefragt, warum er überhaupt an dem verfluchten Ding festhielt. Sein Geschmack war es jedenfalls nicht, vermutlich reine Sentimentalität. Vor 35 Jahren, als er noch ein Bürschchen von 20 war und durch die Provinz tourte, hatte er es von seiner Großtante Millie geerbt. Damals war er ein vielversprechender, ehrgeiziger junger Schauspieler gewesen und hatte fest an eine große Karriere geglaubt. Er wickelte den Gegenstand aus dem Jutestoff. Das kleine Gemälde maß ohne den Goldrahmen gerade 30 mal 30 Zentimeter. Er hatte es all die Jahre lang eingewickelt gelassen. Von Anfang an war es schmutzig und rußbedeckt gewesen und die wagen Umrisse der Figuren waren kaum mehr als Schatten. Doch Großtante Millie hatte immer geschworen, es sei sicher ein paar Pfund wert. Naja, das waren wohl eher die romantischen Vorstellungen einer alten Dame. Über die Geschichte des Bildes aber wusste er nicht das geringste. Dabei hatte das kleine Ölgemälde durchaus eine Geschichte zu erzählen. Im Jahr 1870 brach ein 30-jähriger Engländer, der ein wenig Italienisch sprach und über ein kleines Erbe verfügte, nach Florenz auf, um dort sein Glück zu suchen. Das viktorianische England befand sich damals auf dem Höhepunkt seiner Blüte und die goldene 20 Schilling-Münze ihrer Majestät war eine Währung, die viele Türen öffnete. In Italien hingegen herrschte wie üblich das Chaos. Innerhalb von fünf Jahren hatte der tatkräftige Mr. Adrian Frobisher vier Dinge erreicht. Er hatte die vorzüglichen Weine aus den Hügeln des Chianti entdeckt, die er bald in großen Fässern in seine englische Heimat exportierte. Damit grub er den traditionellen französischen Weingütern das Wasser ab und legte den Grundstein für ein ansehnliches Vermögen. Er erwarb ein schönes Stadthaus mit eigener Kutsche und einem Stallburschen, ehrlichte die Tochter eines niedrigen Adligen aus der Gegend und er stand neben vielen anderen Dekorationsgegenständen für sein neues Haus in einem Secondhand-Laden in der Nähe der Pontovecchio ein kleines Ölgemälde. Dieses Bild kaufte er nicht, weil es von einem bekannten Maler stammte oder besonders angepriesen wurde. Ganz im Gegenteil. Er hatte es völlig verstaubt im hintersten Winkel des Ladens entdeckt. Er kaufte es nur, weil es ihm gefiel. 30 Jahre lang hing das Bild in seiner Bibliothek. In dieser Zeit wurde er britischer Vizekonsul in Florenz und durfte sich Sir Adrian, Knight Commander of the British Empire nennen. Jeden Abend rauchte er nach dem Dinner seine Zigarre unter dem Bild. Im Jahr 1900 wütete eine Cholera-Epidemie in Florenz, der auch Lady Frobisher zum Opfer fiel. Nach der Beerdigung beschloss der mittlerweile 60-jährige Geschäftsmann, ins Land seiner Väter zurückzukehren. Er verkaufte seinen Besitz in Italien und ging nach England, wo er in Surrey einen hübschen Landsitz erwarb und neun Diener einstellte. Der jüngste dieser neun Angestellten, das Zimmermädchen, war ein Mädchen aus dem Dorf namens Millicent Gore. Sir Adrian heiratete nicht wieder und starb 1930 im Alter von 90 Jahren. Aus Italien hatte er fast 100 Kisten mit Umzugsgut mitgebracht. In einer dieser Kisten befand sich ein kleines, mittlerweile verblasstes Ölgemälde in einem Goldrahmen. Dieses Bild war das erste Geschenk für Lady Lucia gewesen, die es immer geliebt hatte. Jetzt hängte er es wieder in die Bibliothek, wo die Partina aus Zigarrenrauch und Ruß immer dicker wurde und die ehemals brillanten Farben überdeckte, bis die Figuren auf dem Bild kaum noch zu erkennen waren. Der Erste Weltkrieg kam und ging und veränderte die Welt. Sir Adrian's Vermögen schrumpfte, als seine Investitionen in Aktien der kaiserlich-russischen Eisenbahngesellschaft nach 1917 nichts mehr wert waren. Großbritanniens soziales Gefüge veränderte sich. Die Dienerschaft wurde verkleinert, doch Millicent Gore blieb und stieg vom Zimmermädchen zur Haushälterin auf. Nach 1921 war sie die einzige Bedienstete im Haus. In den letzten sieben Lebensjahren betreute sie den geberechtlichen Sir Adrian wie eine Krankenschwester. Als er 1930 starb, bedachte er sie mit einem Erbe. Er sicherte Millicent das lebenslange Wohnrecht in einem kleinen Haus und hinterließ sie eine Summe, deren Zinsen ihr für die Zukunft ein bescheidenes Auskommen garantierten. Der Rest seiner beweglichen Habe wurde in einer Auktion veräußert. Nur ein Gegenstand war in dieser Masse nicht enthalten, das kleine Ölgemälde. Dieses erbte Millicent Gore. Sie war sehr stolz darauf, denn es kam aus einem Land, das sie Fremd nannte. Sie hängte es in das winzige Wohnzimmer ihres Häuschens, ganz in der Nähe des offenen Kamins, wo es schmutziger und schmutziger wurde. Miss Gore hatte nie geheiratet. Sie verrichtete gemeinnützige Arbeit für das Dorf und die Kirchengemeinde und starb 1965 im Alter von 85 Jahren. Ihr Bruder jedoch heiratete und zeugte einen Sohn, der wiederum Vater eines Sohnes wurde, der einzige Großneffe der alten Dame. Als sie starb, gab es wenig zu erben, denn das Haus und das übrige Vermögen gingen wieder in die Nachlassmasse ihres Wohltäters ein. Das Ölgemälde aber hinterließ sie ihren Großneffen. 35 Jahre sollten vergehen, bevor das fleckige alte Kunstwerk in einer feuchten Einzimmerwohnung in Shepherds Busch ausgewickelt und wieder ans Tageslicht befördert wurde. Am nächsten Morgen stand sein Besitzer im Empfangsbereich des renommierten Auktionshauses Darcy, das sich auch in der Schätzung von Kunstwerken einen Namen gemacht hatte. Er hielt ein in Sackleinen gewickeltes Paket an sich gedrückt. Ich habe gehört, dass man bei Ihnen auch als normaler Bürger einen Kunstgegenstand schätzen lassen kann, wenn man vermutet, dass er einen gewissen Wert haben könnte, sagte er zu der jungen Frau hinter dem Schreibtisch. Auch sie registrierte das abgetragene Hemd und den schäbigen Regenmantel und schickte ihn zu einer Tür mit der Aufschrift Schätzungen. Hinter dieser Tür ging es weniger gediegen zu als im Foyer. An einem Schreibtisch saß ebenfalls ein junges Mädchen. Der Schauspieler wiederholte seine Anfrage. Sie griff nach einem Formular. Ihr Name, Sir? Mr. Trumpington Gore. Also dieses Bild hier. Adresse? Er nannte sie. Telefon? Ähm, ich habe kein Telefon. Sie sah ihn an, als hätte er gesagt, er habe keinen Kopf. Und worum handelt es sich bei dem Kunstgegenstand? Um ein Ölgemälde. Ihr Gesichtsausdruck wurde zunehmend gelangweilter, als sie ihn nach den Details fragte. Alter? Unbekannt. Schule? Unbekannt. Stil? Unbekannt. Künstler? Unbekannt. Herkunftsland? Vermutlich Italien. Die junge Frau in der Abteilung für Schätzungen war bis über beide Ohren in einen jungen Mann aus der Abteilung für klassische Weine verliebt. Sie wusste, dass er um diese Tageszeit seinen Vormittagskaffee im Café Uno einnahm, das sich gleich um die Ecke befand. Wenn nur dieser fade kleine Mann mit seinem alten Schinken endlich gehen würde, dann könnte sie mit ihrer Freundin eine Pause machen und ganz zufällig einen Tisch neben Adonis ergattern. Letzte Frage, Sir. Wie hoch würden Sie seinen Wert schätzen? Das weiß ich nicht. Darum habe ich es ja hergebracht. Wir brauchen eine Einschätzung des Kundens, Sir. Aus Versicherungsgründen. Sagen wir 100 Pfund? Sehr gut. Können Sie mir sagen, wann ich von Ihnen hören werde? Ein zugegebener Zeit, Sir. Im Lager warten bereits viele Bilder darauf, begutachtet zu werden. So etwas braucht Zeit. Sie selbst war ziemlich eindeutig der Ansicht, dass in diesem Fall Einblick genügen würde. Mein Gott, all der Müll, den die Leute bei ihr ablieferten und dann noch glaubten, sie hätten gerade einen Teller aus der Mingzeit im Geschirrschrank gefunden. Fünf Minuten später hatte Mr. Trumpington Gore das Formular unterzeichnet, eine Kopie entgegengenommen und das Jute-Paket ausgehändigt. Jetzt stand er draußen auf einer Straße in Knightsbridge und hatte noch immer keinen Pfennig in der Tasche. Er ging nach Hause. Das in Sackleinen gewickelte Gemälde wurde in einen Lagerraum im Keller gebracht und mit einem Etikett versehen. D. 1601 Dezember 20 Tage verstrichen und die Nummer D. 1601 stammt noch immer in ihrer Jutehülle an der Wand des Lagerraums im Keller. Trumpington Gore wartete vergeblich auf eine Antwort. Es gab eine einfache Erklärung für die Verzögerung. Arbeitsüberlastung. Bei Darcy kamen Gemälde, Porzellan, Juwelen, erlesene Weine, alte Jagdgewehre und Möbel unter den Hammer. Wie bei allen großen Auktionshäusern stammten über 90% der Versteigerungsobjekte aus Quellen, die dem Haus bekannt und überprüfbar waren. Oft tauchten im Auktionskatalog Hinweise zur Herkunft oder Provenienz auf. Ein schönes Stück wurde gern mit dem Hinweis »aus dem Besitz eines Gentleman« eingeführt. Auch »aus dem Nachlass des Verstorbenen« war eine beliebte Formulierung. Nicht alle waren mit der Praxis des Hauses einverstanden, dem einfachen Publikum kostenlose Schätzungen anzubieten. Man war der Meinung, dass viel zu viel wertloser Schund gebracht wurde, dessen Taxierung Zeit und Arbeitskraft in Anspruch nahm, ohne dem Haus Nutzen zu bringen. Doch weil dieser Service vom Gründer des Auktionshauses, Sir George Darcy, eingeführt worden war, hatte die Tradition überlebt. Manchmal kam es durchaus vor, dass ein unbekannter und unbedeutender Glückspilz in der silbernen Tabaksdose des Großvaters ein wertvolles georgianisches Kunstobjekt erkannte, aber oft geschah das nicht. In der Abteilung für alte Meister fand alle zwei Wochen eine Sitzung des Schätzungskomitees statt. Den Vorsitz führte der Abteilungsleiter, der Kenntnisreiche und Mäglige, immer eine Fliege tragende Sebastian Mordleck. Ihm standen zwei Assistenten zur Seite. Es waren nur noch zehn Tage bis Weihnachten und sie hatten sich vorgenommen, bis dahin alles Liegengebliebene abzuarbeiten. Dieser Vorsatz hatte sie bereits fünf Tage gekostet, in denen sie fast ununterbrochen konferierten. Jetzt machten sich bei Mordleck und seinen Kollegen erste Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Mr. Mordleck verließ sich auf das umfangreiche Formular, das bei Abgabe des Bildes ausgefüllt wurde. Am liebsten mochte er die Werke, bei denen der Künstler eindeutig identifizierbar war. In dem Fall hatte man bei einem eventuellen Katalogeintrag wenigstens einen Namen und konnte das Werk ungefähr datieren. Der Gegenstand des Bildes war in der Regel auf den ersten Blick klar. Die Gemälde, die möglicherweise für eine Auktion in Frage kamen, wurden beiseite gestellt. Eine Sekretärin musste den Besitzer anschreiben und ihn fragen, ob er zum vorgeschlagenen Preis verkaufen wolle. Lautete die Antwort, ja, trat der Paragraf des ersten Formulars in Kraft, der besagte, dass das Gemälde nicht an einem anderen Ort zum Verkauf angeboten werden durfte. Lautete die Antwort, nein, wurde der Besitzer gebeten, das Werk unverzüglich abzuholen, denn die Lagerung kostete Geld. Wenn er sich für ein Bild entschieden hatte und die Verkaufseinwilligung des Besitzers vorlag, konnte Mordlake es in die nächste Auktion aufnehmen und einen Katalogeintrag vorbereiten. Bei unbedeutenden Werken unbedeutender Künstler, die nur knapp an Sebastian Mordlakes kritischen Blick vorbeigeschrammt waren, standen im Text dann Formulierungen wie »scharmant«, was gleichbedeutend war mit »Wenn Ihnen so etwas gefällt« oder »ungewöhnlich«, was in Wirklichkeit hieß »Dieses Werk muss der Künstler nach einem sehr schweren Essen verbrochen haben.« Nachdem sie fast 300 Leinwände begutachtet hatten, plagten sich Mordlake und seine beiden Assistenten mit den Objekten, von der Straße ab. Zehn von ihnen hatte Mordlake bereits ausgewählt. Eines war ein überraschendes Werk aus der niederländischen Van Ostade-Schule, obwohl es leider nicht von Adrian selbst stammte. Nur ein Schüler, aber immerhin. Objekte, deren Wert er auf unter 5000 Pfund schätzte, wählte Sebastian Mordlake nur ungern für das Haus Darcy aus. Die großzügigen Räumlichkeiten in Knightsbridge waren nicht billig und die Verkäuferkommission bei niedrigeren Beträgen würde nicht wesentlich zur Begleichung der enormen Gebäudekosten beitragen. Mochten andere, unbedeutendere Häuser mit Bildern handeln, die für 1000 Pfund unter den Hammer kamen, das Haus Darcy jedenfalls nicht. Außerdem versprach die nächste Auktion, die Ende Januar stattfinden sollte, ohnehin besonders großartig zu werden. Als es am fünften Sitzungstag Zeit für die Mittagspause wurde, streckte Sebastian Mordlake sich und rieb die Augen. Er hatte 290 Beispiele für gemalten Müll begutachtet und vergeblich auf ein unbekanntes Meisterwerk gehofft. Mehr als die zehn akzeptablen Werke schienen diesmal nicht dabei zu sein. Wie sagte er doch immer zu seinen Untergebenen? Unsere Arbeit soll uns Spaß machen, aber wir sind nicht die Wohlfahrt. Wie viele sind es noch, Benni? fragte er seinen jungen Assistenten. Nur noch 44, Sepp, erwiderte der junge Mann. Er benutzte den vertraulichen Vornamen, worauf Mordlake bestand, um in seinem Team eine freundliche Atmosphäre zu schaffen. Sogar diese Kriterien gebrauchten den Vornamen, nur die Dienstmänner nannten ihn Gaff, kurz für Governor, obwohl er sie selbst beim Vornamen rief. Ist noch was Interessantes dabei? Eigentlich nicht. Nichts mit Zuschreibung, Periode, Alter, Schule oder Herkunft. Anders ausgedrückt, Familienamateure. Kommen Sie morgen noch rein? Ja, Sepp, das hatte ich vor. Ich will ein bisschen aufräumen. Sehr gut, Benni. Ich muss jetzt zum Vorstandslunch und danach verabschiede ich mich in mein Landhaus. Können Sie bitte den Rest für mich durchsehen? Sie kennen sich ja aus. Ein netter, höflicher Brief und ein Taxierungszertifikat. Deidra kann es schnell in den Computer tippen. Dann gehen die Sachen alle noch mit der letzten Post raus. Mit einem fröhlichen, schönen Weihnachten allerseits, war er verschwunden. Wenige Minuten später taten seine beiden Assistenten es ihm gleich. Benni sorgte noch dafür, dass der Stapel Gemälde, den sie gerade begutachtet und abgelehnt hatten, wieder in den Lagerraum gebracht und die letzten 44 Objekte in den besser beleuchteten Schätzungsraum geholt wurden. Einen Teil davon würde er am Nachmittag besichtigen und den Rest an seinem letzten Arbeitstag vor Weihnachten. Er fischte ein paar Essensbons aus der Jackentasche und ging in die Betriebskantine. Am Nachmittag schaffte er 30 der Objekte von der Straße. Dann machte er sich auf den Weg zu seiner Wohnung im nördlichen, also billigeren Teil von Ledbrock Grove. Dass Benny Evans überhaupt bei Darcy arbeitete, verdankte er seiner Hartnäckigkeit. Die Angestellten im Publikumsbereich, die durch die Ausstellungsräume tänzelten und stets in nasalem Tonfall sprachen, waren schick gekleidete Lackaffen. Der weibliche Teil der Belegschaft bestand aus ausgesprochen vorzeigbaren jungen Danen. Zwischen diesen beiden Gruppen bewegten sich livrierte Portiers, Aufsichtspersonen und die Dienstmänner in ihren Arbeitsoveralls, die Kunstwerke hoben und trugen, stemmten und karten, brachten und holten. Hinter den Kulissen wirkten die Experten, unter denen die Schätzer, ohne deren Urteilsvermögen die gesamte Hierarchie zusammenbrechen würde, die Crème de la Crème darstellten. Mit ihrem Kennerblick und dem hervorragend ausgebildeten Gedächtnis konnten sie auf einen Blick das Gute vom Gewöhnlichen unterscheiden, das Echte vom Falschen und die Spreu vom Weizen. Unter diesen Oberpriestern agierten Männer wie Sebastian Mautlake wie kleine Monarchen. Das Wissen, das sie in über 30 Jahren in diesem Geschäft erworben hatten, erlaubte es ihnen, ein wenig exzentrisch zu sein. Doch Benny Evans war anders. Mautlake, der berechnender war, als es schien, hatte das gleich erkannt und deshalb war Benny jetzt hier. Er verfügte nicht über das richtige Äußere und das richtige Äußere hat in der Londoner Kunstszene absolut Priorität. Außerdem besaß er keinen Studienabschluss und keinerlei gesellschaftlichen Schliff. Sein Haar stand ihm in struppigen Büscheln vom Kopf, die selbst ein Stylist in der German Street nicht hätte bändigen können, falls Benny jemals zu einem gegangen wäre. Als er zum ersten Mal in Knightsbridge auftauchte, war der Bügel seiner Kassenbrille aus Plastik mit Pflaster repariert. Freitags musste er keine lässige Kleidung anlegen, weil er immer lässig gekleidet war. Er sprach mit einem breiten Lenkescheier-Akzent. Beim Vorstellungsgespräch hatte Sebastian Mautlake den ungewöhnlichen Burschen verblüfft angestarrt, doch nachdem er seine Kenntnisse in der Kunst der Renaissance überprüft hatte, stellte er ihn trotz der warnenden Blicke und Rippenstöße seiner Kollegen ein. Benny Evans war der Sohn eines Fabrikarbeiters und kam aus einem kleinen Reihenhaus in Butill. In der Schule war er nicht weiter aufgefallen. Er hatte einen durchschnittlichen Abschluss gemacht und keine höhere Schulbildung erworben. Denn als er sieben Jahre alt war, geschah etwas, das all dies unnötig machte. Sein Kunstlehrer zeigte ihm ein Buch. In diesem Buch gab es viele farbige Abbildungen, die das Kind fasziniert betrachtete. Es waren Bilder von jungen Frauen. Jede hielt ein Baby im Arm und über ihnen schwebten Engel. Der kleine Junge hatte seine ersten »Madonnen mit Kind« von den Meistern aus Florenz gesehen. Er war auf den Geschmack gekommen und sein Appetit wurde unersättlich. Tagelang hockte er in der öffentlichen Bibliothek und starrte auf die Bilder »Giotos«, »Raphaels«, »Tizians«, »Botticellis«, »Tintoretos« und »Tipolos«. Die Werke des großen Michelangelo verschlange wie seine Kameraden billiger Hamburger. Als Teenager wusch er Autos, trug Zeitungen aus und führte Hundespazieren. Mit seinen Ersparnissen tremmte er durch ganz Europa, um die Uffizien und den Palazzo Pitti zu besuchen. Nach den Italienern studierte er die Spanier, reiste nach Toledo, wo er sich in der Kathedrale zwei Tage lang die Werke von Velázquez, Surburán und Murillo ansah. Dann widmete er sich den deutschen, niederländischen und flämischen Meistern. Mit 21 Jahren hatte er immer noch keinen Pfennig in der Tasche, doch er war eine wandelnde Enzyklopädie für klassische Kunst. Genau das war Sebastian Mautlake aufgefallen, als er den jungen Bewerber durch die Ausstellungsräume führte. Allerdings war selbst dem eitlen und gescheiten Mautlake etwas entgangen. Instinkt, den hatte man oder man hatte ihn nicht. Der ungepflegte Junge aus Butel hatte ihn. Was er aber selbst genauso wenig wusste wie die anderen. Als Benni am nächsten Tag erschien, um die letzten 14 Werke zu begutachten, war das Gebäude fast leer, obwohl sie offiziell noch geöffnet hatten und der Pförtner an der Tür stand. Benni Evans nahm sich die 14 Bilder vor. Sie waren unterschiedlich groß und verschieden eingepackt. Das drittletzte war in Jutestoff gehüllt. Gelangweilt registrierte er die Nummer D1601. Als er es inspizierte, war er schockiert über den Zustand des Bildes. All die Schmutzschichten, die über der eigentlichen Darstellung lagen. Man konnte kaum noch das Motiv erkennen. Er drehte das Bild um. Holz. Eine Tafel. Seltsam. Aber sie war nicht aus Eiche. Noch seltsamer. Wenn die Nordeuropäer auf Holz malten, hatten sie meist Eiche benutzt. Doch in Italien gab es keine Eichen. Konnte dies Pappelholz sein? Er trug das kleine Gemälde an ein Leselicht und versuchte unter der dunklen Patina von über einem Jahrhundert Kamin und Zigarrenrauch etwas zu erkennen. Eine sitzende Frau, aber kein Kind. Ein Mann beugte sich über sie und sie schaute zu ihm auf. Ein kleiner, fast winziger Mund wie eine Rosenblüte, eine runde, hohe Stirn. Seine Augen schmerzten unter dem grellen Licht. Er richtete den Lichtstrahl anders aus und betrachtete die Figur des Mannes. Irgendetwas kam ihm eigenartig bekannt vor. Die Haltung, die Körpersprache. Der Mann sagte etwas, gestikulierte mit den Händen und die Frau hörte ihm gebannt zu. War es die Art, wie sie die Finger verschränkte? Hatte er solche Finger nicht schon einmal gesehen? Doch den Ausschlag gab das Gesicht. Der kleine Rosenmund und die drei winzigen vertikalen Falten auf der Stirn. Vertikal, nicht horizontal. Wo hatte er die schon einmal gesehen? Dass er sie gesehen hatte, wusste er genau. Aber wo und wann? Er nahm sich das Aufnahmeformular zur Hand. Ein Mr. T. Gore. Keine Telefonnummer. Mist. Er klassifizierte die letzten beiden Bilder als wertlos, nahm den Stapel Formulare und ging zu Dirdra, der einzigen Sekretärin in der Abteilung, die noch arbeitete. Er diktierte einen allgemein formulierten Ablehnungsbrief und händigte ihr den Formularstapel aus. Auf jedem war der geschätzte Wert des abgelehnten Gemäldes verzeichnet, außerdem Name und Adresse des Besitzers. Obwohl es sich um 43 Briefe handelte, konnte die Textverarbeitung die jeweiligen Namen und Schätzwerte separat einfügen, während der übrige Text gleich blieb. Benny schaute eine Weile fasziniert zu. Von Computern hatte er kaum Ahnung. Er konnte gerade mal einen anschalten und ein paar Befehle eingeben, doch alles andere war ihm ein Buch mit sieben Siegeln. Schon nach zehn Minuten steckte Dirdra die Briefe mit flinken Fingern in die Umschläge. Benny wünschte ihr frohe Weihnachten und ging. Wie immer nahm er den Bus bis zum oberen Ende von Ladbroke Grove. Die Luft roch nach Schneeregen. Als er aufwachte, zeigte die Uhr auf seinem Nachttisch zwei Uhr morgens. Er spürte die Wärme, die Julie neben ihm ausstrahlte. Vor dem Einschlafen hatten sie sich noch geliebt, was normalerweise einen tiefen und traumlosen Schlaf zur Folge hatte. Jetzt war er trotzdem aufgewacht. Tief in seinem Unterbewusstsein musste ein Gedanke rumoren, der ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Er versuchte zu rekonstruieren, woran er vor drei Stunden, kurz vor dem Einschlafen, gedacht hatte, außer an Julie. Da tauchte das Bild des in Jute gewickelten Gemäldes vor ihm auf. Sein Kopf schoss hoch. Julie mummelte ärgerlich im Schlaf. Er setzte sich auf und stieß zwei Worte aus. Gottverdammte Scheiße! Am nächsten Morgen, dem 23. Dezember, ging er noch einmal zu Darcy. Doch jetzt war das Gebäude wirklich abgeschlossen, sodass er den Dienstboteneingang benutzen musste. Sein Ziel war die Bibliothek der Abteilung für alte Meister. Man gelangte dort nur über einen elektronischen Code hinein, doch er kannte ihn. Er verbrachte eine Stunde in der Bibliothek und kam mit drei Nachschlagewerken wieder heraus, die er in den Taxierungsraum trug. Das in Jute eingeschlagene Gemälde stand noch immer auf dem hohen Regalbrett, auf dem er es tags zuvor deponiert hatte. Er schaltete noch einmal das starke Leselicht ein und holte sich die Lupe aus Sebastian Mordlakes Schreibtischschublade. Ausgerüstet mit den Büchern und der Lupe verglich er das Gesicht des Mannes auf dem Gemälde mit anderen, die in den Büchern dem Meister zugeschrieben wurden. In einem der Kunstbände war es ein Mönch oder Heiliger, braune Robe, Tonsur, eine runde hohe Stirn und drei vertikale Falten knapp über und zwischen den Augen, die von Kummer oder tiefer Konzentration herrühren mochten. Als er fertig war, saß Benni völlig benommen da. Er überlegte, was er tun sollte. Noch war nichts bewiesen. Er konnte sich irren. Das Bild war schrecklich verschmutzt, aber wenigstens sollte er seine Vorgesetzten informieren. Er wickelte das Bild wieder ein und legte es auf Mordlakes Schreibtisch. Dann ging er in Deedras Büro, schaltete den Computer ein und versuchte herauszufinden, wie er funktionierte. Nach einer Stunde war er in der Lage, mit zwei Fingern einen Brief zu tippen. Danach bat er den Computer sehr höflich, ihm zwei Kopien auszudrucken. Er gehorchte. In einer Schublade fand er zwei Kuverts. Eines adressierte er per Hand an Sebastian Mordlake, das andere an den zweiten Vorstandsvorsitzenden und leitenden Geschäftsführer, den ehrenwerten Peregrine Slate. Den ersten Umschlag legte er neben das Bild auf den Schreibtisch seines Chefs. Den zweiten schob er unter der Tür von Mr. Slates abgesperrten Büro durch. Dann ging er nach Hause. Dass Peregrine Slate, so kurz vor Weihnachten überhaupt noch einmal sein Büro betrat, war ungewöhnlich, doch es gab eine gute Erklärung dafür. Er wohnte nur ein paar Schritte davon entfernt. Seine Frau, Lady Eleanor, hingegen weihte fast immer auf ihrem Anwesen in Hampshire, wo sie mittlerweile sicher von ihrer grässlichen Verwandtschaft umgeben war. Er hatte ihr bereits mitgeteilt, dass er erst an Heiligabend komme. So konnte er das Fegefeuer der Weihnachtsferien abkürzen, in denen er ihrer Familie gegenüber den Gastgeber spielen musste. Außerdem wollte er den älteren Kollegen ein wenig nachschnüffeln und dazu brauchte er natürlich Ruhe. Er benutzte denselben Dienstboteneingang, durch den Benny Evans das Haus vor einer Stunde verlassen hatte. Innerhalb des Gebäudes war es angenehm warm. Es stand nicht zur Debatte, dass die Heizung während der Feiertage heruntergedreht wurde. Die Alarmanlage, die bestimmte Bereiche des Auktionshauses schützte, zu denen auch sein eigenes Büro zählte, war eingeschaltet. Er setzte das System für seine Räume außer Kraft und schritt durch das Vorzimmer der abwesenden Miss Priscilla Bates in sein persönliches Heiligtum. Dort zog er sein Jackett aus, nahm den Laptop aus seinem Diplomatenkoffer und schloss ihn an das Zentralsystem an. Er hatte zwei E-Mails bekommen, die er für später beiseite legte. Erst einmal wollte er sich einen Tee machen. Normalerweise war das natürlich die Aufgabe von Miss Bates, aber da sie nicht da war, musste er die Sache selbst in die Hand nehmen. Auf der Suche nach einem Kessel, dem Earl Grey, einer Porzellantasse und einer Zitronenscheibe, durchstöberte er ihren Schrank. Als er sich nach einer Steckdose für den Wasserkessel umsah, entdeckte er auf dem Teppichboden vor der Tür den Brief. Während das Wasser im Kessel siedete, deponierte er ihn auf seinem Schreibtisch. Nachdem er endlich mit der Teetasse zurück in seinem Büro war, las er die beiden E-Mails. Nichts Wichtiges, es hatte alles Zeit bis zum neuen Jahr. Er tippte einige Benutzernummern und Kennwörter in den Laptop und begann die Datenbanken seiner Abteilungsleiter und Vorstandskollegen durchzusehen. Als er genügend Material hatte, widmete er sich wieder seinen privaten Problemen. Obwohl er sehr gut verdiente, war Peregrine Slate nicht reich. Als jüngerer Sohn eines Earls konnte er zwar einen Titel führen, geerbt hatte er allerdings nichts. In der Überzeugung, eine gute Partie zu machen, hatte er die Tochter eines Herzogs geheiratet. Diese erwies sich schon bald als launisches und verwöhntes Geschöpf mit der Einstellung, nur auf einem großen Anwesen in Hampshire mit einer Koppel voller Rasse Pferde standesgemäß leben zu können. Lady Eleanor war anspruchsvoll und kostspielig. Doch sie verschaffte ihm Zutritt zur feinen Gesellschaft, was sich für sein Geschäft des Öfteren als sehr vorteilhaft erwies. Neben dem Anwesen in Hampshire besaß er noch eine elegante Wohnung in Knightsbridge, von der er behauptete, sie für seine Arbeit bei Darcy zu brauchen. Seinen Posten dort hatte er dem Einfluss seines Schwiegervaters zu verdanken, ebenso die Beförderung zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden unter dem steifen und scharfzüngigen Herzog von Gateshead. Mit ein paar geschickten Investitionen hätte er durchaus ein wohlhabender Mann werden können. Doch Peregrine Slade bestand darauf, seine Finanzen selbst zu verwalten, womit er sicherlich nicht gut beraten war. Er hatte nicht begriffen, dass man die ausländischen Kapitalmärkte besser den Börsenprofis überließ, die sich damit auskannten und eine nicht unerhebliche Summe in den Euro investiert. Dann hatte er zusehen müssen, wie der Wert innerhalb von knapp zwei Jahren um 30 Prozent fiel. Das Schlimmste aber war, dass er sich für diese Spekulation hoch verschuldet hatte und seine Gläubiger mittlerweile ganz dezent das Wort Zwangsvollstreckung fallen ließen. Kurzum, er steckte in der Klemme. Zu guter Letzt gab es da noch seine Londoner Geliebte. Ein kleines geheimes Laster, eine Besessenheit, von der er nicht lassen mochte, die ihn aber ziemlich viel kostete. Da fiel sein Blick erneut auf den Brief. Es war ein Darcy-Umschlag, er musste also aus dem Haus kommen. Die Handschrift darauf kannte er jedoch nicht. Konnte der Esel keinen Computer bedienen oder diese Arbeit an eine Sekretärin delegieren? Der Schreiber hatte den Brief vermutlich im Lauf des Tages hier deponiert, denn am vorangegangenen Abend hätte Miss Bates ihn sicher entdeckt. Jetzt war er neugierig geworden. Wer arbeitete bei Darcy die Nacht durch? Wer war vor ihm im Haus gewesen? Er riss den Umschlag auf. Mit Textverarbeitung kannte der Schreiber sich offensichtlich nicht aus. Die Absätze waren nicht korrekt eingezogen und die Anrede Lieber Mr. Slade stand in Handschrift über dem Brief. Unterzeichnet war er von einem Benjamin Evans. Er kannte diesen Mann nicht und schaute auf den Briefkopf. Abteilung für alte Meister. Wahrscheinlich irgend so eine blödsinnige Beschwerde aus der Belegschaft. Er begann zu lesen. Als er beim dritten Absatz angelangt war, stutzte er. Ich glaube nicht, dass es sich um ein Fragment handelt, das von einem wesentlich größeren Altarbild stammt. Dagegen spricht die Form. Außerdem gibt es am Rand der Tafel keinerlei Spuren, die darauf hinweisen, dass es von einem größeren Werk abgetrennt wurde. Es könnte sich eher um ein einzelnes Andachtsbild handeln, das ein wohlhabender Kaufmann für sein Privathaus erstand. Selbst unter dem jahrhundertealten Ruß- und Schmutzfilm lassen sich Ähnlichkeiten mit bekannten Werken von... Als er den Namen las, musste Peregrine Slate unfreiwillig würgen und er spuckte einen Schluck Earl Grey über seine Sulker-Krawatte. Trotz der hohen Kosten lohnt es sich meiner Meinung nach, das Bild reinigen und restaurieren zu lassen. Sollten die Ähnlichkeiten dann noch deutlicher zutage treten, könnte man Professor Colenso hinzuziehen und ihn bitten, es zu überprüfen und gegebenenfalls die Echtheit zu bescheinigen. Slate las den Brief noch dreimal. In dem dunklen Gebäude in Knightsbridge brannte nur noch sein Licht. Er überlegte, was er tun sollte. Über seinen Computer brachte er in Erfahrung, wer das Gemälde abgegeben hatte. T. Gore, ein Mann ohne Telefonnummer, ohne Fax und ohne E-Mail-Adresse, der in einer ärmlichen Gegend lebte, in der es vor allem billige Einzimmerwohnungen gab. Demnach war er arm und bestimmt auch ungebildet. Damit blieb nur noch Benjamin Evans. Hm. Unter der Unterschrift enthielt der Brief noch eine Zeile. CC Sebastian Mautlake. Peregrine Slate erhob sich. Zehn Minuten später kam er mit dem in Jute gehüllten Gemälde und der Briefkopie aus der Abteilung für alte Meister zurück. Den Brief konnte er später noch verbrennen. Dies war eindeutig eine Angelegenheit für den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. In dem Moment klingelte sein Handy. Perry? Er erkannte die Stimme sofort. Ein bisschen affektiert, aber kehrlich und tief. Sein Mund wurde trocken. Ja? Du weißt, wer hier spricht, oder? Ja, Marina. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Ja, Miss Marina. Schon besser, Perry. Ich mag es nicht, wenn man meine Anrede vergisst. Dafür wirst du büßen müssen. Es tut mir wirklich sehr leid, Miss Marina. Du hast mich schon über eine Woche lang nicht mehr besucht. Der Weihnachtsstress. Und in dieser Zeit bist du sicherlich sehr böse gewesen, nicht wahr, Perry? Ja, Miss Marina. Seine Handflächen wurden feucht. Er begann zu schwitzen. Dann wird es höchste Zeit, dass wir etwas dagegen tun, Perry. Wenn sich meinen, Miss Marina? Das meine ich durchaus, Perry. Punkt sieben, mein Junge. Verspäte dich nicht. Du weißt, ich warte nicht gern, wenn ich meine kleinen Kitzler ausgepackt habe. Sie legte auf. Seine Hände zitterten. Sie schüchterte ihn immer so fürchterlich ein, selbst über das Telefon. Aber genau darum ging es. Und um das, was später im Schulzimmer geschehen würde. Januar. Mein lieber Perry, ich bin beeindruckt und neugierig. Womit habe ich diese großzügige Einladung zum Lunch verdient? Und das so früh im Jahr? Nicht, dass ich mich beklagen will. Sie saßen in Peregrine Slates Club in der St. James Street. Es war der 4. Januar und die Nation schleppte sich nach Tagen der Völlerei zurück an die Arbeit. Slate hatte eingeladen und Reggie Fanshawe, der Besitzer der Fanshawe-Galerie in der Pond Street, betrachtete zufrieden das Menü, das er bestellt hatte. Slate lächelte, schüttelte den Kopf und bedeutete seinem Gast, dass die anderen Speisenden für absolute Vertraulichkeit ein wenig zu nahe waren. Fanshawe verstand den Wink. Jetzt ist meine Neugierde grenzenlos. Muss ich bis zum Kaffee warten, bis sie gestillt wird? Den Kaffee nahm sie in der Bibliothek im Obergeschoss ein, wo sie unter sich waren. Slate beschrieb in knappen Worten, wie vor sechs Wochen ein völlig Unbekannter, bei das sie aufgekreuzt war und in der Hoffnung, es könne einen gewissen Wert haben, ein unsäglich verschmutztes altes Gemälde abgeliefert hatte. Einem glücklichen Zufall und der Arbeitsüberlastung in der Abteilung für alte Meister sei es zu verdanken, dass nur ein Mensch außer ihm das Bild gesehen habe. Ein junger, aber offensichtlich sehr kluger Taxator. Er reichte dem Galeriebesitzer den Bericht von Evans. Fanshawe las ihn und stellte dabei sein Glas mit dem edlen Portwein ab, um nichts zu verschütten. Mein Gott! Für den Fall, dass der Allmächtige ihn nicht gehört hatte, wiederholte er den Anruf gleich noch einmal. Du musst auf jeden Fall auf seinen Vorschlag eingehen. Nicht ganz, erwiderte Slate. Vorsichtig erläuterte er seinen Plan. Fanshawees Kaffee wurde kalt und sein Port blieb unberührt. Doch offensichtlich gibt es eine Kopie des Briefs. Was wird Sepp Mordleck dazu sagen? Verbrannt. Sepp ist schon einen Tag vorher aufs Land gefahren. Aber es wird eine Notiz im Computer geben. Auch nicht mehr. Gestern hatte ich einen IT-Crack da. Dieser Teil der Datenbank existiert nicht mehr. Wo befindet sich das Gemälde jetzt? In meinem Büro. Sicher hinter Schloss und Riegel. Wann findet bitte noch einmal eure nächste Auktion für alte Meister statt? Am 24. Was ist mit diesem jungen Mann? Er wird es merken und sich bei Sepp Mordleck beschweren, der ihm glauben könnte. Nicht, wenn er sich zu der Zeit im Norden Schottlands befindet. Ich habe dort oben jemanden, den ich um eine Gefälligkeit bitten könnte. Doch wenn das Bild nicht abgelehnt und an den Besitzer zurückgeschickt wurde, muss es einen Bericht und eine Taxierung geben. Die gibt es. Slade zog einen weiteren Papierbogen aus der Tasche und reichte ihn Fanshop. Der Galeriebesitzer las den manipulierten Text, der sich auf ein Gemälde bezog, vermutlich frühes Florenz. Künstler, Titel und Herkunft unbekannt. Sein Wert wurde zwischen 5000 und 7000 Pfund geschätzt. Er lehnte sich zurück und prostete Slade mit seinem Portweinglas zu. Es muss doch zu etwas gut gewesen sein, dass ich dich in der Schule immer verprügelt habe, Perry. Du bist kaltblütig wie ein hypnotisiertes Kaninchen. Also einverstanden. Zwei Tage später erhielt Trumpington Gore einen Brief. Umschlag und Briefkopf stammten vom Auktionshaus Darcy. Der Brief selbst trug keine Unterschrift, sondern lediglich den Stempel der Abteilung für alte Meister. Man bat Gore, ein beigelegtes Formular zu unterschreiben, mit dem er in die Versteigerung seines Gemäldes einwilligte, dessen Wert man auf 5000 bis 7000 Pfund geschätzt hatte. Es gab auch einen frankierten Rückumschlag. Die angegebene Adresse würde den Brief direkt und ungeöffnet auf Peregrine Slates Schreibtisch leiten, doch das konnte Trumpington Gore nicht wissen. Er war begeistert. Mit 5000 Pfund konnte er sich sechs Monate lang über Wasser halten und in dieser Zeit würde es sicher wieder ein Engagement für ihn geben. Im Sommer drehten sie gern unter freiem Himmel. Er unterschrieb das Einwilligungsformular und schickte es zurück. Am 20. des Monats rief Peregrine Slate den Chef der Abteilung für alte Meister an. Sepp, ich stecke in einer dummen Situation und wollte dich fragen, ob du mir einen Gefallen tun könntest. Aber natürlich, Perry, wenn ich dazu in der Lage bin, worum handelt es sich? Ich habe einen sehr alten Freund, der ein Anwesen in Schottland besitzt. Er ist ein bisschen vergesslich und hat einfach verschusselt, dass der Versicherungsschutz für seine Gemäldesammlung ausgelaufen ist. Ab Monatsende muss er sie neu versichern, aber das Schwein in der Versicherungsgesellschaft ist ein bisschen unangenehm geworden. Ohne eine neue, aktuelle Schätzung wollen sie die Bilder nicht mehr versichern. Alle großen Londoner Auktionshäuser boten den Service an, wertvolle oder auch weniger wertvolle Kunstsammlungen für Versicherungszwecke zu taxieren. Natürlich geschah das nicht umsonst, sondern für eine ordentliche Summe. Normalerweise wurden die Anfragen aber viel weiter im Voraus gestellt. Das kommt jetzt wirklich sehr ungelegen, Perry. In vier Tagen haben wir die große Auktion. Wir können uns vor Arbeit kaum retten. Hat das nicht noch etwas Zeit? Nein, eigentlich nicht. Was ist mit dem jungen Burschen, den du vor ein paar Jahren eingestellt hast? Benni, was soll mit ihm sein? Ist er erfahren genug, um den Auftrag allein abzuwickeln? Es ist keine große Sammlung, hauptsächlich alte jakobinische Porträts. Er könnte unsere letzte Schätzung mitnehmen, ein bisschen was draufschlagen und fertig. Es ist ja nur für die Versicherung. Oh, na gut. Am 22. fuhr Benni Evans mit dem Nachzug nach Cate Ness im Norden von Schottland. Dort würde er eine Woche bleiben. Am Morgen der Auktion, die Slade persönlich leiten wollte, erwähnte er Maudley gegenüber, dass sie noch ein zusätzliches Los aufgenommen hätten, ein nachgeschobenes Werk, das nicht im Katalog aufgelistet war. Maudley war verblüfft. Was für ein zusätzliches Werk. Eine unbedeutende kleine Kleckserei, vielleicht florentinische Renaissance, eines der letzten Werke von der Straße, die dein junger Freund Meister Evans noch begutachtet hat, als du schon in den Weihnachtsferien warst. Das hat er mir gegenüber gar nicht erwähnt. Ich dachte, sie seien alle an die Besitzer zurückgeschickt worden. Es ist einzig und allein meine Schuld. Ich habe es völlig vergessen. Ich war kurz vor Weihnachten noch im Haus, um ein paar Sachen aufzuarbeiten und habe ihn im Flur getroffen. Er sagte, du hättest ihn gebeten, die letzten 44 eingereichten Werke zu begutachten. Stimmt, das habe ich. Nun, eines davon hielt er für interessant. Ich habe es in mein Büro gestellt, um es mir selbst anzusehen, wurde dann aber abgelenkt und habe es völlig vergessen. Er zeigte Maudley die bescheidene Schätzung, die angeblich von Benny Evans stammte und auch dessen Unterschrift trug und nahm sie wieder an sich, nachdem der Chef der Abteilung für Alte Meister sie gelesen hatte. Sind wir überhaupt dazu berechtigt? Ja, natürlich. Als ich das verdammte Ding gestern in meinem Büro entdeckte, habe ich sofort den Besitzer angerufen. Er war mehr als glücklich über mein Angebot und hat noch gestern Abend die Genehmigung durchgefaxt. An diesem Morgen gab es Dinge, die Sepp Maudley mehr Beschäftigten als eine anonyme Schmiererei ohne Signatur, deren Schätzwert knapp über seinem persönlichen Minimum von 5000 Pfund lag. Sein bestes Los war ein Veronese. Außerdem gab es einen Di Rodolfo und einen Sano Di Pietro. Er brummte zustimmend und eilte in den Auktionssaal, um dort die richtige Aufstellung der Lose zu überwachen. Um 10 Uhr bestieg Peregrine Slate seine Kanzel, nahm den Hammer in die Hand und die Auktion begann. Bei den wichtigsten Auktionen übernahm er gern selbst die Rolle des Auktionators. Er liebte die erhöhte Position, die Macht und die Kontrolle, die er von seiner Kanzel aus hatte. Wenn ihm die bekannten Kunsthändler, Bieter und Kollegen aus dem inneren Kreis der schicken Londoner Kunstszene augenzwinkern zunickten und er die schweigende Anerkennung von Agenten spürte, die irgendeinen megareichen Sammler vertraten, der sich niemals persönlich dazu herablassen würde, die Arena zu betreten, war er ganz in seinem Element. Es war ein guter Tag, die Preise lagen hoch. Der Veronese ging für mehr als den doppelten Schätzwert an eine große amerikanische Galerie. Als der Di Rodolfo seine Taxe gar vierfach übersprang, musste manch einer im Saal ein Keuchen unterdrücken. Als die letzten 20 Minuten der Auktion anbrachen, registrierte Slade Reggie Fanshawe, der sich wie vereinbart leise auf einen Seitenplatz in einer der hinteren Reihen setzte. Als das letzte Objekt aus dem Katalog den Zuschlag bekam, verkündete Slade dem bereits weniger gewordenen Publikum, wir haben noch ein zusätzliches Objekt, das nicht aufgeführt ist, es wurde erst eingereicht, als der Katalog schon im Druck war. Ein Dienstmann schritt feierlich vor und platzierte ein sehr schmutziges Gemälde in einem angeschlagenen Goldrahmen auf der Staffelei. Mehrere Köpfe neigten sich vor, um zu erkennen, was sich hinter all dem Schmutz verbarg. Ein kleines Rätsel, vermutlich florentinische Renaissance, Tempera auf Holz, eine Art Andachtsbild, Künstler unbekannt, höre ich tausend Pfund? Schweigen. Fanshow zuckte mit den Schultern und nickte. Ich habe ein tausend Pfund, bietet jemand mehr als tausend? Sein Blick litt über den Saal, bis er in den hinteren Reihen, und zwar auf der Fanshow gegenüberliegenden Seite ein Signal registrierte. Niemand sonst sah es, denn in Wirklichkeit war gar kein Gebot gemacht worden, aber da man auch mit einem Augenzwinkern bieten konnte, war niemand überrascht. 1.500 gegen den Herrn auf der linken Seite, Fanshow nickte wieder, 2.000 Pfund, höre ich mehr als 2.500 und 3.000? Fanshow bot gegen den nicht vorhandenen Rivalen, bis er bei 6.000 Pfund den Zuschlag bekam. Als bekannter Galeriebesitzer genoss er Vertrauen und durfte das Bild gleich mitnehmen. Drei Tage später, viel schneller als gewöhnlich, erhielt Mr. Trumpington Gore einen Scheck über 5.000 Pfund. Der Zuschlagpreis abzüglich Kommission und Steuer. Er war entzückt. Am Monatsende kam Benny Evans aus Cave Nest zurück nach London und war deutlich erleichtert, der düsteren Festung des eiskalten Schlosses im Januar entronnen zu sein. Das schmutzige Bild erwähnte er Sepp Mortlake gegenüber mit keinem Wort. Da sein Chef selbst nichts sagte, nahm Evans an, dass er nicht seiner Meinung war und dies durch sein Schweigen zum Ausdruck brachte. April Anfang April schlug die Neuigkeit wie eine Bombe in der Kunstszene ein. Das Schaufenster der Fanshow Galerie war ganz mit schwarzem Samt ausgeschlagen. Hinter dem Glas stand allein auf einer kleinen Staffelei nur ein Gemälde. Es wurde von zwei Spotlights dezent, aber hell beleuchtet und von zwei großen muskulösen Sicherheitskräften Tag und Nacht bewacht. Der angeschlagene Goldrahmen war verschwunden. Das Gemälde Tempera auf Pappe sah jetzt wieder so aus, wie der Künstler es vollendet haben musste. Die Farben leuchteten frisch wie am Tag der Fertigstellung vor über 500 Jahren. Die Jungfrau Maria saß gebannt da, den Blick zum Himmel gerichtet, während der Erzengel Gabriel ihr verkündete, dass sie bald den Sohn Gottes empfangen würde. Vor zehn Tagen hatte Professor Guido Colenso, die weltweit anerkannte Autorität zur sienesischen Malerei, die Echtheit des Gemäldes ohne lange zu zögern bestätigt. Und dem Urteil eines Colenso wagte niemand zu widersprechen. Auf der kleinen Tafel unter dem Gemälde stand nur Sassetta 1400 bis 1450. Stefano di Giovanni di Consolo, bekannt als Sassetta, gehörte zu den ersten großen Vertretern der italienischen Frührenaissance. Er begründete die sienesische Schule und beeinflusste die ihm folgenden zwei Generationen sienesischer und florentinischer Malerei. Nur wenige seiner Werke waren erhalten geblieben, hauptsächlich Tafeln von größeren Altarbildern und ihr Wert war astronomisch hoch. Die Fanshow Galerie erlangte mit einem Schlag weltweites Ansehen. Schließlich hatte man dort nichts Geringeres entdeckt, als die erste als eigenständiges Bild gemalte Verkündigung des großen Meisters. Zehn Tage zuvor hatte Reggie Fanshow die Verkündung für über zwei Millionen Pfund an eine private Sammlung verkauft. Der Abschluss wurde das Gerät in Zürich abgewickelt und veränderte die finanzielle Situation der beiden Beteiligten enorm. Die Kunstwelt war mehr als verblüfft über diese Entdeckung. Und das war auch Benny Evans. Er blätterte noch einmal den gesamten Katalog der Auktion genau geschehen war, berichtete man ihm von dem Bild, das noch in letzter Minute aufgenommen wurde. Die Atmosphäre im Haus Darcy war vergiftet und er erntete viele vorwurfsvolle Blicke. Man redete. Sie hätten es mir zeigen sollen, zischte der blamierte Sebastian Mordlake. Was für ein Brief. Ich habe keinen Brief bekommen. Erzählen Sie mir nichts. Ich habe Ihren Bericht mit der Taxierung an den zweiten Vorsitzenden gesehen. Dann müssen Sie auch gesehen haben, dass ich vorgeschlagen habe, Professor Colenso zu konsultieren. Colenso? Erwähnen Sie mir gegenüber nicht den Namen Colenso. Auf die Idee mit Colenso ist dieser Scheißkerl Fanshawe gekommen. Sie haben das vergeigt, mein Freund. Das Bild war hier. Fanshawe hat es erkannt und sie nicht. Im Verstimmte Herzog von Gateshead saß im Vorstandssessel und Peregrine Slate auf der Anklagebank. Um den Tisch hatten sich acht weitere Vorstandsmitglieder versammelt, die unverwandt ihre Fingerspitzen anstarrten. Ihnen allen war klar, dass das Haus Darcy nicht nur eine Viertel Million Pfund Kommission in den Sand gesetzt hatte. Schlimmer noch, sie hatten einen echten Sassetta in Händen gehalten, um ihn für sechstausend Pfund einem Mann mit besserem Blick zu überlassen. Ich leite diesen Laden und übernehme die Verantwortung, sagte Peregrine Slate mit leiser Stimme. Ich denke, das wissen wir alle, Perry. Bevor wir weitere Entscheidungen fällen, würden wir nur gern von Ihnen hören, wie es dazu gekommen ist. Slate atmete tief durch. Er wusste, dass es jetzt um seine Karriere ging. Sie klar, dass er es sich nicht leisten konnte, laut zu werden oder andere zu beschuldigen. Sicher wissen sie alle, dass wir der Öffentlichkeit einen kostenlosen Taxierung Service anbieten. Das war schon immer so und gehört zur Tradition des Hauses Darcy. Einige sind damit einverstanden, andere nicht. Man kann zu dieser Sache stehen, wie man will. Eines ist sie ganz sicher. Extrem Zeit und arbeitsaufwendig. Es Schatz in die Hände fiel, den wir als solchen identifiziert haben. Wir haben uns die Echtheit bescheinigen lassen und ihn für einen hohen Preis verkauft, wobei für uns natürlich eine ordentliche Gebühr abfiel. Doch ein Großteil der Objekte, die man uns bringt, ist völlig wertlose Ware. Wegen der hohen Arbeitsbelastung, insbesondere in der Vorweihnachtszeit, müssen wir den billigsten Trödel von jungen Fall geschehen. Das Bild, über das wir sprechen, wurde von einem völlig unbekannten Menschen eingereicht. Der Mann hatte nicht die geringste Ahnung davon, was er in den Händen hielt, sonst hätte er uns das Bild nicht gebracht. Es befand sich in einem schlechten Zustand und war so schmutzig, dass man unter der Rußschicht fast nichts mehr erkennen konnte. Es wurde von einem sehr jungen Assistenten begutachtet. Hier ist sein Bericht. Er verteilte Kopien der Schätzungsurkunde, die einen Betrag zwischen 5000 und 7000 Pfund nannte. Er hatte sie selbst angefertigt und dafür bis spät in die Nacht am Computer gesessen. Die neuen Vorstandsmitglieder lasen sie mit düsterer Miene. Wie Sie selbst sehen, war Mr. Benny Evans der Meinung, das Bild könne aus der florentinischen Schule stammen. Die Zeit schätzte er auf ungefähr 1550 ein, den Mal als unbekannt, weshalb er dem Objekt nur einen bescheidenen Wert zuschrieb. Leider hat er sich geirrt. Das Bild gehört zur sienesischen Schule, stammt ungefähr aus dem Jahr 1450 und wurde von einem Meister angefertigt. Unter all dem Schmutz hatte dies einfach nicht erkannt. Zugegeben, die Begutachtung des jungen Mannes war ausgesprochen oberflächlich, wenn nicht sogar schlampig. Trotzdem bin ich es, der dem Vorstand jetzt seinen starrten an die Zimmerdecke, während die anderen sechs den Kopf schüttelten. Nicht angenommen, Perry, und den schlampigen jungen Mann sollten wir vielleicht am besten ihnen überlassen. Perry Grimes late zitierte Benny Evans noch am selben Nachmittag in sein Büro. Er bot dem jungen Mann keinen Platz an, in seiner Stimme schwang Verachtung. Ich muss Ihnen das Ausmaß der Katastrophe, die diese Affäre für das Haus Darcy bedeutet, nicht schildern. Sie konnten es ja den Zeitungen entnehmen. Es war ein gefundenes Fressen für die Presse. Alle haben darüber berichtet. Aber ich verstehe das nicht, protestierte Benny Evans. Sie müssen doch meinen Bericht erhalten haben. Ich habe ihn unter ihre Tür geschoben und da stand alles über meine Vermutung drin, es könne sich um einen echten Sassetta handeln. Ich habe vorgeschlagen, ihn zu reinigen und zu restaurieren, um dann Professor Colenso hinzuzuziehen. Es stand alles da. Slade reichte ihm mit unbewegter Miene einen einzelnen Papierbogen mit Darcy Briefkopf. Evans las ihn verständnislos. Aber das stammt nicht von mir, das habe ich nicht geschrieben. Slade erblasste vor Wut. Evans, Ihre Nachlässigkeit ist schlimm genug. Unwahrheit aber kann ich nicht tolerieren. Für einen Mann, der mir so jämmerliche Lügen auf Tisch gibt es in diesem Haus keinen Platz mehr. Draußen sitzt Miss Bates. Sie hat ihre Unterlagen. In einer Stunde haben sie ihren Schreibtisch ausgeräumt und sind verschwunden. Mehr habe ich nicht zu sagen. Benni versuchte mit Sebastian Mordleck zu sprechen. Der freundliche Abteilungsleiter hörte ihm eine Weile zu und ging dann zu Diedras Schreibtisch. Bitte suchen Sie mir die Datei mit einem Bericht und einem Schätzungszertifikat vom 22. oder 23. Dezember. Gehorsam nannte der Rechner eine Reihe von Dateien, eine davon zum Objekt D1601. Es war derselbe Text, den Benni Evans gerade im Büro von Slate gelesen hatte. Computer lügen nicht, sagte Mordleck, jetzt verschwinden sie. Benni Evans hatte vielleicht kein Abitur und nur wenig Ahnung von Computern, aber dumm war er nicht. Er stand noch nicht ganz draußen auf der Straße, da wusste er schon, was genau geschehen war und wer dahinter steckte. Außerdem war ihm klar, dass alle gegen ihn waren und er nie wieder in der Kunstszene arbeiten könnte. Doch er war trotzdem nicht allein. Er hatte noch seine Freundin Judy Day. Sie war eine Cockney und mit ihrer Punkfrisur und den grünen Fingernägeln nicht unbedingt eine klassische Schönheit. Viele hätte das abgeschreckt, nicht aber Benni. Er mochte sie und sie mochte ihn. Sie hörte ihm eine Stunde lang zu, bis er genau erklärt hatte, was passiert war. Julies Kunstkenntnisse hätten auf einer Briefmarke Platz gehabt, doch sie besaß ein anderes Talent, mit dem sie die absolute Gegenposition zu Benni einnahm. Julie war ein Kind der Computer Generation. Selbst ein neugeborenes Entchen kann schwimmen, sobald man es ins Wasser wirft. Julie war zum ersten Mal in der Schule bei Computerspielen mit dem Cyberspace in Berührung gekommen. Sie war sofort in ihrem Element gewesen. Jetzt, mit 22, konnte sie mit Computern so genial umgehen, wie Yehudi Menuin mit einer Stradivari. Julie arbeitete in der kleinen Firma eines ehemaligen, jetzt geläuterten Computerhackers. Sie entwarfen Sicherheitssysteme, die Computerprogramme vor unberechtigtem Zugriff schützen sollten. Und so wie man sich am besten an einen Schlosser wendet, wenn man eine Tür aufbrechen will, kann einem ein Programmierer von Sicherheitsbarrieren im Computer am besten helfen, solche zu umgehen. Julie Day programmierte solche Barrieren. Und was willst du jetzt machen, Benny? fragte sie, als er mit seiner Geschichte fertig war. Benny mochte zwar aus einer Seitenstraße von Butel kommen, doch sein Urgroßvater hatte zu den berüchtigten Butel-Lads gehört, die 1914 die Rekrutierungsbüros stürmten. Sie endeten bei der Lancashire-Infanterie. In Flandern kämpften sie wie die Löwen und starben wie Helden. Von den 200, die losgezogen waren, kehrten nur Bennys Urgroßvater und sechs weitere Männer zurück. Starke Gene setzen sich immer wieder durch. Ich will mich an Slade rächen. Ich will ihn fertig machen, sagte Benny. Nachts im Bett kam Julie plötzlich eine Idee. Es muss da draußen noch jemanden geben, der genauso wütend ist wie du. Wer? Der ursprüngliche Besitzer. Benny setzte sich auf. Du hast recht, Mädchen. Man hat ihn um zwei Millionen betrogen und er weiß es vielleicht noch nicht einmal. Wer ist es? Benny dachte nach. Ich habe den Einlieferungsschein nur kurz gesehen. Jemand mit dem Namen T. Gore. Telefonnummer? War keine angegeben. Adresse? Die habe ich mir nicht gemerkt. Wo könnte sie gespeichert sein? In einer Datenbank, in der Verkäufer- oder der Lagerliste. Hast du Zugang dazu oder ein persönliches Passwort? Nein. Wer hat den Zugang? Alle leitenden Angestellten, glaube ich. Mortlake? Auf jeden Fall. Sepp hat zu allem Zugang, was er braucht. Los, Benny, Schatz, aufstehen, wir machen uns an die Arbeit. Sie brauchte zehn Minuten, um sich in die Datenbank von Darcy einzuloggen und gab einen Befehl ein. Die Datenbank wollte den Benutzernamen wissen. Julie hatte eine Liste neben sich liegen. Wie genau konnte sich Sebastian Mortlake nennen? Benutzte er nur ein S? Die Kurzform Sepp oder den vollen Namen? Kleinbuchstaben, Großbuchstaben oder gemischt? Gab es einen Punkt oder einen Bindestrich zwischen Vor- und Nachnamen oder nichts? Jedes Mal, wenn Julie ein anderes Format ausprobierte und falsch lag, wurde sie wieder aus der Datenbank geschmissen. Sie hoffte, dass die Zahl der Falscheingaben nicht begrenzt war und dann ein Alarmsystem, bei Darcy die Anwendung ganz schließen würde. Doch glücklicherweise hatte der Programmierer, der das System eingerichtet hatte, in Betracht gezogen, dass die Kunstexperten bei Darcy in Sachen Computer vergesslich genug waren, sich nicht an ihre eigenen Kennwörter zu erinnern. Die Verbindung blieb erhalten. Beim 15. Versuch schaffte sie es. Der Abteilungsleiter der alten Meister nannte sich Sepp Bindestrich Mord. Nur Kleinbuchstaben, abgekürzter Vorname, Bindestrich halbierter Nachname. Die Darcy Datenbank akzeptierte die Einwahl von Sepp Bindestrich Mord und bat um sein Kennwort. Die meisten Menschen benutzen etwas, das unmittelbar mit ihnen zu tun hat oder ihnen am Herzen liegt, hatte sie Benny erklärt. Den Namen der Ehefrau, des Hundes oder des Stadtteils in dem sie leben oder irgendwelche Berühmtheiten die sie bewundern. Sepp ist Junggeselle und hat keine Haustiere, er lebt nur für die Welt der Malerei. Sie fingen mit der italienischen Renaissance an, dann kamen die Niederländer und Flamen, schließlich die spanischen Meister. Um 10 nach 4 an einem sonnigen Frühlingsmorgen hatte Julie es geschafft. Mord Lake war Sepp Bindestrich Mord und Goya sein Kennwort. Jetzt stand ihr die Daten aus. Vielen Dank. 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 Danke. 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 den Kopf. Den Zuschlag bekommt für 1,1 Millionen die Nummer 28, sagte Slade. Ein kollektives Aufatmen ging durch den Raum. De Hoft schaltete sein Handy aus, funkelte den Mann aus Kentucky wütend an und verließ den Saal. Los 103, setzte Slade die Auktion mit einer Gelassenheit fort, die nicht seinen Gefühlen entsprach. Eine Landschaft von Anthony Palamedes. Der Amerikaner, auf dem jetzt alle Augen ruhten, erhob sich und verließ den Saal. Eine lebhafte junge Schönheit begleitete ihn. Gut gemacht, Sir, plapperte sie. Sie haben ihn bekommen. Was für ein Vormittag, sagte der Mann aus Kentucky mit schleppender Stimme. Können Sie mir sagen, wo ich die, ähm, Männertoilette finde? Oh, das WC. Ja, einfach geradeaus die zweite Türe rechts. Sie sah ihn mit der Einkaufstasche, die er schon den ganzen Morgen mit sich herumtrug, in der Toilette verschwinden und blieb, wo sie war. Sobald er wieder auftauchte, musste sie ihn in die Rechnungsabteilung begleiten, wo die langweiligen Formalitäten abgewickelt wurden. In der Toilette zog Trumpington Gore einen Diplomatenkoffer aus Kalbsleder aus der Einkaufstüte und ein paar schwarze Oxford-Schuhe. Innerhalb von fünf Minuten waren der Spitzbart und die graue Perücke verschwunden, ebenso die braune Hose und der schäbige Mantel. Er stopfte alles in die Einkaufstasche, die er aus dem Fenster in den Hof nach unten schmiss. Dort fing Benni sie auf und verschwand. Zwei Minuten später verließ ein piekfeiner Londoner Geschäftsmann die Toilette. Das dünne, schwarze Haar hatte er mit Pomade zurückgekämmt. Er war ungefähr fünf Zentimeter größer als der Amerikaner und trug eine goldene Brille, einen elegant geschnittenen, aber geliehenen Nadelstreifenanzug, ein Thomas-Pink-Hemd und eine Brigade of Guards-Kawatte. Langsam marschierte er an dem wartenden Mädchen vorbei. Verdammt gute Auktion, nicht wahr? Er konnte es sich einfach nicht verkneifen. Haben Sie gesehen, wie der Amerikaner sein Bild ersteigert hat? Er nickte zur Toilettentür und ging weiter. Das Mädchen starrte weiter auf die Tür. Es dauerte eine Woche, bis die Mühlen zu malen begann, doch dann verbreitete sich die Neuigkeit in Windeseile. Nach wiederholten Anfragen war man zu der Erkenntnis gelangt, dass der Getty-Dynastie zwar viele Familienmitglieder angehörten, aber keines mit dem Namen Martin. Ein Gestüt in Kentucky besaß auch niemand in der Familie. Als die Geschichte die Runde machte, lachte die ganze Stadt über das Haus Darcy. Die besondere Zielscheibe des Spots aber war Peregrine Slate. Der unglückliche Vize-Vorsitzende versuchte dem überbotenen Jan de Hoft, der den alten Van den Bosch vertrat, das Bild für eine Million anzubieten. Keine Chance. Ohne ihren Betrüger hätte ich das Bild für 150.000 Pfund haben können, erklärte ihm der holländische Händler am Telefon. Zu der Summe bin ich bereit zu kaufen. Ich werde mit dem Verkäufer sprechen, sagte Slate. Der Verkäufer war die Nachlassverwaltung eines kürzlich verstorbenen deutschen Adligen, eines während des Kriegs in Holland stationierten Panzeroffiziers der SS. Diese Tatsache hatte schon immer einen Schatten auf die Frage geworfen, wie er zu seiner Sammlung alter Holländer gekommen war. Der alte Graf jedoch behauptete sein Leben lang hartnäckig, er habe alle seine holländischen Meister vor dem Krieg erworben und konnte dies mit perfekt gefälschten Rechnungen beweisen. Und eins ist die Kunstwelt ganz sicher, flexibel. Der Nachlass wurde von einer Stuttgarter Anwaltskanzlei verwaltet, mit der Peregrine Slate jetzt verhandeln musste. Ein wirklich aufgebrachter deutscher Anwalt ist selten ein angenehmer Anblick und der über 1,90 große Kanzleileiter Bernd Schliemann flößte schon Respekt ein, wenn er bester Laune war. Am selben Morgen hatte er erfahren, was mit dem Bild seines Klienten in London geschehen war. Slates Angebot von 150.000 Pfund gab ihm den Rest. Er explodierte. »Nein!« brüllte er durchs Telefon. »Nein! Völlig ausgeschlossen! Ziehen Sie das Bild zurück!« Peregrine Slate war natürlich kein Volltrottel. Schon als er von der leeren Toilette erfuhr, in die das Mädchen nach einer halben Stunde einen männlichen Kollegen geschickt hatte, hatte er Verdacht geschöpft. Das Mädchen konnte den einzigen Menschen, der die Toilette in dieser Zeit verlassen hatte, gut beschreiben. Doch damit hatten sie zwei völlig unterschiedliche Männer. Charlie Dawson war verblüfft, als man ihn auf seine Rolle in der Geschichte ansprach. Er hatte keine Nachricht geschickt und den Namen Martin Getty noch nie gehört. Man zeigte ihm die E-Mail. Sie stammte eindeutig aus seiner Textverarbeitung, doch der Mann, der bei Darcy das gesamte System installiert hatte, räumte ein, dass ein echter Computerfreak diese Herkunft auch vortäuschen konnte. Danach wusste Slate endgültig, dass ihm jemand ein Bein gestellt hatte. Aber wer? Und warum? Er hatte gerade die Anweisung herausgegeben, sämtliche Computersysteme des Hauses Darcy so sicher wie Fort Knox zu machen, als er mit einer knappen Aufforderung ins Privatbüro des Herzogs von Gateshead zitiert wurde. Seine Durchlaucht war vielleicht nicht so laut wie Herr Schliemann, dafür aber genauso wütend. Als Peregrine Slate auf sein »herein« das Büro betrat, stand der Vorstandsvorsitzende mit dem Rücken zur Tür und schaute durch das Fenster auf die Dächer von Harrods, die nur 500 Meter entfernt waren. »Wir sind nicht glücklich über diese Geschichte, Perry«, begann er. »Ganz und gar nicht glücklich. Zu den vielen Dingen im Leben, die uns nicht gefallen, gehört es, lächerlich gemacht zu werden.« Er drehte sich um und setzte sich an seinen Schreibtisch, wo er mit den Fingerspitzen auf das georgianische Mahagoni trommelte und sich leicht vorbeugte, um seinen Untergebenen aus Hass erfüllten blauen Augen anzublicken. Da geht ein Mann in seinen Club und wird ausgelacht. In aller Öffentlichkeit. Was halten Sie davon, mein Lieber? Die freundliche Floskel blitzte auf wie ein Dolch in der Sonne. »Sie werfen mir Inkompetenz vor?« fragte Slate. »Sollte ich das nicht?« »Es war Sabotage«, erwiderte Slate, und reichte ihm fünf Papierbögen. Der Herzog schaute ein wenig überrascht, zog seine Brille aus der Jacketttasche und überflog die Seiten. Einer von ihnen war der gefälschte Brief von Charlie Dawson, der zweite eine eidesstattliche Erklärung von Dawson, dass er diese Nachricht niemals verschickt habe, und der dritte eine Erklärung des besten Computerexperten der Stadt, die besagte, dass ein echtes Computergenie so einen Brief fälschen und in Slates private E-Mail einschleusen könne. Die Bögen vier und fünf stammten von zwei Mädchen, die am fraglichen Tag vor dem Auktionssaal saßen. Die eine beschrieb ausführlich, wie der angebliche Mann aus Kentucky sich vorgestellt hatte, und die andere, wie er verschwunden war. »Haben Sie eine Idee, wer dieser Gauner sein könnte?« fragte der Herzog. »Noch nicht, aber ich habe vor, das herauszufinden.« »Das sollten Sie, Perry.« »Und zwar sofort. Und wenn Sie ihn haben, sollten Sie dafür sorgen, dass er lange hinter Gitter kommt. Wenn das nicht möglich ist, schicken Sie ihm jemanden, der so mit ihm spricht, dass er sich sein Lebtag nicht mehr in unserer Nähe wagt. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, den Vorstand zu beruhigen. Wieder einmal.« Slate wollte schon gehen, als seine Durchlaucht noch etwas hinzufügte. »Erst die Sassetta-Affäre und nun dies. Wir brauchen jetzt schon etwas ziemlich Spektakuläres, um unseren Ruf wieder herzustellen.« Halten Sie Augen und Ohren nach so einer Möglichkeit offen. Andernfalls und ohne Aufdeckung dieses Schwindels könnte der Vorstand eine kleine, ähm, Umstrukturierung erwägen. Das wäre alles, mein lieber Perry. Als Peregrine Slate das Zimmer verließ, hatte sich das nervöse Zucken unter seinem linken Auge, das sich immer bemerkbar machte, wenn er sehr angespannt war oder von starken Gefühlen überwältigt wurde, zu einem heftigen Flattern gesteigert. Juni. Slate war nicht ganz so ahnungslos, wie er getan hatte. Irgendjemand hatte dem Haus Darcy bewusst beträchtlichen Schaden zugefügt. Warum? Um sich selbst zu bereichern? Doch das brachte keinerlei Vorteil, außer vielleicht der Tatsache, dass der Korte jetzt in ein anderes Auktionshaus wanderte. Steckte also ein Konkurrent dahinter? Kaum vorstellbar. Wenn Profit nicht das Motiv war, dann vielleicht Drache. Aber wer konnte so wütend auf ihn sein? Und wer kannte die Kunstszene gut genug, um zu wissen, dass ein Händler von Vandenbosch im Saal sein würde, der dank seines Blankoschecks bereit war, den Korte in so lächerliche Höhen zu treiben? Er hatte bereits an Benny Evans gedacht, auf den beide Punkte zutrafen. Nur war dieser Martin Getty, den er im Auktionssaal gesehen hatte, eindeutig nicht Benny Evans. Allerdings schien der Mann klare Anweisungen zu haben. Er hatte still auf seinem Platz gesessen, bis genau dieses Bild unter den Hammer kam. Handelte es sich also um mehrere Täter? Oder war er einfach nur gekauft worden? Oder stand jemand völlig anderes dahinter? Jemand, der eine alte Rechnung begleichen wollte? Am 2. Juni saß Peregrine Slate in einem Büro im Lincolns Inn, einer der vier großen Londoner Anwaltsinnungen. Er hatte einen der angesehensten Anwälte Englands aufgesucht. Sir Sidney Avery legte die kurze Zusammenfassung des Falls auf seinen Schreibtisch und kniff die Augen zusammen. Verstehe ich Ihr Anliegen richtig? Sie wollen wissen, ob dieser Mann ein Verbrechen begangen hat, das kriminalrechtlich verfolgt werden kann. Genau. Er hat sich als eine Person ausgegeben, die es gar nicht gibt. So war es. Das ist leider nicht strafbar, sei denn er tat es in betrügerischer und gewinnsüchtiger Absicht. Dieser Maskerade ging ein eindeutig gefälschter Brief voraus, ein Einführungsschreiben. Ein Wink genau genommen, aber zugegebenermaßen gefälscht. Insgeheim amüsierte Sir Sidney sich köstlich über diese Gaunerei. Das war genau die Art Geschichte, die beim gemeinsamen Dinner der Anwaltsinnung gut ankam. Zur Schau trug er jedoch eine Miene, als sprechen sie über einen Massenmörder. Hat der Mann zu irgendeinem Zeitpunkt behauptet, ein Mitglied der berühmten reichen Getty-Familie zu sein? Nicht direkt. Sie haben das nur angenommen. Ich fürchte, so war es. Hat er zu irgendeinem Zeitpunkt versucht, dieses holländische Bild oder irgendein anderes mitzunehmen? Nein. Haben Sie eine Vermutung, wer hinter dieser Maske steckte? Nein. Gibt es vielleicht einen sehr verstimmten ehemaligen Mitarbeiter, der sich die ganze Geschichte ausgedacht haben könnte? Nur einen, aber der war nicht im Saal. Sie haben diesen Mitarbeiter entlassen? Ja. Aus welchem Grund? Das letzte, wovon Slade erzählen wollte, war der Sassetta-Schwindel. Inkompetenz. War der Mann ein Computerfreak? Nein, er konnte kaum einen Computer bedienen, aber er war eine wandelnde Enzyklopädie über die alten Meister. Sir Sidney seufzte. Es tut mir leid, Sie entmutigen zu müssen, Sir, aber ich glaube nicht, dass Sie damit vor Gericht Erfolg hätten. Die Beweislage ist einfach miserabel. Erst ist Ihr verkleideter Bursche ein grauhaariger Mann aus Kentucky mit Spitzbart, amerikanischem Akzent und schäbigen Mantel und im nächsten Moment ein strammer ehemaliger Garderoffizier im Nadelstreifenanzug. Wen immer Sie auch verdächtigen, Sie haben keine Beweise. Oder hat der Fingerabdrücke hinterlassen, eine deutlich lesbare Unterschrift? Nur ein unleserliches Gekritzel. Genau. Er wird alles abstreiten und die Polizei hat nichts in der Hand. Ihre entlassene Enzyklopädie braucht nur zu behaupten, sie wisse gar nicht, wovon Sie reden. Es läuft immer wieder aufs Gleiche hinaus. Nicht das geringste Beweismittel. Außerdem muss es im Hintergrund noch irgendeinen Computer-Crack geben. Es tut mir wirklich leid. Er erhob sich und streckte die Hand aus. Ich an Ihrer Stelle würde die Sache vergessen. Doch Peregrine Slade hatte keinesfalls vor, irgendetwas zu vergessen. Als er in den gepflasterten Hof der Anwaltsinnung trat, fiel ihm ein Begriff ein, den Sir Sidney Avery benutzt hatte. Wo hatte er das Wort Schauspieler in letzter Zeit schon einmal gehört oder gelesen? Als er wieder im Büro war, ließ er sich die Angaben über den ursprünglichen Verkäufer des Sassetta geben. Da stand es. Beruf Schauspieler. Er engagierte ein Team aus Londons diskretester Privatdetektei. Sie waren zu zweit. Beide ehemalige Detective Inspectors der Metropolitan Police. Für schnelle Ergebnisse hatte er ihnen das doppelte Honorar versprochen. Nach einer Woche meldeten sie sich bei ihm, konnten aber nur wenig Neues berichten. Wir haben den verdächtigen Evans fünf Tage lang verfolgt. Er scheint ein unspektakuläres Leben zu führen und sucht gerade Arbeit. Einer unserer jüngeren Kollegen ist im Pub mit ihm ins Gespräch gekommen. Von der Geschichte mit dem holländischen Bild schien er noch nie gehört zu haben. Er lebt noch immer unter der alten Adresse, zusammen mit einer Punkerin, wasserstoffgebleichte Stachelfrisur und genug Metall im Gesicht, um einen Kreuzer zu versenken. Kaum der Typ, der über viel Computerwissen verfügt. Der Schauspieler hingegen scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Wir leben im Jahr 2000, protestierte Slate. Da kann man sich nicht einfach in Luft auflösen. Das haben wir auch gedacht, erwiderte der Schnüffler. Wir können jedes Bankkonto aufspüren. Kreditkarten, Autopapiere, Führerschein, Versicherungspolizen, die Nummer der Sozialversicherung, was sie wollen. Eines der Papiere und wir haben auch die aktuelle Adresse des Besitzers. Doch in diesem Fall? Fehlanzeige. Der Mann ist so arm, dass er auch keine Papiere besitzt. Überhaupt nichts? Gut, er bekommt Arbeitslosenhilfe oder hat sie zumindest früher bekommen. Und die Adresse, die sie bei der Sozialversicherung haben, ist dieselbe, die sie uns gegeben haben. Außerdem ist der Mitglied der Schauspieler-Gewerkschaft ebenfalls unter dieser Adresse. Aber sonst? Seltsam. Heutzutage sind doch die Daten von uns allen erfasst. Nur nicht die von Mr. Trumpington Gore. Er ist einfach durch eine Lücke im System geschlüpft und verschwunden. Die Adresse, die ich Ihnen gegeben habe, waren Sie dort? Natürlich, Sir. Gleich zu Anfang. Als Männer von der Gemeindeverwaltung, die wegen ausstehender Steuerschulden nachfragen wollten. Er ist einfach spurlos verschwunden. In der kleinen Wohnung lebt jetzt ein Pakistani, ein Minicar-Fahrer. Damit war für Slade das Ende einer sehr teuren Ermittlung erreicht. Er nahm an, dass der unsichtbare Schauspieler sich mit seinen 5000 Pfund in der Tasche ins Ausland abgesetzt hatte. Das passte zu allem, was die Privatdetektive über ihn herausgefunden oder besser nicht herausgefunden hatten. In Wahrheit aber saß Trumpington Gore nur eine Meile von ihm entfernt, zusammen mit Benny und Julie, in einem Café an der Portobello Road. Die drei begannen sich Sorgen zu machen. Ihnen war klar geworden, wie viel Druck ein wütender Angehöriger der Oberschicht ausüben konnte, wenn er nur wohlhabend und einflussreich genug war. Slade muss uns auf den Fersen sein, sagte Benny. Vor ein paar Tagen bin ich im Pub angesprochen worden. Meine Güte, das stank ganz schön nach Privatdetektiv. Der Typ wollte unbedingt mit mir darüber reden, was bei der Darcy-Auktion passiert ist. Ich habe mich einfach dumm gestellt. Vermutlich hat er es mir abgenommen. Mich haben zwei Typen verfolgt, meinte Julie. Abwechselnd. Ich konnte zwei Tage lang nicht zur Arbeit gehen. Aber ich glaube, jetzt haben sie es aufgegeben. Wie willst du das wissen? fragte Trumpy. Irgendwann habe ich mich zu dem Jüngeren umgedreht und ihn gefragt, ob ich ihm für 20 Mäuse einen blasen soll. Der ist davon geschossen wie ein Wiesel auf Rollschuhen. Danach waren sie vermutlich endgültig der Meinung, dass ich keine Ahnung von Computern haben kann. In der Computerszene geht kaum jemand anschaffen. Ich befürchte, hinter mir waren sie auch her, murmelte Trumpington Gore. Zwei Privatschnüffler. Er sprach im Tonfall von Sir John Gilgat, sodass der Ausdruck etwas seltsam aus seinem Mund klang. Sie haben mich in meiner bescheidenen Behausung aufgesucht. Behaupteten, sie kämen von der Gemeindeverwaltung. Zum Glück praktizierte ich gerade meine Kunst. Ich spielte einen pakistanischen Minikar-Fahrer. Aber vielleicht sollte ich besser umziehen. Ganz abgesehen davon geht uns das Geld aus, Trumpy. Meine Ersparnisse sind aufgebraucht, die Miete ist fällig und von dir will ich nichts mehr annehmen. Mein lieber Junge, wir haben unseren Spaß gehabt. Die Rache war süß. Vielleicht sollten wir es dabei belassen. Ja, wandte Benni ein. Nur, dass der scheiß Kyle Slade, der meine Karriere zerstört und eine Million Pfund eingesackt hat, noch immer auf seinem Platz sitzt. Hört mal, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel verlangt, aber ich habe eine Idee. Juli. Am 1. Juli erhielt der Chef der Abteilung für britische, modern und viktorianische Malerei im Auktionshaus Darcy einen höflichen Brief, der offensichtlich von einem 14-jährigen Schüler stammte. Der Junge erklärte, dass er sich gerade auf seinen mittleren Schulabschluss vorbereite und sich besonders für die Prä-Raffaeliten interessiere. Er wollte wissen, wo er sich am besten die Werke von Rossetti, Millais und Horman Hunt anschauen konnte. Mr. Alan Lay Travers war ein höflicher Mensch und diktierte sofort einen Brief, in dem er alle Fragen des Schülers ausführlich beantwortete. Nachdem er getippt war, unterschrieb er ihn persönlich. Mit freundlichen Grüßen, Alan Lay Travers. Das Colbert-Institut war ganz ohne Zweifel die renommierteste Einrichtung in ganz London für das Begutachten, Identifizieren und Zuschreiben von Kunstwerken. Im Keller des Instituts befand sich ein wissenschaftliches Labor mit einer ehrfurchtgebietenden technischen Ausstattung. Es wurde von Professor Stephen Carpenter geleitet. Auch er erhielt einen Brief. Er kam von einer Studentin der Kunstgeschichte, die an ihrer Abschlussarbeit schrieb. Die junge Dame führte aus, dass ihr Thema die großen Kunstfälschungen im 20. Jahrhundert seien. Dabei gehe es ihr vor allem um den entscheidenden Beitrag, den die Wissenschaft bei der Aufdeckung von Betrügereien geleistet habe. Mr. Carpenter war es ein Vergnügen, der jungen Studentin zu antworten. Er schlug ihr vor, seine eigene Abhandlung zu genau diesem Thema zu lesen, die sie im Buchladen des Instituts erwerben könne. Auch er unterschrieb seinen Brief persönlich. Am 7. des Monats hatte Benny Evans zwei Originalunterschriften und damit zwei Handschriftproben. Julie Day wusste, dass ihr Chef einmal zu den berüchtigsten und besten Computerhackern des Landes gehört hatte. Nach seiner Zeit im Knast war er dazu übergegangen, seine Fähigkeiten innerhalb des legalen Rahmens zu nutzen. Er entwickelte Schutzprogramme, die verhinderten, dass Hacker in die Systeme seiner Kunden eindrang. Eines Tages fragte ihn Julie beim Lunch, ob er in der Zeit, als er Gast ihrer Majestät war, jemals einem bestimmten Typ Fälscher über den Weg gelaufen sei. Er zuckte nur ratlos die Schultern und gab vor, niemanden aus diesem Gewerbe zu kennen. Aber der Mann hatte einen ganz eigenen Sinn für Humor und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Drei Tage später fand Julie Day einen Zettel zwischen den Tasten ihres Bürocomputers. Darauf stand nur Peter the Penman, Peter der Schreiber, und eine Telefonnummer. Zwischen beiden fiel kein Wort mehr über diese Angelegenheit. Am 10. des Monats betrat Trumpington Gore das Auktionshaus Darcy durch eine Hintertür. Es war eine selbst schließende Tür, die in den Ladehof führte und von außen nur über einen elektronischen Code geöffnet werden konnte. Doch da Benny diese Tür oft benutzt hatte, um in das billige Café zu gelangen, in dem er seine Mittagspause machte, konnte er sich noch an die Nummer erinnern. Der Schauspieler trug einen Arbeitskittel mit dem Logo von Darcy auf der Brusttasche. Er sah genauso aus wie die anderen Dienstmänner und trug ein Ölgemälde unterm Arm. Es war um die Mittagsstunde. Trumpy brauchte ungefähr zehn Minuten und mehrere Entschuldigungen, bis er ein leeres Büro fand, hineinging und die Tür hinter sich verriegelte. Dann durchstöberte er den Schreibtisch in dem Raum. Als er das Haus auf demselben Weg wieder verließ, hatte er zwei Briefumschläge mit Darcy-Logo und zwei Papierbögen mit Darcy-Briefkopf in der Tasche. Als nächstes besuchte er als Tourist verkleidet das Colbert-Institut, um sich die Arbeitskittel anzusehen, die dort getragen wurden. Vier Stunden später tauchte er dann als Colbert-Dienstmann wieder auf und besorgte sich auch hier Briefumschläge und Papier. Kein Mensch schaute sich nach ihm um. Bis Ende Juli hatte Peter the Penman für ein bescheidenes Honorar von 100 Pfund zwei schöne Briefe und einen Laborbericht geschrieben. Benny verbrachte einen Großteil des Monats damit, einen Mann aufzuspüren, von dem er vor Jahren einmal gehört hatte. In den Korridoren der Kunstwelt wurde der Name dieses Mannes nur mit Entsetzen geflüstert. Zu Bennys großer Erleichterung lebte der alte Herr noch und verristete ein kümmerliches Dasein in Golders Green. In der Geschichte der Kunstfälschungen aber stellte Collie Burnside so etwas wie eine Legende dar. Vor vielen Jahren war er ein begabter junger Künstler gewesen, der sich in der Nachkriegsbohem von Muriel Belcher's Colony Club bewegte und in den Künstlerlokalen am Queensway und den Ateliers von Basewater verkehrte. Er hatte sie alle persönlich gekannt. Freud, Bacon, Spencer, sogar den kleinen Hockney. Doch sie wurden berühmt und er nicht. Dann entdeckte er, dass er ein verbotenes Talent besaß. Wenn die Leute nicht seine eigenen Werke kaufen wollten, konnte er die von anderen schaffen. Er studierte die Maltechniken vergangener Jahrhunderte, die Chemikalien in den Farben, das Eigelb in der Tempera und wie sich die Altersspuren von Jahrhunderten auch mit Tee und Wein herstellen ließen. Vom Tee hatte er dann irgendwann die Finger gelassen, bloß beim Wein war er leider geblieben. In seinen besten Zeiten hatte er den unersättlichen und gierigen über hundert Leinwände und Tafeln von Veronese bis Van Dyck geliefert. Und noch kurz bevor sie ihn erwischten, hieß es, er könne einem bis zum Lunch einen ziemlich guten Matisse malen. Problematisch wurde es nach dem Lunch, und zwar wegen des kleinen Freundes, mit dem er es einnahm. Collies große Liebe war von rubinroter Farbe, flüssig und wurde in den Hügeln von Bordeaux angebaut. Er flog auf, weil er etwas zu verkaufen versuchte, das er nach dem Lunch gemalt hatte. Die wütende und blamierte Kunstwelt bestand darauf, ihn die ganze Kraft des Gesetzes spüren zu lassen. Collie wurde in ein großes graues Gebäude mit Gittern vor den Fenstern gebracht, wo ihn die Wärter und auch die harten Kerle wie einen lieben alten Onkel behandelten. Es dauerte Jahre, bis sich herausstellte, wie viele Burn Sides an den Wänden der Galerien hingen. Nachdem er ihnen alle verraten hatte, gestand man ihm einen deutlichen Strafnachlass zu. Als er den Knast verließ, geriet er in Vergessenheit und bestritt seinen kerklichen Lebensunterhalt mit dem Zeichnen von Touristen. Benny hatte Trumpy mit zu dem alten Herrn genommen, weil er dachte, die beiden würden sich gut verstehen. Und genau so war es. Zwei verkannte Talente. Collie Burnside hörte ihnen zu und genoss dabei den Oat Medoc, den Benny ihm mitgebracht hatte. Eine willkommene Abwechslung zu dem chilenischen Merlot aus dem Tesco-Supermarkt, den er gewöhnlich trank. »Ungeheuerlich, mein Junge, wirklich ungeheuerlich«, zischte er, nachdem Benny fertig war und Trumpy die Geschichte von dem Zwei-Millionen-Betrug bestätigt hatte. »Und mich haben sie einen Betrüger genannt. Dabei habe ich in der Liga nie gespielt. Aber was die alten Tage angeht, die Zeiten sind vorbei. Dafür bin ich zu alt.« »Natürlich nur gegen ein Honorar«, meinte Trumpy. »Ein Honorar?« »Fünf Prozent«, sagte Benny. »Fünf Prozent wovon?« Benny beugte sich vor und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Collie Burnside's Triefaugen leuchteten auf. Er hatte die Vision von einem Chateau Lafitte, der im Licht des Kaminfeuers wie Granat glühte. »Für dieses Honorar, mein Junge, male ich Ihnen ein Meisterwerk. Was sage ich? Zwei Meisterwerke. Collies letzter Streich. Meine Herren, sollen Sie doch alle zur Hölle fahren.« Es gibt Gemälde, die zwar extrem alt und auf Holztafeln gemalt sind, aber vom Zahn der Zeit so zerstört wurden, dass von der Originalfarbe kaum noch etwas übrig geblieben ist. Solche Bilder sind dann fast wertlos. Nur die alte Holztafel stellt noch einen geringen Wert dar. Und so eine Holztafel erstand Benny, nachdem er über 100 Läden durchstöbert hatte, die sich zwar als Antiquitätengeschäfte ausgaben, in Wahrheit aber nur uralten Trödel verkauften. Außerdem erwarb er für zehn Pfund ein viktorianisches Ölbild, das ungefähr aus derselben Zeit stammte und von ausnehmender Hässlichkeit war. Auf ihm waren zwei tote Fasane abgebildet, die an einem Haken hingen und eine doppelläufige Schrotflinte, die gegen die Wand gelehnt stand. Das Bild trug den Titel »Jagdbeute«. Collie Burnside würde keine Probleme haben, es zu kopieren, allerdings musste er sich anstrengen, es so völlig talentlos wie das Original hinzukriegen. Am letzten Juli-Tag betrat ein Schotte mit rotblondem Backenbart und einem ziemlich breiten Akzent die Niederlassung des Auktionshauses Darcy in Burry St. Edmunds in der Grafschaft Suffolk. Obwohl es keine große Niederlassung war, war sie für drei Grafschaften in East Anglia zuständig. »Hier, mein Mädchen«, sagte er zu der Dame am Empfang, »habe ich ein außerordentlich wertvolles Kunstwerk. Mein eigener Großvater hat es vor über hundert Jahren gemalt.« Mit großer Geste hielt er ihr die »Jagdbeute« hin. Die junge Frau war keine Expertin, doch selbst für sie sahen die Fasane so aus, als seien sie von einem Trecker überfahren worden. »Möchten Sie es schätzen lassen, Sir?« »Allerdings, das möchte ich.« In der Niederlassung von Burry gab es keine Schätzer, denn Schätzungen wurden nur in London gemacht. Doch sie konnte das Werk entgegennehmen und sich die Angaben des Verkäufers notieren. Er willigte ein. Mr. Hamish McPhee behauptete, aus Sudbury zu kommen, und es gab keinen Grund, ihm das nicht zu glauben. Die Adresse, die er nannte, war die eines kleinen Zeitungsgeschäftes in Sudbury, dessen Besitzer eingewilligt hatte, gegen eine Entschädigung von zehn Pfund pro Monat bis auf Widerruf die Post für Mr. McPhee entgegenzunehmen und für ihn aufzubewahren. Mit dem nächsten Lieferwagen wurde der viktorianische Schinken nach London transportiert. Bevor er das Büro verließ, vergewisserte sich Mr. McPhee noch, dass der Geniestreich seines Großvaters die Lagernummer F608 bekommen hatte. August Der August schwappte über das Londoner Westend wie ein Eimer voll Chloroform. Die Touristen gewannen die Oberhand, während diejenigen, die sonst in der Stadt lebten oder arbeiteten, das Weite suchten. Für die leitenden Angestellten des Hauses Darcy bedeutete das Weite eine Vielzahl exquisiter Ziele. Villen in der Toskana, Landhäuser in der Dordogne, Schweizer Chalets oder Yachten in der Karibik. Mr. Alan Lee Travers war in seiner Freizeit ein passionierter Hochseesegler. In den britischen Virgin Islands hatte er eine eigene Catch liegen, die, wenn er sie nicht nutzte, in einer kleinen Bootswerft hinter Trellis Island aufgebockt stand. Für seine drei Urlaubswochen hatte er einen großen Turn geplant, der in Richtung Süden bis Grenada führen sollte. Peregrine Slate glaubte zwar dafür gesorgt zu haben, dass das Computersystem im Hause Darcy jetzt bombensicher war, doch leider irrte er. Der Experte, den er mit der Systemsicherung betraut hatte, installierte eines der Programme, das Julies Chef erfunden und entwickelt hatte. Julie selbst hatte geholfen, die letzten Details auszufallen. Jemand, der ein System entwickelt hat, kann es auch umgehen. Genau das tat Julie. Benny brauchte sämtliche Urlaubslisten für den August, komplett mit Urlaubsort und der Adresse für Notfälle. Julie kopierte alles aus der Datenbank. Benny wusste jetzt, dass Lee Travers in der Karibik segeln würde. Er hatte zwei Telefonnummern hinterlassen, seine weltweit gültige Handynummer und die Funkfrequenz seines Yachtradios. In beiden Nummern veränderte Julie nur eine Zahl. Obwohl er noch nichts von seinem Glück wusste, würde Mr. Lee Travers einen wirklich ruhigen Urlaub ganz ohne Störungen verleben. Am 6. August stürmte der rotbärtige Schotte die Darcy-Niederlassung in London und verlangte sein Bild zurück. Niemand hatte etwas dagegen. Da er selbst die Lagernummer nennen konnte, hatte ein Dienstmann es innerhalb von zehn Minuten aus dem Keller geholt und ihm ausgehändigt. Am Abend las Julie in der Computerdatenbank, dass das Gemälde am 31. Juli in der Niederlassung von Barry St. Edmunds abgegeben wurde, aber vom Besitzer bereits am 6. August wieder abgeholt worden sei. Den letzten Teil der Notiz veränderte sie. Dem neuen Eintrag zufolge war das Bild, wie beauftragt von einem Lieferwagen des Colbert-Instituts, abgeholt worden. Am 10. des Monats verabschiedete sich Mr. Lee Travers, der von der Jagdbeute noch nie gehört, geschweige denn sie gesehen hatte, in Richtung Heathrow und Miami. Von dort brachte ihn ein Anschlussflug nach St. Thomas und Beef Island, wo seine Catch bereits auf ihn wartete. Der ehrenwerte Peregrine Slate gehörte zu den Menschen, die es vorzogen, im August nicht zu reisen. Seiner Meinung nach waren die überfüllten Straßen, die Flughäfen und Ferienorte ein Albtraum. Doch auch er blieb nicht in London, sondern zog sich auf seinen Landsitz in Hampshire zurück. Lady Eleanor wollte den Urlaub in der Villa von Freunden in Porto Ercole verbringen und würde bald abreisen. Dann hatte er den beheizten Swimmingpool, seine Ländereien und die wenigen, aber effizienten Angestellten ganz für sich allein. Auch seine Ferienadresse und Telefonnummer waren auf der Urlaubsliste verzeichnet, sodass Benny wusste, wo er sich aufhielt. Am 8. August brach Slate nach Hampshire auf. Am 11. erhielt er dort einen handgeschriebenen Brief, der in Heathrow abgeschickt worden war. Slate erkannte die Handschrift und die Unterschrift sofort. Es war die seines Kollegen Alan Lee Travis. Mein lieber Perry, ein paar eilige Zeilen aus der Abflugslounge. Im Stress der letzten Vorurlaubswochen, in denen ich noch alles für die September-Auktion vorbereitet habe, vergaß ich, Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Vor zehn Tagen reichte in unserer Niederlassung in Burry ein Unbekannter ein Bild ein, das er schätzen lassen wollte. Als es hier in London ankam, habe ich einen Blick darauf geworfen. Offen gestanden ist es ein ziemlich scheußliches spätviktorianisches Ölgemälde mit zwei toten Fasanen und einer Flinte. Eine absolute Fuscherei, die ich normalerweise sofort zurückgeschickt hätte. Doch irgendetwas kam mir seltsam vor, sodass ich mich ausführlicher mit dem Bild beschäftigte. Sie wissen bestimmt, dass die Spätviktorianer eigentlich nicht auf Holz malten, sondern fast immer auf Leinwand. Doch dieses Gemälde war auf Holz gemalt, und zwar auf einer Holztafel, die sicherlich schon damals mehrere Jahrhunderte alt war. Ich habe solche Holztafeln schon öfter gesehen, meist in Sepps Abteilung. Doch diese Tafel war nicht aus Eiche, sondern sah eher nach Pappel aus, was mich endgültig neugierig machte. Schließlich kam mir der Gedanke, dass irgendein viktorianischer Vandale ein wesentlich älteres Werk übermalt haben könnte. Ich weiß, dass es nicht billig wird, und wenn wir damit nur unsere Zeit verschwenden, entschuldige ich mich schon jetzt vielmals dafür. Doch ich habe das Bild ins Colbert-Institut geschickt und Steve Carpenter gebeten, es zu inspizieren und röntgen zu lassen. Weil ich ab sofort nicht mehr da bin und auch Steve demnächst in Urlaub geht, habe ich ihn gebeten, seinen Bericht direkt nach Hampshire zu schicken. Wir sehen uns Ende des Monats wieder. Alan. Peregrine Slate hatte es sich in einem Liegestuhl am Pool bequem gemacht. Während er am ersten Pink Gin des Tages nippte, las er den Brief ein zweites Mal. Auch seine Neugierde war geweckt. Jahrhundertealte Pappel war von britischen Malern auch in Zeiten, als sie noch auf Holz malten, nie verwendet worden. In Nordeuropa benutzte man Eiche. Auf Pappel malten nur die Italiener. Der Durchmesser der Holztafel sagte auch etwas über ihr Alter aus. Man konnte es auf die einfache Formel je dicker, je älter bringen, da man vor vielen Jahrhunderten noch nicht über die Sägetechniken verfügte, um dünne Tafeln zu schneiden. Übermalungen von älteren Gemälden waren nichts Ungewöhnliches. Immer wieder hatte es in der Kunstgeschichte Fälle gegeben, in denen ein unbegabter Idiot ein viel wertvolleres älteres Bild überpinselt hatte. Dank der modernen Technologie war man heute in der Lage, das Alter von winzigen Holzsplittern, Leinwandfetzen oder Farbresten zu bestimmen. Mehr noch, man konnte auch das Herkunftsland und manchmal sogar die Schule bestimmen. Um zu erkennen, was sich unter ihnen verbarg, wurden Übermalungen geröntgt. Lee Travers hatte richtig entschieden. Man konnte nicht vorsichtig genug sein. Am nächsten Tag wollte Slade nach London fahren, um Marina einen exquisit schmerzensreichen Besuch abzustatten. Vielleicht sollte er auch einen Blick ins Büro werfen und die Daten zu dem Bild überprüfen. Die Daten bestätigten alles, was in dem Brief aus Heathrow stand. Ein gewisser Hamish McPhee hatte in der Niederlassung von Burry ein viktorianisches Stillleben mit dem Titel Jagdbeute eingereicht. Es hatte die Lagernummer F-608 bekommen. Den Lagerlisten entnahm Slade, dass das Ölgemälde am 1. August in London eintraf und am 6. ins Colbert-Institut gebracht wurde. Slade schaltete den Computer aus. Er würde mit Spannung den Bericht des legendären Stephen Carpenter abwarten, den er nicht persönlich kannte. Er sah auf seine Armbanduhr. Es war 6 Uhr abends in London oder 1 Uhr mittags in der Karibik. Eine geschlagene Stunde lang versuchte er Lee Travers über sein Handy oder den Funksender des Jagdradios zu erreichen, doch dauernd antwortete ein Fremder. Schließlich gab er es auf und ging zu seinem Rendezvous mit Marina. Am 18. August kam ein kleingewachsener Dienstmann im Arbeitskittel des Colbert-Instituts durch den Haupteingang des Auktionshauses Darcy und sprach am Empfangsschalter vor. Er hatte ein kleines Ölgemälde dabei, das in schützende Luftblasenfolie gewickelt war. »Morgen, mein Mädchen, hier ist eine Sendung aus dem Colbert!« Die junge Frau hinter dem Schreibtisch blickte ihn verständnislos an. Der Dienstmann fischte einen Lieferschein aus der Kitteltasche und las ihn vor. »Darcy, Lagernummer F608!« Ihr Gesicht hältte sich auf. Jetzt hatte sie eine Nummer für den Computer auf dem Tisch hinter ihr. »Moment bitte!« Sie drehte sich um und konsultierte die Quelle aller Weisheit. Das Orakel beantwortete alle ihre Fragen. Sie erfuhr, dass das Objekt unter dieser Nummer auf Veranlassung des abwesenden Chefs der Abteilung für britische Moderne und viktorianische Kunst zur Untersuchung ins Colbert-Institut geschickt worden war. Jetzt wurde es wieder zurückgebracht. Sie rief einen der eigenen Dienstmänner herbei. Innerhalb weniger Minuten hatte sie den Einlieferungsschein des Colbert-Mitarbeiters unterzeichnet und das eingewickelte Gemälde stand wieder im Lagerraum. »Wenn ich noch mehr Zeit in diesem Gebäude verbringe«, dachte Trump Hinton Gore, als er wieder auf die glühend heiße Straße hinaustrat, »muss ich Ihnen wohl langsam Miete zahlen?« Am 20. August traf der Bericht von Professor Stephen Carpenter auf Peregrine Slates Landsitz in Hampshire ein. Er wurde ihm gebracht, als er nach einem erfrischenden Bad im Pool bei einem späten Frühstück saß. Beim Lesen des Briefs wurden seine Eier kalt und auf dem Kaffee bildete sich eine Haut. »Lieber Mr. Slate«, hieß es in dem Brief, »sicher wissen Sie mittlerweile, dass Alan Lee Travers mich vor Urlaubsbeginn gebeten hat, ein kleines, vermutlich spätviktorianisches Ölgemälde zu begutachten, das hier in England gemalt wurde. Auf den ersten Blick schien das Bild mit dem Titel »Jagdbeute« von wirklich beeindruckender Hässlichkeit und ohne jeden wert zu sein. Eine ungefähr 100 Jahre alte Schmiererei von einem völlig untalentierten Amateur. Alan war jedoch auf die Holztafel aufmerksam geworden und darum habe auch ich mich zunächst mit der Tafel beschäftigt. Ich habe sie aus dem viktorianischen Rahmen gelöst und genauer untersucht. Es handelt sich eindeutig um sehr altes Pappelholz. An den Rändern entdeckte ich Spuren von uraltem Harz oder Klebstoff, was darauf hindeutet, dass die Tafel wahrscheinlich einmal Teil eines viel größeren Werkes war. Es könnte sich um ein Altarbild handeln, von dem sie losgebrochen wurde. Von der Rückseite der Tafel entnahm ich einen kleinen Holzsplitter und untersuchte ihn auf Alter und Herkunft. Sie wissen sicher, dass sich die Jahresringchronologie nicht auf Pappelholz anwenden lässt, da die Maserung dieses Baums nicht wie bei der Eiche Ringer hat, an denen sich das Alter ablesen lässt. Doch die moderne Wissenschaft kann noch andere Tricks aus dem Ärmel schütteln. So konnte ich nachweisen, dass dieses Holzstück mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der Gegend zwischen Siena und Florenz kommt und von einem Baum stammt, der ungefähr im Jahr 1425 gefällt wurde. Weitere Untersuchungen unter dem Spektralmikroskop deckten kleine Kerben und Splitterungen auf, die von der verwendeten Bügelsäge verursacht wurden. Eine winzige Unregelmäßigkeit im Blatt der Säge hatte Spuren hinterlassen, die sich auch in anderen Holztafeln der Zeit und Gegen finden. Damit können wir beweisen, dass das Holz aus demselben Werk in der Ghana kommt, in dem damals die größten Meister der Epoche kauften. Das viktorianische Gemälde mit den beiden toten Fasanen und der Schrotflinte wurde zweifelsohne über ein wesentlich älteres Werk gemalt. Ich habe eine winzige Spur der Ölfarbe entnommen, was sich mit bloßem Auge gar nicht erkennen lässt, und konnte nachweisen, dass sich unter der Ölschicht Temperafarbe befindet. Für eine weitere Untersuchung unter dem Spektralmikroskop entnahm ich eine noch winzigere Spur der Temperafarbe. Ich entdeckte, dass sie aus genau der Mischung von Zutaten bestand, die viele Meister der Zeit benutzt haben. Schließlich habe ich das Gemälde geröntgt, um herauszufinden, was sich darunter befindet. Es handelt sich um eine Temperamalerei. Wegen der grob und dick aufgetragenen Ölfarbe des anonymen Viktorianers konnte ich leider nicht sehr viel erkennen. Im Hintergrund des Bildes ist eine Landschaft aus mehreren sanft geschwungenen Hügeln und einem Glockenturm zu erkennen, wie sie für die genannte Periode typisch ist. In der Bildmitte scheint ein Weg oder eine Wagenspur aus einem flachen Tal zu führen. Im Vordergrund sieht man eine Figur, vermutlich aus der Bibel, die den Betrachter direkt anblickt. Ich bin leider nicht in der Lage, den Künstler genau zu identifizieren, doch möglicherweise handelt es sich hier um ein verborgenes Meisterwerk, das aus der Zeit und dem engeren Umfeld von Chimabue, Duccio oder Giotto stammt. Mit freundlichen Grüßen, Stephen Carpenter. Peregrine Slate saß wie vom Donner gerührt da. Der Brief lag vor ihm auf dem Tisch. Chimabue, mein Gott. Duccio, bei den Tränen des Erlösers. Giotto, o Hölle und Verdammnis. Das nervöse Zucken unter seinem linken Auge begann wieder. Mit dem Zeigefinger versuchte er ihm Einhalt zu gebieten. Was sollte er jetzt tun? Er musste an die beiden letzten Entdeckungen denken, die zu seinem Leidwesen beide Sothebys gelungen waren. Einer ihrer Schätzer hatte in der alten Waffenkammer eines Landguts an der Küste von Zafak genauso eine Holztafel gefunden und darauf den Pinselstrich eines Meisters erkannt. Das Bild entpuppte sich als Chimabue, einer der seltensten von allen. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte ein anderer Angestellter von Sothebys die Bestände von Castle Howard taxiert. Aus einer Mappe mit vergessenen und für wertlos gehaltenen Bildern hatte er das Porträt einer trauernden Frau gezogen, die den Kopf in den Händen vergrub. Der Schätzer ließ weitere Expertenurteile einholen. Das über 300 Jahre lang unbeachtete Bild erwies sich als echter Michelangelo. Der Wert betrug acht Millionen Pfund. Und jetzt sah es so aus, als hätte auch er ein Kunstwerk von unschätzbarem Wert, das sich unter zwei toten Fasanen verbarg. Ein zweiter Schwindel zusammen mit Reggie Fancho war ausgeschlossen. Den jungen Assistenten Benny Evans loszuwerden, war nicht besonders schwer gewesen, aber Alan Lee Travers war ein anderes Kaliber. Der Vorstand würde Alan glauben, selbst wenn er sich keine Kopie des Briefs vom Flughafen gemacht hatte. Nein, mit Fancho konnte er nicht noch einmal gemeinsame Sache machen, so leichtgläubig war die Kunstwelt nun auch wieder nicht. Doch er konnte und wollte etwas für seinen Namen und seinen Ruf tun und Darcy wieder zu einem der renommiertesten Auktionshäuser machen. Wenn ihm das keine sechsstellige Weihnachtsprämie einbrachte, was dann? Innerhalb einer Stunde hatte sich Peregrine Slate gewaschen und angekleidet und lenkte seinen Bentley Azure in Richtung London. Im Lagerraum war niemand, sodass er ungestört nach dem Objekt mit der Nummer F608 suchen konnte. Unter der Luftblasenfolie erkannte er die Umrisse von zwei toten Fasanen am Haken. Er nahm das Bild in sein Büro mit, um es sich dort genauer anzusehen. Mein Gott, dachte er, als er es auswickelte, ist das scheußlich. Und trotzdem verbarg sich darunter. Natürlich stand überhaupt nicht zur Debatte, dass er es im Auktionssaal verkaufte, möglicherweise noch für eine unbedeutende Summe. Das Haus selbst musste das Bild erwerben und dann zufällig entdecken, was es damit auf sich hatte. Das Problem war Professor Carpenter. Er war ein unbescholtener Mann und besaß bestimmt eine Kopie seines Schreibens. Sicher würde er empört protestieren, wenn ein armer Prolet wie der Originalbesitzer des Schinkens von einem gewissen Peregrine Slate übers Ohr gehauen wurde. Andererseits hatte Carpenter ja nicht behauptet, dass es sich bei dem übermalten Bild um ein Meisterwerk handele, sondern nur, dass es möglich wäre. Es gab keine Regel, die einem Auktionshaus verbot, auch einmal ein Risiko einzugehen. Und Risiko war gleichbedeutend mit Ungewissheit. Es musste sich nicht zwangsläufig auszahlen. Wenn er also dem Besitzer einen fairen Preis anbot, bei dem man natürlich diese Ungewissheit berücksichtigen musste, er öffnete die Datei mit den Einträgen zu den Verkäufern und fand schließlich Mr. Hamish McPhee aus Sudbury in Suffolk. Es war eine Adresse angegeben. Slate schrieb einen Brief, in dem er dem erbärmlichen McPhee die Summe von 50.000 Pfund für die höchst interessante Komposition seines Großvaters anbot. Um die Sache geheim zu halten, nannte er seine private Handynummer, frankierte den Brief selbst und gab ihn auch eigenhändig auf. Er war ziemlich zuversichtlich, dass der Dummkopf auf sein Angebot eingehen würde. Die Geldüberweisung nach Sudbury würde er ebenfalls persönlich übernehmen. Zwei Tage später klingelte sein Telefon. Eine tief beleidigte Stimme mit breitem schottischen Akzent meldete sich. Mein Großvater war ein großer Künstler, Mr. Slate. Zu Lebzeiten wurde er nicht beachtet, doch so ist es schließlich auch Van Gogh ergangen. Wenn die Welt sein Werk erst sieht, wird sie endlich sein Talent anerkennen. Ich kann ihr Angebot nicht annehmen, doch ich mache ihnen meinerseits eins. Das Werk meines Großvaters wird entweder in der nächsten Auktion für viktorianische Meister Anfang nächsten Monats angeboten, oder ich ziehe es zurück und bringe es zu Christie's. Als Slate den Hörer auflegte, zitterte er. Van Gogh? War der Mann noch bei Verstand? Doch er hatte keine andere Wahl. Die Auktion für viktorianische Kunst war für den 8. September angesetzt. Für einen Katalogeintrag war es schon zu spät, denn der befand sich längst im Druck und würde in zwei Tagen vorliegen. Er musste die beiden elenden Fasane als späten Beitrag aufnehmen, was ja nichts Ungewöhnliches war. Außerdem besaß er eine Kopie des Briefs an McPhee und hatte ihre Unterhaltung am Telefon aufgezeichnet. Das Angebot über 50.000 Pfund musste Professor Carpenter mehr als zufriedenstellen und der Vorstand von Darcy würde bei späterer Kritik voll und ganz hinter ihm stehen. In der Auktion würde er das Gemälde für das Haus erstehen, was bedeutete, dass ein Bietender im Saal genau nach seinen Anweisungen handeln musste, aber nicht als Darcy-Mitarbeiter erkannt werden durfte. Er würde Bertram einsetzen, den ältesten Dienstmann, der kurz vor seiner Pensionierung stand und sich in seinen 40 Arbeitsjahren bei Darcy als absolut loyal und völlig fantasielos erwiesen hatte. Doch immerhin konnte er Befehle ausführen. Am anderen Ende der Leitung hatte Trump Pinkengor ebenfalls den Hörer eingehängt und sich zu Benni umgedreht. »Mein lieber Junge, ich hoffe, du weißt, was du da tust. 50.000 Pfund sind verdammt viel Geld.« »Vertrau mir«, erwiderte Benni. Er klang zuversichtlicher, als er wirklich war. Stündlich betete er zu dem zynischen Gott, der alten Meister, dass Slade zu habgierig sein würde, um den gnadenlos ehrlichen Professor Carpenter in seine Pläne einzubeziehen. Gegen Ende des Monats waren alle leitenden Angestellten aus dem Urlaub zurück und die Vorbereitungen für die erste große Auktion des Herbstes am 8. September, in der viktorianische Meister unter den Hammer kommen sollten, liefen auf Hochtouren. Peregrine Slade ließ über seine eigenen Pläne für diesen Tag nichts verlauten und war sehr erfreut, dass auch Alan Lee Travers vorbildliche Diskretion an den Tag legte und die ganze Geschichte mit keinem Wort erwähnte. Trotzdem blinzelte Slade ihm jedes Mal, wenn sie sich im Gang begegneten, verschwörerisch zu. Lee Travers begann sich Sorgen zu machen. Schon immer war ihm der stellvertretende Vorstandsvorsitzende ein wenig Halbseiden vorgekommen. Er hatte gehört, dass Männer mittleren Alters, die mit einer freudlosen Ehe gestraft waren, dazu neigten, sich am anderen Ufer umzusehen. Als vierfacher Vater hoffte er nur, dass Slade nicht ausgerechnet ein Auge auf ihn geworfen hatte. Am Morgen des 8. September herrschte im Haus die für Auktionstage übliche, aufgeregte und geschäftige Stimmung. Auf die Mitarbeiter der Kunstwelt wirkte so eine Auktion wie ein Adrenalinschub, der für alle Mühsal des Alltags und die unendlichen Sichtungen von wertlosen Plunder entschädigte. Slade hatte den ehrwürdigen Chefdienstmann Bertram gebeten, schon früh da zu sein und ihn bis ins letzte Detail instruiert. Bertram stand schon über 40 Jahre in Diensten des Hauses Darcy und hatte fünf verschiedene Besitzer kommen und gehen sehen. Als junger Mann war er nach dem Militärdienst in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Er hatte sogar noch die Pensionsfeier des mittlerweile verstorbenen Mr. Darcy miterlebt, des letzten Vertreters der Darcy-Dynastie. Der war noch ein echter Gentleman gewesen und hatte auch noch den jüngsten Dienstmann zu seiner Party eingeladen. Doch solche Männer gab es jetzt nicht mehr. Bertram war der einzige im Haus, der noch immer einen Bowler zur Arbeit trug. In all den Jahren hatte er Gemälde im Wert von Billionen durch die Gänge getragen, ohne jemals eins mit dem Fuß auch nur berührt zu haben. An diesem Tag saß er in seinem winzigen Büro und trank eine Tasse Tee nach der anderen. Sein Auftrag war einfach. In seinem blauen Anzug und mit einer Bieternummer in der Hand würde er im hinteren Teil des Auktionssaals sitzen und nur für ein einziges Werk bieten. Damit er es auf keinen Fall mit irgendeinem anderen Stillleben verwechselte, hatte man ihm die beiden verdreckten Fasane an ihrem Haken gezeigt. Ihm war eingeschärft worden, sich den Titel Jagdbeute gut zu merken. Mr. Slade würde ihn dann laut und deutlich auf dem Podium ankündigen. Um ganz sicher zu gehen, dass alles wie geplant lief, hatte Slade ihn außerdem noch angewiesen, auf sein Gesicht zu achten. Wenn er bieten sollte und aus irgendeinem Grund zögerte, würde Slade ihm mit dem linken Auge zublinzeln. Das Signal für das Artefaktotum die Bieternummer hochzuhalten. Bertram trank noch eine Tasse Tee und leerte dann zum vierten Male seine Blase. Sicher wollte Slade nicht, dass sein Handlanger im entscheidenden Moment auf die Toilette verschwand. Alan Lee Travers hatte eine ansehnliche Auswahl von Bildern zusammengestellt. Die Stars der Show waren zwei Prä-Raffa-Eliten, ein Melaise aus dem Nachlass eines kürzlich verstorbenen Sammlers und ein Holmen Hunt, den man schon seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen hatte. Dann folgten zwei Pferdebilder von John Frederick Herring und ein Segelschiff in stürmischer See von James Carmichael. Die Auktion begann um Punkt 10 Uhr. Es wurde munter geboten und der Saal war so voll, dass einige Besucher sogar an die hintere Wand gelehnt standen. Slade besaß drei Stillleben in Öl, auf denen Wild und Waffen zu sehen waren und er hatte beschlossen, das schottische Gemälde in diese Serie mit aufzunehmen. Das würde niemanden überraschen und die ganze Geschichte wäre in wenigen Minuten vorbei. Als er die Versammelten begrüßte, war er bester Stimmung. Alles lief hervorragend. Hinten im Saal saß Bertram und starrte mit der Bieternummer im Schoß vor sich hin. Noch hatte er das Zauberwort Jagdbeute nicht gehört. Auf dem Podium versprühte Peregrine Slade gute Laune, ja sogar Juvialität, denn die Lose wechselten alle für die Höchsttaxe oder mehr den Verkäufer. Die meisten der Bietenden kannte er vom Sehen, doch es gab ungefähr ein Dutzend Besucher, die ihm unbekannt waren. Manchmal leuchteten im Licht der Scheinwerfer die dicken Gläser der Brille eines Mannes auf, der in einem dunklen Anzug gekleidet in der drittletzten Reihe saß. In einer kurzen Pause, während ein Bild aus dem Saal getragen und das nächste auf die Staffelei gestellt wurde, winkte Slade eine der Assistentinnen im Saal zu sich. Er flüsterte ihr etwas zu. Wer ist der Japaner in der drittletzten Reihe auf der linken Seite? Das Mädchen verschwand. Als das nächste Bild gewechselt wurde, kam sie wieder und drückte ihm einen kleinen Zettel in die Hand. Er nickte ihr dankbar zu und las ihn. »Mr. Yuzuhiro Yamamoto von der Osaka-Galerie in Tokio und Osaka. Er hat eine Bonität über eine Billion Yen vorgewiesen, ausgestellt von der Bank von Tokio.« Slade strahlte. Der Japaner konnte also zwei Millionen Pfund ausgeben. Wunderbar. Er war sich sicher, den Namen Yamamoto schon einmal gehört oder gelesen zu haben. Und das hatte er auch, denn es war der Name des Admirals, der Pearl Harbor bombardierte. Nur konnte Slade nicht ahnen, dass dieser Namensvetter in ähnlicher Mission nach Knightsbridge gekommen war, genauso wenig wie er wusste, dass die Bonität der Bank von Tokio eine von Julie Days Computerkreationen war. Zu Beginn der Auktion bot Mr. Yamamoto mehrmals für Lose mit, blieb aber nie lange genug dabei und gab anderen den Vortritt, bevor ein Gemälde den Zuschlag erhielt. Trotzdem hatte er sich hinter seinen undurchdringlichen Gläsern bereits als Bieter mit ernsthaften Absichten zu erkennen gegeben. Jetzt wurde das erste der vier Stillleben aufgerufen. Die drei im Katalog aufgeführten Bilder stammten allesamt von eher unbedeutenden Künstlern und bekamen für Summen zwischen fünf und zehntausend Pfund den Zuschlag. Als das dritte von ihnen seinen Käufer gefunden hatte, sagte Slade mit verschmitztem Humor, wir haben hier noch ein viertes Stillleben, das nicht in ihren Katalogen verzeichnet ist, weil es uns zu spät eingereicht wurde. Ein charmantes kleines Stück von Callum McPhee, einem Künstler aus den Highlands. Collie Burnside hatte der Versuchung nicht widerstehen können, wenigstens einen Teil seines Vornamens in den Künstlernamen einzubauen. Es war die einzige öffentliche Anerkennung, die ihm für dieses Werk widerfahren sollte. Es trägt den Titel Die Jagdbeute, sagte Slade langsam und deutlich. Was wird mir geboten? Höre ich 1000? Bertram hielt seine Nummer hoch. 1000 aus den hinteren Reihen, höre ich mehr? Eine weitere Nummer schoss hoch. Der Mann musste kurzsichtig sein. Die übrigen bietenden Kunsthändler, Sammler, Agenten und Galeriebesitzer starten das Bild ungläubig an. 2000 Pfund gegen Sie, Sir, sagte Slade und starrte Bertram an. Er ließ sein linkes Augenlied eine Idee sinken. Bertram hielt seine Nummer hoch. 3000 Pfund, sagte Slade. Höre ich? 4000? Im Saal wurde es still. Dann nickte der Japaner. Slade war verwirrt. Er konnte das dichte, schwarze, von grauen Strähnen durchzogener Haar sehen, doch die Mandelaugen verbargen sich hinter den flaschendicken Gläsern der Brille. War das ein Geburt, Sir? Hi, sagte Mr. Yamamoto und nickte erneut. Seine Stimme klang wie die von Toshiro Mifune in Shogun. Wenn Sie so gütig wären, Ihre Bieternummer hochzuhalten, Yamamoto-san, sagte Slade. Er bildete sich etwas darauf ein, auch einen Japaner in seiner Muttersprache anreden zu können. Der Mann aus Tokio erwiderte deutlich, so, und hob seine Karte hoch. 4000 Pfund, sagte Slade. Seine Haltung war nach wie vor perfekt, obwohl er niemals erwartet hätte, dass jemand den gleichmütigen Bertram überbieten würde. Auf das richtige Stichwort hin hielt dieser wieder seine Bieternummer hoch. Die allgemeine Verblüffung im Saal war nichts im Vergleich zu den Gefühlen von Alan Lee Travers, der an der Wand im hinteren Saalende lehnte. Er hatte die Jagdbeute noch nie gesehen und auch nichts über sie gehört. Andernfalls hätte sie schon am nächsten Tag die Heimreise nach Suffolk angetreten. Warum hatte Slade ihm gegenüber nicht erwähnt, dass er lange nach Redaktionsschluss des Katalogs noch ein weiteres Los in die Auktion aufnehmen wollte? Und wer war dieser McPhee? Er hatte noch nie von ihm gehört. Vielleicht war es ja der Ahne von irgendeinem Jagdkameraden Slades. Wer auch immer, sie waren jetzt bereits bei 5000 Pfund. Aber warum, wusste nur Gott allein. 5000 waren ein anständiger Preis und für diese Schmiererei ein wahres Wunder. Immerhin würde die Kommission dafür sorgen, dass den Abteilungsleitern in nächster Zeit der Bordeaux nicht ausging. Nach 30 weiteren Minuten aber war es um den Gleichmut von Alan Lee Travers geschehen. Der japanische Galeriebesitzer, von dem er nur den Rücken und den Hinterkopf sah, hörte nicht auf zu nicken und Hi zu sagen. Und irgendwo außerhalb seiner Sichtweite saß hinter einer Säule jemand, der den Preis ebenfalls in die Höhe trieb. Was zum Teufel ging hier vor? Bei dem Bild handelte es sich eindeutig um eine völlig talentlose, grauenvolle Schmiererei. Das konnte doch jeder sehen. Im Saal war es jetzt totenstill geworden. Der Preis hatte die 50.000 Pfundmarke überschritten. Langsam schob sich Lee Travers an der hinteren Wand entlang, bis er an die Säule kam und um sie herumschauen konnte. Beinahe wäre ihm das Herz stehen geblieben. Der mysteriöse Bieter war Bertram. Das konnte nur bedeuten, dass Slade für das Haus kaufte. Mit aschfahlem Gesicht gelang es Lee Travers, Augenkontakt mit Slade aufzunehmen. Slade grinste ihn an und klimperte ihm wieder kokett zu. Das reichte. Jetzt wusste er, dass der stellvertretende Vorsitzende verrückt geworden war. Lee Travers eilte aus dem Saal und an den Tisch vor der Tür, wo die Mädchen mit den Bieternummern saßen, schnappte sich ein Telefon und rief den Vorstand an. Von der Vorzimmerdame Phyllis ließ er sich als dringenden Notfall durchstellen. Als er wieder zurück im Auktionssaal war, hatten die Bietenden 100.000 Pfund überschritten. Mr. Yamamoto zeigte jedoch noch keine Müdigkeitserscheinungen. Slade ging jetzt in Schritten von 10.000 Pfund weiter und war nicht mehr ganz so gelassen. Nur er allein wusste, dass sich hinter den beiden Fasanen Millionen von Pfund verbargen. Was sollten also diese Gebote des Japaners? Ob er etwas wusste? Das war unmöglich. Schließlich kam das Bild direkt aus Burry St. Edmunds. Oder hatte Professor Carpenter irgendwo im fernen Osten geplaudert? Genauso unmöglich. Vielleicht gefiel Yamamoto das Bild einfach. Ob er so wenig Geschmack hatte und glaubte, die reichen und mächtigen Tokios und Osakas würden ihm in seiner Galerie die Türen einrennen, um diesen Schinken zu kaufen? Etwas war schiefgelaufen. Aber was? Er musste die Gebote des Japaners annehmen. Schließlich befanden sie sich in einem Auktionssaal, aber ihm blieb nichts anderes übrig, als auch Bertram weitermachen zu lassen. Er wollte das Bild nicht an Japan verlieren. Den restlichen Auktionsbesuchern war längst aufgefallen, dass hier etwas äußerst eigenartiges vor sich ging. Noch nie hatten sie Vergleichbares erlebt. Auf der Staffelei stand eine scheußliche Schmiererei, wie man sie normalerweise auf Flohmärkten fand, und zwei Bieter trieben den Preis in astronomische Höhlen. Der eine war ein komischer alter Kauz mit Walrossschneuzer, der andere ein unnachgiebiger Samurai. Insiderinformation war das erste, das jedem der Zuschauer dazu einfiel. Sie alle wussten, dass in der Kunstwelt harte Sitten herrschten. Es wurden Tricks angewendet, mit denen verglichen ein korsischer Messerstecher wie ein Vikar wirkte. Alle alten Hasen im Saal erinnerten sich an die wahre Geschichte von den beiden Händlern, die eine armselige Versteigerung in einem heruntergekommenen alten Gutshaus besuchten. In einem Treppenhaus entdeckten sie ein Stillleben, auf dem ein toter Hase zu sehen war. Es war noch nicht einmal in die Versteigerung aufgenommen worden. Der tote Hase erwies sich später als das letzte noch verzeichnete Werk von Rembrandt. Doch sicherlich hatte der gute alte Harmensson nicht halbgelähmt auf dem toten Bett noch diese fürchterlichen Fasane verbrochen. Unmöglich. Und so schauten und schauten sie, suchten nach den Spuren des verborgenen Talents, fanden aber nichts. Die Versteigerung ging weiter. Bei 200.000 Pfund gab es im Haupteingang eine Störung. Die Leute machten Platz, um die imposante Gestalt des Herzogs von Gateshead vorbeizulassen. Wie ein Kondor, der es auf ein Stück Lebendbeute abgesehen hatte, lauerte er an der Hinterwand, jederzeit bereit, sich auf sein Opfer zu stürzen. Bei 240.000 Pfund begann Slade Selbstkontrolle zu bröckeln. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn und spiegelten das grelle Licht. Seine Stimme war um mehrere Oktaven gestiegen. Ein Teil von ihm schrie danach, dieser Farce ein Ende zu bereiten, doch er konnte nicht. Sein sorgfältig geschriebenes Drehbuch war völlig außer Kontrolle geraten. Bei einer Viertelmillion begann das Zucken an seinem linken Auge schlimmer zu werden. Bertram, am anderen Ende des Saals, registrierte dieses unaufhörliche Zwinkern und hörte nicht auf zu bieten. Mittlerweile wollte auch Slade aussteigen, doch Bertram befolgte treu seiner Anweisungen. Ein Zwinkern, ein Gebot. »Gegen Sie, Sir!«, kreischte er die dicke Brille aus Tokio an. Eine lange Pause trat ein. Slade betete, dass der Albtraum endlich ein Ende haben möge. Da sagte Mr. Yamamoto klar und deutlich »Ei!« Slades linkes Auge flackerte jetzt wie das Blinklicht eines Rettungswagens, sodass Bertram erneut seine Bieternummer hochhielt. Bei 300.000 flüsterte ein aufgebrachter Lee Travis dem Herzog etwas ins Ohr und der Condor begann sich die Wand entlang auf seinen untergebenen Bertram zuzuschieben. Im Saal war es totenstill und alle Augen ruhten auf dem Japaner. Der erhob sich plötzlich, warf seine Bieternummer auf den Stuhl, verbeugte sich förmlich vor Peregrine Slade und ging zur Tür. Die Menge im Saal teilte sich wie das Rote Meer für Moses. »Zum Ersten«, sagte Slade mit zitternder Stimme, »Zum Zweiten«. Sein Hammer klopfte aufs Holz und im Saal brach die Hölle los. Wie immer, wenn eine unerträgliche Spannung sich auflöst, wollte jeder etwas zu seinem Nachbarn sagen. Slade gewann seine Fassung zurück, wischte sich die Stirn ab und übergab den Rest der Auktion an Lee Travis. Dann stieg er vom Podium. Bertram, der endlich von seiner Pflicht befreit war, braute sich in seinem winzigen Büro einen Tee. Der Herzog neigte den Kopf zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden und zischte ihm etwas ins Ohr. »In meinem Büro, in fünf Minuten bitte.« »Peregrine«, hob er an, als sie dort alleine waren. Nicht mehr Perry oder altes Haus. Selbst der Anschein von Liebenswürdigkeit war verschwunden. »Darf ich mir die Frage erlauben, was zum Teufel Sie da unten gemacht haben?« »Eine Auktion geleitet.« »Halten Sie mich nicht zum Narren, Sir. Ich will wissen, was es mit diesem scheußlichen Bild mit den zwei Fasanen auf sich hatte. Das war doch völlig wertlos.« »Auf den ersten Blick.« »Sie haben es gekauft.« »Für das Haus.« »Warum?« Aus seiner Brusttasche zog Slade einen zweiseitigen Brief und den Bericht von Professor Carpenter aus dem Colbert. »Ich hoffe, dies hier erklärt alles. Ich hätte gewiss nicht mehr als 5000 Pfund zahlen müssen, wenn dieser Japaner nicht gewesen wäre.« Der Herzog von Gateshead las den Brief sorgfältig im Sonnenlicht, das durchs Fenster fiel, und sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Seine Ahnen hatten auf ihrem Weg zur Macht und Einfluss gemordet und geplündert, und wie bei Benny Evans setzten sich die alten Gene immer wieder durch.« »Das sieht doch schon anders aus, altes Haus.« »Vollkommen anders.« »Wer weiß noch davon?« »Niemand. Der Bericht ist letzten Monat bei mir zu Hause eingetroffen, und ich habe keiner Menschenseele davon erzählt. Also nur Stephen Carpenter, jetzt sie und ich. Das sind alle. Je weniger, je besser, habe ich gedacht.« »Und der Besitzer?« »Irgendein dummer Schotte. Um uns abzusichern, habe ich ihm 50.000 Pfund angeboten. Doch der Narr hat abgelehnt. Ich habe eine Kopie meines Briefs und einen Mitschnitt seines Anrufs, in dem er mein Angebot ablehnte. Natürlich wünsche ich mir jetzt, er hätte es angenommen. Doch mit diesem verrückten Japaner heute Morgen konnte ich wirklich nicht rechnen. Der hätte uns das Bild beinahe abgenommen.« Der Herzog dachte einen Moment lang nach. Eine Fliege summte am Fenster Sims, und in der Stille klang sie laut wie eine Kettensäge. »Chimabue,« murmelte er. »Etuchio.« »Meine Güte. So etwas hatten wir schon seit Jahren nicht mehr im Haus. Sieben, acht Millionen. Sehen Sie zu, dass Sie sofort alles mit dem Besitzer regeln. Sie haben ein Einverständnis. Wen wollen Sie mit der Restauration beauftragen? Das Colbert?« »Das Colbert ist ein sehr großes Institut, mit vielen Angestellten. Die Leute werden zu reden beginnen. Ich würde mich lieber an Edward Hargreaves wenden. Er gehört zu den besten Restauratoren der Welt, arbeitet allein und ist verschwiegen wie ein Grab.« »Gute Idee. Legen Sie los und geben Sie mir Bescheid, sobald die Restauration abgeschlossen ist.« Edward Hargreaves arbeitete tatsächlich allein. Er war ein wortkarger Eigenbrötler mit einem Privatstudio in Hammersmith. In der Restauration von beschädigten oder übermalten alten Meistern jedoch konnte ihm niemand das Wasser reichen. Er las den Bericht von Carpenter und hätte gern mit dem Professor Kontakt aufgenommen, um sich mit ihm zu besprechen. Doch er musste damit rechnen, dass der Chefrestaurator des Colbert tief beleidigt reagieren würde, wenn er erfuhr, dass jemand anderes den faszinierenden Auftrag bekommen hatte. Das war nur menschlich. Hargreaves beschloss also, die Sache für sich zu behalten. Doch er kannte das Briefpapier des Colbert und die Unterschrift des Professors und konnte dessen Bericht als Basis für seine eigenen Untersuchungen verwenden. Als der stellvertretende Vorstand des Hauses Darcy das schottische Stillleben persönlich bei ihm ablieferte, sagte er ihm, er werde in zwei Wochen fertig sein. Er stellte das Bild auf eine Staffelei am Nordfenster und starrte es zwei Tage lang einfach an. Die dicke viktorianische Ölschicht würde er mit äußerster Sorgfalt abtragen müssen, um das Meisterwerk darunter nicht zu beschädigen. Am dritten Tag machte er sich an die Arbeit. Zwei Wochen später nahm Peregrine Slate seinen Anruf entgegen. »Und, mein lieber Edwards?« »Ich bin fertig. Das Bild unter dem Stillleben ist jetzt ganz freigelegt.« »Und die Farben?« »Sind sie so frisch wie an dem Tag, als das Bild gemalt wurde?« »Zweifelsohne«, sagte die Stimme am Telefon. »Ich schicke Ihnen einen Wagen.« »Vielleicht sollte ich Ihnen das Gemälde lieber persönlich bringen,« sagte Hargreaves vorsichtig. »Wunderbar«, strahlte Slate. »Mein Bentley steht in einer halben Stunde vor ihrer Tür.« Er rief den Herzog von Gateshead an. »Hervorragende Arbeit«, sagte dieser. »Lassen Sie uns die Wiederentdeckung feiern. In meinem Büro um zwölf Uhr.« Um fünf vor zwölf stellte ein Dienstmann eine Staffelei im Büro des Vorstands auf und ging wieder. Um Punkt zwölf betrat Edward Hargreaves in Begleitung von Peregrine Slate das Zimmer. Er trug ein in ein weiches Tuch gehörtes Tempera auf Holzgemälde unter dem Arm und stellte es auf die Staffelei. Der Herzog hatte eine Flasche Domperillon geöffnet und bot jedem Gast ein Glas an. Slate nahm es an, Hargreaves lehnte ab. »Nun«, strahlte der Herzog. »Was haben wir hier? Einen Duccio?« »Diesmal nicht.« »Überraschen Sie mich«, sagte Slate. »Einen Chimabue?« »Nicht ganz.« »Ich kann es nicht mehr erwarten«, drängte der Herzog. »Also los, lüften Sie das Tuch.« Hargreaves gehorchte. Das Gemälde entsprach tatsächlich den Beschreibungen des Briefs aus dem Colbert. Es war wunderschön und ganz im Stil der italienischen Frührenaissance ausgeführt. Den Hintergrund stellte eine mittelalterliche Landschaft dar. Sanft geschwungene Hügel und in der Ferne ein alter Glockenturm. Im Vordergrund des Bildes befand sich das einzige Lebewesen. Ein Esel. Ein typisch biblischer Esel, der den Betrachter dumpf anstarrte. Sein langes Organ hing schlaff fast bis zum Boden, als wäre vor nicht allzu langer Zeit kräftig daran gezogen worden. In der Bildmitte war tatsächlich ein Tal zu sehen, durch das eine Wagenspur verlief. Auf dieser Spur fuhr ein Fahrzeug aus dem Tal heraus. Es war ein kleiner, aber deutlich zu erkennender Mercedes-Benz. Hargreaves fixierte einen imaginären Punkt in der Ferne. Slate glaubte, auf der Stelle von einem tödlichen Herzanfall dahingerafft zu werden. Dann hoffte er es. Dann befürchtete er, dieser Fall könne nicht eintreten. Im Inneren des Herzogs von Gateshead kämpften fünf Jahrhunderte vornehmer Herkunft und Erziehung um Kontrolle. Die gute Erziehung trug schließlich den Sieg davon und er stolzierte, ohne ein Wort zu verlieren, aus dem Zimmer. Eine Stunde später verließ der ehrenwerte Peregrine Slate das Gebäude. Es sollte sich um eine dauerhafte Abwesenheit handeln. Epilog In den letzten Septemberwochen überstürzten sich die Ereignisse. Nachdem man täglich telefonisch bei ihm angefragt hatte, bestätigte der Zeitschriftenhändler in Sudbury, dass für Mr. McPhee ein zweiter Brief mit dem Stempel des Auktionshauses eingetroffen war. Als rotbärtiger Schotte verkleidet, fuhr Trumpy mit dem Zug nach Sudbury, um auch diesen Brief abzuholen. Der Umschlag enthielt einen Scheck aus dem Hause Darcy, über 265.000 Pfund. Mithilfe einiger wunderschön gestalteter E-Dokumente von Julie eröffnete Trumpy bei der Barclays Bank in St. Peter Port auf der Kanalinsel Guernsey ein Konto. Es war einer der letzten steuerfreien Häfen Großbritanniens. Nachdem er den Scheck eingereicht hatte und die Summe seinem Konto gut geschrieben war, flog er selbst auf die Insel und eröffnete bei der Royal Bank von Kanada, die sich nur ein paar Schritte die Straße entlang befand, ein weiteres Konto auf den Namen Trumpington Gore. Dann ging er zur Barclays Bank und überwies die Summe vom Konto des Mr. Hamish McPhee auf das Konto von Mr. Gore in derselben Straße. Auch wenn der leitende Angestellte bei Barclays sich ein wenig wunderte, wie schnell das Konto eröffnet und wieder gekündigt wurde, machte er keine Schwierigkeiten. Bei den Kanadiern, die sich um politische Steuergesetze herzlich wenig scherten, ließ Trumpy sich zwei Bankschecks ausstellen. Den einen über die Summe von 13.250 Pfund auf den Namen Colley Burnside, der seinen Lebensabend zufrieden in einem Meer aus gutem Bordeaux treibend verbringen würde. Für sich selbst hob Trumpy 1750 Pfund Bargeld als Taschengeld ab. Der zweite Scheck über die Summe von 150.000 Pfund war für Benny Evans und Julie Day. Die restlichen 100.000 Pfund legte die hilfsbereiten Kanadier gern so an, dass die Zinsen ihm für den Rest seines Lebens eine monatliche Rente von ungefähr 1.000 Pfund einbrachten. Benny und Julie heirateten und zogen in Bennys Heimat Lancashire, wo er eine kleine Kunstgalerie eröffnete und sie als freischaffende Programmiererin arbeitete. Nach einem Jahr war ihr peroxydgebleichtes Haar ausgewachsen und das Metall aus ihrem Gesicht verschwunden. Dafür war sie die stolze Mutter von Zwillingsjungen. Als Trumpy von den Kanalinseln zurück nach Hause kam, fand er einen Brief der Produktionsfirma ION vor. Darin hieß es, Pierce Brosnan, mit dem zusammen er in einer winzigen Rolle in Golden Eye vor der Kamera gestanden hatte, habe den Wunsch geäußert, man solle ihm im nächsten Bonn-Film eine größere Rolle geben. Irgendjemand spielte Charlie Dawson ein paar Informationen zu und zusammen mit dem amüsierten Professor Carpenter weckte er den Kunstskandal des Jahrzehnts auf. Die Polizei suchte immer noch nach Hamish McPhee und Mr. Yamamoto, doch bei Scotland Yard machte man sich wenig Hoffnungen. Miss Marina verkaufte ihre Memoiren an die News of the World, woraufhin Lady Eleanor sofort eine längere Unterredung mit Fiona Shackleton hatte, Londons bester Scheidungsanwältin. Man einigte sich auf eine Abfindung, die es dem ehrenwerten Pegrein erlaubte, seine Manschettenknöpfe zu behalten. Er verließ London und das letzte, was man von ihm hörte, war, dass er eine Bar in Antigua betrieb. Der Herzog von Gateshead muss sich auch heute noch seine Drinks bei White's selbst kaufen. Der Veteran Erster Tag Dienstag Der Besitzer des kleinen Lebensmittelgeschäfts hatte alles gesehen. Zumindest behauptete er das. Er war im Laden gewesen in der Nähe des vorderen Schaufensters, wo er die ausgestellten Waren neu arrangierte. Als er von seiner Arbeit hochblickte, war ihm der Mann auf der anderen Straßenseite aufgefallen. Es war nichts Besonderes an ihm und der Ladenbesitzer hätte gleich wieder weggeschaut, wäre da nicht das Hinken gewesen. Später würde er aussagen, dass sonst niemand auf der Straße gewesen sei. Es war ein heißer Tag und die Luft unter der dünnen grauen Wolkenschicht war drückend und schwül. Der absurderweise so benannte Paradise Way lag trostlos und schäbig wie immer da. Eine Einkaufsstraße inmitten einer heruntergekommenen und von Kriminalität verwüsteten Wohnsiedlung, wie sie mit ihren Wandschmierereien für die Gegend zwischen Leighton, Edmonton, Dorsten und Tottenham typisch sind. Als die Anlage vor 30 Jahren mit einem öffentlichen Festakt eingeweiht wurde, hatte man Medaudine Grove, das Wiesentalwäldchen, als neue preiswerte Form sozialen Wohnungsbaus für die Arbeiterschicht gepriesen. Der Name allein hätte den Schwindel verraten müssen. Medaudine Grove war weder Wiese noch Tal und Wälder gab es hier schon seit dem Mittelalter nicht mehr. Die Realität war ein grauer Betongulag, gebaut von einem Stadtrat, über dessen Rathaus einmal die rote Flagge des Weltkommunismus wehte. Die Architekten, die Medaudine Grove geplant hatten, lebten selbst in von Geisblatt umrangten Landhäusern außerhalb der Stadt. Mit Medaudine Grove war es schneller bergab gegangen als mit der Tour de France in den Pyrenäen. Im Jahr 1996 bot das Labyrinth der Straßen unter Führungen und Wege zwischen den düsteren Wohnblöcken einen traurigen Anblick. Alles starrte vor Schmutz und stank nach Urin. Nur in der Nacht, wenn die Jugendlichen, allesamt arbeitslos oder nicht vermittelbar, in Klicken herumhingen und sich bei den Drogenhändlern ihren Stoff besorgten, erwachte die Gegend zum Leben. Die pensionierten Arbeiter, die ihren Ruf verzweifelt verteidigten und sich noch immer an die alten Werte klammerten, den beruhigenden Sicherheiten ihrer Jugend, lebten aus Angst vor dem Pack in den Straßen hinter verbarrikadierten Türen. Zwischen den sieben Stockwerke hohen Häuserblocks, von denen offene Gänge mit verschmierten Treppenhäusern an beiden Enden zu den Wohnungstüren führten, waren noch einzelne Flecken eines ehemals grünen Rasens zu sehen. Die inneren Straßen des Viertels, in denen ein paar ausgeschlachtete Schrottautos vor sich hinrosteten, liefen in kleinen Freizeitanlagen zusammen oder zweigten zum Paradise Way ab. In der Haupteinkaufsstraße hatte es einmal eine Reihe florierender Einzelhandelsgeschäfte gegeben, doch die meisten Ladenbesitzer hatten den ständigen Kampf gegen Ladendiebstahl, mutwillige Zerstörung, eingeschlagene Fensterscheiben und rassistische Parolen längst aufgegeben. Über die Hälfte der Läden war jetzt mit Sperrholzplatten vernagelt und die wenigen, in denen man nach wie vor einkaufen konnte, versuchten sich durch Stacheldrahtwelle zu schützen. Mr. Vijay Patel gehörte mit seinem Laden an der Straßenecke zu denen, die die Stellung gehalten hatten. Als zehnjähriger Junge war er mit seinen Eltern vor den Gräueltaten Idi Amins aus Uganda geflüchtet. Großbritannien hatte seine Familie aufgenommen. Er war dankbar dafür und liebte sein Adoptionsland auch heute noch. Alles in allem war Vijay Patel ein rechtschaffender, guter Bürger, der dem kontinuierlichen Niedergang der Werte in den 90ern mit Unverständnis gegenüberstand. Im von der Polizei als Nord-Ost-Quadrant bezeichneten Teil Londons gibt es Gegenden, die ein Fremder besser meiden sollte. Der hinkende Mann war ein Fremder. Er hatte sich noch keine 15 Meter von dem Eckgeschäft entfernt, als zwei Männer aus einem asphaltierten Weg traten, der zwischen zwei verbarrikadierten Läden auf die Straße mündete. Sie versperrten dem Fremden den Weg. Mr. Patel sah wie gelähmt zu. Es waren recht unterschiedliche Typen, doch beide wirkten bedrohlich. Mr. Patel kannte diese Sorte nur zu gut. Einer von ihnen war ein bulliger Kerl mit rasiertem Schädel und Schweinsgesicht. Selbst aus 30 Metern Entfernung konnte Patel den Ring erkennen, der in seinem linken Ohrläppchen aufblitzte. Der Mann trug ausgebeulte Jeans und ein schmutziges T-Shirt. Ein Bierbauch schob sich über den schweren Ledergürtel. Breitbeinig baute er sich vor dem Fremden auf, der keine andere Wahl hatte, als stehen zu bleiben. Der zweite Mann war schmächtiger und trug ausgebleichte Armeehosen und eine graue Windjacke mit Reißverschluss. Das strähnige, fettige Haar hing ihm bis über die Ohren. Er stellte sich hinter das Opfer und wartete. Der Bullige hob die rechte Faust und hielt sie dem Mann unter die Nase. Mr. Patel sah Metall aufblitzen. Verstehen konnte er zwar nichts, doch er sah, wie sich der Mund des Bulligen bewegte, als er etwas zu dem Fremden sagte. Das Opfer hätte einfach nur seine Brieftasche, die Armbanduhr und was er sonst an Wertsachen bei sich trug, abliefern müssen. Mit etwas Glück hätten die beiden Straßenräuber ihre Beute an sich gerissen und wären schnell verschwunden. Das Opfer hätte den Überfall unversehrt überlebt. Was der Mann stattdessen tat, war vermutlich dumm. Die Angreifer waren in der Mehrzahl und stärker als er. Seinem grauen Haar nachzuurteilen war er jenseits der 50 und mit seinem Hinken auch nicht besonders beweglich. Doch er kämpfte. Mr. Patel sah, wie die rechte Faust des Fremden mit überraschender Geschwindigkeit hochfuhr. Er schien sich leicht in der Hüfte zu drehen, um dem Schlag durch die veränderte Position seiner Schultern noch mehr Kraft zu verleihen. Den Bulligen traf er voll auf die Nase. Die bislang geräuschlose Pantomime wurde von einem Schmerzensschrei unterbrochen, den Mr. Patel sogar hinter den Scheiben seines Spiegelglasfensters hören konnte. Der Bullige taumelte zurück und schlug sich beide Hände vors Gesicht. Mr. Patel sah Blut durch seine Finger rinnen. Als er später seine Aussage machte, musste der Ladenbesitzer sich kurz unterbrechen, um sich genau an die Abfolge der weiteren Ereignisse erinnern zu können. Der Mann mit dem strähnigen Haar schlug dem älteren Mann von hinten brutal in die Nieren und trat ihm dann in die Kniekehle seines gesunden Beins. Das reichte. Das Opfer ging zu Boden. Die gängige Schuhmode in Meadow Dean Grove waren entweder Turnschuhe zum Rennen oder schwere Stiefel zum Treten. Diese beiden Männer trugen Stiefel. Der Fremde hatte sich auf dem Boden wie ein Embryo zusammengerollt, um seine Organe zu schützen, doch sie traten mit vier Stiefeln auf ihn ein. Der Bullige, der sich noch immer die Nase hielt, nahm sich den Kopf vor. Später schätzte der Ladenbesitzer, dass sie ungefähr 20 Dritte gebraucht hatten, vielleicht auch mehr, bis das Opfer aufhörte, sich zu reden. Der Strähnige beugte sich über den Mann und langte in die Innentasche seiner Jacke. Mr. Patel sah die Hand mit einer Brieftasche zwischen Zeigefinger und Daumen wieder auftauchen. Dann drehten sich beide Männer um und rannten zurück auf den asphaltierten Weg, um im Labyrinth der Gassen zu verschwinden. Vorher zog der Bullige jedoch noch sein T-Shirt aus der Jeans, um es sich auf die noch immer blutende Nase zu drücken. Der Ladenbesitzer schaute den beiden hinterher, bis nichts mehr von ihnen zu sehen war und lief dann hastig zur Verkaufstheke, wo sein Telefon stand. Er wählte die 999 und nannte der Vermittlung, die darauf bestand, weil sie andernfalls keine Notfälle aufnehmen könne, seinen Namen und seine Adresse. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, forderte Mr. Patel die Polizei und einen Krankenwagen an. Dann trat er wieder ans Ladenfenster. Der Mann lag noch immer wie leblos auf dem Gehsteig. Niemand kümmerte sich um ihn. Dies war eine Gegend, in der die Leute am liebsten in Ruhe gelassen werden wollten. Mr. Patel wäre über die Straße gelaufen, um dem Mann beizustehen, aber er hatte keine Ahnung von erster Hilfe und befürchtete, mit einer falschen Bewegung einen Fehler zu machen. Außerdem hatte er Angst um sein Geschäft und vor den Straßenräubern, die vielleicht noch einmal zurückkamen. Also blieb er, wo er war. Der Streifenwagen traf als erstes ein. Weniger als vier Minuten waren vergangen. Die beiden Streifenpolizisten hatten mit ihrem Wagen nur eine halbe Meile entfernt in der Upper High Road gestanden, als sie den Funkruf hörten. Beide kannten die Wohnsiedlung und den Paradise Way, wo sie bei den Rassenunruhen im Frühjahr im Einsatz gewesen waren. Als der Wagen mit quietschenden Reifen zum Stehen kam und die Sirene ausging, sprang ein Police Constable heraus und rannte zu der Gestalt am Boden. Der andere Polizist blieb hinter dem Lenkrad sitzen und vergewisserte sich über Funk, dass ein Rettungswagen unterwegs war. Mr. Patel beobachtete, wie beide Beamten über die Straße zu seinem Laden blickten. Wahrscheinlich überlegten sie, woher der Notruf gekommen war. Doch keiner von beiden tauchte im Laden auf. Das hatte Zeit. Als der Rettungswagen mit Blaulicht und Sirenengeheul um die Ecke bog, wandten die Beamten den Blick von seinem Laden ab. Auf beiden Seiten des Paradise Way hatten sich ein paar Gaffer eingefunden, die sich aber bewusst auf Distanz hielten. Später würde die Polizei versuchen, sie als Zeugen zu verhören. Reine Zeitverschwendung, denn in Meadow Dean Grove gaffte man zum Vergnügen, aber man half den Bullen nicht. Die beiden Sanitäter waren tüchtige, erfahrene Männer, die sich wie die Polizisten an ihrer Routine hielten. Sieht nach einem Raubüberfall mit Körperverletzung aus, bemerkte der Constable, der neben dem Opfer kniete. Wahrscheinlich hat es ihn schlimm erwischt. Die Sanitäter nickten und machten sich an die Arbeit. Da es keine Blutungen zu stillen gab, musste als erstes der Nacken stabilisiert werden. Wenn bei einem Unfallopfer oder einem Menschen mit Schädeltrauma auch die Halswirbelsäule verletzt ist, kann ein einziger falscher Handgriff fatale Folgen haben. Die beiden Männer legten dem Opfer mit schnellen, geübten Griffen eine Manschette an, um den Kopf daran zu hindern, zur Seite zu rollen. Als nächstes galt es, dem Mann auf eine Vakuummatratze zu legen, um auch dem Rücken halt zu geben. Das geschah noch direkt an der Unfallstelle. Erst dann hoben die Sanitäter das Opfer auf eine Trage und schoben sie in den Rettungswagen. Sie waren schnell und effizient gewesen. Fünf Minuten, nachdem sie am Straßenrand angehalten hatten, waren sie schon wieder aufbruchbereit. Ich muss mitfahren, sagte der Constable auf dem Gehweg. Er könnte eine Aussage machen. Leute mit Erfahrung in Rettungseinsätzen wissen meist ziemlich genau, wer was wann und warum zu tun hat. Das spart Zeit. Der Sanitäter nickte. Für den Rettungswagen war er verantwortlich, doch auch die Polizei musste ihre Arbeit tun. Aber die Chancen, dass der Verletzte auch nur ein Wort sagen würde, waren gleich null, weshalb er nur murmelte. Aber stehen Sie nicht im Weg rum, wir haben hier einen Schwerstverletzten. Der Constable kletterte in den Wagen und setzte sich ganz nach vorn an die Wand zum Fahrerabteil. Der Fahrer knallte die Türen zu und rannte auf seine Autoseite, während sein Kollege sich über den Mann auf der Trage beugte. Zwei Sekunden später raste der Rettungswagen an den gaffenden Zuschauern vorbei, den Paradise Way entlang und bog in den verstopften Highway, wo er sich mit durchdringenden Sirenengeheul einen Weg bahnte. Der Constable hielt sich fest und sah dem Sanitäter bei der Arbeit zu. Atemwege. Als erstes immer für freie Atemwege sorgen. Ein Blut- oder Schleimpfropfen in der Luftröhre kann einen Patienten genauso schnell töten wie eine Kugel. Mit der Saugpumpe brachte der Sanitäter eine kleine Menge Schleim hervor, wie sie für einen Raucher typisch war, aber kaum Blut. Die Atemwege waren jetzt frei und der Mann atmete flach, aber ausreichend. Sicherheitshalber klemmte der Sanitäter aber eine Sauerstoffmaske über das angeschwollene Gesicht. Das schnelle Anschwellen des Gesichts machte ihm Sorgen. Er kannte dieses Anzeichen nur zu gut. Der Puls war regelmäßig, aber zu schnell, was ebenfalls auf eine Gehirnverletzung deutete. Die Glasgower Coma-Skala misst die menschliche Gehirntätigkeit auf einer Skala von 1 bis 15. Bei einem völlig wachen, aufmerksamen Menschen ist der Wert 15 zu 15. Der Sanitäter machte einen Test, dessen Ergebnis 11 zu 15 war. Tendenz fallend. Die Zahl 3 bedeutet tiefes Koma, alles darunter den Tod. Ins Royal London, schrie er über die heulende Sirene hinweg, wir haben einen neurochirurgischen Notfall. Der Fahrer nickte, schoss bei Rot über eine größere Kreuzung, während Autos und LKWs zur Seite wichen und schlug dann die Richtung nach Whitechapel ein. Das Royal London Hospital in der Whitechapel Road verfügte über eine fortschrittliche neurochirurgische Abteilung, die im nächstgelegenen Krankenhaus nicht vorhanden war. Wenn aber eine Neurochirurgie gebraucht wurde, war es die paar Extraminuten Fahrt wert. Der Fahrer sprach mit der Einsatzzentrale und gab seine genaue Position in South Tottenham durch. Er nannte ihre voraussichtliche Ankunftszeit und bat darum, dass sich ein vollständiges Unfall-Notaufnahmeteam bereit hielt. Der Sanitäter hinten im Wagen hatte recht. Eines der möglichen Anzeichen eines schweren Schädeltraumas, insbesondere nach so einem Angriff, war das schnelle Anschwellen der weichen Gewebeteile des Gesichts und des Kopfes zu einer grotesk aufgeblähten Maske. Das Gesicht des Mannes hatte schon auf der Straße zu schwellen begonnen und als der Rettungswagen vor der Rampe der Notaufnahme des Royal hielt, war es bereits groß wie ein Fußball. Die Türen krachten auf und die Tage wurde dem Notfallteam übergeben. Es bestand aus dem das Ganze leitenden Facharzt Karl Bateman und drei weiteren Ärzten, einem Anästhesisten und zwei Assistenzärzten. Außerdem waren drei Krankenschwestern anwesend. Sie übernahmen die Trage, hoben den Patienten, der noch immer auf der Vakuummatratze lag, auf einen ihrer Wägen und rollten ihn fort. Ich brauche meine Matratze, rief ihnen der Sanitäter nach, doch niemand hörte ihn. Er würde sie am nächsten Tag abholen müssen. Der Polizist kletterte aus dem Wagen. Wo muss ich hin? fragte er. Da rein, erwiderte der Sanitäter. Aber stehen Sie nicht im Weg rum. Der Constable nickte gehorsam und trottete durch die Schwingtüren. Er hoffte noch immer auf eine Aussage, doch die einzige, die ihm etwas sagte, war eine Oberschwester. Setzen Sie sich hier hin, fuhr sie ihn an und stehen Sie nicht im Weg rum. Eine halbe Stunde später herrschte im Paradise Way hektische Geschäftigkeit. Ein uniformierter Inspektor vom Polizeirevier Dover Street, das in dieser Gegend nur kurz der Dover Knast hieß, hatte sich an die Arbeit gemacht. Der Tatort war in beiden Straßenrichtungen mit gestreiftem Plastikband abgeriegelt worden. Ein Dutzend Polizeibeamte durchkämmten die Gegend. Sie konzentrierten sich auf die Läden an der Straße und die sechs Stockwerke Wohnungen darüber. Besonders interessant waren für sie die auf der dem Tatort gegenüberliegenden Straßenseite. Jeder, der aus dem Fenster nach unten schaute, hätte alles sehen müssen. Es war eine mühselige Arbeit. Die Reaktionen reichten von ehrlich gemeinten Entschuldigungen über unwilliges Schweigen bis hin zu offenen Beschimpfungen. Die Beamten mussten weiter Klinken putzen. Der Inspektor hatte sofort nach einem gleichrangigen Kollegen vom CID, dem Criminal Investigation Department, verlangt. Dies war eindeutig Arbeit für einen Detective. Im Dover Knast saß Detective Inspector Jack Burns gerade vor einem halb ausgetrunkenen, ehrlich verdienten Becher Tee in der Kantine, als er zu Detective Superintendent Alan Parfitt gerufen wurde. Er sollte den Raubüberfall im Paradise Way übernehmen. Burns protestierte. Er habe es gerade mit einer Serie von Autodiebstählen zu tun und müsse am nächsten Morgen in einem Fall von Unfallflucht vor Gericht aussagen. Es nutzte nichts. Personalmangel. August. Verdammter August, knurrte er im Gehen. Burns und sein Kollege Detective Sergeant Luke Skinner trafen fast zeitgleich mit dem Polsa-Team am Tatort ein. Die Arbeit der Polsa, der polizeilichen Spurensicherung, ist alles andere als angenehm. In strapazierfähigen Overalls und Schutzhandschuhen müssen sie das Umfeld eines Tatorts auf Spuren und mögliche Beweismittel untersuchen, wobei nicht immer auf den ersten Blick klar ist, was sie später als Beweismittel herausstellen könnte. Deshalb lautet die Devise der Spurensicherung, sammeln, einsacken und später genauer untersuchen. Außerdem kann es bei der Polsa ziemlich schmutzig zugehen, da die Spurensicherer manchmal auf allen Vieren durch eher unangenehmes Terrain kriechen müssen. Und die Wohnsiedlung Medaudine Grove war eher unangenehmes Terrain. Wir haben eine fehlende Brieftasche, Jack, informierte ihn der uniformierte Inspektor, der bereits mit Mr. Patel gesprochen hatte, und einem der Angreifer wurde die Nase blutig geschlagen. Er hat sich den Zipfel seines T-Shirts vors Gesicht gehalten, während er weglief. Möglicherweise haben wir Blutspritze auf der Straße. Burns nickte. Während die Polsa-Leute auf Händen und Knien die stinkenden Wege zwischen den Betonblocks abtasteten und die uniformierten Beamten weiterhin nach Augenzeugen suchten, betat Jack Burns den Laden von Mr. V. J. Patel. Detective Inspector Burns, stellte er sich vor und zeigte seinen Ausweis. Und dies hier ist Dias Skinner. Mir wurde mitgeteilt, dass Sie die 999 angerufen haben. Mr. Patel überraschte Jack Burns, der aus Devon stammte und erst seit drei Jahren bei der Metropolitan Police im Dover Knast arbeitete. In Devon war es normal, dass sich die Bürger der Polizei gegenüber jederzeit hilfsbereit zeigten. Der Nordosten Londons war deshalb ein Schock für ihn gewesen. Mr. Patel erinnerte ihn an die Menschen in Devon. Der Ladenbesitzer meinte es ernst und wollte wirklich helfen. Was er sagte, war prägnant und präzise. D.S. Skinner nahm eine längere Aussage auf, in der Patel genau erklärte, was er gesehen hatte. Er konnte die Täter gut beschreiben. Jack Burns begann ihn sympathisch zu finden. Wenn es doch in allen Fällen Zeugen wie V. J. Patel aus Entebbe und Edmonton gäbe. Als Patel die handgeschriebene Aussage, von der er Skinner unterzeichnete, hatte es über Medaudine Grove zu dämmern begonnen. Es wäre schön, Sir, wenn Sie mit aufs Revier kommen könnten, um sich ein paar Fotos anzuschauen, sagte Burns schließlich. Vielleicht finden Sie ja diese beiden Männer darunter. Es würde uns enorm viel Zeit sparen, wenn wir genauer wüssten, nach wem wir suchen müssen. Mr. Patel entschuldigte sich. Bitte nicht heute Abend. Ich bin allein im Geschäft und schließe erst um zehn. Aber morgen kommt mein Bruder zurück. Er hat Urlaub gemacht, verstehen Sie? August. Morgen früh könnte ich mich freimachen. Burns überlegte. Um halb elf hatte er einen Gerichtstermin, einen Antrag auf Untersuchungshaft. Er würde Skinner hinschicken. Elf Uhr? Kennen Sie das Polizeirevier in der Dover Street? Fragen Sie an der Rezeption einfach nach mir. Solche Männer sind selten geworden, meinte Skinner, als sie über die Straße zu ihrem Auto ging. Mir gefällt er, erwiderte Burns. Ich glaube, wir haben gegen diese Mistkerle etwas in der Hand, wenn wir sie erwischen. Während sie zurück in die Dover Street fuhren, fand D.I. Burns über Funk heraus, wohin der Verletzte gebracht worden war und welcher Constable bei ihm Wache hielt. Fünf Minuten später hatte er Kontakt mit ihm aufgenommen. Ich will alles, was er bei sich trug, Kleider, persönliche Habe und so weiter. Packen Sie es ein und schicken Sie alles in den Knast, befahl er dem jungen Beamten. Und eine Identifizierung. Wir wissen immer noch nicht, um wen es sich handelt. Wenn Sie alles haben, können Sie anrufen, dann schicken wir Ihnen eine Ablösung. Name und Adresse des Mannes vor ihm interessierten Karl Bateman herzlich wenig. Im Moment war ihm auch egal, wer dem Opfer diese Verletzungen zugefügt hatte. Er wollte zunächst nur dessen Leben retten. Von der Rampe der Notaufnahme war die Rollliege direkt in den Wiederbelebungsraum geschoben worden, wo das Notfallteam sich an die Arbeit machte. Mr. Bateman wusste, dass es sich um viele verschiedene Verletzungen handelte, doch die Vorgehensweise war klar. Erst die lebensbedrohenden Verletzungen, dann der Rest. Deshalb ging er zunächst das Notfall-ABC durch. A für Atmung. Der Sanitäter hatte gute Arbeit geleistet. Die Atemwege waren frei, obwohl er ein leicht pfeifendes Geräusch ausmachte. Der Nacken war ruhiggestellt. Bateman ließ dem Mann Jacke und Hemd aufschneiden und horchte den Brustkorb von beiden Seiten mit dem Stethoskop ab. Er entdeckte ein paar gebrochene Rippen, doch die waren wie die zerquetschten Knochen der linken Hand und die ausgeschlagenen Zähne nicht lebensbedrohlich und konnten warten. Der Atem ging trotz der gebrochenen Rippen noch gleichmäßig. B für Bewusstsein. Hier sah es schlecht aus. Gesicht und Kopf des Mannes waren kaum mehr als menschlich zu bezeichnen und die Glasgow Skala zeigte jetzt einen Wert von 6 zu 15 mit besorgniserregender Tendenz nach unten. Der Mann hatte schwere Hirnschäden davongetragen. Noch einmal dankte Carl Bateman im Stillen dem unbekannten Sanitäter, der sich die paar extra Minuten Zeit genommen hatte, um den Mann ins Royal mit seiner neurochirurgischen Abteilung zu bringen. C für Zirkulation. Kreislauf. In weniger als einer Minute hatte Mr. Bateman zwei intravenöse Katheter gelegt. Aus dem einen zog er 20 Milliliter Blut, das sofort ins Labor gebracht wurde. Während er den Patienten weiter untersuchte, ließ er in jedem Arm Elektrolytlösung laufen. Bateman rief in der Ultraschallabteilung an und gab Bescheid, dass er in 5 Minuten mit seinem Patienten da sein würde. Dann rief Bateman seinen Kollegen, Paul Willis an, den leitenden Arzt in der Neurochirurgie. Ich glaube, ich habe hier ein schweres interakarniales Hämatom, Paul. Glasgow ist jetzt bei 5, Tendenz fallend. Bring ihn mir, sobald du ein Ultraschallergebnis hast, sagte der Neurochirurg. Als er zusammengeschlagen wurde, hatte der Mann Socken, Schuhe, Unterhosen, ein am Kragen offenes Hemd, eine Hose mit Gürtel, Jackett und einen leichten Regenmantel getragen. Alles unterhalb der Taille war kein Problem und wurde ihm einfach ausgezogen, doch um Nacken und Kopf zu schützen, mussten sie Regenmantel, Jackett und Hemd aufschneiden. Dann wurde alles komplett mit Tascheninhalt eingepackt und dem erfreuten Constable, der draußen wartete, überreicht. Die Ablösung traf bald ein und er konnte seine Trophäen in die Dover Street bringen und dem wartenden Jack Burns überreichen. Der Ultraschall bestätigte Karl Batemans schlimmste Befürchtungen. Der Mann hatte ein subdurales Hämatom, das mit zunehmender Kraft auf das Gehirn drückte, was sich bald als tödlich oder irreversibel erweisen könnte. Um Viertel nach acht wurde der Patient zu einer Schädeloperation in den OP geschoben. Mit Hilfe der Ultraschallaufnahmen konnte Paul Willis genau erkennen, von wo der intrakraniale Druck ausgeübt wurde. Er öffnete die Kopfschwarte mit einem einzigen Schnitt und bohrte als nächstes drei Löcher in den Schädel, die mit der Säge zu einem kleinen Dreieck verbunden wurden. Die übliche Vorgehensweise. Das Knochendreieck wurde entfernt. Jetzt konnte man das Hämatom, das den Druck verursachte, ausräumen. Die verletzten Arterien, aus denen es in die Hirnhöhle blutete, wurden abgebunden. Nachdem das Hämatom verschwunden war, nahm der Druck ab und das Gehirn konnte sich wieder ausbreiten und seinen normalen Raum einnehmen. Nun wurde das Knochendreieck wieder eingesetzt und die Schädelhaut darüber vernäht. Ein fester Verband würde den Hinterkopf stabilisieren, bis die Wunde auf natürlichem Weg verheilt war. Obwohl es sich um eine schwere Verletzung handelte, war Mr. Willis zuversichtlich, noch rechtzeitig eingegriffen zu haben. Der menschliche Körper ist ein komplizierter Mechanismus. Er kann an einem Bienenstich sterben oder sich von schwersten Verletzungen wieder erholen. Wenn ein Hämatom entfernt wird und das Gehirn sich wieder zu seiner normalen Größe ausdehnt, kann ein Patient innerhalb kürzester Zeit das Bewusstsein wiedererlangen und nach wenigen Tagen völlig normal agieren. Doch was genau passieren würde, würden sie frühestens in 24 Stunden wissen, wenn die Narkose nachließ. Sollte nach einem Tag keine Besserung eingetreten sein, sah es schlecht aus. Mr. Willis zog sich die OP-Handschuhe aus, kleidete sich um und fuhr heim in sein Haus in St. Johns Wood. Verdammte Scheißkerle, murmelte Jack Burns und starrte auf die Kleider und die persönliche Habe des Mannes. Letztere bestand aus einer halbleeren Zigarettenschachtel, einer halbleeren Streichholzschachtel, ein paar Münzen, einem schmutzigen Taschentuch und einem einzelnen Schlüssel an einem Band, der offensichtlich in irgendeine Wohnungstür gehörte. Alles hatte er in den Hosentaschen gefunden. Im Jackett war nichts. Was das Opfer sonst noch bei sich getragen hatte, war vermutlich in der Brieftasche gewesen. Ein ordentlicher Mann, meinte Skinner, der sämtliche Kleidungsstücke untersucht hatte. Die Schuhe sind billig und geflickt, aber auf Hochglanz poliert. Die Hose billig und abgetragen, aber mit akkuraten Bügelfalten. Das Hemd an Kragen und Manschetten ausgefranst, aber ebenfalls gebügelt. Ein armer Mensch, der versuchte, den Schein zu wahren. Mir wäre lieber, wir hätten eine Kreditkarte oder einen an ihn adressierten Brief in der Gesellstasche gefunden, sagte Burns, der sich immer noch durch die endlosen Formulare kämpfte, die von einem Polizisten heutzutage auszufüllen waren. Jetzt muss ich ihn erstmal als UAM führen. Die Amerikaner nennen ihn John Doe und bei der London Metropolitan Police spricht man von einem Unidentified Adult Male, einem nicht identifizierten erwachsenen männlichen Geschlechts. Als die beiden Detektives die Papiere wegschlossen, war es noch immer warm, obwohl draußen bereits dunkle Nacht herrschte. Sie beschlossen, noch auf ein Glas Bier zu gehen. Eine Meile entfernt lag der ordentliche Mann in der Intensivabteilung des Royal London. Er atmete flach, aber regelmäßig, obwohl sein Puls immer noch zu schnell ging und ständig von der Nachtschwester kontrolliert wurde. Jack Burns nahm einen langen Zug aus dem Bierglas. »Wer zum Teufel ist er?«, fragte er in den Raum hinein. »Keine Sorge, gaff. Das kriegen wir schon noch raus«, erwiderte Luke Skinner. Er sollte sich irren. Zweiter Tag. Mittwoch. Die I. Jack Burns stand ein mehr als anstrengender Tag bevor. Er hielt zwei Triumphe bereit, zwei große Enttäuschungen und einen Haufen noch immer unbeantworteter Fragen. Doch das gehörte nun mal dazu. Wann bekam ein Detective einen Fall schon wie ein Weihnachtsgeschenk eingewickelt auf den Schreibtisch gelegt? Der erste Erfolg war Mr. Patel. Um Punkt elf stand der Ladenbesitzer hilfsbereit wie immer an der Rezeption. »Ich würde Ihnen gern ein paar Fotos zeigen«, sagte Burns, nachdem sie vor einem Bildschirm Platz genommen hatten, der wie ein Fernseher aussah. In seinen ersten Dienstjahren hatte man die Fotosammlung des Criminal Records Office, bei der Polizei kurz Kopfbildliste genannt, noch hinter Plastikfolien in einem oder mehreren dicken Alben aufbewahrt. Burns fand die alte Methode nach wie vor besser, weil sie dem Zeugen ermöglichte, vor- und zurückzublättern, bis er seine Wahl getroffen hatte. Doch jetzt ging es nun mal elektronisch und die Gesichter flimmerten über den Bildschirm. Die erste Sammlung umfasste hundert Fotos. Es waren einige der harten Burschen, die der Polizei in unmittelbarer Umgebung des Londoner Nordostquadranten bekannt waren. Auch wenn deren Zahl die hundertweit übertraf, begann Burns mit einer Auswahl der Typen, mit denen sie im Dover Knast einschlägige Erfahrungen hatten. Mr. V. J. Patel erwies sich als Traum eines jeden Detektives. Als Foto Nummer 28 auf dem Bildschirm erschien, sagte er, »Das ist er!« Sie blickten in ein brutales Gesicht, in dem sich Dummheit und Boshaftigkeit die Waage hielten. Bullig, rasierter Schädel, Ohrring. »Sind Sie sicher? Haben Sie ihn noch nie zuvor gesehen? Vielleicht war er ja mal bei Ihnen im Geschäft.« »Nein, dieser hier nicht. Aber er war derjenige, der eins auf die Nase gekriegt hat.« Mark Price stand unter dem Bild und es gab eine Erkennungsnummer. Unter der Nummer 77 erkannte Patel den zweiten Mann, den mit dem langen, hageren Gesicht und dem über die Ohren hängenden Strähningen Haar. Harry Cornish. Bei beiden Gesichtern war Patel sich seiner Sache hundertprozentig sicher. Auf keinem der anderen Fotos hatte er länger als eine oder zwei Sekunden verweilt. Burns schaltete den Bildschirm aus. Der CRO würde ihm bald die Akten über die beiden Männer liefern. »Wenn ich diese Männer aufgestöbert und festgenommen habe, werde ich sie zu einer Gegenüberstellung bitten,« sagte Burns. Der Ladenbesitzer nickte. Er war dazu bereit. »Wirklich, Guff, von seiner Sorte könnten wir ein paar mehr vertragen,« bemerkte Luke Skinner, nachdem Patel gegangen war. Während sie darauf warteten, dass der Computer des CRO ihnen die vollständigen Daten zu Price und Cornish lieferte, schaute Jack Burns im Büro des CID vorbei. Der Mann, den er suchte, berütete über seinem Schreibtisch. Noch mehr Formulare. »Charlie, hast du eine Minute Zeit?« Obwohl er älter als Burns war und schon seit über 15 Jahren im dover Knast arbeitete, war Charlie Coulter noch immer ein Detective Sergeant. Aber wenn es um die Ganoven der Gegend ging, kannte er sich aus. »Die beiden,« schnaubte er, »das sind Tiere, Jack. Ein ganzes Register vor Strafen, nicht von hier. Sind beide erst vor drei Jahren hergezogen, meist kleinere Sachen, die wenig Intelligenz erfordern. Taschendiebstahl, Überfälle, Ladendiebstahl und Schlägereien. Außerdem sind sie als Fußball-Hooligans bekannt. Es gibt sogar ein paar Anklagen wegen Körperverletzung. Haben beide schon gesessen. Warum?« »Diesmal geht es um schwere Körperverletzung,« sagte Burns. »Gestern haben sie einen älteren Mann ins Koma getreten. Hast du eine Adresse?« »Nicht zur Hand,« erwiderte Coulter. »Das Letzte, was ich gehört habe, sie teilen sich eine Wohnung irgendwo an der High Road.« »Nicht im Grove?« »Glaube nicht. Das ist eigentlich nicht ihr Revier. Vermutlich waren sie auf Besuch dort, auf Diebestur.« »Gehören sie zu einer Bande?« »Nein, Einzelgänger. Hängen immer zu zweit herum.« »Schwul?« »Dafür haben wir keinen Anhaltspunkt. Wahrscheinlich nicht. Cornish hatte mal was wegen sexueller Belästigung am Hals. Bei einer Frau. Ist aber nichts draus geworden. Die Dame hat ihre Meinung geändert. Ist vermutlich von Price eingeschüchtert worden. Drogen? Da ist nichts bekannt. Alkohol scheint mir ihr Ding zu sein. Mit einer besonderen Vorliebe für Kneipenschlägereien.« In dem Moment klingelte Coulters Telefon und Burns ließ ihn in Ruhe. Die Daten vom CIO waren mittlerweile durchgekommen und lieferten sogar eine Adresse. Burns suchte seinen Vorgesetzten auf, Chief Superintendent Alan Parfit, und holte sich die Erlaubnis für sein weiteres Vorgehen. Um zwei Uhr nachmittags hatte er einen richterlich unterzeichneten Durchsuchungsbefehl für die genannte Adresse. Zwei Beamte mit entsprechender Lizenz hatten sich Seitenwaffen aus der Waffenkammer besorgt. Zusammen mit Burns, Skinner und sechs anderen, von denen einer einen Rambock mit sich trug, ergab das ein Team von zehn Leuten. Der Einsatz begann um drei. Es war ein altes, heruntergekommenes Gebäude, das abgerissen werden sollte, sobald der Besitzer den ganzen Block gekauft hatte. Bis dahin hatte man es verbarrikadiert und Gas, Wasser und Elektrizität abgedreht. Die Haustür, deren Anstrich abblätterte, widerstand einem ersten, eher zaghaften Stoß. Dann brach der Rambock das Schloss auf und die Beamten rannten die Treppe hinauf. Die beiden Ganoven hausten in zwei Zimmern im ersten Stock, die noch nie viel hergemacht hatten, jetzt aber eine reine Müllhalde waren. Keiner der beiden Männer war zu Hause. Die bewaffneten Beamten steckten ihre Gewehre weg. Die Suche konnte beginnen. Sie suchten nach allem. Einer Brieftasche, deren ehemaligem Inhalt, Kleidern, Stiefeln. Viel Rücksicht nahm sie dabei nicht. Die Wohnung war schon vor ihrer Ankunft eine Müllkippe gewesen. Nachdem sie gegangen waren, sah es nicht aufgeräumter aus. Allerdings machten sie nur einen echten Fund. Hinter einem schäbigen alten Sofa fanden sie ein zusammengerolltes, schmutziges T-Shirt, dessen Vorderseite blutverkrustet war. Sie steckten es in einen Beutel und beschrifteten ihn. Das gleiche taten sie mit allen anderen Kleidungsstücken. Wenn sie im Labor der forensischen irgendwo Fasern fanden, die von der Kleidung des Opfers stammten, hätten sie die beiden. Es wäre der Beweis, dass sie zur Tatzeit am Tatort und dort in Körperkontakt zu dem hinkenden Mann getreten waren. Das reichte. Während die Spurensicherer ihre Arbeit verrichteten, nahmen sich Burns und Skinner die Straße vor. Die meisten Nachbarn kannten die beiden Männer vom Seen. Besonders beliebt waren sie nicht, vor allem weil sie die Angewohnheit hatten, in den frühen Morgenstunden sturzbetrunken und laut grölend nach Hause zu taumeln. Wo sich die beiden an diesem Augustnachmittag aufhielten oder aufhalten könnten, wusste niemand. Als sie wieder im Revier waren, setzte sich Jack Burns sofort ans Telefon. Er bat um eine vollständige Blutanalyse des Fremden, sprach kurz mit Dr. Carl Bateman, dem Arzt in der Notaufnahme des Royal London und rief dann noch in den Notaufnahmen von drei weiteren Krankenhäusern an. Ein Assistenzarzt im Hospital an der Queen Enns Road war die Trumpfkarte. Hab ihn, rief Burns, als er den Hörer wieder auflegte. Jeder gute Detektiv verfügt über einen Jagdinstinkt und kennt den Adrenalinstoß, wenn die Beweismittel sich langsam zu einem Gesamtbild fügen. Fahr in St. Anne's, wandte er sich an Dia Skinner und sucht dort in der Notaufnahme nach einem Dr. Melrose. Lass ihn eine vollständige Aussage unterschreiben und nimm ein Foto von Mark Price zur Identifikation mit. Und besorg dir eine Fotokopie der Aufnahmekartei mit sämtlichen Unfällen, die gestern im Lauf des Nachmittags eingegangen sind. Und dann bring mir alles her. Was ist passiert? fragte Skinner, auf den die Stimmung übergriff. Gestern Nachmittag ist dort ein Mann mit kaputter Nase aufgekreuzt. Die Beschreibung passt zu Price. Dr. Melrose hat die Nase untersucht und festgestellt, dass sie an zwei Stellen gebrochen ist. Wenn wir ihn finden, lassen wir ihn den Zinken wieder gerade biegen und ordentlich festkleben. Außerdem wird Melrose uns eine hieb- und stichfeste Identifizierung liefern. Wann war das genau, Gaff? Rate mal, um fünf Uhr gestern Nachmittag. Drei Stunden nach dem Überfall im Paradise Way. Jetzt haben wir ihn. Ja, Kollege, das glaube ich auch. Jetzt mach dich auf den Weg. Als Skinner gegangen war, bekam Burns einen Anruf von dem Sergeant, der den Einsatz des Polserteams geleitet hatte. Was er zu berichten wusste, war enttäuschend. Am Vortag hatte sein Team bis Sonnenuntergang auf Händen und Knien jeden Zentimeter der Wohnsiedlung abgesucht. Sie waren in jeden Ritz und in jede Spalte gekrochen, hatten alle Wege, Gassen und feuchten Rindsteige kontrolliert und jedes magere Grasbüschel zerpflückt. Auch die fünf öffentlichen Abfalleimer, mehr gab es in der ganzen Siedlung nicht, hatten sie ausgeleert und durchstöbert. Eine Sammlung benutzter Kondome, schmutziger Spritzen und fettiger Lebensmitteltüten war ihre ganze Ausbeute. Von Blut oder einer Brieftasche keine Spur. Es war niederschmetternd. Sicher hatte Cornish sich die gestohlene Brieftasche in die Hosentasche gesteckt, bis er sie in Ruhe untersuchen konnte, dann vermutlich das Geld an sich genommen und ausgegeben und die Brieftasche anschließend weggeworfen. Irgendwo, nur nicht in Meadowdean Grove. Er lebte eine halbe Meile von dort entfernt in einem großen Wohngebiet. Es war zu groß, zu viele Mülltonnen und Abfallkörbe, zu viele Gassen, zu viele Baustellen. Die Brieftasche konnte überall sein. Oder, Freude über Freude, noch in seiner Hosentasche. Denn große Geistesleuchten waren weder Cornish noch Price. Indem er sich das T-Shirt auf die blutende Nase drückte, hatte Price immerhin verhindern können, dass sein Blut auf die Straße tropfte. Trotzdem waren ein wunderbarer Augenzeuge und eine gebrochene Nase im St. Anne's Hospital keine schlechte Ausbeute für einen Tag Arbeit. Als nächstes rief Dr. Bateman an. Wieder eine Enttäuschung, wenn auch nicht ganz so niederschmetternd. Der letzte Anruf war der beste. Er kam von D. S. Coulter, der mehr Spitzel dort draußen hatte als irgendjemand sonst. Einer von ihnen hatte ihm zugetragen, dass Cornish und Price in einem Salon in Dalston Billard spielten. Burns lief sofort die Treppe hinunter. In der Eingangshalle begegnete er Luke Skinner, der gerade von seinem Auftrag zurückkam. Er hatte eine vollständige Aussage von Dr. Melrose dabei, eine positive Identifikation und eine Kopie der Patientenkartei, in die Price sich unter seinem echten Namen hatte eintragen lassen. Burns bat seinen Kollegen, die Beweismittel wegzuschließen und dann zu ihm ins Auto zu steigen. Als die Polizei eintraf, spielten die beiden Ganoven noch immer Billard. Burns hielt es kurz und geschäftsmäßig. Zur Verstärkung hatte er einen Polizeibus mit sechs uniformierten Beamten mitgenommen, die jetzt alle Ausgänge blockierten. Die anderen Billardspieler schauten nur mit der interessierten Neugier von Unbeteiligten zu, die sich daran weideten, wenn es jemanden erwischt hatte. Price starrte Burns aus kleinen Schweinsäuglein an, unter denen sich ein breites Pflaster über den Nasenrücken zog. Mark Price, ich verhafte Sie aufgrund des dringenden Verdachts der schweren Körperverletzung an einem nicht identifizierten erwachsenen männlichen Geschlechts. Tatzeit ungefähr 14.20 Uhr, gestern Nachmittag im Paradise Way, Edmonton. Sie müssen nichts sagen, aber es kann für Ihre Verteidigung von Nachteil sein, wenn Sie bei der Befragung etwas unerwähnt lassen, das Sie später bei Gericht vorbringen. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwandt werden. Price warf Cornish, der offensichtlich der Kopf des Duos war, einen panischen Blick zu. Cornish schüttelte fast unmerklich den Kopf. Verpiss dich, du Dreckskerl, sagte Price. Doch da hatte man ihn schon gepackt und er wurde in Handschellen abgeführt. Cornish folgte ihm zwei Minuten später. Beide kamen zu den sechs Polizisten in den Bus, dann fuhr die kleine Kolonne zurück in den Doverknast. Vorschriften Immer nur Vorschriften. Noch im Auto Reef Burns den FMO an, den Force Medical Officer. Er sagte dem Polizeiarzt, es handele sich um einen Notfall. Was er wirklich nicht brauchen konnte, war die Behauptung, die Nase sei ein Ergebnis polizeilicher Brutalität. Außerdem brauchte er eine Blutprobe, um es mit dem Blut auf dem T-Shirt zu vergleichen. Wenn auf dem T-Shirt auch Blutspuren des Opfers waren, hätten sie sowieso gewonnen. Während er auf die Blutanalyse des Mannes im Koma wartete, musste er eine weitere Enttäuschung hinnehmen. Es ging um seine Anfrage wegen der rechten Faust des Mannes. Es würde eine lange Nacht werden. Die Festnahme war um 19.15 Uhr gewesen. Damit hatte er 24 Stunden, bevor ihm entweder sein Chief Superintendent oder der Richter im Stadtteilmagistrat noch zwölf Stunden Haftverlängerung gaben. Als festnehmender Beamter würde er einen weiteren Bericht schreiben müssen. Außerdem brauchte er eine eidesstattliche Erklärung des Polizeiarztes, die bestätigte, dass beide Männer in verhörfähigem Zustand waren. Und fürs Labor benötigte er jeden Zentimeter Kleidung der Verdächtigen und alles, was sie in den Taschen getragen hatten. Luke Skinner, der ihn aus Habichtsaugen beobachtete, hatte bereits dafür gesorgt, dass keiner der Männer während der Festnahme und auf dem Weg vom Billardsalon zum Polizeibus etwas wegwerfen konnte. Dass Cornish von den Polizeibeamten einen Anwalt verlangte und zwar schnellstens, hatte jedoch niemand verhindern können. Bevor er nicht mit einem Anwalt gesprochen habe, so Cornish, würde er kein Wort sagen. Womit er weniger die Polizeibeamten meinte, als seinen Komplizen, dem er einen Wink geben wollte. Und der war klar und deutlich bei Price angekommen. Der Papierkram kostete Burns eine Stunde. Es dämmerte bereits. Der Polizeiarzt war gegangen und hatte die Bestätigung hinterlassen, dass beide Männer verhörfähig seien. Außerdem hatte er festgehalten, in welchem Zustand sich die Nase von Price zum Zeitpunkt der Verhaftung befand. Die beiden Ganoven wurden in getrennten Zellen untergebracht. Beide trugen jetzt Einweg-Overalls und hatten eine Tasse Tee bekommen. Später würde es noch ein aufgewärmtes Kantinenessen für sie geben. Alles genau nach Vorschrift. Immer schön nach Vorschrift. Burns schaute bei Price vorbei. Ich wähle einen Anwalt, verlangte Price. Vorher hören Sie nichts von mir. Bei Cornish war es das Er lächelte nur und bestand auf einem Anwalt. Der Pflichtverteidiger war Mr. Lou Slate. Obwohl er beim Abendessen gestört wurde, bestand er darauf, seine Mandanten noch am selben Abend zu sehen. Wenige Minuten vor neun kam er in der Dover Street an. Er suchte seine neuen Mandanten auf und unterhielt sich mit jedem von ihnen ungestört eine halbe Stunde in einem Verhörzimmer. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt in meiner Gegenwart mit dem Verhör beginnen, Detective Inspektor, sagte er, als er wieder auftauchte. Allerdings kann ich Ihnen gleich sagen, dass meine Mandanten keine Aussage machen werden. Sie weisen die Beschuldigung zurück und behaupten zur fraglichen Zeit noch nicht einmal in der Nähe des Tatorts gewesen zu sein. Slate war ein erfahrener Anwalt und mit solchen Fällen vertraut. Er hatte sich seine beiden Mandanten angehört und ihnen kein Wort geglaubt, doch dies war schließlich sein Beruf. Wie Sie wollen, erwiderte Burns, doch das Beweismaterial ist erdrückend. Wenn sich die beiden für ein Geständnis entscheiden würden, könnte ich Ihnen sogar glauben, dass das Opfer im Sturz mit dem Kopf gegen den Bordstein gepreilt ist. Bei Ihren Vorstrafen macht es vielleicht ein paar Jahre im Will. Natürlich wusste Burns, dass der Verletzte eindeutige Trittspuren trug und Slate wusste, dass er das wusste. Üble Kerle, Mr. Burns. Ich glaube gar nichts. Sie haben vor, alles abzustreiten, deshalb brauche ich sämtliche Unterlagen zu dem Fall. Alles zu seiner Zeit, Mr. Slate. Und ich muss bald wissen, ob es ein Alibi gibt. Doch Sie kennen die Regeln genauso gut wie ich. Wie lange können Sie die beiden festhalten? fragte Slate. Bis morgen Abend, Viertel nach sieben. Zwöl Stunden Verlängerung von meinem Chef werden mir nicht reichen. Deshalb werde ich morgen höchstwahrscheinlich beim Magistrat eine Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft beantragen. So gegen fünf, letzter Fall des Tages. Ich werde keinen Einspruch erheben, sagte Slate. Er wusste, dass das nur Zeitverschwendung gewesen wäre. Hier handelte es sich um zwei ausgekochte Ganoven, die einen Mann fast umgebracht hatten. Der Magistrat würde der Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft zustimmen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Was Ihr Verhör angeht, vermutlich bestehen Sie darauf, auch wenn die beiden auf meinen Rat hin nichts sagen werden. Fürchte, so ist es. Doch wir haben beide noch ein Zuhause. Darf ich morgen früh um neun vorschlagen? Sie einigten sich auf diese Zeit. Slate fuhr heim und Price und Cornish wurden über Nacht in ihre Zellen gesperrt. Burns wollte noch einen Anruf erledigen. Als man ihn mit dem Royal London verbunden hatte, verlangte er nach der diensthabenden Nachtschwester auf der Intensivstation. Vielleicht war der Verletzte wieder zu Bewusstsein gekommen. Auch Dr. Paul Willis machte an diesem Abend noch Überstunden. Er hatte einen jungen Motorradfahrer operiert, der offenbar versucht hatte, den landesweiten Geschwindigkeitsrekord für den Arquay Hill zu brechen. Der Neurochirurg hatte getan, was er konnte. Aber insgeheim gab er dem Motorradfahrer nur eine Chance von 50 Prozent, dass er die Woche überlebte. Er erfuhr von Burns' Anruf, nachdem die Nachtschwester den Hörer wieder aufgelegt hatte. Die 24 Stunden seit Beginn der Narkose waren verstrichen. Eigentlich hätte Willis jetzt mit ersten Anzeichen von Bewegung gerechnet. Bevor er sich auf den Nachhauseweg machte, schaute er noch einmal zu dem hinkenden Mann hinein. Es gab keine Veränderung. Die Monitore zeigten regelmäßige Herztöne an, doch der Blutdruck war immer noch zu hoch und das war eines der Zeichen für eine Gehirnverletzung. Der Wert der Glasgow-Skala betrug 3 zu 15. Tiefes Koma. Warten wir noch einmal 36 Stunden, sagte er zu der diensthabenden Schwester. Eigentlich wollte ich dieses Wochenende verreisen, doch ich komme Samstagmorgen noch einmal rein. Außer es gibt Anzeichen für eine Besserung. In dem Fall schenke ich es mir. Würden Sie bitte eine Notiz hinterlassen, dass ich sofort hier oder zu Hause informiert werden will, sobald es eine positive Veränderung gibt? Falls sich bis Samstagmorgen 9 Uhr nichts geändert hat, werde ich noch mal einen Ultraschall machen. Bitte tragen Sie es für mich ein. Der zweite Tag ging zu Ende. Price und Cornish lagen vollgestopft mit Resten aus der Kantine in ihren Zellen im Doverknast und schnarchten, dass sich die Balken bogen. Das Opfer lag, angeschlossen an drei Monitore, unter blauem Dämmerlicht und war in eine weit entfernte Welt in seinem Inneren abgetaucht. Mr. Willis verbannte eine Zeit lang jeden Gedanken an Patienten aus seinem Kopf und schaute sich in seinem schicken Haus in St. John's Wood Terrace, einen alten Italo-Western mit Clint Eastwood an. DS Luke Skinner kam gerade noch rechtzeitig zu seiner Verabredung mit einer hübschen Theaterstudentin von der Hampstead School, die er vor einem Monat in der Pause eines Beethoven-Konzerts an der Sektbar kennengelernt hatte. Das war eine seiner Vorlieben, Beethoven, nicht die Mädchen, über die er ganz sicher nicht in der Kantine des Doverknasts diskutieren wollte. D.I. Jack Burns fuhr heim in ein leeres Haus in Camden Town, um sich eine Portion Baked Beans auf Toast zu zaubern. Er wünschte Jenny und die Jungen wären schon aus ihrem Urlaub in Selkamp in seiner Heimat Devon zurück, wohin er nur zu gerne mitgefahren wäre. August, dachte er, verdammter August. Dritter Tag, Donnerstag. Das Verhör von Price und Cornish erwies sich als völlig überflüssig, was nicht an Jack Burns lag, der ein begabter und erfahrener Vernehmungsbeamter war. Als erstes nahm er sich Price vor, der von den beiden der Begriffsstutzigere war. Während Lou Slate schweigend neben seinem Mandanten saß, versuchte Burns es mit der guten alten Vernunft. Schauen Sie, Mark. Alles spricht gegen Sie. Wir haben einen Zeugen, der die ganze Sache gesehen hat. Alles. Von Anfang bis Ende. Und er wird aussagen. Erwartete. Nichts. Für das Band. Mein Mandant verweigert die Aussage, murmelte Slate. Dann hat er Ihnen eins auf die Nase gegeben, Mark. Ihn den alten Zinken gebrochen. Klar, dass Sie da die Beherrschung verloren haben. Wie kommt so ein alter Knabe nur auf so etwas? Weiß nicht, hätte Price nur murmeln müssen. Oder blöder Hund. Das wäre bei der Jury gut angekommen. Das Eingeständnis, dass Sie am Tatort waren. Und schon wäre das beste Alibi hinfällig gewesen. Doch Price glotzte ihn nur schweigend an. Und dann die Sache mit dem Blut, das Ihnen aus der gebrochenen Nase geflossen ist. Wir haben Bluttests gemacht, mein Freund. Er achtete darauf, nicht zu verraten, dass er nur Blut vom T-Shirt hatte und nichts von der Straße. Das war schließlich keine Lüge. Price warf einen ängstlichen Blick zu Slate hinüber, der ebenfalls sorgenvoll schaute. Der Anwalt wusste, dass die Verteidigung keine Chance haben würde, wenn ein DNA-Test die Blutstropfen, die in der Nähe des zusammengeschlagenen Mannes auf der Straße gefunden worden waren, eindeutig Price zuordnete. Doch im Notfall hatte er immer noch Zeit, die Strategie seiner Verteidigung zu ändern. Die Regeln gaben vor, dass er alles einsehen konnte, was Burns an Beweismaterial besaß, und zwar lange vor der Gerichtsverhandlung. Deshalb schüttelte er einfach nur den Kopf und Price schwieg weiter. Burns widmete jedem Angeklagten eine Stunde, in der er sich redlich bemühte. Dann gab er auf. Ich werde jetzt definitiv einen Antrag auf Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft stellen, sagte er zu Slate, als Price und Cornish wieder in ihren Zellen waren. Heute Nachmittag um vier? Slate nickte. Er würde da sein, aber mehr oder weniger schweigen. Im Moment gab es sowieso nichts zu sagen. Und für morgen früh werde ich zwei Gegenüberstellungen in der St. Anne's Road ansetzen. Wenn ich zweimal Erfolg habe, erhebe ich offiziell Anklage und schicke die beiden zurück in die Untersuchungshaft. Slate nickte nur und ging. Während er in sein Büro zurückfuhr, dachte der Pflichtverteidiger über den Fall nach. Er hatte wenig Zweifel daran, dass es schlecht um seine Mandanten stand. Burns machte seine Sache gut, gewissenhaft und gründlich. Er neigte nicht zu dummen Fehlern, die von der Verteidigung später ausgeschlachtet werden konnten. Und ehrlich gesagt hielt er seine Mandanten selbst für verdammt schuldig. Er hatte ihr Vorstrafenregister gesehen, das am Nachmittag auch dem Magistrat vorliegen würde. Wer immer der geheimnisvolle Zeuge sein mochte, wenn es eine ehrbare Person war, die bei ihrer Aussage blieb, würden Price und Cornish lange kein Tageslicht mehr sehen. Früher hatte die Polizei die Gegenüberstellungen direkt auf dem Revier stattfinden lassen. Seit die neue Methode eingeführt war, gab es an verschiedenen Stellen der Stadt eigene Einrichtungen dafür. Die dem Doverknast nächstgelegene war in der St. Anne's Road, gleich in der Nachbarschaft des Krankenhauses, in dem Dr. Melrose arbeitete, und Price sich die Nase hatte verarzten lassen. Es war das effizientere System. Jede Einrichtung war nach dem neuesten Stand ausgestattet. Beleuchtung und blindes Spiegel garantierten, dass bei den Gegenüberstellungen schwere Burschen nicht mit den Zeugen in Blickkontakt treten und sie so einschüchtern konnten. Außerdem hatten sie ein festes Team von verschiedenen großen Männern und Frauen, die unterschiedliche Typen abdeckten und kurzfristig zur Gegenüberstellung gebeten werden konnten. Diesen Freiwilligen wurden 15 Pfund pro Auftritt gezahlt. Dafür mussten sie nur kommen, sich in eine Reihe stellen und wieder gehen. Burns hatte um zwei Gegenüberstellungen um 11 Uhr morgens gebeten und seine Häftlinge genau beschrieben. Die Medien, gegen die Burns eine tiefe Abneigung hegte, überließ er Luke Skinner. Außerdem machte der DS die Sache einfach besser. Er war ein ausgesprochen seltenes Phänomen. Ein Polizist, der eine Privatschule besucht und dort Manieren gelernt hatte, für die er in der Kantine verspottet wurde. Manchmal erwiesen sich diese Manieren jedoch als äußerst nützlich. Alle Presseanfragen gingen über Scotland Yard, wo es eine eigene Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit gab. Von dort waren sie um einen kurzen Bericht gebeten worden. Bis jetzt war es noch ein relativ uninteressanter Fall. Doch immerhin gab es neben der schweren Körperverletzung noch den Aspekt eines vermissten Menschen. Skinners Problem war, dass er weder über eine genaue Beschreibung noch über ein Foto des Verletzten verfügte, da dieser mit seinem aufgedunsenen, bandagierten Kopf schlicht unidentifizierbar war. Es blieb Skinner also nichts anderes übrig, als nach jedem zu suchen, der am vergangenen Dienstag nicht nach Hause oder zur Arbeit gekommen war und seither vermisst wurde. Ein Mann im Alter von 50 bis 55 Jahren mit einem deutlichen Hinken. Kurzes graues Haar, mittelgroß, mittelschwer. Was spannende Nachrichten anging, gab der August meist wenig her. Möglicherweise stiegen die Medien auf die Geschichte ein, wenn auch nicht sehr intensiv. Immerhin gab es eine Zeitung, die sich stärker für die Geschichte interessieren könnte und Skinner hatte dort Kontakte. Er traf sich zum Lunch mit einem Reporter des Edmonton & Tottenham Express, dem Lokalblatt, das über den gesamten Einzugsbereich des Dover Knasts berichtete. Der Reporter machte sich Notizen und versprach sein Bestmögliches zu tun. Die Zivilgerichte mochten im Sommer längere Ferien machen, aber das Netzwerk der Strafgerichte stellte seine Arbeit nie ein. Über 90 Prozent aller Strafverfahren werden im Magistrat verhandelt, der erstinstanzlichen Gerichtsbarkeit. Verhandlungen müssen das ganze Jahr über an allen sieben Tagen der Woche stattfinden können. Einem Großteil dieser Verfahren sitzen Laienrichter vor, die ehrenamtlich und ohne Bezahlung arbeiten. Sie übernehmen die unzähligen kleineren Straftaten und Verkehrsdelikte, geben Haft- und Hausdurchsuchungsbefehle heraus, sind für die Erweiterung von Alkohollizenzen zuständig und urteilen über kleinere Diebstähle und Schlägereien. Auch Anträge auf Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft fallen in ihren Zuständigkeitsbereich. Wenn vor dem Magistrat schwerere Fälle verhandelt werden, übernimmt neuerdings ein Berufsrichter, meist ein dazu autorisierter Anwalt, als Einzelrichter den Vorsitz. An diesem Nachmittag standen dem Gerichtshof Nummer 3 an der Highbury Corner drei Laienrichter vor. Den Vorsitz hatte Mr. Henry Speller, ein pensionierter Schuldirektor. Der Fall war so klar, dass sie nur wenige Sekunden brauchten. Als alles vorbei war, wurden Price und Cornish aus dem Saal geführt und wieder in die Dover Street gefahren. Burns informierte Detective Superintendent Parfit über den Stand der Dinge. »Wie geht's voran, Jack?« fragte der Chef des Criminal Investigation Department in der Dover Street. »Es ist frustrierend, Sir. Anfangs lief alles wie am Schnürchen und wir haben einen wunderbaren Zeugen, der alles gesehen hat. Ein angesehener Geschäftsmann und guter Bürger. Er hat die beiden identifiziert, ohne auch nur einen Moment zu zögern und ist bereit, vor Gericht auszusagen. Was mir fehlt, ist die Brieftasche des Opfers, außerdem Ermittlungsergebnisse, die Price und Cornish mit dem Tatort und der fraglichen Zeit in Verbindung bringen. Dafür habe ich die gebrochene Nase von Price, die er sich nur drei Stunden nach der Tat im St. Anne's Hospital behandeln ließ, was perfekt zur Aussage des Augenzeugen passt. Was hält sie dann noch auf? Ich brauche die Brieftasche als Verbindungsglied zu den Tätern. Ich will, dass sie sich im Labor der Forensischen beeilen und ich würde gern das Opfer identifizieren. Er ist noch immer ein UAM. Werden sie Anklage erheben? Wenn Mr. Patel sie morgen bei der Gegenüberstellung identifiziert? Ja. Diesmal lasse ich sie nicht laufen. Sie sind beide schuldig und zwar verdammt schuldig. Alan Perfitt nickte. In Ordnung, Jack. Ich werde versuchen, in der Forensischen Dampf zu machen. Halten Sie mich und den CPS auf dem Laufenden. Im Royal London ging ein weiterer Tag zu Ende, von dem der Mann in der Intensivabteilung nichts mitbekommen hatte. Seit der Operation waren 48 Stunden vergangen und er hatte noch nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er befand sich nach wie vor tief in seiner eigenen Welt. Vierter Tag. Freitag. Luke Skinner war zufrieden mit dem Raum, den seine Geschichte in der Tageszeitung einnahm. Es war gleich der zweite Leitartikel auf der Titelseite. Der Reporter hatte die Schlagzeile »Hinkender Unbekannter. Die Polizei fragt, wer ist dieser Fremde?« gewählt. Er hatte den Überfall geschildert und zwei Männer aus der Gegend erwähnt, von denen die Polizei bei ihren Ermittlungen unterstützt wurde. Was lediglich eine dieser abgenutzten Phrasen war, die man mit Krankenhaus-Bulletins vergleichen konnte, in denen Schwerstverletzten ein stabiler Zustand attestiert wird. Jeder wusste, dass genau das Gegenteil gemeint war. Dann wurde das Opfer mit Größe, Körperbau, Haarfarbe und dem Hinken detailliert beschrieben. Den Schluss bildete eine Frage in fett gedruckten Großbuchstaben. Hat irgendjemand den hinkenden Mann gesehen? DS Skinner schnappte sich ein Exemplar der Zeitung und nahm es mit zum Frühstück in die Kantine. Er konnte sich nicht beschweren. In einer zusätzlichen kleinen Notiz wurde gemeldet, dass die Untersuchungshaft um weitere 24 Stunden verlängert worden war. Um 11 Uhr wurden Price und Cornish mit dem Polizeibus zur Gegenüberstellung in die St. Anne's Road gefahren. Burns und Skinner folgten ihnen zusammen mit Mr. Patel. Es gab zwei Gegenüberstellungen. In jeder stand der jeweilige Tatverdächtige zwischen acht anderen Männern, die ihm entfernt ähnlich sahen. Wegen der Nase von Price mussten auch die anderen acht bulligen Männer in seiner Reihe einen großen Streifen Pflaster im Gesicht tragen. Mr. Patel zögerte nicht lange. Innerhalb von 20 Minuten hatte er beide Männer identifiziert und nochmals bestätigt, seine Aussage auch vor Gericht wiederholen zu wollen. Burns war glücklich. Die Beschuldigten hatten seinen Zeugen nicht gesehen und keiner von ihnen gehörte einer Bande an. Mit etwas Glück würde niemand Mr. Patel einschüchtern. Sie fuhren ihn ins Geschäft zurück. Die Freiwilligen bei der Gegenüberstellung bekamen ihren Lohn ausgezahlt und gingen. Price und Cornish wurden wieder in ihre Zellen gebracht, wo Burns nach seiner Rückkehr offiziell Anklage gegen sie erheben wollte. Doch als er mit Skinner den Dover Knast betrat, rief ihn der diensthabende Sergeant zu sich. Jack, es hat jemand für dich angerufen. Er studierte seinen Notizblock. Eine Miss Armitage, eine Blumenhändlerin. Burns war verwirrt. Er hatte keine Blumen bestellt. Andererseits würde Jenny in einer Woche heimkommen. Ein Blumenstrauß würde die Angelegenheit ein bisschen romantischer machen. Gute Idee. Es ging um einen hinkenden Mann, fuhr der Sergeant fort. Burns notierte die Adresse und ging mit Skinner sofort wieder zum Auto. Die beiden Missis Armitage, nicht mehr ganz junge Zwillingsschwestern, betrieben einen Blumenladen in der Upper High Road. Die eine Hälfte ihrer Ware befand sich im Laden, die andere war auf dem Gehweg draußen ausgestellt. Diese Blumen fochten einen schweren Kampf gegen die Abgaswolken der Schwerlastzüge aus, die in Richtung Süden nach Highbury oder in Richtung Norden in die Industriegebiete der Midlands donnerten. Es könnte der Mann sein, sagte Miss Verity Armitage. Er scheint zu ihrer Beschreibung zu passen. Dienstagmorgen haben sie gesagt, oder? Die I. Burns bestätigte, dass Dienstagmorgen ungefähr passen könnte. Er hat einen Blumenstrauß gekauft, keinen teuren. Genau genommen sogar den billigsten, den wir im Laden hatten. Ein halbes Dutzend Margariten. So wie er aussah, hatte er nicht viel Geld, der Arme. Und in der Zeitung hieß es, er sei verletzt worden? Schwer verletzt, Madame. Er kann nichts sagen, denn er liegt im Koma. Wie hat er bezahlt? Oh, Bar. Mit Münzen aus der Hosentasche? Nein, er hat eine Fünf-Pfund-Note rausgezogen, aus der Brieftasche. Ich weiß noch, dass er sie fallen ließ. Ich habe sie für ihn aufgehoben, wegen seinem Bein. Wie sah die Brieftasche aus? Billig, aus Plastik, schwarz. Dann habe ich sie ihm zurückgegeben. Haben Sie gesehen, wo er sie hingesteckt hat? In seine Tasche, die innere Jackentasche. Könnten Sie mir so einen Strauß-Margariten zeigen? Mittags aßen sie in der Kantine der Dover Street. Burns brütete niedergeschlagen vor sich hin. Mit einer Kreditkarte hätten sie einen Namen gehabt und von der Kreditkartengesellschaft hätten sie die Adresse oder die Kontonummer bei einer Bank erfahren. Wenigstens irgendetwas. Aber Bargeld? Was würden Sie an einem Augustnachmittag mit einem Blumenstrauß anstellen? Fragte er Skinner. Ihnen einer Freundin schenken? Oder der Mutter? Beide Männer schoben ihre Teller beiseite und grübelten über ihren Teetassen. Sir? Die Stimme klang schüchtern und kam vom anderen Ende des langen Tisches. Sie gehörte einer sehr jungen Wachpolizistin, frisch von der Schule. Jack Burns schaute zu ihr hinüber. Nur eine Idee. Sprechen Sie über den Hinkenden? Ja, und eine gute Idee könnte ich brauchen. Wie lautet Ihre? Eine verlegene Röte stieg ihr ins Gesicht. Für einen neuen Police Constable gehörte es sich eigentlich nicht, einen Detective Inspector zu unterbrechen. Wenn er dort lang ging, wollte er vermutlich zur High Road, die ungefähr 500 Meter weiter vorn liegt. Außerdem sind dort auch die Bushaltestellen. Doch 500 Meter hinter ihm befand sich der Friedhof. Burns stellte seine Tasse ab. Was machen Sie gerade? fragte er das Mädchen. Ablage, Sir. Das hat Zeit. Wir werden uns den Friedhof ansehen. Kommen Sie mit. Skinner saß wie immer am Steuer. Die Polizistin, die aus der Gegend stammte, wies ihm den Weg. Es war ein großer Friedhof mit hunderten von Gräbern in langen Reihen. Sie waren in staatlichem Besitz und schlecht gepflegt. Die Polizisten begannen an einer Ecke und durchkämmten den Friedhof Reihe für Reihe. Sie brauchten fast eine Stunde. Das Mädchen fand das Grab. Die Blumen in dem Marmeladenglas mit abgestandenem Wasser waren natürlich schon verwelkt, doch es handelte sich eindeutig um Margariten. Dem Grabstein entnahmen sie, dass unter ihm die sterblichen Überreste von Mavis June Hall ruten. Es gab ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und die drei Buchstaben. R.I.P. Rest in Peace. Sie war schon 20 Jahre tot und im Alter von 70 gestorben. Schau, der das Geburtsdatum angab. August 1906. Letzten Dienstag war ihr Geburtstag. Aber was hat sie mit dem Hinkenden zu tun? Vielleicht seine Mutter? Möglicherweise. Dann könnte er Hall heißen, sagte Burns. Auf dem Heimweg fuhren sie am Blumenladen der Schwestern Armitage vorbei. Miss Verity identifizierte die Margariten als fast sicher aus ihrem Laden stammend. Im Dover Knast fragte Skinner bei der Stelle für vermisste Personen nach dem Namen Hall. Es gab drei, zwei Frauen und ein Kind. Irgendjemand muss diesen Kerl doch gekannt haben. Warum melden sie ihn nicht als vermisst, sagte Burns verärgert. Eine Enttäuschung nach der anderen. Die hübsche, aufgeweckte Polizistin machte sich wieder an ihre Akten. Burns und Skinner gingen zu den Zellen, wo sie gegen Price und Cornish offiziell Anklage wegen schwerer Körperverletzung an einem nicht identifizierten Erwachsenen männlichen Geschlechts erhoben. Um Viertel vor vier brachen sie zur Highbury Corner auf. Der leitende Verwaltungsbeamte hatte für sie ausnahmsweise noch eine kurzfristige Lücke im Sitzungsplan gefunden. Diesmal würden die beiden Verbrecher nicht in die Dover Street zurückgeschickt werden. Burns wollte sie für eine Woche Untersuchungshaft in einem richtigen Gefängnis unterbringen. Vermutlich im Pentonville, das in der Gegend nur das Will hieß. Bei Gericht hatte sich einiges verändert. Diesmal waren sie im Saal Nummer 1, wo die Anklagebank direkt in der Mitte des Raums den Richtern gegenüber lag und nicht in einer Ecke. Außerdem hatten sie es jetzt mit einem Berufsrichter in Gestalt des erfahrenen und qualifizierten Mr. Jonathan Stein zu tun. Price und Cornish wurden wieder im Polizeibus vorgefahren, doch ein anderer Bus in den Farben des HM Prison Service, des königlichen Gefängnisdienstes, wartete schon vor der Tür, um sie ins Gefängnis zu bringen. Mr. Lou Slate saß bereits auf seinem Platz gegenüber der Richterbank. Die Anklage wurde von einer jungen Anwältin vertreten. Sie würde den Antrag auf Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft stellen. Früher hatte die Polizei bei Verhandlungen im Magistrat selbst die Rolle der Anklage übernommen und viele hätten es lieber dabei belassen. Doch schon seit einiger Zeit wurde die Anklage von der ersten Verhandlung bis zum abschließenden Prozess durch den Crown Prosecution Service vertreten. Zu dessen Aufgaben zählt es auch einzuschätzen, ob ein von der Polizei vorbereiteter Fall eine realistische Chance hatte, von einem Richter und einer Jury verurteilt zu werden. War der CPS gegenteiliger Meinung, wurde der Fall zurückgezogen. Für manchen Detektiv, der missmutig mit ansehen musste, wie ein Fall von der Liste gestrichen wurde, an dem er lang und hart gearbeitet hatte, um einen Schurken zu überführen, hieß der CPS deshalb auch Criminal Protection Service, Service zum Schutz Krimineller. Die Beziehung zwischen beiden Seiten war nicht immer ungetrübt. Ein großes Problem des CPS war, dass er nur über geringe Mittel verfügte, völlig überlastet war und seine Mitarbeiter miserabel bezahlte. Wie zu erwarten diente er den jungen Berufsanfängern lediglich als Karrieresprungbrett, bevor sie sich in einer Privatkanzlei niederließen oder eine bessere Position fanden. Miss Prabhani Sundaran war sehr begabt und sehr hübsch, der Augapfel ihrer aus Sri Lanka stammenden Eltern. Dies war ihr erster größerer Fall, was eigentlich kein Problem darstellen musste. Der Antrag auf aufrechte Haltung der Untersuchungshaft war eine reine Formsache. Es war nicht abzusehen, dass Mr. Stein Price und Cornish gegen Kaution freilassen würde. Die Gewalttaten in ihrem Vorstrafenregister waren abschreckend genug. Außerdem sah er die beiden vor sich. Die Untersuchungshaft konnte immer nur für eine Woche verlängert werden, sie würden es also noch öfter miteinander zu tun bekommen, bis die Verteidigung gewählt war und sich vorbereiten konnte. Dann kam das Überstellungsverfahren, in dem die Anklage alle Beweismittel vorlegen musste. Der Magistrat würde die Angeklagten dann zur Hauptverhandlung an die nächst höhere Instanz, den Crown Court, überstellen. Doch bis dahin war Miss Sundaran sicherlich schon Beisitzerin an einem obersten Gerichtshof oder möglicherweise sogar eine Queens Council, eine Kronanwältin, die der CPS engagieren würde, um im Prozess einen Schuldspruch zu erwirken. Sie musste einfach nur das Routineprogramm abspulen und die Prozessvorschriften beachten. Vorschriften, immer nur Vorschriften. Auf ein Nicken von Mr. Stein hin erhob sie sich, las aus ihren Papieren vor und umriss den Fall so knapp wie möglich. Slade stand auf. Meine Mandanten streiten die Anklage ab und werden zu gegebener Zeit eine vollständige Strafverteidigung einreichen. Wir beantragen die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft für eine Woche, sagte Miss Sundaran. Mr. Slade? Der Richter wollte wissen, ob Mr. Slade vorhatte, eine Haftaussetzung gegen Kaution zu beantragen. Slade schüttelte den Kopf. Mr. Stein lächelte frostig. Sehr klug. Die Untersuchungshaft wird für eine Woche aufrechterhalten. Ich werde, über seine Halbbrille hinweg, blickte er beide Anwälte an. Legen Sie mir den Fall nächsten Freitagmorgen wieder vor. Alle im Gericht wussten, was er damit meinte. Er würde sich nochmals einen Antrag auf Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft anhören und dem stattgeben. So würde es weitergehen, bis Anklage und Verteidigung so weit waren, dass er den Fall an den Crown Court überstellen konnte. Price und Cornish, die noch immer Handschellen trugen, jetzt aber von Gefängnisbeamten begleitet wurden, verschwanden in Richtung Will. Mr. Slade fuhr in sein Büro zurück. Bis Montagmorgen würde er eine Antwort auf seinen Antrag auf Rechtsbeistand haben. Seine Mandanten verfügten eindeutig nicht über die Mittel, um für ihre Verteidigung zu bezahlen. Er musste also in einem der vier Inns of Court einen Barrister finden, einen Anwalt mit Zulassung beim höheren Gericht, der bereit war, den Fall gegen ein geringes Honorar zu übernehmen. Er hatte bereits ein paar Kammern der Anwaltsinnung im Auge, deren allmächtige Vorstände den Antrag nicht sofort abweisen würden, doch er wusste auch, dass er entweder irgendeinen Neuling im Geschäft bekommen würde, der Berufserfahrung brauchte, oder einen alten Aufschneider, der das Geld nötig hatte. Egal, in einer immer gewaltsamer werdenden Welt war das nichts Neues. Jack Burns kehrte in die Dover Street zurück. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich die Papiere. Er hatte noch andere Fälle zu bearbeiten, die in den letzten Tagen liegen geblieben waren. Und auch was den Hinkenden anging, gab es noch das eine oder andere Problem zu lösen. Fünfter Tag Samstag Wie versprochen schaute Dr. Paul Willis am Samstagmorgen im Krankenhaus vorbei. Bei seinem Patienten hat es keinerlei Veränderungen gegeben und er begann sich ernsthaft Sorgen zu machen. Die zweite Ultraschalluntersuchung war schnell gemacht und der Arzt studierte die Ergebnisse genau. Die Ursache für das anhaltende Koma war eindeutig kein neues Hämatom. Nachblutungen hatte es nicht gegeben. Das Gehirn hatte sich wieder zu seiner vollen Größe ausgebreitet. Auch an anderen Stellen waren keine neuen Druckquellen entstanden. Und trotzdem waren der Intrakraniale und der Blutdruck nach wie vor zu hoch. Er sah den Albtraum eines jeden Neurochirurgen aus sich zukommen. Schwere, diffuse axionale Verletzungen durch die Dritte konnte er nicht auf dem Ultraschall erkennen. Doch wenn der Gehirnstamm oder die Hirnrinde irreversibel verletzt waren, würde der Mann entweder so lange in einem rein vegetativen Status verharren, bis sie die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellten, oder er würde sterben. Willis beschloss, nach dem Wochenende den Gehirnstamm neurologisch zu testen. Unten im Auto wartete nämlich seine Frau, die sich sehr auf die Lunchparty in Oxfordshire freute, wo sie die Leute wieder treffen würden, die sie auf Corfu kennengelernt hatten. Er warf einen letzten Blick auf seinen Patienten und ging. Der Ansturm kam aus der verlassenen Gegend in der Nähe der alten Steinfestung. Es waren Hunderte. Er hatte sie in diesem erbitterten Geheimkrieg, an dem er im Bataillon B teilnahm, schon einmal gesehen. Damals waren es jedoch nur Schemen von jeweils ein oder zwei Menschen, vor den fernen, graubraunen Hügeln gewesen. Doch das hier war ein regelrechter Massenangriff. Die fanatischen Scheißkerle schwärmten aus allen Richtungen auf sie zu. Sie selbst, er und seine Kameraden waren nur zu zehnt. Dann gab es noch 50 Askaris aus dem Norden, die Polizisten aus der Gegend und ein paar unausgebildete Söldner, die wild um sich feuerten. Zu seinem Haufen gehörten zwei Fähnriche, Ruperts genannt, zwei Feldwebel, ein Unteroffizier und fünf Kavalleristen. Den feindlichen Ansturm schätzte er bereits jetzt auf über 200 Mann stark und sie kamen von allen Seiten. Er lag flach auf dem Dach ihres Truppenquartiers und blinzelte durch die Kimme seines Selbstladegewehrs. Noch bevor der Feind überhaupt wusste, aus welcher Richtung das Feuer kam, hatte er bereits drei von ihnen umgelegt. Kein Wunder, dass sie nicht zirrten, denn das Donnern der Mörser und Granaten und das Rattern der kleineren Waffen war gnadenlos. Hätte sich vor einer Stunde, als die Rebellen über den Stützpunkt bei Jebella Lee jagten, nicht ein einzelner Schuss gelöst, wäre alles längst vorbei gewesen. Als der Alarm losging, blieben ihnen nur wenige Minuten, um ihre Stellungen einzunehmen. Die erste Angriffswelle schwappte bereits auf sie zu. So wie es aussah, verwandelte allein die Anzahl der Feinde die Situation von Beschissen in Ausweglos. Weiter unten sah er einen Asgari mit dem Gesicht im Matsch der Fahrrinne liegen, die als Hauptstraße galt. Käpt'n Mike versuchte noch, die 400 Meter offenes Feld bis zur Corporal Labalaba abzudecken. Den todesmutigen Fijianer hatten sie bereits den halben Kiefer weggeschossen, doch er feuerte noch immer mit seinem veralteten, 25 Pfund schweren Feldgeschütz direkt in die Wand der Eingeborenen, die sich auf ihn zubewegte. Rechts von ihm tauchte hinter dem Fohr zwei Köpfe mit Kefia auf. Er schoss beide nieder. Von der niedrigen Hügelkette auf seiner linken kamen drei weitere. Sie hatten es auf den ausweichenden und sich duckenden Käpt'n auf dem offenen Feld abgesehen. Er feuerte den Rest seines Magazines auf sie ab, erwischte einen und verjagte die beiden anderen. Dann rollte er sich herum, um das Magazin zu wechseln. In dem Moment schwirrte eine verdammt große Rakete aus seiner Karl Gustav über seinen Kopf hinweg. Keine zehn Zentimeter und sie hätte Hackfleisch aus ihm gemacht. Unter den Dachsparren, auf denen er lag, hörte er seinen Fähnrich am Funkgerät, einen Jagdbomber vom Typ Strike Master anfordern. Ein Schlag und es wäre mit dem Haufen da unten vorbei. Mit dem neuen Magazin erledigte er noch ein paar Männer in dem Ansturm, bevor sie zu Käpt'n Mike gelangen konnten, der gerade in den Schützengraben abgetaucht war, um sich mit dem Sanitätsunteroffizier Tobin um die beiden Fijianer zu kümmern. Er wusste in dem Moment noch nicht, was er später erfahren würde, nämlich, dass sie dem unerschrockenen Labalaba eine zweite Kugel durch den Kopf gejagt hatten, die er nicht überlebte. Genauso wenig wusste er, dass auch Tobin tödlich verletzt worden war, nachdem er den Kavalleristen Tee versorgt hatte, der drei Kugeln abbekommen hatte, aber immer noch lebte. Zufälligerweise entdeckte er den Terroristen, der die Carl Gustav bediente, die ihn beinahe umgebracht hätte. Er kauerte zwischen zwei Sandhaufen direkt neben dem zerfetzten Feldkabel. Er zielte genau und jagte ihm eine schöne NATO 7,62 aus Kupfernickel direkt durch den Hals. Die Carl Gustav verstummte, doch die ohrenbetäubenden Stöße aus den Mörsern und dem anderen rückstoßfreien Geschütz der Terroristen donnerten weiter. Endlich kamen die Strikemaster. Keine 50 Meter hoch rasten sie unter den Wolken vom Meer herbei. Bomben und Bordwaffen brachen schließlich den Kampfwillen des Feindes. Die Angreifer fielen zurück und zerstreuten sich in alle Richtungen. Sie begannen zu rennen und schleppten ihre Verwundeten und die meisten Toten mit. Später würde er erfahren, dass er mit seinen Kameraden einem Ansturm von drei bis vierhundert Männern standgehalten und dabei fast hundert von ihnen ins Jenseits geschickt hatte. Als der Lärm der Waffen langsam verebte, lag er noch immer auf dem Dach. Er lachte vor Erleichterung und fragte sich, was Auntie May wohl jetzt zu ihm sagen würde. Auf der Intensivstation des Royal London war der hinkende Mann noch immer ganz weit weg. Sechster Tag Sonntag Jack Burns war ein Mann, der sich gelegentlich ein simples Vergnügen gönnte, zum Beispiel sonntags lang im Bett zu bleiben. An diesem Tag sollte es ihm verwehrt werden. Um sieben Uhr fünfzehn klingelte das Telefon. Es war der diensthabende Sergeant im Doverknast. »Er ist gerade ein Mann reingekommen, der immer frühmorgens mit seinem Hund spazieren geht«, sagte der Sergeant. Burns überlegte schlaftrunken, wie lange er brauchen würde, um den Sergeant zu erwürgen. »Er hält eine Brieftasche in der Hand«, fuhr der Sergeant fort. »Behauptet, sein Hund habe sie auf einem unbebauten Grundstück aufgestöbert. Es liegt ungefähr eine Viertelmeile von der Wohnsiedlung entfernt.« Burns war jetzt hellwach. »Billig? Aus Plastik? Schwarz?« »Sie haben sie schon gesehen?« »Halten Sie den Mann fest. Lassen Sie ihn nicht gehen. Ich bin in zwanzig Minuten da.« Der Mann mit dem Hund war Rentner, ein Mr. Robert Whittaker. Aufrecht und ordentlich saß er in einem der Verhörzimmer und hielt eine Tasse Tee in den Händen. Mr. Whittaker machte seine Aussage, unterschrieb sie und ging wieder. Burns rief das Polsa-Team an und bat den verdrießlichen, leitenden Beamten um eine akribische Durchkämmung des gut 2000 Quadratmeter großen Grundstücks. Bis Sonnenuntergang sollte der Bericht auf seinem Schreibtisch liegen. Es hatte jetzt seit vier Tagen nicht mehr geregnet, doch der Himmel sah grau und verhangen aus. Er wollte verhindern, dass die Sachen, die vielleicht aus der Brieftasche herausgefallen waren, aufgeweicht wurden. Dann endlich nahm er die Brieftasche genauer unter die Lupe. Er entdeckte die leichten Einbuchtungen durch die Hundezähne und eine Spur Hundespeichel. Welche Hinweise würde sie ihnen noch liefern? Er nahm die Brieftasche mit einer Pinzette und steckte sie in einen Plastikbeutel. Dann rief er in der Abteilung für Fingerabdrücke an. Ja, er wisse, dass Sonntag sei, wiederholte er, aber dies sei wirklich dringend. An diesem Tag füllten die Spurensicherer acht Müllsäcke mit Abfällen von dem verlassenen, von verdorrtem Gras überwucherten Grundstück an der Mandela Road. Die Auswertung des Materials dauerte bis in die Nacht hinein. Doch sie fanden nichts, was aus der Brieftasche hätte stammen können, die, wie Mr. Whittaker ausgesagt und Burnt sich überzeugt hatte, vollkommen leer gewesen war. Er lag ängstlich zusammengekauert in dem fast dunklen Raum. Das einzige flackernde Nachtlicht am Ende des Zimmers warf seltsam huschende Schatten an die Decke. In den Betten des Waisenhausschlafsaals hörte er andere Jungen im Schlaf murmeln oder manchmal aus einem schlimmen Traum aufschluchzen. Er wusste nicht, was aus ihm werden und wo er hin sollte, jetzt, wo Mom und Dad nicht mehr da waren. Er wusste nur, dass er in dieser neuen Umgebung allein war und Angst hatte. Wahrscheinlich wäre er irgendwann eingedöst, doch als die Tür aufging und ein Rechteck aus Licht vom Flur ins Zimmer fiel, schreckte er hoch. Dann beugte sie sich über ihn. Sanfte Hände steckten die Decke um ihn fest und strichen ihm das verschwitzte Haar aus dem Gesicht. »Was ist, mein Junge? Schläfst du immer noch nicht? Jetzt sei ein braves Kind und schlaf ein. Gott und alle seine Engel werden über dich wachen, bis Auntie May morgen früh wiederkommt.« So getröstet glitt er endlich in die warme Dunkelheit einer endlosen Nacht. Es war die diensthabende Schwester auf der Intensivstation in Royal London. Sie hatte es schon im Dover-Knast versucht, doch Burns hatte der Abteilung auch seine Privatnummer hinterlassen, unter der sie ihn notfalls erreichen konnten. »Die I Burns, hier ist das Royal London. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Patient, für den Sie sich interessieren, der nicht identifizierte Mann auf der Intensivstation, heute Morgen um zehn nach sechs gestorben ist.« Jack Burns legte den Hörer auf und blickte einem weiteren anstrengenden Tag entgegen. Jetzt hatte er es mit einem Mordfall zu tun. Wenigstens bekam er damit auf der Dringlichkeitsskala eine wesentlich bessere Position. Es würde eine Autopsie geben, der er beiwohnen wollte. Die beiden Tiere aus dem Will mussten zurück nach Highbury gebracht werden, wo die neue Anklage gegen sie erhoben werden würde. Das bedeutete, dass er den Magistratsvorsitzenden informieren musste und auch den Verteidiger Lou Slate. Vorschriften, mehr Vorschriften, doch man musste sich daran halten und sie genau beachten. Nur so konnte er vermeiden, dass Price und Cornish ungeschoren davon kamen, weil ein gerissener Anwalt einen kleinen technischen Verfahrensfehler aufdeckte. Burns wollte die beiden für viele Jahre hinter graue Steinmauern bringen. Das Royal London hatte eine eigene kleine Leichenhalle und eine pathologische Abteilung. Dort fand gegen Mittag die Autopsie statt. Sie wurde von Mr. Lawrence Hamilton, dem Pathologen des Innenministeriums, durchgeführt. Für Burns waren alle Gerichtspathologen schräge Vögel. Sie verrichteten eine Arbeit, die ihn anekelte. Einige von ihnen waren dabei betont fröhlich und plauderten entspannt, während sie ihre Leichen aufschnitten und zersägten. Andere gingen es wissenschaftlicher an und reagierten auf jede Entdeckung mit der kindlichen Begeisterung eines Schmetterlingssammlers, der ein seltenes neues Exemplar gefunden hat. Wieder andere waren mürrisch und einsilbig. Mr. Hamilton gehörte zur ersten Gruppe. Für ihn war das Leben wunderschön und sein Job der beste, den es gab. Obwohl Jack Burns im Laufe seiner Karriere schon an mehreren Autopsien teilgenommen hatte, kam ihm bei dem Geruch von Äther und Formaldehyd immer noch das Würgen. Als die Kreissäge sich in den Schädel grub, drehte er sich weg und starrte die Schautafeln an der Wand an. »Mein Gott, den haben Sie ordentlich in der Mangel gehabt«, sagte Hamilton, als er den bleichen, mit Blutergüssen übersäten Körper des Mannes auf dem Seziertisch in Augenschein nahm. »Sie haben ihn totgetrampelt«, sagte Burns. »Letzten Dienstag. Er hat acht Tage gebraucht, um zu sterben.« »Tod in Folge schwerer Tritte.« »Ganz so werde ich es nicht formulieren.« Er begann zu schneiden und diktierte seine Diagnosen dem Pathologieassistenten, der ihm das Mikrofon eines Diktiergerätes an den Mund hielt, während er sich um den Tisch bewegte. Es dauerte eine gute Stunde. Es gab viele Verletzungen und Mr. Hamilton widmete sich lange der alten Wunde. Der rechte Oberschenkel und die Hüfte, die vor vielen Jahren zertrümmert worden waren, wurden von Stahlschrauben und Nägeln zusammengehalten. Deshalb hatte der Mann hinken müssen. »Sieht so aus, als wäre er von einem LKW überfahren worden«, stellte Hamilton fest. »Es war eine sehr schwere Verletzung.« Er deutete auf die groben Narben an den Stellen, wo die Knochen aus der Haut getreten waren und die feineren, über die der Chirurg sich Zugang verschafft hatte. Alles andere, und das war nicht wenig, stammte vom letzten Dienstag. Die zertrümmerte linke Hand, die sie ihm in die Straße getreten hatten, die eingeschlagenen Schneidezähne, drei gebrochene Rippen, eingebrochenes Wangenbein. Burns sah sich die rechte Hand an, doch Karl Bateman hatte recht gehabt. Sie war unverletzt. Seltsam. »Todesursache?« fragte er schließlich. »Nun, Mr. Burns, Sie werden alles in meinem offiziellen Bericht lesen.« »Natürlich, bei der Verhandlung würde er zu den wichtigsten Zeugen der Anklage gehören.« »Doch unter uns gesagt, es war eine schwere axonale Gehirnverletzung.« »Der Neurochirurg hat sein Bestes getan, aber dies hier konnte er nicht sehen.« »Es ist auf dem Ultraschall nicht zu erkennen.« »Diese Hirnschädigung konnte zusammen mit dem allgemeinen Trauma durch die vielen verschiedenen Verletzungen, die jede für sich nicht lebensbedrohlich gewesen wären, nur tödlich wirken.« »Ich nähe ihn für die Verwandten wieder zusammen. Hat er Familie?« »Ich weiß es nicht«, sagte Burns. »Ich weiß noch nicht einmal, wer er war.« Den Nachmittag über erledigte er alle Formalitäten für den kommenden Tag und informierte den Magistrat, das Gefängnis und den Verteidiger. Lou Slate legte angemessenes Bedauern an den Tag. Seinem Antrag auf Rechtshilfe war stattgegeben worden und er hatte den Vormittag damit verbracht, einen Barrister für seine Mandanten zu finden. Genau wie Burns war er auf das August-Syndrom gestoßen. Fast die Hälfte der Leute, bei denen er angerufen hatte, waren im Urlaub. Im Kings Benchwalk, einer der vier Innungen, hatte er dann aber einen Juniorpartner gefunden, der bereit war, den Fall zu übernehmen. Immerhin ging es jetzt um Mord, was auf größeres öffentliches Interesse hoffen ließ. Alles hatte er aus seiner guten Seiten. »Ich muss Sie trotzdem verteidigen«, sagte er. »Machen Sie sich nicht zu viel Mühe«, erwiderte Burns und legte auf. An diesem Nachmittag gab es eine schlechte Nachricht, die aber von einer Guten wieder wettgemacht wurde. Nachdem Detective Chief Superintendent Parfit zur Eile angetrieben hatte, übermittelte die forensische Burns ihre Ergebnisse. Auf den Kleidungsstücken von Price und Cornish gab es keinerlei Blut- oder Faserspuren, die eine Verbindung zu dem Toten herstellten. Das Blut auf dem T-Shirt stammte nur von Price. Burns nahm es philosophisch. Wenn es zwischen den beiden Männern eine körperliche Auseinandersetzung gegeben hatte, hätte man auf den Kleidungsstücken Faserspuren des jeweils anderen finden müssen. Price und Cornish waren sicher zu dumm, um von den ungeheuren Fortschritten zu wissen, die in den letzten 20 Jahren in der forensischen Technologie gemacht worden waren. Heute verfügte man über Beweismittel, die in den Zeiten, als Burns noch ein junger Streifenpolizist in Paynton war, niemals entdeckt worden wären. Doch der Hinkende war durch einen Schlag und einen Tritt in die Kniekehle zu Boden gegangen. Als er dann auf der Straße lag, hatten sie ihn nur noch mit den Stiefeln bearbeitet. Die Stiefel, die man Price und Cornish 24 Stunden später ausgezogen hatte, waren staubig und von einem weiteren Tag abgenutzt. Sie lieferten nichts, was vor Gericht standhalten konnte. Doch dann kam der Anruf aus der Abteilung für Fingerabdrücke. Sie hatten auf der Brieftasche den Hundespeichel und drei verschiedene Fingerabdrücke identifiziert. Einer passte zu dem Toten, dem eindeutigen Besitzer der Brieftasche. Der andere gehörte Mr. Whittaker, der nach seiner Aussage pflichtbewusst eingewilligt hatte, sich seine Fingerabdrücke abnehmen zu lassen. Der dritte gehörte Harry Cornish. Burns war so aufgeregt, dass er mit dem Telefonhörer in der Hand aufsprang. Sind Sie sicher? Jeder Irrtum ausgeschlossen? Jack, für ein perfektes Ergebnis müssen sich die verglichenen Abdrücke in 16 Punkten entsprechen. Ich habe 21. Mehr als 100% sicher. Der Fingerabdruckspezialist würde ebenfalls als wichtiger Zeuge auftreten. Burns dankte ihm und legte auf. Jetzt haben wir dich, du Bastard, sagte er zu der Topfblume. Doch es gab noch eine letzte Frage, die ihm nicht aus dem Kopf ging. Wer war der Tote? Weshalb hatte es ihn nach Edmonton verschlagen? Nur weil er ein paar billige Blumen aufs Grab einer Frau stellen wollte, die schon lange tot war? Hatte er Familie, vielleicht irgendwo weit weg an der Küste, wie er selbst? Hatte er eine Arbeit und Kollegen? Warum hatte ihn niemand als vermisst gemeldet? Wie hatte er der Nase von Price einen so gewaltigen Schlag versetzen können, ohne die geringsten Spuren auf den Knöcheln und dem Handrücken davon zu tragen? Und warum hatte er sich überhaupt gewehrt? Wegen einer schäbigen Brieftasche, in der höchstens ein paar Scheine steckten? Dann hatte Luke Skinner eine Idee. Der Polizist, der als erster beim Tatort war. Er hat sich über den Mann gebeugt und sein Gesicht gesehen, bevor es anzuschwellen begann. Und der Sanitäter, der sich noch auf der Straße und dann im Rettungswagen um ihn gekümmert hat. Über den London Ambulance Service spürte Burns den Sanitäter auf. Als der Mann hörte, dass sein Patient gestorben war, willigte er ein, zu helfen. Am nächsten Tag hatte er Frühschicht, wollte aber um zwei Uhr mittags, wenn sein Dienst zu Ende war, gern vorbeikommen. Der Police Constable stammte direkt aus dem Revier Dover Street und wurde über den Dienstplan und das Dienstbuch ermittelt. Beim Scotland Yard fanden sie einen begabten Polizeikünstler, der sich bereit erklärte, am nächsten Tag um zwei vorbeizuschauen. Eine ausführliche Strategiesitzung mit Alan Parfitt bildete den Abschluss dieses Tages. Burns legte seinem Chef alle Beweismittel vor und dieser prüfte sie sorgfältig. Schließlich willigte er ein. Ich glaube, wir haben Aussicht auf Erfolg, Sir. Wir haben die Zeugenaussage von Mr. Patel, der außerdem beide Männer in der Gegenüberstellung identifiziert hat. Dann haben wir die kaputte Nase und Dr. Melrose, der sie drei Stunden später verarztet hat. Und wir haben die Brieftasche. Damit könnten wir lebenslänglich erreichen. Ja, ich denke schon, sagte Parfitt. Sie haben meine Unterstützung. Morgen treffe ich ein hohes Tier im CPS. Möglicherweise kann ich ihn davon überzeugen, dass wir mit diesem Fall durchkommen. Es gab Aussagen, Aussagen und noch mehr Aussagen. Die Akte zu diesem Fall war gute zehn Zentimeter dick, obwohl sie den vollständigen Autopsiebericht und die Beweismittel aus der Abteilung für Fingerabdrücke noch gar nicht enthielt. Beide Männer waren sich einig, dass die Sache bei Gericht durchgehen würde. Und Parfitt glaubte fest daran, davon auch die Leute im CPS überzeugen zu können. Achter Tag. Dienstag. Am nächsten Tag saßen Price und Cornish wieder auf der Anklagebank des Gerichtssaal Nummer 1 an der Highbury Corner. Den Vorsitz führte Mr. Stein und Miss Sundaran repräsentierte die Krone. Hinter der Glasscheibe zur Zuschauergalerie beobachteten ihre Eltern voller Stolz, wie sie in ihrem ersten Mordfall plädierte. Mr. Slade wirkte ein wenig bedrückt. Mr. Stein machte es kurz und bündig. Der Gerichtsbeamte las die neue Anklage vor. Wie immer erhob sich Mr. Slade, um zu sagen, dass seine Mandanten alles abstritten und sich ihr Recht auf Verteidigung vorbehielten. Mr. Stein zog eine Augenbraue hoch und blickte Miss Sundaran an, die für die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft um eine weitere Woche plädierte. Mr. Slade? fragte er. Kein Antrag auf Kaution, Sir. Stattgegeben, Miss Sundaran. Die nächste Anhörung wird für nächsten Dienstag 11 Uhr vormittags festgesetzt. Abführen. Price und Cornish wurden wieder in den Gefängnisbus gebracht. Miss Sundaran hielt jetzt die vollständige Akte über die beiden in Händen, worüber sie sehr erfreut war. Im Büro hatten sie ihr gesagt, dass dieser Fall sicherlich vor ein höheres Gericht kommen würde, zusammen mit ihr. Innerhalb der nächsten 24 Stunden würde das CPS die Akte an Mr. Slade weiterleiten. Dann konnte die Verteidigung mit den Prozessvorbereitungen beginnen. Eine undankbare Aufgabe, diese Verteidigung, dachte Slade schon jetzt. Wenn ich die beiden da durchkriegen will, brauche ich ein Genie mit Perücke. Das Treffen mit dem Polizeizeichner verlief erfreulich. Der Sanitäter und der Police Constable einigten sich schnell, wie der Mann, der vor einer Woche auf der Straße gelegen hatte, ungefähr ausgesehen hatte, und der Künstler machte sich an die Arbeit. Es war echte Teamarbeit. Der Künstler zeichnete, radierte und zeichnete neu. Ein Gesicht entstand. Die Stellung der Augen, die kurz geschnittenen grauen Haare, der Schwung des Kiefers. Beide Männer hatten das Opfer nur mit geschlossenen Augen gesehen. Der Zeichner öffnete sie nun, und schon blickte sie ein Mann an, der noch vor kurzem gelebt hatte. Bloß, dass er jetzt nur noch aufgeschnittenes und wieder zusammengenähtes Fleisch in einer Gefrierschublade war. Luke Skinner übernahm den Rest. Er hatte Kontakt zu einem der leitenden Beamten im Pressebüro von Scotland Yard. Am nächsten Tag sollte die Geschichte groß im Evening-Standard herauskommen. Am späteren Abend setzten sich die beiden mit dem zuständigen Kriminalkorrespondenten der Zeitung zusammen. Sie alle wussten, dass der August in der Presse als saure Gurkenzeit galt. Es gab wenig Neues, aber jetzt hatten sie eine echte Story anzubieten. Der Kriminalkorrespondent biss an. Er sah die Headline bereits vor sich. Zu Tode getrampelt. Kennen Sie diesen Mann? Unter der Zeichnung dann eine genauere Beschreibung des Mannes, mit besonderer Betonung des zertrümmerten rechten Beins und der Hüfte, die ein starkes Hinken verursachten. Skinner wusste, dass sie mehr nicht erwarten konnten. Es war ihre letzte Chance. Der Evening-Standard ist Londons einzige Abendzeitung. Zu ihrem Einzugsbereich gehört neben der Hauptstadt fast der gesamte Südosten Englands. Skinner hatte Glück. In der letzten Nacht war außergewöhnlich wenig passiert, sodass die Zeichnung des Mannes es auf die Titelseite schaffte. Kennen Sie diesen Mann? wurde in fetten Lettern gefragt. Dann kam der Hinweis auf mehr Details im Innenteil der Zeitung. Dort wurden das ungefähre Alter des Mannes angegeben, Körpergröße, Statur, Haare und Augenfarbe. Sie beschrieben die Kleidung, die er zur Zeit des Überfalls getragen hatte und äußerten die Vermutung, dass der Mann auf dem örtlichen Friedhof gewesen sei, um Blumen auf das Grab einer Mavis Hall zu stellen. Auf dem Rückweg zur Bushaltestelle sei er dann überfallen worden. Den krönenden Abschluss des Artikels bildete das Detail des Beins, das ihm vor ungefähr 20 Jahren zertrümmert worden war, was ein starkes Hinken verursachte. Burns und Skinner warteten einen ganzen Tag lang hoffnungsvoll am Telefon. Aber es blieb stumm. Auch am nächsten und übernächsten Tag meldete sich niemand. Ihre Hoffnung schwand. Ein Coronas Court, ein kurzes gerichtliches Verfahren zur Untersuchung der Todesursache, wurde offiziell eröffnet und sofort vertagt. Der Vorsitzende Corona verweigerte der Gemeinde das Recht, ein anonymes Grab anzulegen. Schließlich müsse man immer noch damit rechnen, dass sich jemand melden könne. Ist das nicht komisch und gleichzeitig auch sehr traurig, Gaff? Fragte Skinner, als er mit Burns zum Doverknast zurückging. Da lebt man in einer verdammten Großstadt wie London, mit Millionen von Menschen um sich rum. Doch wenn man ein zurückgezogenes Leben führt, wie offensichtlich dieser Mann, weiß die Welt noch nicht einmal, dass man existiert. Irgendjemand muss es wissen, erwiderte Burns. Irgendein Kollege oder Nachbar. Aber vermutlich sind sie gerade alle verreist. August. Verdammter August. Zehnter Tag. Donnerstag. Der ehrenwerte James Van Zetard, seines Zeichens Kronanwalt, stand am Erkerfenster seines Amtszimmers und schaute über den Park auf die Thamsien aus. Er war 52 Jahre alt und einer der angesehensten und erfolgreichsten Barrister der gesamten Londoner Anwaltschaft. Bereits im bemerkenswert jungen Alter von 43 Jahren hatte man ihn zum Queens Council, zum Kronanwalt ernannt. Das wirklich Außergewöhnliche daran aber war, dass er überhaupt erst seit 18 Jahren als Anwalt arbeitete. Er verdankte seinen Erfolg der Gunst des Schicksals, aber auch seinen eigenen Fähigkeiten. Als er vor zehn Jahren als Assistent eines wesentlich älteren QC gearbeitet hatte und dieser mitten in einem Verfahren erkrankt war, hatte sich Van Zetard bereit erklärt, auch allein weiterzumachen. Der Vorsitzende Richter war darüber äußerst erfreut gewesen, da er den Fall andernfalls hätte vertagen und wieder neu aufrollen müssen. Die Innung des älteren QC ging mit seinem Alleingang ein hohes Risiko ein, das sich jedoch mit dem triumphalen Freispruch des Angeklagten auszahlte. In der Anwaltschaft war man sich einig, dass Van Zetard die Jury mit seinem forensischen Wissen und seiner Redekunst beeindruckt hatte. Dass später auftauchende Beweismittel bestätigten, dass sein Mandant tatsächlich unschuldig war, hatte ihm ebenfalls nicht geschadet. Als sich Van Zetard im folgenden Jahr beim Lord Chancellor, der damals noch der konservativen Regierung unterstand, um die Position des Kronanwalts bewarb, stieß er auf wenig Widerstand. Hilfreich war sicher auch, dass sein Vater, der Earl of Essendon, als parlamentarischer Geschäftsführer im House of Lords saß. In der Anwaltschaft und in den Clubs von St. James war man sich allgemein einig, dass der zweite Sohn von Johnny Essendon alles Notwendige für den Posten mitbrachte. Dass er auch noch klug war, wurde gern in Kauf genommen. Van Zetard wandte sich vom Fenster ab, ging zu seinem Schreibtisch und rief auf dem Haustelefon seinen Verwaltungschef an. Seit 20 Jahren sorgte Michael, Mike, Creedy für den reibungslosen Ablauf sämtlicher Geschäfte der 30 Innungsanwälte. Er selbst war es gewesen, der den jungen Van Zetard entdeckt hatte, als dieser der Innung gerade erst beigetreten war. Schon bald hatte Creedy vorgeschlagen, ihn in den Vorstand der Innung zu berufen. Er sollte mit seiner Einschätzung des Mannes Recht behalten. 15 Jahre später war aus dem neuen Juniorpartner der Vorstandsvorsitzende der Innung geworden, der gleichzeitig als leuchtender Stern am Juristenhimmel galt. Er hatte eine charmante, begabte Frau, die auf ihrem Landsitz in Berkshire Porträts malte. Zwei Söhne in Harrow rundeten die schöne Erfolgsgeschichte ab. Die Tür ging auf und Mike Creedy trat in das elegante, von Bücherregalen eingerahmte Zimmer. Mike, Sie wissen, dass ich selten Rechtshilfefälle übernehme. Das ist völlig in Ordnung, Sir. Aber hin und wieder, sagen wir einmal im Jahr. Eine Art Pflichterfüllung, gut fürs Image? Einmal im Jahr ist ein guter Schnitt, Mr. V. Man sollte nichts übertreiben. Vansetat lachte. Creedy war für die Finanzen zuständig und obwohl dies eine sehr wohlhabende Innung war, mochte er es nicht besonders, wenn seine Barrister gegen geringe Bezahlung Rechtshilfefälle übernahmen. Doch jeder hatte nun mal seine Marotten, denen er nachgeben musste. Aber bitte nicht zu oft. Denken Sie an einen konkreten Fall? Man hat mir von einem Fall in Highbury Corner berichtet. Zwei junge Männer, die einen Fußgänger überfallen und totgeschlagen haben sollen. Sie behaupten, es nicht gewesen zu sein. Möglicherweise stimmt das sogar. Die Namen lauten Price und Cornish. Könnten Sie herausfinden, wer sie verteidigt und die Person fragen, ob ich sie anrufen darf? Eine Stunde später saß Lou Slade vor seinem Telefon und starrte es an, als wäre es plötzlich aus Gold und mit Diamanten besetzt. Van Sittat, murmelte er vor sich hin. Dieser verdammte Scheißkerl, James Van Sittat. Dann fasste er sich wieder und rief zurück. Am anderen Ende der Leitung meldete sich Mike Creedy. Ja, so ist es. Nun, ich fühle mich sehr geehrt und ich bin, das gebe ich, zu überrascht. Ja, ich bleibe am Apparat. Ein paar Sekunden später war der Anruf durchgestellt und der QC selbst am Apparat. Mr. Slade. Schön, dass Sie meinen Anruf entgegengenommen haben. Die Stimme war unbefangen, selbstbewusst, höflich und hatte einen vornehmen Akzent. Eton, vielleicht auch Harrow und das Gardekorb. Es war ein kurzes Gespräch, doch alles Notwendige wurde geklärt. Slade zeigte sich erfreut darüber, in der Sache Krone gegen Price und Cornish mit Mr. Van Sittat zusammenarbeiten zu dürfen. Ja, er habe die vollständige Akte mit sämtlichen Ermittlungsergebnissen. Sie sei gerade an diesem Vormittag eingetroffen. Natürlich war er gerne bereit, zu einer ersten Strategiebesprechung mit dem neuen Barrister seiner Mandanten in den Tempel zu kommen. Das Treffen wurde für zwei Uhr vereinbart. Van Sittat war genau so, wie Slade ihn sich vorgestellt hatte. Weltgewandt, charmant und höflich. Er nötigte seinem Gast eine Tasse Tee aus feinstem Porzellan auf und bot ihm, als er die leicht gelbliche Verfärbung zwischen Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand bemerkte, eine Silberdose mit teuren Zigaretten an. Dankbar steckte Slade sich einer an. Er war ein einfacher Junge aus dem East End und diese Scheißkerle machten ihn nervös. Van Sittat warf einen Blick auf die Akte, öffnete sie aber nicht. Sagen Sie, Mr. Slade, was halten Sie von dem Fall? Umreißen Sie ihn mir bitte kurz. Slade fühlte sich natürlich geschmeichelt. Dies war sein Tag. Er begann mit dem Moment, als man ihn aus dem Doverknast vom Abendessen wegrief und fasste die Ereignisse der letzten acht Tage zusammen. Mr. Patel scheint also die Schlüsselfigur in dieser Geschichte zu sein. Im Moment ist er der einzige Zeuge, sagte Van Sittat, nachdem er sich alles angehört hatte. Der Rest sind Indizien und Beweismittel aus der forensischen. Und hier steht alles drin? Ja, alles steht in der Akte. Slade war nur eine Stunde in seinem Büro und eine weitere Stunde im Taxi geblieben, um durch die Akte des CPS zu blättern. Doch die Zeit hatte gerade gereicht. Aber ich fürchte, die Beweismittel sind ziemlich erdrückend und die Mandanten haben keine anderen Alibis als einander. Sie behaupten, entweder in ihrer Wohnung geschlafen zu haben oder zusammen durch die Straßen gestrichen zu sein. Van Sittat erhob sich und zwang Slade, die halb ausgetrunkene Teetasse abzustellen und seine Zigarette auszudrücken, damit er ebenfalls aufstehen konnte. Es war wirklich sehr nett von Ihnen, persönlich vorbeizukommen, sagte Van Sittat, während er Slade zur Tür begleitete. Ich bin einfach der Ansicht, dass man am besten zusammenarbeitet, wenn man sich schon in einem frühen Stadium persönlich kennenlernt. Und ich danke Ihnen sehr für Ihren Rat. Er sagte, er wolle am Abend die Akte durchgehen und Slade am nächsten Tag im Büro anrufen. Slade erklärte, dass er den ganzen Vormittag bei Gericht sei und sie einigten sich auf ein Telefongespräch um drei Uhr nachmittags. Elfter Tag, Freitag. Der Anruf kam um Punkt drei Uhr. Ein interessanter Fall, Mr. Slade. Finden Sie nicht? Schwierig, aber vielleicht nicht unanfechtbar. Schwierig genug, wenn Mr. Patel seine Zeugenaussage aufrechterhält, Mr. Van Sittat. Zu genau dem Schluss bin ich auch gekommen. Sagen Sie, hatten unsere Mandanten irgendeine Erklärung für ihre Fingerabdrücke auf der Brieftasche oder die Behandlung der gebrochenen Nase drei Stunden nach der Tat? Nein, alles was Sie sagen ist, weiß nicht und kann mich nicht erinnern. Besonders intelligent sind Sie leider nicht. Tja, was soll man da machen? Trotzdem brauchen wir vernünftige Erklärungen. Ich glaube, es ist Zeit für ein erstes Gespräch. Ich würde die beiden gerne im Will besuchen. Slade staunte. Das war verdammt schnell. Ich fürchte, Montag bin ich den ganzen Tag bei Gericht, erwiderte er. Am Dienstag ist die Anhörung zur Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft. Wir könnten uns im Verhörzimmer in der Highbury Corner mit Ihnen zusammensetzen, bevor Sie wieder ins Will gebracht werden. Ja, ich hatte gehofft, bereits am Dienstag Einspruch erheben zu können. Mir wäre lieber, ich weiß bis dahin, auf welchem Boden ich mich bewege. Auch wenn ich es hasse, anderen das Wochenende zu verderben, würde es Ihnen morgen passen? Slade staunte noch mehr. Einspruch? Ihm wäre noch nicht einmal der Gedanke gekommen, dass ein erfolgreicher QC bei einer rein formalen Anhörung zur Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft überhaupt zugegen sein würde. Sie vereinbarten, sich am nächsten Tag um 10 Uhr morgens im Gefängnis Pendenville zu treffen. Slade wollte alles mit der Gefängnisverwaltung regeln. Zwölfter Tag Samstag Es schien sich um ein Missverständnis zu handeln. Mr. Vansetard war bereits um Viertel von neun im Gefängnis. Höflich, aber bestimmt, trat er dem Gefängnisbeamten an der Besucherrezeption gegenüber. Sie hätten sich um neun Uhr verabredet, nicht um zehn und er sei ein vielbeschäftigter Mann. Sicher würde der Solicitor bald auftauchen. Nachdem er sich mit seinem Vorgesetzten besprochen hatte, bat der Beamte einen Kollegen, den Barrister, ins Gesprächszimmer zu führen. Um fünf nach neun wurden die beiden Häftlinge in den Raum geführt. Sie starrten den Anwalt finster an, doch der ließ sich davon nicht beeindrucken. Es tut mir leid, Mr. Slade hat sich ein bisschen verspätet, sagte er. Doch er stößt sich ja bald zu uns. In der Zwischenzeit kann ich mich ja schon mal vorstellen. Mein Name ist James Vansetard. Ich bin der Barrister, der Sie vor Gericht verteidigen wird. Setzen Sie sich doch. Der Gefängnisbeamte verließ den Raum. Beide Männer nahmen Vansetard gegenüber am Tisch Platz. Der Barrister setzte sich ebenfalls und zog ihre Akte hervor. Dann schob er eine Zigarettenschachtel und Streichhölzer über den Tisch. Beide Männer zündeten sich gierig eine Zigarette an und Cornish ließ die Schachtel gleich in die Hosentasche gleiten. Vansetard lächelte sie freundlich an. Ihr beiden jungen Kerle habt euch also in Schwierigkeiten gebracht. Er blätterte in der Akte, wobei die beiden ihn durch den Nebel des Zigarettenraus beobachteten. Mr. Cornish, erblickte Harry Cornish an, den Mann mit dem strähnigen glatten Haar. Eines ihrer Probleme ist die Brieftasche. Sie wurde offensichtlich am Sonntagmorgen von einem Mann, der seinen Hund ausführte, auf einem unbebauten Grundstück an der Mandela Road gefunden. Sie lag dicht hinter dem Zaun im Gras. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie dem Toten gehörte und es waren Fingerabdrücke drauf, leider auch ihre. Weiß nicht, sagte Cornish. Ja, so ist das, wenn man so viel um die Ohren hat, kann einen das Gedächtnis schon mal verlassen. Aber es muss doch eine harmlose Erklärung dafür geben. Vermutlich werden sie mir sagen, dass sie am Mittwochmorgen, dem Tag nach dem Überfall, durch die Mandela Road gingen, um im Café dort etwas zu essen. Und dann haben sie plötzlich die Brieftasche im Rindstein liegen gesehen. Auch wenn Cornish als der Kopf des Duos galt, war er nicht wirklich klug, sondern eher verschlagen. Trotzdem glimmte es in seinen Augen auf. Ja, stimmte er zu, so ist es gewesen. Wenn es das war, was sie mir sagen wollten, werde ich es als ihr gesetzlicher Vertreter natürlich glauben. Und ihre Version der Ereignisse geht sicher so weiter, dass sie neugierig waren, wie es jeder andere auch gewesen wäre, und sich gebückt haben, um die Brieftasche aufzuheben. Das erklärt ihre Fingerabdrücke. Richtig, sagte Cornish, hab ich gemacht. Doch die Brieftasche war leider leer, überhaupt nichts drin. Da kommt ein Mann doch leicht auf die Idee, so ein Ding wie eine Spielkarte in die Luft und über den Zaun zu schleudern, ohne sich noch weiter Gedanken über die Sache zu machen. Da lag sie dann auf dem Grundstück, bis ein Hund sie gefunden hat. War es so ähnlich? Richtig, sagte Cornish. Der neue Anwalt begann ihm zu gefallen. Gerissener Hund. Wenn sie tat, zog einen Stapel Kanzleipapier aus der Aktentasche und schrieb mit schneller Hand eine Aussage auf. So, hier habe ich ihre Erklärungen notiert. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch. Wenn Sie der Meinung sind, dass es sich genauso zugetragen hat, hätten wir bei Gericht ziemlich gute Chancen. Können Sie es dann bitte unterschreiben? Cornish war kein schneller Leser, doch er kritzerte seinen Namen unter das Papier. Kommen wir zum zweiten Problem, Mr. Price, Ihrer Nase. Der Verband war verschwunden, doch die Nase war immer noch rot und geschwollen. In meinen Unterlagen steht, sie hätten sich die Nase im Krankenhaus an der St. Anne's Road verarzten lassen, und zwar um fünf Uhr desselben Nachmittags, an dem der arme Mann im Paradise Way überfallen wurde. Die Anklage versucht das ordentlich aufzublasen. Hat eben wehgetan, sagte Price. Gehen Sie beide ab und zu auf ein paar Bierchen aus? Sie nickten. Und waren Sie am Montagabend einen Trinken? Sie blickten verständnislos. Dann nickte Cornish. Die Anklage von der St. Anne's Road Vielen Dank. 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 dann an. Äußerlich bewahrte sie die Fassung, auch wenn in ihrem Magen ein Schwarm Schmetterlinge zu flattern schien. Sie war bisher immer davon ausgegangen, dass ein Verfahren seinen normalen Lauf nahm, so wie sie es im Studium gelernt hatte. Irgendjemand hatte etwas durcheinandergebracht. Die I. Jack Burns, der hinter ihr saß, beugte sich vor und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Soweit ich informiert bin, Sir, ist der Verstorbene noch nicht identifiziert worden. In dieser Hinsicht sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Wenzetat erhob sich erneut. Euer Ehren. Die Verteidigung bestreitet nicht, dass ein Mann auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Aus diesem Grund konnte er auch nicht aussagen und auf irgendeine Weise zu diesem Strafverfahren beitragen. Der genaue Nachweis seiner Identität ist deshalb nicht mehr als Beweismittel zu werten. Die Verteidigung muss ihre Frage noch einmal wiederholen. Kann in dieser Strafsache das Hauptverfahren eröffnet werden? Im Gerichtssaal war es still geworden. Miss Sundaran? fragte Stein leise. Sie wirkte wie eine junge Pilotin, die ihren ersten Alleinflug absolvierte. Gerade war ihr Motor explodiert und jemand stellte ihr die Frage, was sie jetzt zu tun gedenke. Von Seiten der Anklage halte ich die Ermittlungen für abgeschlossen, Sir. Wenzetat hatte sich wieder erhoben. In diesem Fall, Herr Richter, beantrage ich, dass heute in einer Woche das Vorverfahren beendet wird. Sie kennen wie ich das Sprichwort, aufgeschobenes Recht ist Unrecht. Meine Mandanten sitzen jetzt seit zwei Wochen in Haft, und zwar für ein Verbrechen, das sie ganz entschieden abstreiten. Da Anklage und Verteidigung ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, bitte ich, das Verfahren nicht weiter zu verzögern. Jonathan Stein dachte nach. Wenzetat hatte sich für eine sehr riskante Strategie entschieden. Als Richter im Vorverfahren kam ihm nicht die Aufgabe zu, die Angeklagten als schuldig oder unschuldig zu verurteilen. Er musste nur entscheiden, ob ein eindeutiger Tatbestand vorlag und die Beweismittel ausreichten, um die Strafsache zum Hauptverfahren ins berühmte Old Bailey, den obersten Strafgerichtshof, zu überstellen. In der Regel trat erst dort ein Barrister auf. Wenn der große Queen's Council, Wenzetat, sich herabgelassen hatte, in der Highbury Corner zu erscheinen, legte das nahe, dass er eine Einstellung des Verfahrens bewirken wollte. Gut, stattgegeben, sagte er. Heute in einer Woche. Sir, die Verteidigung wird beantragen? Nein, sie beantragt schon jetzt, dass die Krone zu dem Termin alle ihre Zeugen zum Kreuzverhör beibringt. Sie würden also eine Generalprobe haben. Wenn ein verteidigender Barrister ein Kreuzverhör durchführt, legt er alle Trümpfe der Verteidigung auf den Tisch. Normalerweise ist es die Anklage, die der Verteidigung Einblick in alle Beweismittel gewähren muss, während die Verteidigung ihre Strategie bis zum Beginn der Hauptverhandlung geheim halten kann. Die einzige Ausnahme von dieser Regel bilden überraschende, aus dem Nichts auftauchende Alibis. Stattgegeben. Miss Sundaran, sie haben eine Woche, um die Zeugen vorzubereiten und vor Gericht zu bringen. 16. Tag Mittwoch Prabhani Sundaran war in Panik und wandte sich mit ihren Ängsten an einen Vorgesetzten im CPS. Sir, ich brauche einen erfahrenen Barrister, der mich am nächsten Dienstag unterstützt. Mit Wernsitat kann ich es nicht aufnehmen. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, Prabhani, sagte ihr Vorgesetzter. Die eine Hälfte meiner Mannschaft ist noch immer in Urlaub. Sie wissen ja, August. Die andere steckt bis über beide Ohren in Arbeit. Aber Sir, Wernsitat wird die Zeugen der Anklage in die Mangel nehmen. Hören Sie, es handelt sich nur um eine Überstellung ins Hauptverfahren. Eine reine Formsache. Wernsitat hat sich für eine sehr riskante Strategie entschieden. Zu riskant. Das Gerichtsprotokoll wird uns Einsicht in die komplette Verteidigung gewähren. Das ist doch wunderbar. Ich wünschte, es wäre immer so. Und was ist, wenn Mr. Stein das Verfahren einstellt? Jetzt gehen Sie aber zu weit, Prabhani. Bleiben Sie ruhig. Stein wird nichts dergleichen tun. Er weiß, was ein überzeugender Tatbestand ist. Wir haben die Identifizierung durch Mr. Patel und seine absolut dichte Aussage. Wenn er dabei bleibt, wird Stein die Sache ans Bailey überstellen. Ohne Patel gäbe es überhaupt kein Verfahren. Jetzt gehen Sie und ziehen Sie das einfach durch. Am Nachmittag wurde alles noch schlimmer. Der leitende Magistratsbeamte kam vorbei. Eines ihrer Verfahren sei eingestellt worden. Jetzt war der ganze Freitag frei. Ob sie ihr Verfahren auf Freitag ansetzen könne? Prabhani Sundaran überlegte in Windeseile. Außer Mr. Patel und Mr. Whitaker, der Mann mit dem Hund, waren alle Zeugen von ihrer Seite Profis. Ihnen blieb nichts anderes, als sich die Zeit zu nehmen. Sie bat um eine Stunde Bedenkzeit und telefonierte herum. Um vier Uhr rief sie Magistrat an und willigte ein. James Van Zetard wurde um fünf Uhr angerufen. Auch er willigte ein. Man informierte das Pendenville-Gefängnis. Freitag, zehn Uhr morgens. Gerichtssaal Nummer eins. Vorsitzender Richter Mr. Jonathan Stein. 18. Tag. Freitag. Die Krone hatte elf Zeugen geladen und sie begannen mit dem Constable, der als erster am Tatort erschienen war. Er bestätigte, dass er an jenem Dienstag um kurz nach zwei mit einem Kollegen in einem geparkten Streifenwagen gesessen hatte, als ihn der Ruf aus der Zentrale erreichte. Sie wurden gebeten, zum Opfer eines Raubüberfalls zu fahren, das im Paradise Way auf der Straße lag. Vier Minuten nach dem Anruf seien sie dort gewesen. Während sein Kollege Verstärkung anforderte, habe er sich so gut wie möglich um den Mann, der auf der Straße lag, gekümmert. Innerhalb der nächsten fünf Minuten sei der Rettungswagen eingetroffen und habe das Opfer ins Krankenhaus gebracht. Weitere 15 Minuten später sei ein uniformierter Inspektor aufgetaucht und habe den Fall übernommen. James Vansetard lächelte den jungen Mann an. Keine Frage, sagte er und der erleichterte Constable ging zurück auf seinen Platz in einer der hinteren Reihen des Gerichtssaals. Der zweite Zeuge war der uniformierte Inspektor. Auch er wurde von Miss Sundaran durch seine Aussage geführt. Als er fertig war, erhob sich Vansetard. Inspektor, hatten Sie sich zu dem Zeitpunkt, als Sie am Tatort eintrafen, bereits Zuschauer auf der Straße versammelt? Ja, Sir. Waren noch andere Polizeibeamte in Ihrer Begleitung? Ja, Sir, wir waren zu zehnt. Haben Sie Ihre Kollegen angewiesen, jede anwesende Person zu verhören, um einen möglichen Augenzeugen des Überfalls zu finden? Das habe ich, Sir. Haben Sie zu dem gleichen Zwecke Ihre zehn Kollegen in jedes Haus und in jede Wohnung geschickt, von der man den Tatort überblicken konnte? Ja, Sir. Wie viele Stunden haben Sie insgesamt damit verbracht? Ich habe das Team bei Einbruch der Dämmerung zurückgerufen, gegen acht Uhr. Demnach haben Ihre Männer fast sechs Stunden damit verbracht, Passanten auf der Straße anzusprechen und an Türen zu klopfen? Ja, Sir. Haben Ihre Männer in dieser Zeit einen Augenzeugen aufgetrieben, der entweder den Überfall gesehen hat oder zwei Männer, auf welche die Beschreibung meiner Mandanten zutrifft? Nein, Sir. Sie haben also nach, sagen wir, über hundert Anfragen nicht einmal die Spur eines Beweismittels gefunden, dass meine Mandanten mit der Zeit und dem Ort des Verbrechens in Verbindung bringt? Nein, Sir. Vielen Dank, Inspektor. Ich habe keine Fragen mehr. Als nächstes war Jack Burns an der Reihe. Seine lange Aussage begann mit dem ersten Anruf, der ihn in der Kantine erreicht hatte, und endete damit, dass Price und Cornish des Mordes angeklagt wurden. Dann erhob sich Vansetat. Sie haben sehr gründlich in diesem Fall ermittelt, Mr. Burns? Das hoffe ich, Sir. Keinen Stein auf dem anderen gelassen? Das möchte ich behaupten. Wie viele Beamte waren im Team der Spurensicherung? Das Poser-Team war ungefähr zwölf Mann stark. Doch Sie haben keine Blutspuren von Mr. Price in der Nähe des Tatorts gefunden? Nein, Sir. Wir haben es also mit einer verletzten und gebrochenen Nase zu tun, aus der das Blut nur so herausquillt, ohne dass auch nur ein einziger Tropfen auf den Boden fällt? Wir haben keinen gefunden, Sir. So leicht ließ Burns sich nicht von einem Anwalt ködern. Sehen Sie, Mr. Burns, mein Mandant wird behaupten, dass Sie keine Blutspuren von ihm gefunden haben, weil er sich dort nicht die Nase gebrochen hat. Er war nämlich an jenem Dienstag nicht mal in der Nähe des Tatorts. Mr. Burns, wenn... Statt Fragen zu stellen, hatte Vansetat eine kurze Rede gehalten. Er wusste, dass es keine Jury gab, die er damit beeindrucken konnte. Die Rede war an den Magistratsrichter Jonathan Stein gerichtet, der ihn mit unbewegter Miene anblickte und sich Notizen machte. Miss Sundaran kritzelte ebenfalls wild auf ihrem Block. Haben die Spurensicherer beim Durchkämmen der Gegend noch nach anderen Dingen gesucht, die von den Tätern stammen könnten? Ja, Sir. Wie viele Müllsäcke haben Sie gefüllt? Zwanzig, Sir. Wurden deren Inhalte mit den feinsten Staubkämmen untersucht? Ja, Sir. Und hat es in den zwanzig Müllsäcken irgendein Beweismittel gegeben, dass meine Mandanten mit der Zeit und dem Ort des Verbrechens in Zusammenhang bringt? Nein, Sir. Trotzdem haben Sie bereits am Mittag des folgenden Tages aktiv nach Mr. Price und Mr. Cornish gesucht, um sie festzunehmen. Warum? Weil ich an jenem Tag zwischen elf und zwölf Uhr vormittags zwei positive Identifikationen erhalten habe. Ausgehend von der CRO-Fotosammlung, dem sogenannten Verbrecheralbum? Ja, Sir. Die Identifikationen stammen von dem Lebensmittelhändler Mr. V. J. Patel? Ja, Sir. Sagen Sie mir, Inspektor, wie viele Fotos hat sich Mr. Patel angeschaut? Jack Burns warf einen Blick in seine Notizen. 77. Und warum 77? Weil er auf dem 28. Foto eindeutig Mark Price erkannte und auf dem 77. Harry Cornish. 77. Ist das die exakte Zahl der jungen weißen Männer, die im Nordostquadranten Londons irgendwann einmal der Polizei aufgefallen sind? Nein, Sir. Ist die Zahl höher? Ja, Sir. Über wie viele Fotos verfügten Sie an jenem Morgen, Mr. Burns? Ungefähr 400. 400. Und trotzdem haben Sie nach der Nummer 77 Schluss gemacht. Die Identifikationen waren absolut eindeutig. Und Mr. Patel hatte nicht die Gelegenheit, sich die übrigen 323 Fotos anzuschauen? Ein langes Schweigen trat ein. Nein, Sir. Detective Inspector Burns. Mein Mandant, Mr. Price, ist, vom Hals aufwärts betrachtet, ein bulliger weißer Mann in den Mittzwanzigern mit kahlgeschorenem Schädel. Wollen Sie dem Gericht weismachen, dass es unter Ihren 400 Fotos keines mehr gibt, das dieser Beschreibung entspricht? Das kann ich nicht behaupten. Ich würde vermuten, dass es mindestens 20 sind. Untersetzte junge Männer, die sich den Schädel kahl rasieren lassen, gibt es heutzutage wie Sand am Meer. Und trotzdem bekam Mr. Patel keine Gelegenheit, das Foto von Mr. Price mit ähnlichen Gesichtern unter den 400 aufgelisteten Fotos zu vergleichen? Schweigen. Sie müssen antworten, Mr. Burns, sagte der Richter leise. Nein, Sir, die bekam er nicht. Es hätte also irgendwo in der Liste ein Gesicht geben können, das dem von Mr. Price deutlich ähnlich sieht. Mr. Patel konnte sie jedoch nicht miteinander vergleichen, weiterblättern, wieder zurückblättern oder beide nebeneinander halten, bevor er seine Entscheidung traf. Es hätte ein solches Foto geben können. Vielen Dank, Mr. Burns, ich habe keine Fragen mehr. Das war schlecht gelaufen. Die Bemerkung, untersetzte junge Männer mit rasiertem Schädel, gäbe es wie Sand am Meer, hatte Eindruck bei Mr. Stein gemacht. Natürlich sah auch er fern und der Anblick von Fußballhooligans in den Sportarenen war ihm vertraut. Mr. Carl Bateman hielt seine Aussage absolut sachlich. Er beschrieb, wie ein bewusstloser Mann ins Royal London eingeliefert wurde und schilderte alle Behandlungsmaßnahmen, die er vor der Operation durchführte. Doch als er fertig war, erhob sich, wenn sie tat, wieder. Nur eine ganz kurze Frage, Mr. Bateman. Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt die rechte Faust des Mannes untersucht? Bateman runzelte verwundert die Stirn. Ja, das habe ich. Direkt als er eingeliefert wurde oder später? Später. Wurden Sie darum gebeten? Ja. Wer hat Sie darum gebeten? Detective Inspector Burns. Hat Mr. Burns Sie gebeten, die Knöchel des Handrückens auf Verletzungen zu untersuchen? Ja, das hat er. Gab es Verletzungen? Nein. Wie lange arbeiten Sie schon in der Unfallnotaufnahme? Zehn Jahre. Sie sind also ein erfahrener Arzt. Sicher haben Sie schon oft gesehen, welche Spuren ein Faustschlag hinterlässt, sowohl im Gesicht des Angegriffenen als auch auf der Faust selbst. Ja, das habe ich. Wenn jemand mit der Faust so fest zuschlägt, dass er die Nase eines wesentlich größeren Mannes zertrümmert, müsste das nicht Spuren an den Knöcheln hinterlassen? Eigentlich schon. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verletzung ein? 80 Prozent? Ja, das könnte so stimmen. Hautabschürfungen an den Knöcheln? Blutergüsse über den feinen Knochen der Mittelhand? Vermutlich eher Blutergüsse an der Mittelhand. Ähnliche Verletzungen, wie man sie bei Boxern findet? Ja. Doch auf der rechten Faust des Mannes, der mittlerweile leider verstorben ist, haben Sie nichts dergleichen gefunden. Nein. Danke, Mr. Bateman. Carl Bateman konnte nicht wissen, dass der Hinkende gar nicht die geballte Faust benutzt hatte, sondern einen viel gefährlicheren Schlag. Er hatte den offenen Handballen mit voller Kraft aus der Taille hochschnellen lassen und seinen Angreifer unter der Nase erwischt. Wäre Price nicht kräftig wie ein Ochse und von vielen Schlägereien abgehärtet gewesen, hätte er unter dem Schlag bewusstlos zusammenbrechen müssen. Der Neurochirurg, Mr. Paul Willis, machte seine Aussage und verließ den Zeugenstand wieder oder dass, wenn sie tat, eine Frage stellte. Dr. Melrose vom Krankenhaus in St. Anne's Road, erging es anders. Dr. Melrose, haben Sie, als Sie zwischen 5 und halb 6 am Dienstagnachmittag vor zwei Wochen die Nase von Mr. Price untersuchten, Blutspuren in den Nasenlöchern gefunden? Ja. Waren Sie verkrustet oder noch frisch? Beides. Unten in den Nasenlöchern war das Blut bereits verkrustet, weiter oben war es noch flüssig. Sie haben einen doppelten Bruch des Nasenbeins und eine seitliche Verschiebung des Knorpels diagnostiziert? Ja. Sie haben dann die gebrochenen Knochen wieder in die richtige Position gebracht und die Nase anschließend verpflastert, um dem natürlichen Heilungsprozess seinen Lauf zu lassen? Ja, genau so war es. Angenommen, der Patient hat, bevor er ins Krankenhaus gekommen ist, trotz der Schmerzen selbst versucht, seine Nase wieder gerade zu biegen, hätte das neue Blutungen zur Folge gehabt? Ja, das hätte es. Wenn man so einen Versuch der Selbstbehandlung in Erwägung zieht, wie viele Stunden können Ihrer Meinung nach zwischen der Verletzung und dem Krankenhausbesuch von Mr. Price liegen? Sicherlich mehrere Stunden. Genauer bitte. Drei Stunden, zehn oder sogar mehr? Schwer zu sagen. Ganz genau lässt sich das leider nicht einschätzen. Dann lassen Sie mich einen möglichen Hergang der Ereignisse schildern. Ein Mann geht am Montagabend aus, betrinkt sich im Pub ganz entsetzlich und will auf dem Heimweg in den Rindstein urinieren. Über einen vorstehenden Pflasterstein gerät er ins Stolpern, stürzt nach vorn und schlägt sich die Nase an der Ladeklappe des Lastwagens eines Bauhandwerkers auf, der am Straßenrand parkt. Könnte die Verletzung, die Sie gesehen haben, von so einem Sturz am Vorabend stammen? Möglicherweise. Bitte, Mr. Melrose. Ja oder nein? Wäre das möglich? Ja. Danke, Doktor. Ich habe keine Fragen mehr. Wernse Tat hatte sich verschlüsselt an Jonathan Stein gewandt und seine Botschaft war laut und deutlich angekommen. Genau so lautet die Erklärung meines Mandanten, wollte er damit sagen. Wenn er dabei bleibt, wird die Anklage das nicht widerlegen können. Das wussten sie beide. Im hinteren Teil des Gerichtssaals fluchte Jack Burns innerlich. Hätte Melrose nicht einfach darauf bestehen können, dass die Verletzung höchstens vier Stunden alt war, als er sie behandelte? Kein Mensch hätte das Gegenteil beweisen können. Zum Teufel mit diesen gewissenhaften, ehrlichen Ärzten. Mr. Paul Finch war der Chef der forensischen Abteilung. Er war kein Polizeibeamter, denn in der forensischen beschäftigte man schon seit Jahren zivile Wissenschaftler. Sie haben eine größere Menge Kleidungsstücke aus der Wohnung der beiden Beschuldigten erhalten? Ja, das habe ich. Und außerdem jedes einzelne Kleidungsstück, das vom Opfer zur Zeit des Überfalls getragen wurde? Ja. Sie haben alles mit den modernsten Geräten untersucht, um zu überprüfen, ob sich irgendwelche Faserspuren des einen Kleiderhaufens auf dem anderen wiederfinden? Ja. Gab es solche Spuren? Nein. Sie haben außerdem ein blutdurchtränktes T-Shirt erhalten? Ja. Und eine Blutprobe meines Mandanten, Mr. Price? Ja. Passten die Blutproben zueinander? Ja. Gab es noch andere Blutspuren auf dem T-Shirt? Nein. Haben Sie irgendwelche Blutproben vom Gehsteig im Paradise Way oder aus den Straßen von Medowdien Grove erhalten? Nein. Haben Sie Blutproben erhalten, die an, um oder unter dem Lastwagen eines Bauhandwerkers in der Farrow Street gefunden wurden? Mr. Finch war jetzt völlig verwirrt. Er schaute zur Richterbank hoch, bekam von dort aber keine Hilfe. Miss Sundaran wirkte selbst völlig ratlos. Aus der Farrow Street? Nein. Genau. Keine weiteren Fragen mehr. Mr. Hamilton trug seinen Autopsiebericht mit fröhlichem Selbstvertrauen vor. Die Todesursache seien schwere axonale Verletzungen am Hirnstamm infolge wiederholter schwerer Schläge auf den Schädel gewesen, wie sie zum Beispiel durch Stiefeltritte erfolgen könnten. Haben Sie bei der Autopsie jeden Zentimeter des Körpers untersucht? fragte James Van Zetard. Natürlich. Einschließlich der rechten Hand? Mr. Hamilton schaute in seine Notizen. Ich habe mir über die rechte Hand nichts notiert. Weil sie nicht beschädigt war. Das ist die einzige Erklärung dafür. Danke, Mr. Hamilton. Im Unterschied zu den anderen gerichtserfahrenen Zeugen war Mr. Whittaker, der Mann mit dem Hund, ein wenig nervös und hatte sich für seinen Auftritt besonders fein angezogen. Er trug einen Blazer mit den Abzeichen der Royal Artillery. Dazu war er berechtigt, weil er in seiner Zeit beim National Service Feldwebeleutnant gewesen war. In seinem Club der über 60-Jährigen war die Nachricht, dass er in einem Mordprozess aussagen würde, mit freudiger Erregung aufgenommen worden und der dankbare, aber verwirrte Hund Mitch hatte jede Menge Streicheleinheiten erhalten. Miss Sundaran stellte die Fragen und Mr. Whittaker beschrieb dem Gericht, wie er Mitch auf seinen täglichen Spaziergang am frühen Morgen, kurz nach Tagesanbruch, geführt hatte. Weil er befürchtete, es könne zu regnen beginnen, hatte er an jenem Tag auf dem Heimweg eine Abkürzung über das eingezäunte, unbebaute Grundstück genommen, auf das er durch eine fehlende Zaunlatte gelangt war. Er erklärte, dass Mitch, der frei umherlief, mit einem Gegenstand im Maul zu ihm gekommen sei. Es sei eine Brieftasche gewesen. Er habe sich an den Aufruf in der Freitagszeitung erinnert und sie beim Polizeirevier in der Dover Street abgeliefert. Als er mit seiner Aussage fertig war, erhob sich jemand. Es war der Mann in dem Westend-Anzug. Mr. Whittaker wusste, dass er die Schurken auf der Anklagebank vertrat. Zu seinen Zeiten hätte man solche Typen einfach gehängt und fertig. Dieser Mann war also der Feind. Allerdings lächelte er ihn ausnehmend freundlich an. So ein früher Sommermorgen ist doch die beste Stunde des Tages. Kühl, ruhig und kaum Menschen in den Straßen, oder? Ja, das gefällt mir daran. Mir auch. Ich gehe ebenfalls oft zu der Zeit mit meinem Jack Russell spazieren. Er lächelte wieder sehr freundlich. Vielleicht doch kein schlechter Kerl. Obwohl Mitch eine Promenadenmischung war, hatte Mr. Whittaker in seiner Zeit als Busfahrer mal einen Jack Russell besessen. Der blonde Mann war vielleicht doch ganz in Ordnung. Sie sind also über das unbebaute Grundstück gegangen und haben Mitch freilaufen lassen? Ja. Und plötzlich kommt er zu Ihnen und trägt etwas im Maul? Ja. Haben Sie gesehen, wo genau er es gefunden hat? Nicht genau. Hätte es in ungefähr 10 Meter Entfernung vom Zaun sein können? Also, ich war schon ungefähr 20 Meter ins Grundstück gelaufen, als Mitch von hinten ankam. Dann hätte er die Brieftasche also auf den ersten 10 Meter nach dem Zaun aufstöbern können. Ja, ich denke schon. Danke, Mr. Whittaker. Der alte Mann staunte. Ein Gerichtsdiener führte ihn aus dem Zeugenstand. War das alles gewesen? Man brachte ihn in den hinteren Teil des Gerichtssaals, wo er einen Platz fand. Auch für die Untersuchung von Fingerabdrücken stellt die Polizei zivile Experten ein. Mr. Clive Adams war so ein Experte. Er beschrieb die Brieftasche, die man ihm geschickt hatte und auf der er drei verschiedene Fingerabdrücke entdeckte. Die Abdrücke des Finders, Mr. Whittaker, und die des verstorbenen Besitzers habe er entfernt. Den dritten Abdruck habe er dann eindeutig Harry Cornish zuordnen können. Mr. Vance-Tart erhob sich. Irgendwelche Verwischungen? Ein paar. Wie entstehen Verwischungen, Mr. Adams? Zum Beispiel, wenn ein Fingerabdruck über einem anderen liegt oder ein Fingerabdruck gegen eine andere Oberfläche reibt. Solche Verwischungen können dann als Beweismittel dienen. Kann so eine Reibung auch in einer Kleidungstasche erfolgen? Ja. Welches waren die deutlichsten Abdrücke? Die von Mr. Whittaker und Mr. Cornish. Und sie befanden sich außen auf der Brieftasche? Ja. Allerdings gab es innen auch zwei Abdrücke von Cornish. Die Abdrücke von Mr. Cornish entstanden auf die gleiche Weise. Blieben auch sie klar, weil die Brieftasche nachher nicht mehr gegen den Stoff einer Kleidungstasche rieb? Sieht so aus. Angenommen, ein Mann hat einen Raubüberfall verübt. Er öffnet die erbeutete Brieftasche, leert sie aus und steckt sie dann in die Gesäßtasche seiner Jeans. Könnte es trotzdem noch klare Fingerabdrücke auf dem äußeren Plastikmantel geben? Ja, das wäre möglich. Könnten der Jeansstoff die Enge der Tasche und die Laufbewegungen nicht bewirken, dass die Abdrücke nach, sagen wir, einer halben Meile verwischt werden? Doch, das könnte der Effekt sein. Wenn also unser Läufer die leere Brieftasche nach einer halben Meile mit Daumen und Zeigefinger wieder aus der Gesäßtasche zöge, um sie wegzuwerfen, würde er ihnen dann nur diese Abdrücke von Daumen und Zeigefinger hinterlassen? Ja. Aber wenn ein Finder käme und viele eigene Fingerabdrücke auf der Plastikoberfläche hinterließe, würden diese die Spuren von Daumen und Zeigefinger verwischen? Das ist zu vermuten. In ihrem Bericht schreiben sie, dass es ein paar Verwischungen gab, die von frischeren Abdrücken bedeckt wurden. Sie vermuten, dass diese Verwischungen auch von einer anderen Hand stammen könnten. Es waren nur Verwischungen. Die Abdrücke darunter könnten durchaus auch vom Besitzer oder von Cornish stammen. Hinten im Gerichtssaal drehte es Jack Burns den Magen um. Miss Verity Armitage. Sie hatte die Brieftasche aufgehoben, die im Blumengeschäft auf den Boden gefallen war. Mr. Adams. Die Brieftasche wurde dem Verstorbenen am Dienstag vor zwei Wochen um kurz nach zwei aus der Tasche gezogen. Am Mittwoch um dieselbe Stunde oder kurz danach befand sich Mr. Cornish bereits im polizeilichen Gewahrsam. Demnach muss er innerhalb dieser 24 Stunden seine Abdrücke auf der Brieftasche hinterlassen haben. Ja. Doch die Brieftasche wurde erst am Sonntagmorgen gefunden. Sie muss zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Tage im Gras gelegen haben. Trotzdem waren die Abdrücke deutlich zu erkennen. Es gab keine Spuren von Wasserschäden, Sir. Bei gutem trockenen Wetter ist das durchaus möglich. Dann können Sie uns genau sagen, ob Mr. Cornish seine Fingerabdrücke am Dienstagnachmittag oder am Mittwochmorgen auf dem Plastik hinterließ? Nein, das kann ich nicht, Sir. Am Mittwochmorgen schlendern zwei junge Männer die Mandela Road entlang und finden dort im Rinnstein eine Brieftasche. Neugierig geworden, was völlig normal ist, bückt sich einer von ihnen, um sie aufzuheben. Er öffnet sie und untersucht sie auf ihren Inhalt. Doch sie ist leer. Es gibt weder Geld noch Papiere. Es ist nur eine billige, wertlose Brieftasche. Er schleudert sie hoch über den Zaun, der ein unbebautes Grundstück von der Mandela Road trennt. Sie fliegt ein paar Meter weit über das Grundstück und landet dann im langen Gras, wo sie liegen bleibt, bis sie am Sonntagmorgen von einem Hund entdeckt wird. Ist das plausibel? Ich denke schon. Ja oder nein, Mr. Adams. Würden die Abdrücke dann zu denen passen, die sie gefunden haben? Ja. Das war wieder eine verschlüsselte Botschaft an die Adresse von Jonathan Stein. Harry Cornish wird aussagen, dass genau das geschehen ist. Eine vollständige Erklärung dafür, wie seine Fingerabdrücke auf die Brieftasche gekommen sind. Mr. Jonathan Stein starrte nachdenklich vor sich hin und machte sich ein paar Notizen. Jetzt blieb nur noch Mr. V. J. Patel. An seinen beiden Identifizierungen und seiner Aussage gab es absolut nichts zu rütteln. Miss Sundaran führte ihn Schritt für Schritt durch seine Zeugenaussage. Hinten im Saal entspannte Jack Burns sich wieder. Er würde seine Verurteilung bekommen. Wenn sie tat, erhob sich. Mr. Patel, Sie sind ein ehrlicher Mann. Das hoffe ich doch. Ein Mann, der, wenn er auch nur die leiseste Ahnung hätte, vielleicht einen Fehler gemacht zu haben, nicht so arrogant wäre, dies zu verheimlichen? Nein, ich hoffe nicht. In Ihrer Aussage haben Sie behauptet, Sie hätten Mr. Price so deutlich gesehen, weil er mit dem Gesicht zu Ihnen stand. Ja, er stand rechts von mir und dem Ladenfenster und hatte mir drei Viertel seines Gesichts zugewandt. Doch er hat auch das Opfer angeblickt und das hatte sein Gesicht von Ihnen abgewandt, deshalb konnten Sie ja später nicht helfen, das Gesicht des Toten zu identifizieren. Ja, und Sie sagen, der zweite Täter, hinter dem Sie Mr. Cornish vermuten, hätte hinter dem Opfer gestanden, sicher hatte er ebenfalls das Gesicht von Ihnen abgewandt. Ja, warum? Wie konnten Sie dann sein Gesicht erkennen? Mr. Patel schaute besorgt. Zu dem Zeitpunkt habe ich es noch nicht gesehen, erst als Sie um den Mann am Boden herumgelaufen sind und ihn getreten haben. Mr. Patel, wenn Sie jemanden treten würden, der am Boden liegt, wo würden Sie dann hinschauen? Natürlich auf den Mann. Sie meinen nach unten? Ja. Wenn euer Ehren gestatten, Mr. Cornish, würden Sie sich bitte erheben? Auf der Anklagebank erhob sich Harry Cornish zusammen mit dem Gefängnisbeamten, an dem er mit Handschellen gekettet war. Mr. Stein blickte verwundert, doch wenn sie tat, zögerte nicht lange. Mr. Cornish, würden Sie bitte auf einen Punkt vor Ihren Füßen schauen? Cornish gehorchte. Sein glattes Haar fiel zu einem Vorhang, durch den von der Richterbank aus niemand mehr auf sein Gesicht blicken konnte. Ein verblüfftes Schweigen trat ein. Sie können sich widersetzen, Mr. Cornish, sagte Vansetat. Mit leiser Stimme wandte er sich erneut an den Ladenbesitzer. Mr. Patel, Sie haben aus einer Entfernung von etwa 30 Metern einen dünnen Mann mit hagerem Gesicht und ohrlangem Haar gesehen. Als man Ihnen am nächsten Tag das Foto eines dünnen Mannes mit hagerem Gesicht und ohrlangem Haar zeigte, haben Sie vermutet, es müsse sich um denselben Mann handeln. Könnte es so gewesen sein? Ich denke, ja, murmelte V.J. Patel. Burns suchte vergebens den Blickkontakt zu ihm. Patel wich ihm aus. Sie haben ihn eingeschüchtert, dachte Burns. Irgendjemand hat ihn angerufen, eine ruhige Stimme, mitten in der Nacht. Man hat seine Frau und seine Tochter erwähnt. Gott, nicht schon wieder. Jetzt zu Mr. Price. Gehen Sie manchmal ins Stadion hier in Highbury, um Arsenal-Spiele zu sehen, Mr. Patel? Nein, Sir. Aber an jenem schrecklichen Tag haben Sie auf der anderen Straßenseite einen bulligen, weißhäutigen Mann mit rasiertem Schädel gesehen, oder? Ja. Wenn Sie jemals nach Highbury gingen, würden Sie dort Hunderte von solchen Typen sehen. Und wenn Sie hinter die Windschutzscheiben von 50% der Fahrzeuge blickten, die andere Autofahrer in den Straßen von Nordlondon jeden Tag mutwillig behindern, würden Sie weitere Hundert entdecken. Und wissen Sie, was all diese jungen Männer tragen, Mr. Patel? Jeans. Meistens ausgebeulte mit Ledergürtel und einem schmutzigen T-Shirt. Das ist fast schon eine Uniform. Haben Sie jemals zuvor solche Typen gesehen? Ja. Überall in London? Ja. Oder im Fernsehen, wenn wir alle darüber beschämt sind, wie ausländische Polizisten versuchen, mit den englischen Fußball-Hooligans fertig zu werden? Ja. Mr. Patel, das Opfer, kann seinen Angreifer nicht so fest geschlagen haben, wie Sie es beschreiben. Er hätte Hautabschürfungen an den Knöcheln seiner rechten Hand davontragen müssen, vermutlich sogar einen Bluterguss auf dem Handrücken. Vermutlich haben Sie gesehen, wie er seine rechte Hand hob, um vielleicht einen Schlag auf sein Gesicht abzuwehren. Könnte es so gewesen sein? Ja, ich glaube, es könnte so gewesen sein. Doch wenn Sie sich so irren konnten, ist es dann nicht möglich, dass Sie sich auch in dem Gesicht geirrt haben? Dass Sie aus 30 Meter Entfernung gesehen haben? Burns gub den Kopf in die Hände. Wer immer diesen verängstigten Ladenbesitzer instruiert haben mochte, er hatte seine Sache gut gemacht. Patel machte nicht den Eindruck, als wolle er nicht mehr mit der Polizei zusammenarbeiten. Man konnte ihn keinesfalls als Zeugen der Anklage bezeichnen, der sich unerwartet als feindlich erweist. Er war nur von völlig sicher zu möglicherweise und von bestimmt zu vielleicht übergegangen. Doch vielleicht reichte nicht. Mit vielleicht ließ eine Jury sich nicht überzeugen. Als der niedergeschlagene Mr. Patel den Zeugenstand verlassen hatte, wandte sich Miss Sundaran an Mr. Stein. Aufgrund der Gesamtheit der Tatsachen beantragt die Anklage die Überstellung des Verfahrens an den Crown Court. Die Anklage lautet auf Mord. Der Richter erhob eine Augenbraue in Richtung James Van's Etat. Beide wussten, was jetzt kommen würde. Man hätte eine Nadelfallin hören können. Herr Richter, wir kennen beide Sinn und Bedeutung unseres Rechtssystems. Sie müssen genügend Beweismittel vor sich haben, die es einer vernünftigen Jury unter guter Führung ermöglichen, ein sicheres Urteil zu fällen. Vorausgesetzt natürlich, diese Beweismittel bleiben unwiderlegt. Die beiden letzten Worte zog Van's Etat in die Länge, um zu betonen, für wie unwahrscheinlich er dies hielt. Einen solchen Fall haben wir hier nicht vorliegen, Sir. Die Krone verfügte über drei ernsthafte Beweismittel. Mr. Patel, die gebrochene Nase und die Brieftasche. Mr. Patel, den wir sicher als einen ehrlichen und grundanständigen Mann bezeichnen können, ist zu der Einsicht gelangt, dass er möglicherweise zwei Männer identifiziert hat, die denen, die er an jenem Nachmittag sah, lediglich ähnlich waren. Womit wir noch die gebrochene Nase von Mr. Price und die Fingerabdrücke von Mr. Cornish auf einer leeren, weggeworfenen Brieftasche hätten. Sir, streng genommen muss sie das, was an einem anderen Tag in einem anderen Gericht gesagt oder nicht gesagt wird, genauso wenig interessieren wie die weitere Beweisführung der Verteidigung in diesem Fall. Doch Ihre beträchtliche Erfahrung sagt Ihnen sicher, dass auch die Behauptungen bezüglich Nase und Brieftasche noch vollständig und überzeugt widerlegt werden. Sowohl für die gebrochene Nase als auch für die Brieftasche gibt es völlig logische Erklärungen. Ich denke, wir wissen beide, dass eine Jury in so einem Fall kein sicheres Urteil fällen kann. Deshalb beantrage ich die Einstellung des Verfahrens. Eine Jury, dachte Jonathan Stein, wird ihre Mandanten frisch gewaschen und fein gemacht in Hemd, Krawatte und Jackett sehen. Das Strafregister dieser beiden Totschläger wird sie jedoch niemals zu Gesicht bekommen. Sie, wenn sie tat, werden ihren Freispruch erreichen und wir bei Gericht haben viel Zeit und öffentliche Gelder verschwendet. Nur mit größtem Bedenken stimme ich mit Mr. Wernsetat überein. Das Verfahren wird eingestellt, die Beschuldigten sind freigesprochen. Äußerst angewidert von seinem eigenen Urteil verließ er die Richterbank. Bitte alle erheben, rief der Gerichtsbeamte ein wenig spät, da die meisten Anwesenden bereits zu den Türen eilten. Cornish und Price, die jetzt von den Handschellen befreit waren, wollten Wernsetat von der Anklagebank aus die Hand schütteln. Doch der ging erhobenen Hauptes an ihnen vorbei in den Flur. Da die Aufzüge meist überfüllt sind, braucht man einige Zeit, um vom zweiten Stock ins Erdgeschoss des Gerichtsgebäudes zu gelangen. Doch zufällig kam Jack Burns als erster unten an. Er blickte düster und wütend vor sich hin. Price und Cornish, jetzt wieder freie Bürger, stolzierten fluchend und schimpfend hinter seinem Rücken zur Tür. Burns drehte sich um. Jetzt standen sie sich im Abstand von 20 Metern gegenüber. Beide Verbrecher hoben gleichzeitig die Faust mit dem ausgestreckten Mittelfinger und reckten sie dem Detective entgegen. Das war's dann wohl, du Schwein, brüllte Price. Sie stolzierten weiter auf die Highbury Road hinaus und schlugen den Weg zu ihrer Wohnung ein. Unangenehm, sagte eine ruhige Stimme neben Burns. Er sah das gut frisierte blonde Haar, die gleichgültigen blauen Augen und die gelassene, selbstbewusste Haltung des Mannes. Eine Welle des Abscheus stieg in ihm hoch. Vansetat und seinesgleichen ekelten ihn an. Ich hoffe, Sie sind stolz auf sich, Mr. Vansetat. Die beiden haben einen harmlosen alten Mann umgebracht. Das ist so sicher, wie wir hier stehen. Ihnen haben wir es zu verdanken, dass Sie wieder auf freiem Fuß sind, bis Sie wieder zuschlagen. Seine Wut kochte über und er bemühte sich noch nicht einmal um Höflichkeit. Himmel, machen Sie noch nicht genug Kohle, damit die Megareichen unten am Strand zu verteidigen? Warum müssen Sie sich für die paar Pfennig Rechtshilfe hier einmischen und diese beiden Tiere freikämpfen? In Vansetats blauen Augen stand kein Spott, sondern eher eine Spur Mitleid. Dann geschah etwas Seltsames. Er beugte sich vor und flüsterte Burns etwas ins Ohr. Der Detektiv spürte den Hauch eines teuren, aber diskreten Herrenparfums. Auch wenn Sie dies überrascht, Mr. Burns, murmelte er, es hat etwas mit dem Triumph der Gerechtigkeit zu tun. Dann verschwand er durch die Drehtür. Ein Bentley mit Chauffeur kam wie auf ein Stichwort vorgefahren. Vansetat warf seine Aktentasche auf den Rücksitz und stieg ein. Der Bentley rollte los und verschwand. Triumph meines Arches, zischte Burns. Es war Mittag. Er beschloss, die zwei Meilen zum Revier zu Fuß zu gehen. Auf halbem Weg ging sein Piepser los. Es war das Revier. Burns benutzte sein Handy und rief an. Der Kollege an der Rezeption meldete sich. Hier ist ein alter Knabe, der mit Ihnen sprechen will, behauptet er habe den Verstorbenen gekannt. Der Mann war ein typischer Pensionär und ein typischer Londoner. Burns fand ihn in einem der Verhörzimmer, wo er still vergnügt unter einem Schild mit der Aufschrift »Rauchen verboten« vor sich hin paffte. Er war ihm sofort sympathisch. »Albert Clark«, stellte er sich vor, »aber alle nennen mich Nobby.« Burns und Nobby Clark nahmen an einem Tisch einander gegenüber Platz. Der DI blätterte seinen Notizblock auf. »Für meine Unterlagen, vollständiger Name und Adresse?« Als sie bei dem Stadtteil ankamen, in dem Nobby lebte, unterbrach Burns ihn. »Williston, das ist ja meilenweit von hier entfernt.« »Ich weiß, wo Williston liegt«, sagte der Pensionär. »Ich lebe dort.« »Der Verstorbene auch?« »Natürlich.« »Da erkennen wir uns doch nicht.« Er gehörte zu den Cockneys, die aus jeder Aussage eine Frage machen, indem sie ein überflüssiges Wort ans Ende setzen. »Und Sie sind den ganzen Weg gekommen, um mir etwas über ihn zu erzählen?« »Das erschien mir nur recht und billig, wo er doch tot ist«, erwiderte Nobby. »Sie müssen die Kerle kriegen, die ihm das angetan haben, und sie einlochen.« »Ich hatte sie«, sagte Burns. »Das Gericht hat sie gerade freigesprochen.« Clark war schockiert. In einer Schublade fand Burns einen Aschenbecher und der alte Mann drückte seine Kippe aus. »Das ist nicht richtig. Wo soll das mit diesem verdammten Land nur hingehen?« »Sie sind bestimmt nicht der Einzige, der sich das fragt.« »Also, der Tote, wie lautet sein Name?« »Peter«, Burns schrieb es auf. »Peter und weiter?« »Weiß nicht. Hab ihn nie gefragt.« Burns zählte im Stillen ganz langsam bis zehn. »Wir glauben, dass er an jenem Dienstag so weit östlich in die Stadt gekommen ist, weil er Blumen auf ein Grab des örtlichen Friedhofs stellen wollte.« »Seine Mann?« »Nein. Eltern hatte er keine. Hat sie schon als Kind verloren. Ein Waisenjunge. Ist im Barnadoheim groß geworden. Wahrscheinlich meinen sie seine Auntie May. Sie war seine Hausmutter.« Burns sah einen einsamen und verlassenen kleinen Jungen vor sich und eine gute Frau, die versuchte, wieder Ordnung in sein zerstörtes kleines Leben zu bringen. Sogar zwanzig Jahre nach ihrem Tod stellte er an ihrem Geburtstag noch immer Blumen auf das Grab. Diese Geste hatte ihm vor 18 Tagen das Leben gekostet. »Wo haben Sie diesen Peter denn kennengelernt?« »Im Club.« »Club?« »Bei der Sozialhilfe. Wir haben dort jede Woche nebeneinander gesessen. Sie haben uns Stühle gegeben. Mir wegen meiner Arthritis, ihm wegen dem kaputten Bein.« Burns stellte sich vor, wie sie im Sozialamt saßen und warteten, dass die Schlangen von Antragstellern kürzer wurden. Und während sie da saßen und warteten, haben sie sich unterhalten. »Ja, ein bisschen.« »Und Sie haben nie nach seinem Familiennamen gefragt?« »Nein. Er hat ja auch nie nach meinem gefragt, nicht?« »Sie haben sich dort Ihre Rente abgeholt, oder?« »Und er?« »Seine Behindertenrente. Er hat Geld gekriegt, weil er zu 30 Prozent gehbehindert war.« »Ah, das Bein. Hat er jemals erzählt, was damit passiert ist?« »Klar. Er war in der Army, bei den Fallschirmjägern. Ein Nachtsprung. Der Wind hat ihn erwischt und in eine Felsengruppe geschleudert. Der Fallschirm hat ihn eine halbe Meile durch die Steine geschleift. Bis seine Kameraden ihm helfen konnten, war von dem rechten Bein fast nichts mehr übrig.« »War er arbeitslos?« »Peter«, Nobby Clark klang verächtlich. »Gott bewahre! Der hätte niemals einen Penny angenommen, der ihm nicht zustand. Er war Nachtwächter.« »Natürlich. Allein leben, allein arbeiten. Keiner, der einen vermisst meldet. Und die Firma, bei der er angestellt war, hatte sicher gerade Betriebsferien.« »August. Verdammter August.« »Woher wussten Sie, dass er tot ist?« »Zeitung. Sie haben es im Standard gebracht.« »Das war vor neun Tagen. Warum haben Sie so lange gewartet?« »August. Den Monat fahre ich immer zwei Wochen zu meiner Tochter auf die Isle of Wight. Bin erst gestern Abend zurückgekommen. Tut gut, wieder in den Abgasen zu sein. Dieser frische Seewind die ganze Zeit hätte mich fast umgebracht.« Zufrieden hustend steckte er sich eine neue Zigarette an. »Und wie kamen Sie an eine neun Tage alte Zeitung?« »Erdäpfel.« »Erdäpfel?« »Kartoffeln«, sagte Nobby Clark geduldig. »Nobby, ich weiß, was Erdäpfel sind. Aber was haben Sie mit dem Toten zu tun?« Als Antwort griff Nobby Clark in eine seiner Jacketttaschen und zog eine zerrissene alte Zeitung hervor. Es war die Titelseite des Evening Standard vor neun Tagen. »Heute Morgen bin ich zum Gemüsehändler gegangen, um mir ein paar Erdäpfel zum Essen zu kaufen. Als ich sie zu Hause ausgewickelt habe, hat er mich vom Küchentisch angestarrt.« Ein altmodischer Gemüsehändler, der seine Kartoffeln noch immer in Zeitungspapier einwickelte. Aus der lehmverschmierten Zeitung heraus habe der Hinkende zu ihm hochgeblickt. Auf der Rückseite der Seite 2 stand dann der Artikel mit weiteren Details, zu denen auch der Hinweis auf Detective Inspector Burns im Doverknast gehörte. »Also bin ich sofort hergekommen, nicht?« »Soll ich Sie heimfahren, Nobby?« Der Alte strahlte. »Hab schon 40 Jahre nicht mehr in einem Polizeiauto gesessen. Allerdings«, bemerkte er großzügig, »waren es damals echte Bullen.« Burns rief Luke Skinner und bat ihn, den Schlüssel an den Band zu holen, den man in der Hosentasche des Toten gefunden hatte. Dann sollte er mit dem Auto vorfahren. Sie setzten Nobby Clark vor seinem Wohnheim ab, ließen sich die Adresse des zuständigen Sozialhilfeamts geben und fuhren weiter. Bei der Sozialhilfe wollten sie gerade schließen und von den Angestellten war niemand mehr zu sprechen. Burns zuckte seinen Dienstausweis und verlangte den Abteilungsleiter. »Ich suche einen Mann. Der Vorname ist Peter, Familienname unbekannt. Mittelgroß, mittelschwer, grauhaarig, zwischen 50 und 55 Jahre alt. Er hat stark gehinkt und sich hier seine Rente für die 30-prozentige Gehbehinderung abgeholt. Hat immer«, Burns blickte sich im Raum um, »an der Wand standen mehrere Stühle.« »Dort drüben, neben Nobby Clark gesessen. Können Sie mir weiterhelfen?« In den Büros der Sozialhilfe wird nicht viel geplaudert, zumindest nicht zwischen den Angestellten hinter ihren Theken und Eisengittern und den Antragstellern draußen. Endlich glaubte sich eine der Sachbearbeiterinnen, an einen solchen Mann erinnern zu können. »Peter Benson?« Der Computer erledigte den Rest. Der Abteilungsleiter lud die Akte von Peter Benson herunter. Weil mit der Beihilfe immer wieder Betrug getrieben wurde, gab es schon seit Jahren Fotos der Berechtigten. Es war nur ein kleines Passfoto, doch es reichte. »Adresse?«, fragte Burns und Skinner notierte sie. »Er war schon drei Wochen nicht mehr da«, bemerkte der Beamte. »Wahrscheinlich macht er gerade Urlaub.« »Nein, er ist tot«, sagte Burns. »Sie können die Akte schließen. Er wird nicht mehr kommen.« »Sind Sie sicher?«, fragte der Mann. Diese Unregelmäßigkeit irritierte ihn. »Man hätte uns offiziell informieren müssen.« »Das kann er nicht mehr«, sagte Burns. »Wie rücksichtslos von ihm.« Mit Hilfe des Londoner Stadtplans und dem Befragen einiger Nachbarn fanden die beiden Detectives die richtige Adresse. Es war wieder ein Wohnblock und die kleine Einzimmerwohnung befand sich im vierten Stock. Der Lift funktionierte nicht mehr, also mussten sie die Treppe hinaufsteigen. Sie schlossen die Tür auf. Die Wohnung war schäbig, aber ordentlich. In den drei Wochen hatte sich Staub angesammelt und auf der Fensterbank lagen ein paar tote Fliegen, doch es gab keine schimmelnden Essensreste. Auf dem Abtropfgestell neben der Spüle standen ein paar saubere Teller und Tassen. In der Nachttischschublade fanden sie ein paar Erinnerungsstücke an die Armee und fünf Militärorden, darunter eine MM, die Military Medal, für besonderen Mut in der Schlacht. Auf dem Regal standen ein paar zerlesene Taschenbücher und an der Wand hingen ein paar Drucke. Burns blieb vor einem gerahnten Foto über dem Sofa stehen. Es zeigte vier junge Männer, die lächelnd in die Kamera blickten. Im Hintergrund schien sich ein Streifen Wüste zu erstrecken und ein Teil einer alten Steinbefestigung. Unter dem Bild stand Mirbad 1972. »Was ist Mirbad?«, fragte Skinner, der jetzt neben Burns stand. »Eine Stadt, eine Kleinstadt in Dofa, einer östlichen Provinz von Oman auf dem untersten Teil der arabischen Halbinsel.« Die jungen Männer trugen Wüstenanzüge. Einer hatte eine arabische Kefi aus kariertem Tuch auf dem Kopf, die von zwei schwarzen Kordeln gehalten wurde. Die anderen drei trugen sandfarbene Barretts mit einem Abzeichen vorn. Burns wusste, dass er mit einer Lupe in dem Abzeichen einen geflügelten Dolch mit drei Buchstaben darüber und drei kurzen Worten darunter erkennen würde. »Woher weißt du das?«, fragte Skinner. »Die Queen ist einmal nach Devon gekommen. Ich war an dem Tag für den königlichen Geleitschutz zuständig. In unserer Abteilung waren noch zwei Männer aus diesem Regiment. Als Geleitschutz muss man manchmal stundenlang rumstehen und warten. Wir haben alle in Erinnerung geschwägt und sie haben uns von Mirbad erzählt.« Was war dort los? Eine Schlacht. Es gab dort einen Krieg, einen geheimen Krieg. Aus Jemen hatten sie kommunistische Terroristen über die Grenze geschleust, um den Sultan zu stürzen. Wir haben eine Betteinheit runtergeschickt, ein British Army Training Team. Eines Tages hat eine 200 bis 300 Mann starke Terroristengruppe die Stadt Mirbad und die dort stationierte Garnison angegriffen. Die Garnison bestand aus zehn Männern unseres Regiments und einer Gruppe von Söldnern aus der Gegend. »Wer hat gewonnen?« Burns zeigte mit dem Finger auf das Foto. »Sie haben gewonnen.« »Knapp. Haben zwei Männer aus der Truppe verloren und über 100 Terroristen über den Haufen geschossen, bevor die endlich Aufgaben und die Flucht ergriffen.« Drei der Männer auf dem Foto standen, während der vierte vor ihnen kniete. Eine vergessene Wüstenstadt vor 24 Jahren. Der kniende Mann war Kavallerist, hinter ihm standen ein Feldwebel, ein Unteroffizier und ein junger Fähnrich, ein Offiziersanwärter. Skinner beugte sich vor und tippte den hockenden Kavalleristen an. »Das ist er, Peter Benson.« »Armer Kerl. Hat das alles überlebt, um sich dann in Edmonton todtrampeln zu lassen?« Den Kavalleristen hatte Burns schon längst identifiziert. Er starrte den Fähnrich an. Das gut frisierte blonde Haar wurde von dem Barrett bedeckt und die arroganten blauen Augen waren im gleißenden Sonnenlicht zusammengekniffen. Doch dieser junge Fähnrich würde bald heimfahren, die Armee verlassen, Jura studieren und ein Vierteljahrhundert später einer der großen Anwälte seines Landes sein. Ein scharfes Atemgeräusch neben Burns verriet, das auch Skinner begriffen hatte. »Aber ich verstehe das nicht«, sagte der Detective Sergeant. »Sie haben seinen Kameraden totgetrampelt und er hat alles daran gesetzt, um die beiden Täter rauszuhauen.« Burns hörte noch die Stimme mit dem vornehmen Akzent im Ohr. »Auch wenn Sie dies überrascht, Mr. Burns.« Erst als er jetzt in die Gesichter dieser vier jungen Soldaten aus einer älteren Generation starrte, begriff Jack Burns, was der trügerisch gelassene Anwalt gemeint hatte. Er hatte nicht von der Gerechtigkeit des Old Bailey gesprochen, sondern von der des Alten Testaments. »Gaff?« fragte der besorgte junge Mann neben ihm. »Was wird passieren, wenn der Feldwebel und der Unteroffizier auf dem Bild Price und Cornish über den Weg laufen?« »Frag lieber nicht, mein Freund. Das willst du doch nicht wirklich wissen. 24. Tag. Donnerstag. Die Beerdigung fand auf dem Friedhof des Special Air Service Regiment in der Nähe von Herford statt. Man bettete den Körper eines alten Soldaten zur letzten Ruhe. Es gab einen Hornisten, der ein letztes Horn-Signal spielte. Eine Salve wurde über dem Grab abgefeuert. Ungefähr zwölf Personen waren anwesend, unter ihnen ein berühmter Barrister. Am selben Abend wurden zwei Leichen aus einem See in der Nähe der Wendstead Marshes im Osten von London gefischt. Man identifizierte sie als Mr. Mark Price und Mr. Harry Cornish. Der Pathologe schrieb in seinem Bericht, dass beide Männer erdrosselt worden seien, und zwar, was äußerst ungewöhnlich schien, mit einer Klavierseite. Die Akte zu diesem Fall wurde geöffnet, aber nie geschlossen. Whispering Wind Kein Weißer hat das Massaker der Männer unter General Custer vom 25. Juni 1876 am Little Big Horn überlebt. So will es seit jeher die Legende. Doch das stimmt nicht ganz, denn einen einzigen Überlebenden gab es. Es war ein 24-jähriger Scout namens Ben Craig. Dies ist seine Geschichte. Der Scout mit seiner feinen Nase witterte ihn als erster, den schwachen Geruch von brennendem Holz im Präriewind. Er ritt an der Spitze, 20 Meter vor der Patrouille aus zehn Kavalleristen, die als Spähtrupp vor der Hauptkolonne das westliche Ufer des Rosebud Creek erkundeten. Ohne sich umzudrehen hob der Scout seine rechte Hand und brachte sein Pferd zum Stehen. Der Sergeant und die neun Soldaten hinter ihm taten es ihm gleich. Der Scout glitt von seinem Pferd und ließ es friedlich grasen, während er zu einer flachen Böschung zwischen Reitern und Creek trottete, wo er sich zu Boden fallen ließ, weiter robbte und verborgen im hohen Gras über den Kamm spähte. Sie hatten ihr Lager zwischen der Hügelkette und dem Ufer des Stroms aufgeschlagen, ein kleines Lager, nicht mehr als fünf Zelte, eine einzige größere Familie. Die Tipis deuteten auf Cheyenne aus dem Norden hin. Der Scout kannte sie gut. Die Tipis der Su waren hoch und schmal, die Zelte der Cheyenne hingegen gedrungener, hatten aber dafür eine größere Grundfläche. Die Zeltwände waren mit einfachen Darstellungen von Jagdszenen verziert, in ihrer Art ebenfalls typisch für die Cheyenne. Der Scout schätzte, dass das Lager zwischen 20 und 25 Personen beherbergte, doch die Hälfte von ihnen, die Männer, musste auf der Jagd sein. Das erkannte er daran, dass nur sieben Ponys in der Nähe der Zelte weideten. Um ein solches Lager mit den Männern zu Pferde, Frauen und Kindern sowie gefalteten Tipis und anderem Gepäck auf Travois zu bewegen, hätten es mindestens 20 sein müssen. Er hörte, wie der Sergeant sich neben ihm bis ans Ufer robbte und den Männern hinter sich ein Zeichen gab, am Boden zu bleiben, bevor der Ärmel seiner Uniform mit den drei Winkeln neben dem Scout auftauchte. »Was gibt's zu sehen?«, flüsterte er heiser. Es war neun Uhr morgens und bereits sengend heiß. Drei Stunden waren sie schon unterwegs, denn General Custer brach gern früh auf. Trotzdem konnte der Scout die Whiskyfahne des Mannes neben ihm riechen, eine billige Präriemarke, deren Gestank stärker war als das Aroma von wilden Pflaumen, Kirschen und Hunsrosen, die so üppig am Ufer wucherten, dass sie dem Rosebud Creek seinen Namen gegeben hatten. »Fünf Zelte. Cheyenne. Im Lager sind nur Frauen und Kinder. Die Krieger sind auf dem anderen Ufer zur Jagd.« Sergeant Braddock fragte nicht, woher der Scout das wusste, sondern nahm die Information einfach als gegeben hin. Er hustete, spuckte einen strahlflüssigen Tabak aus und entblößte grinsend seine gelben Zähne. Der Scout glitt die Böschung hinab und stand auf. »Wir sollten sie in Ruhe lassen. Sie sind nicht das, wonach wir suchen.« Doch Braddock war schon drei Jahre mit der siebten Kavallerie in der Prärie unterwegs und hatte deprimierend wenig Spaß gehabt. Ein langer und langweiliger Winter in Fort Lincoln hatte ihm zwar einen unehelichen Sohn mit einer Wäscherin und Gelegenheitshure eingebracht, doch eigentlich war er in den Wilden Westen gekommen, um Indianer zu töten und er hatte nicht vor, sich dieses Vergnügen nehmen zu lassen. Das Massaker dauerte nur fünf Minuten. Die zehn Reiter trabten über die Kuppe der Böschung und fielen dann sofort in gestreckten Galopp. Der Scout bestieg sein Pferd und sah angewidert von der Uferböschung aus zu. Einer der Soldaten, ein unerfahrener Rekrut, war ein so schlechter Reiter, dass er vom Pferd fiel. Die anderen erledigten das Gemetzel. Alle Kavallerieschwerter waren in Fort Lincoln zurückgelassen worden, sodass sie ihre Colts oder die neu ausgegebenen 73er Springfields benutzten. Als die Squalls, die am Lagerfeuer über ihren Kochtöpfen kauerten, die donnernden Hufe nahen hörten, versuchten sie, ihre Kinder einzusammeln und zum Fluss zu rennen. Doch es war schon zu spät. Die Reiter galoppierten durch ihre Mitte, bevor sie das Wasser erreicht hatten, wendeten dann und preschten erneut zwischen den Zelten hindurch, wobei sie alles niederschossen, was sich bewegte. Als es vorbei war und die Alten, Frauen und Kinder tot waren, stiegen sie ab und plünderten die Tipis auf der Suche nach interessanter Beute, die sie nach Hause schicken konnten. Man hörte eine Reihe weiterer Schüsse, als die Soldaten in den Zelten auf noch lebende Kinder stießen. Der Scout ritt langsam die 400 Meter von der Uferböschung bis zum Lager, um das Blutbad näher zu betrachten. Als die Soldaten die Zelte niederbrannten, schien nichts und niemand mehr am Leben. Einer der Soldaten, kaum mehr als ein Junge, und in diesen Dingen noch unerfahren wirkte sein Frühstück aus Dörrfleisch und Bohnen heraus und beugte sich weit aus dem Sattel, um sich nicht selbst zu besudeln. Sergeant Braddock hingegen war euphorisch. Im Lager hatte er den Federschmuck eines Kriegers gefunden und ihn neben seiner Feldflasche, die eigentlich nur Quellwasser hätte enthalten sollen, an seinem Sattel befestigt. Der Scout zählte 14 Leichen, verstreut wie achtlos weggeworfene, zerbrochene Puppen. Er schüttelte den Kopf, als einer der Männer ihm eine Trophäe anbot und ritt im Schritt an den Zelten vorbei bis zum Bach, um sein Pferd zu tränken. Sie lag halb verborgen im Schilf. Frisches Blut floss über eines ihrer nackten Beine, wo sie auf der Flucht von einer Kugel im Oberschenkel getroffen worden war. Wenn er ein wenig schneller gewesen wäre, hätte er den Kopf abgewandt und wäre zurück zu den brennenden Tippis geritten. Doch Braddock hatte ihn beobachtet, war der Richtung seines Blicks gefolgt und schloss zu ihm auf. Was hast du gefunden, Junge? Sieht da, noch eine von dem Pack und sie lebt sogar noch. Er zog seinen Colt aus dem Halfter und legte an. Das Mädchen im Schilf wandte den Kopf und starrte mit vor Entsetzen leerem Blick zu ihnen empor. Der Scout packte das Handgelenk des Iren und drückte die Hand mit der Waffe nach oben. Bradocks Derbes vom Whisky gerötetes Gesicht verfinsterte sich. Lassen Sie sie leben, vielleicht weiß sie etwas, sagte der Scout. Es war die einzige Möglichkeit. Braddock zögerte, überlegte und nickte. Nicht dumm, Junge. Wir bringen Sie dem General als Geschenk mit. Er steckte seine Pistole wieder in das Halfter und machte Kehrt, um nach seinen Männern zu sehen. Der Scout stieg ab und ging ins Schilf, um sich um das Mädchen zu kümmern. Es war zum Glück ein sauberer Durchschuss. Aus kurzer Entfernung abgefeuert hatte die Kugel den Oberschenkel des fliehenden Mädchens getroffen. Es gab eine Eintritts- und eine Austrittswunde, beide klein und rund. Der Scout benutzte sein Halstuch, um die Wunde mit dem klaren Wasser des Creek auszuwaschen und dann fest zu verbinden, um die Blutung zu stillen. Als er fertig war, sah er sie an und sie starrte zurück. Sie hatte eine Mähne aus dichtem, rabenschwarzem Haar, das in Wellen auf ihre Schulter fiel und große, dunkle, von Schmerzen und Angst verschleierte Augen. Nicht alle Indianersquores waren in den Augen des weißen Mannes hübsch, doch die Cheyenne hatten von allen Stämmen die attraktivsten. Das etwa 16-jährige Mädchen im Schilf war von einer atemberaubenden, geradezu himmlischen Schönheit. Der Scout war 24 und fromm erzogen und hatte nie im alttestamentarischen Sinn eine Frau gekannt. Er spürte, wie sein Herz klopfte und musste den Blick abwenden. Er hob das Mädchen auf seine Schulter und ging zu dem verwüsteten Lager zurück. »Setzt sie auf ein Pony!«, brüllte der Sergeant und nahm erneut einen Schluck aus seiner Feldflasche. Der Scout schüttelte den Kopf. »Travois«, sagte er, »oder sie wird sterben.« Neben der glimmenden Asche der Tipis lagen mehrere Travois auf dem Boden. Sie bestanden aus zwei elastischen Kiefernstangen, die an einem Ende auf dem Rücken eines Ponys gekreuzt wurden, während die beiden anderen Enden weit gespreizt über den Boden schleiften und von einem Büffelfell überspannt wurden, auf dem man Lasten transportieren konnte. Das Travois war überdies eine bequeme Art zu reisen und für einen Verwundeten sehr viel schonender als der Pferdewagen des weißen Mannes, der bei jeder Bodenwelle heftig durchgeschüttelt wurde. Der Scout fing eines der herumirrenden Ponys ein. Es waren nur noch zwei übrig, fünf hatten bereits das Weite gesucht. Das Tier scheute und bäumte sich auf, als er die baumelnden Zügel packte. Es hatte die Witterung der weißen Männer bereits aufgenommen, ein Geruch, der ein Pinto-Pony wild machen konnte. Umgekehrt waren Pferde der US-Kavallerie beinahe nicht mehr zu zügeln, wenn sie den Geruch von Prärie-Indianern witterten. Der Scout hauchte sanft in die Nüstern des Tiers, bis es sich beruhigt hatte und ihn akzeptierte. Zehn Minuten später hatte er das Pony vor ein Travois gespannt und das Mädchen in eine Decke gewickelt auf das Büffelfell gebettet. Die Patrouille machte sich auf den Rückweg, um zu General Custer und dem Hauptkontingent der 7. Kavallerie zu stoßen. Es war der 24. Juni im Jahr des Herrn 1876. Seinen Anfang hatte der Feldzug jenes Sommers in den Ebenen im Süden Montanas mehrere Jahre zuvor genommen, als man in den heiligen Black Hills von South Dakota endlich Gold gefunden hatte. Goldsucher strömten herbei, obwohl die Black Hills für alle Zeit den Zoo zugesprochen worden waren. Erzürnt über diesen Verrat, wie sie es sahen, antworteten die Prärie-Indianer mit Überfällen auf Goldsucher und Güterzüge. Die Weißen reagierten wütend auf diese Übergriffe. Geschichten von barbarischer Grausamkeit, häufig erfunden oder maßlos übertrieben, schürten diesen Zorn, und die Weißen Gemeinden wandten sich hilfesuchend an Washington. Daraufhin kündigte die Regierung einfach den Friedensvertrag von Laramie und beschränkte die Bewegungsfreiheit der Prärie-Indianer auf ein paar kümmerliche Reservate, ein Bruchteil des Landes, das ihnen feierlich zuerkannt worden war. Diese Reservate lagen auf dem Gebiet von North und South Dakota. Als Zugeständnis an die Indianer richtete Washington jedoch auch eine Zone ein, die als die nicht abgetretenen Territorien bekannt wurde. Es handelte sich um die traditionellen Jagdgründe der Sioux, in denen es noch immer von Büffeln und Vapiti-Hirschen wimmelte. Ihr östlicher Rand wurde von der vertikalen Staatsgrenze von North und South Dakota markiert. Eine imaginäre Linie, 145 Meilen weiter westlich, die die Indianer nie gesehen hatten und sich nicht vorstellen konnten, sollte die Zone im Osten begrenzen. Im Norden bildeten der Yellowstone River, der durch das Land namens Montana nach North und South Dakota floss, im Süden der North Plate River in Wyoming, eine natürliche Grenze. In diesem Bereich durften die Indianer zunächst jagen, doch der Marsch des Weißen Mannes gegen Westen ging weiter. 1875 begannen die Sioux, ihre Reservate in Dakota zu verlassen und nach Westen in die nicht abgetretenen Jagdgründe zu ziehen. Ende des Jahres stellte ihnen das Bureau of Indian Affairs ein Ultimatum, bis zum 1. Januar in ihre Reservate zurückzukehren. Die Sioux und ihre Verbündeten fochten das Ultimatum nicht an. Sie ignorierten es einfach. Sie jagten weiter und als auf den Winter der Frühling folgte, erbeuteten sie ihre traditionelle Nahrung, den Büffel, den sanften Vapiti und die Antilope. Anfang des Frühlings gab das Bureau die Angelegenheit an die Armee weiter. Ihre Aufgabe? Die Sioux aufspüren, zusammentreiben, zurück in ihre Reservate in Dakota eskortieren. Zwei Dinge wusste die Armee allerdings nicht, wie viele Indianer sich tatsächlich von den Reservaten entfernt hatten und wo sie sich aufhielten. In der ersten Frage wurde die Armee schlicht belogen. Die Reservate wurden von Indian Agents geleitet, alle Weiß und viele von ihnen Gauner. Sie erhielten aus Washington Zuteilungen von Vieh, Mais, Mehl, Decken und Geld, um sie unter ihren Schutzbefohlenen zu verteilen. Doch viele betrogen die Indianer im großen Stil, was zu Hunger unter den Frauen und Kindern und damit zu dem Entschluss führte, wieder in die angestammten Jagdgründe zurückzukehren. Die Indian Agents hatten noch einen weiteren Grund zu lügen. Wenn sie behaupteten, dass 100% der Bevölkerung eines Reservats sich auch tatsächlich dort aufhielten, bekamen sie 100% der Warenzuteilungen. Doch mit dem Rückgang dieses Prozentsatzes verringerten sich auch die Zuteilungen und damit die Gewinne der Agenten. Im Frühjahr 1876 erzählten die Agenten der Armee also, dass nur eine Handvoll Krieger vermisst wurde. Sie logen. Tausende und Abertausende fehlten, weil sie sämtlich nach Westen gezogen waren, um in den nicht abgetretenen Territorien zu jagen. Was ihren Aufenthaltsort betraf, gab es nur eine Möglichkeit, ihn zu ermitteln. Man musste Truppen in südliche Montana schicken, um sie aufzuspüren. Also entwarf man eine Strategie. Drei gemischte Kolonnen aus Infanterie und Kavallerie sollten aufgestellt werden. General Alfred Terry würde von Fort Lincoln in North Dakota in westlicher Richtung entlang des Yellowstone River, der Nordgrenze der Jagdgründe, vorstoßen. General John Gibbon sollte von Fort Shaw in Montana nach Süden bis zum Fort Ellis marschieren und dann weiter in östlicher Richtung am Yellowstone entlang, bis er auf Terrys in entgegengesetzter Richtung vordringende Kolonne stieß. Von Fort Fetterman im Süden Wyomings sollte General George Krug in nördliche Richtung vorstoßen, die Quellflüsse des Crazy Woman Creek und den Tong River überqueren und dem Tal des Bighorn folgen, bis es zu einer Vereinigung mit den beiden anderen Kolonnen kam. Irgendwo unterwegs würde einer von ihnen auf das Hauptkontingent der Sioux stoßen. Im März brachen alle drei Verbände auf. Anfang Juni trafen sich Gibbon und Terry an der Mündung des Tong in den Yellowstone River, ohne einen einzigen Indianer auf dem Kriegspfad gesehen zu haben. Damit wussten sie zumindest, dass die Prärie-Indianer sich irgendwo weiter südlich aufhalten mussten. Gibbon und Terry beschlossen, dass Gibbons Truppen umkehren und gemeinsam mit Terrys Einheiten nach Westen marschieren sollten. Und so geschah es. Am 20. Juni erreichten die beiden Kolonnen die Mündung des Rosebud Creek in den Yellowstone River. Dort beschloss man für den Fall, dass die Indianer an diesem Flusslauf lagerten, dass die 7. Kavallerie, die Terry von Fort Lincoln an begleitet hatte, den Verband verlassen und dem Rosebud Creek flussaufwärts bis zu den Quellflüssen folgen sollte. Dabei würde sie entweder auf Indianer oder vielleicht auch auf General Krug stoßen. Niemand wusste, dass Krug am 17. Juni zufällig auf eine sehr große Ansammlung von Su und Cheyenne getroffen war und eine empfindliche Schlappe hatte einstecken müssen. Er hatte kehrtgemacht und war zurück nach Süden marschiert, wo er ungeachtet der prekären Lage fröhlich auf Rotwildjagd gegangen war. Reiter, die seine Kollegen hätten finden und warnen können, sandte er nicht aus, sodass jene nicht wussten, dass aus dem Süden keine Verstärkung zu erwarten war. Sie waren auf sich gestellt. Am vierten Tag eines strammen Marsches durch das Tal des Rosebud kehrte ein Spähtrupp mit einer Gefangenen zurück und meldete den Sieg über ein kleines Lager von Cheyenne. General George Armstrong Custer, der stolz an der Spitze seiner Kavalleriekolonne ritt, hatte es eilig. Er wollte wegen einer einzigen Gefangenen nicht die gesamte Kolonne aufhalten. Er nahm Sergeant Braddock's Anwesenheit nickend zur Kenntnis und befahl ihm, bei seinem Kompanieführer Bericht zu erstatten. Informationen, über die die Squaw möglicherweise oder auch nicht verfügte, konnten warten, bis sie am Abend ihr Lager aufschlugen. Den Rest des Tages verbrachte das Cheyenne-Mädchen auf dem Travour. Der Scout führte das Pony an den Schluss des Zuges und band es an einen der Wagen des Trosses. Da bis auf weiteres kein Späher oder Führer gebraucht wurde, blieb der Scout in der Nähe. Obwohl er noch nicht lange für die Siebte arbeitete, hatte er bereits beschlossen, dass ihm seine Tätigkeit nicht gefiel. Er mochte weder seinen Kompanieführer noch den Kompanie-Sergeant und den berühmten General Custer hielt er für einen aufgeblasenen Wichtigtour. Ihm fehlte das Vokabular, es so auszudrücken, und außerdem behielt er seine Gedanken ohnehin meist für sich. Sein Name war Ben Craig. Sein Vater, John Knox Craig, ein zäher Mann, war Anfang der 1840er Jahre aus Schottland eingewandert, nachdem ihn dort ein gieriger Gutsbesitzer von seiner kleinen Farm vertrieben hatte. Irgendwo im Osten hatte er ein Mädchen, wie er selbst schottisch-presbyterianischer Herkunft, kennengelernt und geheiratet und war, nachdem es in den Städten kaum Möglichkeiten für ihn gab, mit ihr ins Grenzland im Westen gezogen. 1850 hatte er den Süden Montanas erreicht und beschlossen, sein Glück als Goldwäscher in der Wildnis zu versuchen, in den Hügeln am Fuß des Prior Range. Damals war er einer der Ersten. Das Leben war karg und hart mit bitterkalten Wintern in einer Holzhütte am Ufer eines Flusses am Waldrand. Nur die Sommer waren idyllisch. In den Wäldern wimmelte es von Wild, in den Flüssen von Forellen, und die Prärie war ein Teppich aus wilden Blumen. 1852 hatte Jenny Craig ihren ersten und einzigen Sohn geboren. Zwei Jahre später starb eine kleine Tochter, noch im Säuglingsalter. Ben Craig war zehn, ein Kind des Waldes und der Wildnis, als seine Eltern von einem Kriegstrupp der Crow getötet wurden. Zwei Tage später hatte ein Trapper namens Donaldson den Jungen hungrig und in der Asche der niedergebrannten Hütte trauernd gefunden. Gemeinsam hatten sie John und Jenny Craig unter zwei Kreuzen am Ufer begraben. Ob Craig Senior einen Vorrat an Goldstaub gesammelt hatte, würde nie jemand erfahren, weil die Krieger der Crow den gelben Puder, wenn sie ihn denn gefunden hatten, für Sand gehalten und verstreut hätten. Donaldson war ein alter Mann, der in den Bergen Wölfen, Bibern, Bären und Füchsen Fallen stellte und die Pelze einmal im Jahr zum nächsten Handelsposten brachte. Aus Mitleid mit dem weisen Jungen nahm er den Kleinen mit und zog ihn wie seinen eigenen Sohn auf. Unter der Aufsicht seiner Mutter hatte Ben nur ein einziges Buch gekannt, die Bibel, und sie hatte ihm lange Abschnitte daraus vorgelesen. Obwohl er kein flinker Leser und Schreiber war, hatte er kürzere Absätze aus der Frohen Botschaft, wie sie sie immer genannt hatte, im Kopf behalten. Sein Vater hatte ihm beigebracht, wie man Gold wusch, doch Donaldson machte ihn mit der Natur vertraut, zeigte ihm, wie man Vögel an ihrem Ruf erkannte, Tiere anhand ihrer Spur verfolgte und lehrte ihn außerdem Reiten und Schießen. Mit dem Tropper lernte er auch die Cheyenne kennen, die ebenfalls Fallen stellten und mit denen Donaldson Vorräte von den Handelsposten tauschte. Sie brachten ihm ihre Sitten und ihre Sprache bei. Zwei Jahre vor dem Feldzug des Sommers 1876 wurde der alte Mann ein Opfer der Wildnis, in der er gelebt hatte. Als er auf einen alten Schwarzbär anlegte, verfehlte er sein Ziel und das gereizte Tier riss und biss ihn zu Tode. Ben beedigte seinen Adoptivvater bei der Hütte im Wald, nahm, was er brauchte und brannte den Rest nieder. Wenn ich mal nicht mehr bin, hatte der alte Donaldson immer gesagt, nimm dir, was du brauchst, es gehört alles dir. Also nahm er sich das rasierklingenscharfe Bowie-Messer, in seiner nach Art der Cheyenne verzierten Scheide, und das 1852er Scharpsgewehr. Die beiden Pferde, Sättel, Decken sowie Pammiken und Dörrfleisch für den Ritt. Mehr brauchte er nicht. So kam er aus den Bergen in die Ebene und ritt weiter nach Norden, in Richtung Fort Ellis. Dort arbeitete er als Jäger, Trapper und Zureiter, als im April 1876 General Gibbon in die Gegend kam. Der General brauchte Scouts, die das Land südlich des Yellowstone kannten. Die angebotene Bezahlung war so gut, dass Ben Craig anheuerte. Er war auch dabei, als sie am Yellowstone General Terry trafen und ritt mit der vereinigten Kolonne zurück zur Mündung des Rosebud Creek. Hier wurde die siebte Kavallerie abkommandiert, dem Strom in südlicher Richtung flussaufwärts zu folgen, und für diese Mission wurden Männer gesucht, die die Sprache der Cheyenne sprachen. Custer hatte bereits mindestens zwei sousprechende Scouts. Einer war ein schwarzer Soldat namens Isaiah Dorman, der einzige in der siebten, der je bei den sous gelebt hatte. Der andere war der oberste Scout Mitch Bouillet, ein Halbblut, halb Franzose, halb sous. Doch obwohl die Cheyenne stets als erste Vettern und traditionelle Verbündete der Sue gegolten hatten, sprachen die beiden Stämme verschiedene Sprachen. Craig hob die Hand und wurde von General Gibbon abkommandiert, sich der siebten anzuschließen. Darüber hinaus bot Gibbon Custer drei zusätzliche Kavallerieschwadronen unter Major Brisbane an, doch Custer lehnte ab. Auch die Gatling-Maschinenkanonen, die Terry ihm anbot, schlug er aus. Beim Abmarsch bestand die siebte aus zwölf Kompanien oder Schwadronen. Sechs weißen Scouts, mehr als 30 Crow-Scouts, einer Wagenkolonne und drei Zivilisten. Insgesamt 675 Männer. Darunter auch Hufschmiede, Schmiede und Maultiertreiber. Seine Regimentskapelle hatte Custer bei Terry zurückgelassen, sodass er seinen letzten Angriff nicht zu den Klängen seines Lieblingsmarsches, Gary Owen, führen konnte. Doch als sie nun mit scheppernd gegen die Wände des Küchenwagens schlagenden Kesseln, Töpfen und Blechgeschirr flussaufwärts vorstießen, fragte Craig sich, welche Indianerhorde Custer zu überraschen hoffte. Er wusste, dass sie bei dem Lärm und den Staubsäulen, die 3000 Hufe aufwirbelten, schon aus meilenweiter Entfernung gesehen und gehört werden konnten. Zwischen dem Tang River und dem Rosebud Creek hatte Craig zwei Wochen Zeit gehabt, die berühmte 7. Kavallerie und ihren legendären Kommandeur zu beobachten. Und je mehr er sah, desto mehr sank sein Mut. Er hoffte, dass sie keinen größeren, kampfbereiten Verband von Sue und Cheyenne trafen, obwohl er fürchtete, dass es so kommen könnte. Die Kolonne ritt den ganzen Tag in südliche Richtung am Rosebud Creek entlang, ohne weitere Indianer zu entdecken. Doch wenn der Wind von der Prärie im Westen wehte, wurden die Pferde schreckhaft, ja beinahe panisch und Craig war sich sicher, dass sie in der Brise etwas gewittert hatten. Die brennenden Tipis konnten nicht lange unbemerkt geblieben sein. Über der Prärie war eine aufsteigende Rauchsäule meilenweit zu sehen. Das Moment der Überraschung war dahin. Kurz nach 4 Uhr nachmittags gab General Custer den Befehl, Halt zu machen und das Lager für die Nacht aufzuschlagen. Die Sonne sank am westlichen Himmel auf die unsichtbar in der Ferne liegenden Rockies zu. Die Zelte für die Offiziere waren rasch aufgeschlagen. Custer und seine Vertrauten benutzten immer das Sanitätszelt, weil es das Größte und Geräumigste war. Klappstühle und Tische wurden aufgestellt, die Pferde im Fluss getränkt, Essen vorbereitet, Lagerfeuer geschürt. Das Cheyenne-Mädchen lag stumm auf dem Travois und starrte in den dunkler werdenden Himmel. Es war darauf vorbereitet zu sterben. Craig füllte eine Feldflasche mit frischem Wasser aus dem Fluss und bot ihr einen Schluck an. Sie sah ihn mit großen, dunklen Augen an. »Trink«, sagte er auf Cheyenne. Sie rührte sich nicht. Er träufelte ein wenig von der kalten Flüssigkeit auf ihren Mund. Ihre Lippen öffneten sich und sie schluckte. Er ließ das Pemmiken neben ihr liegen. Als die Dämmerung weiter fortgeschritten war, ritt ein Reiter der B-Kompanie auf der Suche nach ihm durch das Lager. Als er ihn gefunden hatte, machte der Reiter Kehrt, um es zu melden. Zehn Minuten später ritt Captain Acton heran, begleitet von Sergeant Braddock, einem Corporal und zwei Kavalleristen. Alle Männer stiegen ab und umbringten das Travois. Alle der siebten zugeteilten Prärie-Scouts, die sechs Weißen, die kleine Gruppe von Crow, sowie die etwa 30 Arikara, die als Reese bekannt waren, bildeten eine Gruppe mit einem gemeinsamen Hintergrund. Sie alle kannten die Prärie, die Natur und das Leben. Bevor sie sich abends zum Schlafen legten, saßen sie für gewöhnlich um ein Lagerfeuer und redeten miteinander, sprachen über die Offiziere, angefangen bei General Custer und Kompanie-Chefs. Craig war überrascht gewesen, wie unbeliebt der General bei seinen Männern war. Sein jüngerer Bruder Tom Custer, der die C-Kompanie befehligte, war sehr viel beliebter. Der am meisten verhasste Mann jedoch war Captain Acton, und Craig teilte diese Antipathie. Acton war ein Karriere-Soldat, Spross einer wohlhabenden Familie aus dem Osten, der sich vor zehn Jahren kurz nach dem Bürgerkrieg der Armee angeschlossen hatte und in Custers Schatten in der Siebten aufgestiegen war. Er war dünn, mit fein gemeißelten Gesichtszügen und einem brutalen Mund. »Also, Sergeant«, sagte Acton zu Braddock, »dies ist Ihre Gefangene. Wir wollen herausfinden, was Sie weiß.« »Sprichst du die Sprache der Wilden?«, fragte er Craig. Der Scout nickte. »Ich will wissen, wer sie ist, mit welcher Gruppe sie unterwegs war und wo das Hauptkontingent der Sue sich auffällt. Zack, zack.« Craig beugte sich über das Mädchen auf dem Büffelfell und sprach auf Cheyenne mit ihm, wobei er Hände und Füße zu Hilfe nahm, weil die Dialekte der Prairie Indianer nur einen begrenzten Wortschatz beinhalteten, sodass es erklärender Gesten bedurfte, um den Sinn deutlich zu machen. »Sag mir deinen Namen, Mädchen, dir wird nichts geschehen.« »Ich heiße Wind, der leise spricht«, sagte sie. Die Kavalleristen standen lauschend um sie herum. Sie verstanden kein einziges Wort, wussten aber das Kopfschütteln des Mädchens zu deuten. Schließlich richtete Craig sich auf. »Sie sagt, ihr Name ist Whispering Wind, Captain. Sie gehört zum Stamm der nördlichen Cheyenne, zur Familie von Tall Elk. Die Zelte, die der Sergeant heute Morgen niedergebrannt hat, gehörten ihm. In dem Dorf haben zehn Männer gelebt, darunter ihr Vater, die alle östlich des Rosebud Creek nach Vapiti-Hirschen und Antilopen jagen. »Und was ist mit dem Hauptkontingent der Sioux?« Sie sagt, dass sie keine Sioux gesehen hat. Ihre Familie ist vom Tang River im Süden gekommen. Sie waren mit weiteren Cheyenne zusammen, doch sie haben sich bereits vor Wochen getrennt. Tall Elk hat lieber allein gejagt. Captain Acton starrte auf den verbundenen Oberschenkel, beugte sich vor und drückte ihn fest mit der Hand. Das Mädchen hielt den Atem an, gab jedoch keinen Laut von sich. »Vielleicht braucht sie ein wenig Aufmunterung,« sagte Acton. Der Sergeant grinste. Craig packte das Handgelenk des Captains und zog seine Hand weg. »Das wird nichts bringen, Captain,« sagte er. »Sie hat mir erzählt, was sie weiß. Wenn die Sioux sich nicht im Norden aufhalten, in der Richtung, aus der wir gekommen sind, und auch nicht im Süden und Osten, müssen sie im Westen lagern. Das könnten sie dem General sagen.« Captain Acton schüttelte die ihn zurückhaltende Hand ab, als wäre sie verseucht. Er richtete sich auf und zückte eine silberne Sprungdeckel-Uhr. »Futterzeit im Zelt des Generals,« sagte er. »Ich muss los.« Er hatte offensichtlich jedes Interesse an der Gefangenen verloren. »Wenn es ganz dunkel ist, bringen Sie sie in die Prärie und erledigen sie, Sergeant.« »Ich bricht irgendetwas dagegen, dass wir vorher ein bisschen Spaß mit dir haben?«, fragte Sergeant Braddock unter zustimmenden Gelächter der übrigen Männer. Captain Acton bestieg sein Pferd. »Es ist mir, offen gesagt, herzlich egal, was Sie tun.« Er gab seinem Rost die Sporen und ritt in Richtung von General Custors Zelt am Kopf des Lagers davon. Auch die anderen stiegen auf ihre Pferde. Sergeant Braddock beugte sich mit einem lüsternen Grinsen zu Craig herab. »Pass gut auf Sie auf, Junge. Wir kommen wieder.« Craig ging zum nächsten Verpflegungswagen, holte sich einen Teller gepökeltes Schweinefleisch, Dörrfleisch und Bohnen, machte sich auf einer Munitionskiste bequem und aß. Er dachte an seine Mutter, die ihm 15 Jahre zuvor im blassen Licht einer Talgkerze aus der Bibel vorgelesen hatte. Er dachte an seinen Vater, der Stunde um Stunde geduldig gewaschen hatte, um das schwer zu gewinnende gelbe Edelmetall aus den Gewässern zu sieben, die aus dem Prior Range talwärts strömten. Und er dachte an Donaldson, der ihn nur einmal mit dem Gürtel verprügelt hatte, als er ein gefangenes Tier grausam behandelte. Kurz vor acht, als die Dunkelheit sich endgültig über das Lager gelegt hatte, stand er auf, gab sein Geschirr und Besteck beim Küchenwagen ab und ging zurück zu dem Trois-Voir. Ohne ein Wort zu dem Mädchen zu sagen, löste er die beiden Stangen auf dem Rücken des geschickten Ponys und legte sie auf den Boden. Dann hob er das Mädchen hoch, setzte es auf den Rücken des Ponys, gab ihr das Strickhalfter und wies in die offene Prärie. Reite, sagte er. Sie starrte ihn zwei Sekunden lang an, bis er dem Pony einen Klaps auf das Hinterteil gab. Sekunden später war es verschwunden. Ein robustes, zähes, unbeschlagenes Tier, das alleine seinen Weg über etliche Meilen offener Prärie finden konnte, bis es den Geruch seinesgleichen witterte. Mehrere Re-Scouts beobachteten ihn neugierig aus knapp 20 Metern entfernen. Sie kamen um neun und sie waren wütend. Zwei Gefreite hielten ihn fest, während Sergeant Braddock ihn am ganzen Körper schlug. Als er schließlich zusammensackte, schleiften sie ihn durch das Lager zu einem Zelt vor dem General Custer im Licht mehrerer Petroleum-Lampen und umringend von einer Gruppe Offiziere an einem Tisch saß. George Armstrong Custer ist bis heute ein Rätsel geblieben, doch es ist offensichtlich, dass der Mann zwei Gesichter hatte, ein gutes und ein schlechtes, ein helles und ein dunkles. Wenn er sein helles Gesicht trug, konnte er fröhlich und zum Lachen aufgelegt sein, sich an jungenhaften Streichen freuen und ein angenehmer Gesellschafter sein. Er verfügte über schier unerschöpfliche Energie und ein enormes persönliches Durchhaltevermögen, stets in irgendein neues Projekt vertieft, sei es die Sammlung von Fauna und Flora der Prärie, die an Zoos im Osten versandte, oder das Studium der Taxi der Mie. Trotz jahrelanger Trennung war er seiner von ihm vergötterten Ehefrau Elisabeth unerschütterlich treu. Nachdem er in seiner Jugend betrunken in eine unerfreuliche Episode verwickelt worden war, blieb er sein Leben lang strikter Antialkoholiker, der sogar ein Glas Wein zum Abendessen ablehnte. Er fluchte nie und verbat sich in seiner Gegenwart auch unflätiges Gerede seiner Männer. Im 14 Jahre zurückliegenden Bürgerkrieg hatte er derart tollkühnen Mut und einen so tiefgreifenden Mangel an persönlicher Furcht gezeigt, dass er rasch vom Lieutenant zum General Major aufgestiegen war, hatte dann jedoch, nur um in der geschrumpften Nachkriegsarmee weiter dienen zu dürfen, seine Degradierung zum Oberstleutnant zugestimmt. Er war an der Spitze seiner Männer in vernichtendes Gefechtsfeuer geritten und doch nie von einer Kugel getroffen worden. Zahllose Zivilisten verehrten ihn als Helden, doch mit Ausnahme seines persönlichen Hofstaats begegneten ihm seine Männer mit Misstrauen und Abneigung. Das lag daran, dass er auch rachsüchtig und grausam gegenüber denen sein konnte, die ihn beleidigt hatten. Obwohl er selbst stets unversehrt blieb, hatte er mehr Verluste und Verwundete zu beklagen als jeder andere Kavalleriekommandant im Krieg, was man seiner beinahe wahnwitzigen Neigung zu überstürzten Entschlüssen zuschrieb. Und Soldaten neigen nicht dazu, sich für einen Kommandanten zu erwärmen, der sie in den Tod führt. In den Präriekriegen ließ er häufiger Soldaten auspeitschen und musste mehr Desertionen hinnehmen als jeder andere Befehlshaber im Westen. Nacht für Nacht verschwanden Fahnenflüchtige, die sogenannten Schneevögel, die ersetzt werden mussten, doch Custer hatte wenig Interesse daran, die neuen Rekruten zu guten Kavalleristen auszubilden. Trotz eines langen Herbst- und Winteraufenthalts in Fort Lincoln befand sich die 7. im Juni 1876 in einem beklagenswerten Zustand. Custers Eitelkeit war ebenso maßlos wie sein Ehrgeiz und er ließ keine Gelegenheit aus, sich von der Presse feiern zu lassen. Viele seiner Mannerismen, sein brauner Hirschlederanzug und die wehenden rotbraunen Locken dienten diesem Zweck ebenso wie der Journalist Mark Kellogg, der die 7. Kavallerie inzwischen auf ihrem Feldzug begleitete. Als befehlshabender General hatte Custer jedoch zwei Fehler, die ihm und den meisten seiner Männer in den nächsten Stunden den Tod bringen sollten. Er genoss den Ruf eines großen Kämpfers gegen die Indianer und glaubte auch selbst daran. In Wahrheit hatte er acht Jahre zuvor lediglich ein Dorf der Cheyenne dem Erdboden gleich gemacht, das Lager des Häuptlings Black Cattle am Washita River in Kansas. Custer hatte die schlafenden Indianer in der Nacht umzingelt und die meisten von ihnen, Männer, Frauen und Kinder, bei Sonnenaufgang abgeschlachtet. Die Cheyenne hatten kurz zuvor einen neuen Friedensvertrag mit dem weißen Mann unterzeichnet und wähnten sich deshalb in Sicherheit. In den dazwischenliegenden Jahren war Custer in nur vier Scharmütze mit Gruppen von indianischen Kriegern verwickelt gewesen, die insgesamt nicht einmal ein Dutzend Todesopfer gefordert hatten. Im Vergleich zu den grauenhaften Verlusten des Bürgerkriegs waren diese Zusammenstöße mit einheimischen Indianern kaum der Rede wert. Doch die Leser im Osten hungerten nach Helden und der bemalte Wilde der Prärie gab einen dämonischen Schurken ab. Sensationsmeldungen in den Zeitungen und sein eigenes Buch, My Life on the Plains, hatten seinen Ruf als Held begründet. Sein zweiter Fehler war, dass er auf niemanden hörte. Bei seinem Marsch entlang des Rosebud Creek hatte er einige äußerst erfahrene Scouts bei sich, schlug jedoch eine Warnung nach der anderen in den Wind. Dies war der Mann, vor dem Ben Craig am Abend des 24. Juni geschleift wurde. Sergeant Braddock erklärte, was vorgefallen war und dass es dafür auch Zeugen gebe. Custer saß in einer Runde von sechs Offizieren und musterte den Beschuldigten. Er sah einen jungen Mann, knapp 1,80 groß, in Hirschleder gekleidet, mit lockigem, kastanienbraunem Haar und strahlend blauen Augen. Er war ganz offensichtlich ein Weißer, kein Halbblut wie einige andere Scouts, obwohl er an den Füßen statt steifer Kavallerie-Stiefel weiche Mokassins trug und eine Adlerfeder von einer geflochtenen Strähne an seinem Hinterkopf baumelte. Dies ist ein überaus schwerer Vorwurf, sagte Custer, als der Sergeant fertig war. Ist das wahr? Ja, General. Und warum hast du das getan? Craig berichtete von dem Verhör des Mädchens vor dem Essen und den Plänen für den späteren Abend. Custer verzog missbilligend das Gesicht. So etwas dulde ich nicht unter meinem Kommando. Nicht einmal mit Squaws. Ist das zutreffend, Sergeant? In diesem Moment ging der hinter Custer sitzende Captain Acton dazwischen. Er hat eine aalglatte, überzeugende Art. Er habe das Verhör persönlich geführt, berichtete er. Man habe sie mit Hilfe des Dolmetschers lediglich befragt und ihr dabei keinerlei Schmerzen zugefügt. Seine letzte Anweisung habe gelautet, dass das Mädchen die Nacht über bewacht, aber nicht angerührt werden sollte, damit der General am Morgen eine Entscheidung treffen konnte. Ich denke, mein Sergeant wird meine Aussage bestätigen, schloss er. Jawohl, Sir. Es war genauso, wie Sie sagen, erklärte Braddock. Damit ist der Fall klar, meinte Custer. Verschärfter Arrest bis zum Kriegsgerichtsverfahren. Rufen Sie den Profos. Durch die Freilassung der Gefangenen hast du ihr die Möglichkeit gegeben, zum Hauptkontingent unserer Feinde zu stoßen und sie zu warnen. Das ist Verrat und wird mit dem Strick geahndet. Sie ist nicht nach Westen geritten, erwiderte Craig. Sie ist nach Osten geritten, um ihre Familie zu finden oder was davon noch übrig ist. Trotzdem kann sie die Feinde über unseren Aufenthaltsort informieren, fauchte Custer. Die wissen sowieso, wo sie sind, General. Und woher willst du das wissen? Sie haben sie den ganzen Tag beschattet. Zehn Sekunden lang herrschte betroffenes Schweigen. Dann tauchte der Profos auf, ein großer, raubeiniger Veteran namens Louis. Nehmen Sie diesen Mann in Verwahrung, Sergeant, verschärfter Arrest. Wir werden morgen bei Sonnenaufgang ein kurzes Kriegsgericht abhalten und das Urteil sofort vollstrecken. Das ist alles. Morgen ist der Tag des Herrn, sagte Craig. Custer überlegte. Du hast recht. An einem Sonntag werde ich niemanden hängen. Also am Montag. Captain William Cook, ein kanadischer Regimentsadjutant, hatte das Verfahren mitprotokolliert und sollte die Notizen später in seiner Satteltasche verstauen. In diesem Moment ritt Bob Jackson, einer der Scouts, in Begleitung von vier Re-Scouts und einem Crow-Scout, vor das Zelt. Bei Sonnenuntergang waren sie ihrer Einheit voraus gewesen und deshalb später ins Lager zurückgekehrt. Jackson war halb weißer, halb piegen Schwarzfuß-Indianer und sein Bericht ließ Custer erregt aufspringen. Kurz vor Sonnenuntergang hatten Jacksons Indianer-Scouts in der Prärie Spuren eines großen Lagers sowie kreisrunde Abdrücke von Tipis entdeckt. Die Fährte führte vom Lager nach Westen, weg vom Tal des Rosebud Creek. Diese Nachricht erregte Custer aus zwei Gründen. Sein Befehl von General Terry lautete, dem Rosebud Creek bis zu den Quellflüssen zu folgen, bei neuer Informationslage jedoch nach eigenem Urteil zu entscheiden. Dies war eine neue Lage und Custer hatte nun freie Hand, eine eigene Strategie und Taktik zu entwickeln und ohne Befehl von oben einen eigenen Schlachtplan zu verfolgen. Zweitens schien er endlich auf das unauffindbare Hauptkontingent der Sue gestoßen zu sein. 20 Meilen weiter westlich verlief ein weiteres Flusstal. Der Little Bighorn River floss nach Norden bis zu seiner Mündung in den Bighorn und weiter in den Yellowstone. Diesen Zusammenfluss würden die Verbände von Gibbons und Terry in zwei oder drei Tagen erreichen, um dann in südlicher Richtung dem Bighorn River zu folgen. Damit saßen die Sue in der Falle. »Bricht das Lager ab!« brüllte Custer und seine Offiziere verteilten sich auf ihre Einheiten. »Wir marschieren die Nacht durch!« Er wandte sich an den Sergeant der Militärpolizei. »Behalten Sie den Gefangenen bei sich, Sergeant Lewis, an sein Pferd gefesselt und dicht hinter mir. Jetzt wird er sehen, was seinen Freunden geschieht.« Sie marschierten die ganze Nacht durch. Zerklüftetes Gelände, unwegsames Terrain, aus dem Tal bergauf immer in Richtung Wasserscheide. Männer und Pferde wurden müde. Am frühen Morgen des Sonntags, des 25., erreichten sie die Wasserscheide, die höchste Kuppe zwischen zwei Tälern. Es war stockfinster, doch die Sterne funkelten hell. Ein kleines Stück jenseits der Kuppe stießen sie auf einen kleinen Bach, den Mitch Bouillet als Ashworth Creek identifizierte. Er floss nach Westen und mündete im Tal in den Little Bighorn. Diesem Bach folgte die Kolonne. Kurz vor Anbruch der Dämmerung ließ Custer den Zug anhalten, doch es wurde kein Lager aufgeschlagen. Die erschöpften Männer mussten in freiem Gelände ausruhen und versuchten, wenigstens ein paar Minuten zu schlafen. Craig und der Pofos waren knapp 50 Meter hinter Custer, an der Spitze der Kolonne geritten. Craig saß noch immer auf seinem Pferd, doch Sergeant Lewis hatte ihm sein Schabsgewehr und sein Bowie-Messer abgenommen. Craigs Knöchel waren mit Lederbändern an den Sattelgurt, seine Hände hinter dem Rücken gefesselt. Bei der Rast, kurz vor Anbruch der Dämmerung, band Lewis, der zwar ein rauer und strenger, aber kein unfreundlicher Mann war, Craigs Füße los und ließ ihn absteigen. Seine Hände blieben gefesselt, doch Lewis flößte ihm ein paar Schluck Wasser aus seiner Feldflasche ein. Der anbrechende Tag würde wieder sehr heiß werden. Zu diesem Zeitpunkt traf Custer die erste einer Reihe von törichten Entscheidungen an diesem Tage. Er zitierte den zweiten stellvertretenden Kommandanten, Captain Frederick Benteen, zu sich und befahl ihm, mit der H-, D- und K-Kompanie in die Badlands im Süden zu reiten, um zu erkunden, ob sich dort Indianer aufhielten. Der nur wenige Meter abseits stehende Craig hörte, wie Benteen, den er für den professionellsten Soldaten der Einheit hielt, dem Befehl widersprach. Ob es wirklich klug sei, die Einheit zu teilen, wenn vor ihnen am Ufer des Little Bickhorn River eine große Ansammlung feindlicher Kräfte lagerte? Sie haben ihre Befehle, bellte Custer und wandte sich ab. Benteen zuckte die Achseln und tat, wie ihm befohlen. So ritten 150 von Custers insgesamt 600 Kavaleristen umfassenden Streitmacht auf eine aussichtslose Suche in die endlosen, tief zerfurchten Hügel und Täler der Badlands. Ohne dass Craig und Sergeant Lewis das je erfahren würden, sollten Benteen und seine erschöpften Männer samt Pferden etliche Stunden später in das Flusstal zurückkehren. Zu spät, um zu helfen, aber auch zu spät, um ausgelöscht zu werden. Nachdem Custer seinen Befehl erteilt hatte, ließ er das Biwak abbrechen und die Siebte marschierte am Bach entlang weiter talwärts. In der Dämmerung kehrte eine Reihe von Crow und Ree Scouts, die das Gelände erkundet hatten, zur Kolonne zurück. Unweit der Mündung des Dancy Ashworth Creek in den Fluss hatten sie eine Anhöhe entdeckt, die sie, vertraut mit der Gegend, sofort erkannten. Sie war mit Kiefern bewachsen, von deren Spitze ein Kundschafter das ganze vor ihnen liegende Tal überblicken konnte. Zwei Ree waren auf die Bäume geklettert und hatten gesehen, was sie erwartete. Als sie erfuhren, dass Custer plante weiter zu marschieren, stimmten sie ihre Totenlieder an. Die Sonne ging auf und der Tag wurde drückend heiß. Der vor Craig reitende General Custer zog die Jacke seines hellbraunen Hirschlederanzugs aus, rollte sie zusammen und band sie hinten an den Sattel. So ritt er in einem blauen Baumwollhemd und einem breitkrempigen Hut zum Schutz gegen die Sonne voran, bis seine Einheit die Anhöhe erreichte. Custer erklomm den halben Hügel und versuchte mit einem Fernrohr das vor ihm liegende Gelände zu überblicken. Sie befanden sich auf der Uferböschung des Bachs, etwa drei Meilen vor seiner Mündung in den Fluss. Als er wieder vom Hügel hinabgestiegen war und sich mit seinen verbliebenen Offizieren beriet, verbreitete sich im Lager ein Gerücht wie ein Lauffeuer. Er hatte Zelte eines Sue-Dorfes und Rauch über Kochstellen gesehen. Mittlerweile war es später Vormittag. Jenseits des Creek und östlich des Flusses erstreckte sich eine flache Hügelkette, die die Sicht in das dahinterliegende Gelände versperrte. Trotzdem hatte Custer seine Sue gefunden. Er wusste nicht genau, wie viele es waren und lehnte es ab, auf die Warnungen seiner Scouts zu hören. Er entschloss sich zum Angriff. Das einzig mögliche Manöver in seinem persönlichen Strategielexikon. Der Schlachtplan, den er sich zurechtgelegt hatte, war eine Zangenbewegung. Anstatt die Südflanke der Indianer abzusichern und zu warten, bis Terry und Gibbon den Fluchtweg nach Norden abschnitten, beschloss er mit dem Rest der siebten Kavallerie selbst zwei Backen einer Zange zu bilden. An sein Pferd gefesselt und seines Kriegstribunals nach der Schlacht harrend, hörte Ben Craig wie Custer seinem stellvertretenden Kommandanten Major Marcus Reno befahl, mit drei weiteren Einheiten, der A-, M- und B-Kompanie, nach Westen zu reiten. Sie sollten bis zum Fluss vorstoßen, ihn überqueren, sich nach rechts wenden und das Lager der Indianer von Süden angreifen. Er würde eine Kompanie zur Bewachung des Trosses zurücklassen, mit seinen verbleibenden fünf Einheiten im Schutz der Hügelkette nach Norden galoppieren und die Sue von der anderen Seite attackieren. Dann würden die Indianer zwischen Rhinus III und seinen eigenen fünf Kompanien in der Falle sitzen und zerrieben werden. Craig konnte nicht wissen, was außer Sichtweite auf der anderen Seite der flachen Hügel lag, doch er konnte das Verhalten der Crow- und Reese-Scouts beobachten. Sie wussten Bescheid und bereiteten sich auf ihren sicheren Tod vor. Was sie gesehen hatten, war die größte Konzentration von Sue und Cheyenne an einem Ort, die es je gegeben hatte oder jemals geben würde. Sechs große Stämme waren zusammengekommen, um gemeinsam zu jagen und lagerten jetzt am westlichen Ufer des Little Big Horn. Insgesamt zwischen 10.000 und 15.000 Indianer von sämtlichen Stämmen der Plains. Craig wusste, dass ein Mann in der Stammesgesellschaft der Prärie-Indianer von seinem 16. Lebensjahr bis Mitte, Ende 30 als Krieger galt. Damit waren etwa ein Sechstel jedes Prärie-Stammes Krieger. Das bedeutete, dass unten am Fluss ungefähr 2000 Krieger versammelt waren, die bestimmt nicht geneigt waren, sich friedlich in ein Reservat zurückführen zu lassen, nachdem sie gerade erfahren hatten, dass es auf den Plains im Nordwesten von Vapiti-Hirschen und Antilopen wimmelte. Noch gravierender, den anderen Einheiten jedoch unbekannt, war die Tatsache, dass die Indianer eine Woche zuvor General Crug getroffen und geschlagen hatten und deshalb die Blauröcke nicht fürchteten. Und sie waren auch nicht unterwegs auf der Jagd, wie die Männer von Tall Elk am Tag zuvor. Sie hatten am Abend des 24. Juni vielmehr ein großes Fest anlässlich ihres Triumphes über Crug gefeiert. Der Grund für die einwöchige Verspätung war simpel. Die Trauerzeit für ihre eigenen Toten aus der Schlacht gegen Crug dauerte sieben Tage, sodass die Siegesfeier erst eine Woche später stattfinden konnte. Am Morgen des 25. erholten sich die Krieger also von den Tänzen des Vorabends. Sie waren nicht auf die Jagd gegangen und trugen immer noch die volle Kriegsbemalung. Craig ahnte, dass dies kein schlafendes Dorf wie das von Black Cattle am Washita River war. Kurz nach Mittag teilte Custer seine Truppen ein letztes und verhängnisvolles Mal. Der Scout sah Major Reno mit seinen Leuten den Bachlauf hinunter zur Flussüberquerung aufbrechen. Captain Acton, der an der Spitze der B-Kompagnie ritt, warf dem Scout, den er praktisch zum Tod verurteilt hatte, einen Blick zu und lächelte schmallippig. Der hinter ihm reitende Sergeant Braddock grinste Craig höhnisch an. Binnen zwei Stunden würden beide tot sein, während sich die Reste von Rhinos drei Einheiten auf einem Hügel verschanzten und versuchten, die Stellung zu halten, bis Custer ihnen zur Hilfe kam. Doch Custer sollte nicht kommen und am Ende war es General Terry, der sie zwei Tage später retten sollte. Craig beobachtete, wie weitere 150 Mann der schwindenden Einheiten talwärts aufbrachen. Obwohl er selbst kein Soldat war, traute er ihnen wenig zu. 30% von Custers Männern waren neue und nur rudimentär ausgebildete Rekruten. Einige konnten selbst ein unaufgeregtes Pferd nur mit Mühe zügeln und würden in einer Schlacht nie in der Lage sein, ihre Tiere zu kontrollieren, während andere kaum mit ihren Springfield-Gewehren umzugehen wussten. Weitere 40% der Soldaten hatten, auch wenn sie schon länger ihren Dienst versahen, noch nie einen Schuss auf einen Indianer abgefeuert oder waren gar einem ihrer Krieger im Scharmütze begegnet. Ja, viele hatten noch nie einen Indianer gesehen, mit Ausnahme der unterwürfigen und eingeschüchterten Vertreter in den Reservaten. Craig fragte sich, wie sie auf eine heulende und bemalte Horde von Kriegern reagieren würden, die heranstürmten, um ihre Frauen und Kinder zu verteidigen. Er hatte die schlimmsten Vorahnungen und sie sollten sich bewahrheiten. Doch da war es ohnehin längst zu spät. Es gab einen letzten Aspekt, den zur Kenntnis zu nehmen Custer sich geweigert hatte. Im Gegensatz zu anderslautenden Gerüchten hielten die Prärie-Indianer das Leben heilig und sahen es keineswegs als billig an. Selbst auf dem Kriegspfad lehnten sie es ab, schwere Verluste hinzunehmen und wenn sie zwei oder drei ihrer besten Krieger verloren hatten, traten sie für gewöhnlich den Rückzug an. Doch Custer griff ihre Eltern, Frauen und Kinder an. Schon die Ehre verbat es den Männern, den Kampf einzustellen, bis der letzte, Vashichun, tot war. Es konnte keine Gnade geben. Als die Staubwolke von Rhinos drei Kompanien über dem Bachlauf verschwunden war, befahl Custer dem Tross, an Ort und Stelle zu verweilen, bewacht von einer seiner verbliebenen fünf Einheiten. Mit den anderen Abteilungen, der E, C, L, I und F-Kompanie, wandte er sich nach Norden, wo er im Schutz der Hügelkette für die Indianer unsichtbar war, aber sie auch für ihn. Er rief den Pofos zu. Nehmen Sie den Gefangenen mit, er soll ruhig zusehen, was seinen Freunden geschieht, wenn sie in die Hände der Siebten fallen. Dann wandte er sich ab und setzte sich in nördliche Richtung in Bewegung. Die fünf Kompanien, alles in allem etwa 250 Mann, formierten sich hinter ihm. Craig begriff, dass Custer die Gefahr immer noch nicht erkannte, denn er lud drei Zivilisten ein, sich anzuschließen, um dem Spaß beizuwohnen. Einer war der schmächtige, bebrillte Reporter Mark Kellogg. Was jedoch noch bezeichnender war, er hatte zwei junge Verwandte bei sich, für die er sich verantwortlich gefühlt haben muss. Einer war sein jüngster Bruder, der 19-jährige Boston Custer, der andere ein 16-jähriger Neffe namens Autie Reed. Die Männer ritten in einer knapp einer halben Meile langen Kolonne im Schritt zu zweit nebeneinander. Hinter Custer befand sich sein Adjutant Captain Cook, dahinter Custers Bursche für den Tag, der Kavallerist John Martin, der auch der Regimentstrompeter war. Er hieß eigentlich Giuseppe Martino und war ein italienischer Einwanderer und Regimentstrompeter unter Garibaldi gewesen. Seine Kenntnis der englischen Sprache war eher begrenzt. Sergeant Lewis und der gefesselte Ben Craig blieben etwa 10 Meter hinter Custer. Stets unterhalb des Kammes bleibend ritten sie in die Hügel. Wenn sie sich im Sattel umwandten, konnten sie sehen, wie Major Reno und seine Männer den Lidlbighorn überquerten, um das Lager der Indianer von Süden anzugreifen. Als Custer die düsteren Minen seiner Crow und Re-Scout sah, bot er ihnen an, umzukehren und zurückzureiten, was sie, ohne auf eine zweite Aufforderung zu warten, taten und überlebten. So ritten sie drei Meilen, bis sie schließlich die Kuppe zu ihrer Linken überquerten und endlich ins Tal hinabblicken konnten. Craig hörte den großen Sergeant, der das Zaumzeug seines Pferdes hielt, vernehmlich Luft holen und murmeln. Heiliger Jesus! Das gegenüberliegende Ufer des Flusses war ein einziges großes Meer von Tipis. Selbst aus dieser Entfernung konnte Craig die Umrisse der Zelte sowie die Farben ausmachen, mit denen sie verziert waren und daran die verschiedenen Stämme erkennen. Alles in allem waren es sechs unterschiedliche Dörfer. Wenn die Prärie-Indianen auf den Plains unterwegs waren, reisten sie in Kolonnen, jeder Stamm für sich. Und wenn sie dann ihr Lager aufschlugen, siedelten sie in verschiedenen Dörfern. So erstreckte sich das gesamte Lager in einem schmalen Streifen am Fluss entlang, sechs kreisförmige Ansammlungen von Zelten, die sich bis ans Ufer und auf die andere Seite des Flusses ausdehnten. Sie waren auf dem Weg nach Norden gewesen, als sie vor etlichen Tagen ihr Lager aufgeschlagen hatten. Die Ehre, den Trail zu erkunden, war dem Northen Cheyenne-Zuteil geworden, sodass ihr Dorf am nördlichen Rand des Camps lag. Neben ihnen lagerten ihre engsten Verbündeten, die Oglalassu. Es folgten die Sansak und die Siasapassu. Als vorletzte in südlicher Richtung hatten die Minikanju ihre Zelte aufgeschlagen, die Südflank und Nachhut, die zu diesem Zeitpunkt bereits von General Reno angegriffen wurde, bildete das Dorf der Hangpapa mit ihrem Häuptling und obersten Medizinmann, dem erfahrenen Krieger Sitting Bull. Es waren noch weitere Stämme zugegen, die bei ihrem engsten Verwandten lebten, einige Santé, Brûlé und Assinibonsu. Was die Siebte im Sichtschutz der Hügelkette nicht sehen konnte, war, dass Major Rhenos Angriff auf die Südflanke und Sitting Bulls Stamm der Hangpapa einen katastrophalen Verlauf nahm. Die Hangpapa waren zum großen Teil zu Pferde und in voller Bewaffnung aus dem Lager geprescht und hatten einen Gegenangriff gestartet. Es war fast zwei Uhr nachmittags. Rhenos Männer wurden von den Kriegern auf ihren Ponys in der offenen Prärie problemlos und strategisch klug in die Zange genommen, von hinten angegriffen und zurück in einen Pappelhain am Ufer jenes Flusses getrieben, den sie gerade überquert hatten. Viele sprangen im Schutz der Bäume von ihren Pferden, andere hatten keine Kontrolle mehr über ihre Tiere und waren abgeworfen worden. Wieder andere hatten ihre Gewehre verloren, die die Hangpapa erfreut einsammelten. Binnen Minuten sollten die Überlebenden auf die andere Seite des Flusses zurückgedrängt werden, wo sie auf einer Anhöhe eine 36-stündige Belagerung überstehen mussten. General Custer überblickte das Gelände und Craig beobachtete den großen Indianerkämpfer aus wenigen Metern Entfernung. Im Lager konnte man Squaws und Kinder, jedoch keine Krieger ausmachen, was Custer angenehm überraschte. Craig hörte, wie er den Kompanieführern, die sich um ihn versammelt hatten, zurief, Wir galoppieren im Verbund ins Tal, überqueren den Fluss und nehmen das Dorf im Sturm! Dann rief er Captain Cook zu sich und diktierte eine Botschaft ausgerechnet an Captain Bentin, den er vor geraumer Zeit in die Wildnis geschickt hatte. Die Botschaft, die Cook notierte, lautete, Kommt, großes Dorf, schnell, bringt Pakete! Damit war zusätzliche Munition gemeint. Diese Nachricht gab er dem Trompeter Martino, der über Leben und die Geschichte erzählen sollte. Wie durch ein Wunder fand der Italiener tatsächlich Captain Bentin, weil dieser kluge Offizier die aussichtslose Suche in den Badlands abgebrochen hatte, zu dem Flusslauf zurückgekehrt war und sich Reno auf dem belagerten Hügel angeschlossen hatte. Doch zu diesem Zeitpunkt war längst nicht mehr daran zu denken, zudem dem totgeweihten Custer vorzudringen. Als Martino den Trail zurück hinunter ins Tal galoppierte, drehte Craig sich im Sattel um und sah ihm nach. Er beobachtete, wie 24 Kavalleristen von Captain Yates F. Company ebenfalls kehrtmachten und ohne Befehl einfach davon ritten. Niemand versuchte, sie aufzuhalten. Craig blickte wieder nach vorne zu Custer. Drang denn gar nichts in seinen Dickschädel? Der General stellte sich in die Steigbügel, hielt seinen hellbraunen Hut hoch über den Kopf und rief seinen Truppen zu. Hurra, Jungs, wir haben Sie! Dies waren die letzten Worte, die der davonreitende Italiener hörte und später bei seiner Befragung berichtete. Craig bemerkte, dass Custer im Alter von 36 Jahren, wie so viele Männer mit feinem rotbraunen Haar, eine kahle Stelle am Hinterkopf hatte. Die Indianer hatten ihm den Spitznamen Longhair gegeben, doch für den Feldzug im Sommer hatte er sich den Schopf scheren lassen. Vielleicht erkannten ihn die Oglala-Scores deswegen nicht, als sie seine Leiche fanden, so wie die Krieger dachten, es lohnte nicht, ihn zu skalpieren. Nach seinem Schlachtruf gab Custer seinem Pferd die Sporen und die verbliebenen 210 Männer folgten ihm. Das vor ihnen sanft zum Fluss abfallende Gelände eignete sich für einen gestreckten Galopp. Eine halbe Meile später wandte sich Einheit für Einheit nach links, um die Uferböschung hinabzugaloppieren, den Fluss zu überqueren und anzugreifen. Doch in diesem Moment erwachte das Dorf der Cheyenne explosionsartig zum Leben. Bemalte Krieger, zumeist mit nacktem Oberkörper, strömten zwischen den Zelten hervor wie ein Schwarm Hornissen und galoppierten ihr schrilles Ip, 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 kreischend dem Fluss entgegen, überquerten ihn spritzend und warfen sich den fünf Kompanien am östlichen Ufer entgegen. Die Blauröcke erstarrten. Neben Craig zügelte Sergeant Lewis sein Pferd und der Scout hörte ihn erneut murmeln, Heiliger Jesus. Kaum hatten sie den Fluss überquert, warfen die Cheyenne sich von ihren Ponys und drängten zu Fuß weiter bergauf, indem sie sich in das hohe Gras fallen ließen und damit unsichtbar wurden. Kurz aufstanden, ein paar Schritte liefen und sich erneut fallen ließen. Die ersten Pfeile begannen auf die Kavallerie herabzuregnen. Einer botte sich in die Flanke eines Pferdes, das verschmerzt wierte, sich aufbäumte und seinen Reiter abwarf. Absteigen, Pferde nach hinten! Der Ruf kam von Custer und niemand brauchte eine zweite Aufforderung. Craig beobachtete, wie einige der Kavalleristen ihren 45er Colt aus dem Halfter zogen und ihren eigenen Pferden eine Kugel in den Kopf jagten, um den Körper als Schutzschild zu benutzen. Das waren die Klügeren. Denn auf dem gesamten Hügel gab es keine Deckung. Nachdem die Männer abgesessen hatten, wurden ein paar von jeder Abteilung abkommandiert, die Pferde zur Hügelkuppe zurückzubringen. Sergeant Lewis nahm sein und Craigs Pferd und führte sie auf den Hügelkamm, wo sie sich, der Handvoll Männer anschlossen, die die wimmelnde Horde von Militärpferden in Zaum zu halten versuchten. Doch es dauerte nicht lange, bis die Pferde die Indianer witterten. Sie scheuten, bäumten sich auf und rissen ihre Halter mit sich. Lewis und Craig saßen im Sattel und beobachteten das Geschehen. Nach dem ersten Ansturm beruhigte die Schlacht sich, doch die Indianer waren noch nicht fertig. Sie begannen vielmehr, ihre Feinde zu umzingeln. Später hieß es, die Sioux hätten Kasta an jenem Tag vernichtet. Das stimmt nicht. Den Frontalangriff hatten zum größten Teil die Cheyenne übernommen. Ihre Vättern, die Oglala Sioux, hatten ihnen die Ehre abgetreten, ihr eigenes Dorf zu verteidigen, das bei einem Angriff Kastas das erste Ziel gewesen wäre, und fungierten selbst nur als Hilfstruppen und sicherten die Flanken, um einen möglichen Rückzug zu verhindern. Von seinem Aussichtspunkt konnte Craig sehen, wie die Oglala links und rechts jenseits des Schlachtengetümmels durch das hohe Gras glitten. Nach 20 Minuten war jede Hoffnung auf einen Rückzug dahin. Die pfeifenden Kugeln und schwirrenden Pfeile schlugen immer dichter ein. Einer der Pferdeführer wurde von einem Pfeil im Hals getroffen und sank röchelnd zu Boden. Die Indianer hatten ein paar Gewehre und sogar einige alte Flinten, aber nicht viele. Am Ende des Nachmittags würden sie ihr Waffenarsenal mit neuen Springfields und Colts beträchtlich aufgestockt haben. Sie benutzten hauptsächlich Pfeile, was für sie zwei Vorteile bot. Der Bogen ist eine stumme Waffe, der den Standpunkt des Schützen nicht verrät. An jenem Nachmittag starben zahlreiche Blauröcke mit einem Pfeil in der Brust, ohne den Gegner je gesehen zu haben. Der andere Vorteil bestand darin, dass man regelrechte Wolken aus Pfeilen hoch in den Himmel schießen konnte, sodass sie fast senkrecht auf die Kavalleristen herabfielen. Vor allem für die Pferde war die Wirkung vernichtend. Binnen einer Stunde waren ein Dutzend Rösser von herabregnenden Pfeilen getroffen worden. Sie rissen sich los und galoppierten den Trail hinunter und die noch unversehrten Pferde folgten ihrem Beispiel. Lange bevor die Männer tot waren, waren die Pferde verschwunden und mit ihnen jede Hoffnung auf Entkommen. Panik erfasste die im Gelände kauernden Kavalleristen. Die wenigen Veteranen und Unteroffiziere verloren die Kontrolle über ihre Männer. Das Dorf der Cheyenne gehörte Little Wolf, der jedoch zufällig nicht anwesend war. Als er eine Stunde später eintraf, wurde er allgemein für sein Fehlen verspottet. Dabei hatte er den Spähtrupp angeführt, der Custer den Rosebud Creek aufwärts und über die Wasserscheide bis zum Little Beacon River verfolgt hatte. In seiner Abwesenheit war die Befehlsgewalt an Lame White Man, den zweitältesten Krieger der Southern Cheyenne, übergegangen. Er war Mitte 30 und weder lahm noch weiß. Als eine Gruppe von 30 Kavalleristen einen Ausfall in Richtung Fluss versuchte, galoppierte er allein auf sie zu, wehrte ihren Vorstoß ab und starb dabei als Held. Keiner der 30 kämpfte sich wieder zu den Verteidigungsringen am Hang vor. Als sie sie sterben sahen, ließen ihre Kameraden auf dem Hügel alle Hoffnung fahren. Von der Kuppe aus hörten Craig und Louis die Gebete und das Weinen der Männer, die dem Tod ins Auge sahen. Ein Kavallerist, fast noch ein Junge, heute wie ein Kind, brach aus dem Verteidigungsring aus, lief den Hügel hinauf und versuchte, eines der beiden letzten Pferde zu erreichen. Sekunden später durchbohrten vier Pfeile seinen Rücken und er fiel sterbend zu Boden. Die beiden Männer auf den Pferden waren jetzt in Schussweite und Pfeile schwirrten ihn nur so um die Ohren. Am Hang waren vielleicht noch 50 bis 100 Männer am Leben, doch mindestens die Hälfte der Kolonne war von Pfeilen oder Kugeln niedergestreckt worden. Manchmal schwang sich einer der Krieger im Streben nach persönlichem Ruhm auf ein Pferd, galoppierte Tollkühn direkt in den Kugelhagel der am Boden kauernden Soldaten und entkam bei den Schießkünsten von Castors Truppe unversehrt und als Held. Und dazu ständig die schrillen Schreie. Jeder Soldat hielt sie für Schlachtrufe, aber Craig wusste es besser. Der Schrei eines angreifenden Indianers galt nicht der Schlacht, sondern dem Tod, seinem eigenen. Damit vertraute er lediglich seine Seele der Obhut des großen Geistes an. Was die siebte Kavallerie an jenem Tag jedoch wirklich zerstörte, war die Furcht der Männer, lebendig in die Hände des Gegners zu fallen und gefoltert zu werden. Jeder Soldat war mit Geschichten über die grausamen Methoden, mit denen die Indianer ihre Gefangenen ins Jenseits beförderten, eingeschüchtert worden. Dabei stimmten diese Geschichten zum größten Teil gar nicht. Die Prärie-Indianer hatten keine Kultur der Kriegsgefangenen und auch keinerlei Verwahrungsmöglichkeiten für sie. Doch eine gegnerische Streitmacht konnte sich ehrenvoll ergeben, wenn sie die Hälfte ihrer Männer verloren hatte und so groß waren die Verluste Kastas nach 70 Minuten bestimmt. Wenn ein Gegner dann immer noch weiter kämpfte, wurde er in der Regel bis auf den letzten Mann vernichtet. Wurde ein Gefangener gemacht, gab es nur zwei Gründe, ihn zu foltern. Entweder man erkannte ihn als jemand, der förmlich geschworen hatte, nie wieder gegen Indianer dieses Stammes zu kämpfen und sein Wort gebrochen hatte. Oder er hatte feige gekämpft und war nicht einmal der Verachtung würdig. In beiden Fällen betrachtete man ihn als Mann ohne Ehre. In der Kultur der Suh und Cheyenne konnte tapfer und stoisch erduldeter Schmerz diese Ehre wiederherstellen. Selbst einem Lügner oder Feigling sollte diese Möglichkeit gegeben werden. Durch Schmerz. Und Kastas war jemand, der den Cheyenne geschworen hatte, nie wieder gegen sie zu kämpfen. Zwei Scrawls jenes Stammes, die ihn unter den Gefallenen entdeckten, stießen dem Toten eiserne Ahlen ins Trommelfell, damit er besser hören konnte. Beim nächsten Mal. Als der Kreis der Cheyenne und Suh sich langsam schloss, breitete sich unter den überlebenden Männern Panik aus. In jenen Tagen wurden Schlachten nie bei guter Sicht ausgetragen, weil es noch keine rauchlose Munition gab. Nach einer Stunde war der Hügel in einen Nebel aus Pulverdampf gehüllt und aus diesem Nebel tauchten die bemalten Wilden auf. Die Fantasie lief Amok. Jahre später sollte ein englischer Dichter schreiben Keiner der letzten Überlebenden auf dem Hang jenes Hügels sollte lange genug leben, um je von Kipling zu hören. Doch das war genau das, was sie taten. Craig hörte die ersten Pistolenschüsse, mit denen sich Verwundete die Qual der Folter ersparten. Er warnte sich an Sergeant Lewis. Der große Sergeant starrte mit Aschfahlem Gesicht vor sich hin. Beide Pferde drohten außer Kontrolle zu geraten. Die Flucht zurück über den Trail war unmöglich, weil es dort von Oglala zu wimmelte. Sergeant, Sie werden mich doch nicht sterben lassen wie ein angebundenes Schwein, rief der Scout. Lewis zögerte, überlegte und dann endete sein Pflichtgefühl. Er stieg ab, zückte sein Messer und schnitt die Lederbänder durch, die Craigs Füße an den Sattelgurt fesselten. In diesem Moment passierten drei Dinge gleichzeitig. Zwei aus etwa 30 Metern Entfernung abgefeuerte Pfeile boten sich in die Brust des Sergeant. Das Messer noch in der Hand betrachtete er sie ziemlich erstaunt, bevor seine Knie nachgaben und er aufs Gesicht fiel. In noch näherer Distanz erhob sich ein Zugkrieger aus dem hohen Gras, legte einen uralten Vorderlader auf Craig an und schoss. Er hatte offensichtlich zu viel Schwarzpulver für die anvisierte Reichweite benutzt und, was noch schlimmer war, auch vergessen den Ladestock zu entfernen. Der Verschluss explodierte mit einem ohrenbetäubenden Knall und einer Stichflamme und riss dem Mann die Hand weg. Wenn er das Gewehr von der Schulter aus abgefeuert hätte, wäre der größte Teil seines Kopfes weggepustet worden, doch er hatte nur aus der Hüfte angelegt. Der Ladestock wurde aus dem Lauf katapultiert wie eine zitternde Harpune. Craig hatte den Mann direkt ins Gesicht gesehen. Der Ladestock traf sein Pferd in die Brust und durchbohrte sein Herz. Als das Tier zu Boden ging, versuchte Craig sich, die Hände noch immer gefesselt, mit einem Satz aus der Schusslinie zu bringen. Er landete auf dem Rücken, schlug mit dem Kopf auf einen kleinen Fels und wurde ohnmächtig. Zehn Minuten später war auch der letzte Soldat auf Custas Hügel tot. Der Scout war bewusstlos und erlebte deshalb das Ende nicht mit, doch als es kam, kam es mörderisch schnell. Die Sue sollten später berichten, dass die letzten paar Dutzend Überlebenden in einem Moment noch gekämpft hätten und im nächsten Moment hätte der große Geist sie einfach hinweg gefegt. Tatsächlich hatten die meisten sich schlicht Roll to their rifles oder ihre Colts benutzt. Einige taten verwundeten Kameraden den Gefallen, andere sich selbst. Als Ben Craig aufwachte, dröhnte sein Kopf von dem Sturz und ihm war, als würde sich alles drehen. Vorsichtig öffnete er ein Auge. Er lag auf der Seite, die Hände hinter dem Rücken gefesselt, eine Wange auf die Erde gepresst. Vor seinem Gesicht bewegten sich Grashalme. Als er langsam zu sich kam, hörte er überall um sich herum weiche Ledersohlen, die sich durch das Gras bewegten, erregte Stimmen und gelegentliche Sieges Schreie. Als die auf der Suche nach Beute und Trophäen über den Hügel wanderten, einer von ihnen musste bemerkt haben, dass er die Augen bewegt hatte. Triumphgeheul ertönte und kräftige Hände rissen ihn hoch. Er wurde von vier Kriegern mit bemalten und verzerrten Gesichtern umringt, die offenbar noch immer im Blutrausch waren. Er sah, wie ein Tomahawk erhoben wurde, um ihm damit den Schädel zu spalten. Als er so da saß und auf den Tod wartete, fragte er sich eine Sekunde lang müßig, was ihn jenseits des Lebens erwarten mochte. Doch der Schlag blieb aus. Stattdessen sagte eine Stimme Halt! Er blickte auf. Der Mann, der gesprochen hatte, saß gut drei Meter entfernt auf einem Pony, die untergehende Sonne rechts neben seiner Schulter, sodass nur seine Silhouette zu erkennen war. Sein Haar war unfrisiert und fiel wie ein dunkler Umhang auf seine Schultern und seinen Rücken. Er trug weder Lanze noch Kriegsballen, war also offensichtlich kein Cheyenne. Das Pony, auf dem der Mann ritt, machte einen Schritt zur Seite und die Sonne wurde von seinem Rücken verdeckt. Der Schatten des Reiters fiel auf Craigs Hellbraun, das als Goldener Fuchs bekannt war. Craig hatte von diesem Pinto gehört. Der darauf sitzende Mann war, bis auf einen Ländenschurz und Mokassins nackt, wie ein einfacher Krieger, strahlte jedoch die Autorität eines Häuptlings aus. Er trug keinen Schild, als würde er jeden persönlichen Schutz verachten, doch an seiner linken Hand baumelte ein Tomahawk. Er war also Sue. Der Tomahawk war eine furchterregende Waffe. Ein gut 40 Zentimeter langer Griff endete in einer Gabel, in die ein glatter Stein von der Größe eines dicken Gänseeis gerammt und mit Lederbändern befestigt wurde, die beim Verknoten vollkommen durchgeweicht waren und sich dann beim Trocknen in der Sonne so fest zusammen zogen, dass der Stein sich nicht lösen konnte. Ein Schlag mit einer solchen Waffe konnte Arme, Schultern oder Rippen brechen und den menschlichen Schädel wie eine Walnuss zertrümmern. Er konnte nur im Nahkampf eingesetzt werden und galt deshalb als besonders ehrenvoll. Als der Reiter erneut die Stimme erhob, sprach er den Dialekt der Oglala zu, den der Scout verstand, weil er der Sprache der Cheyenne am ähnlichsten war. Warum habt ihr den Watschichun so gefesselt? Das haben wir nicht, großer Häuptling, wir haben ihn so gefunden, gefesselt von seinen eigenen Leuten. Der Blick des Reiters fiel auf die Lederbänder, die noch um Craigs Knöchel geknotet waren, doch er saß schweigend und Gedanken verloren da. Brust und Schultern waren mit Kreisen bemalt, die Hagelkörner darstellen sollten und von seinem Haaransatz verlief ein einzelner gezackter schwarzer Blitz bis zu dem von einer Schusswunde gezeichneten Kinn. Andere Verzierungen trug er nicht, doch Craig kannte ihn vom Hören sagen. Er sah sich dem legendären Crazy Horse gegenüber, seit zwölf Jahren und seinem 26. Lebensjahr unangefochtener Häuptling der Oglala Sue, ein Mann, der für seine Furchtlosigkeit, Unergründlichkeit und Askese berühmt war. Vom Fluss wehte eine Abendbrise über den Hügel, zerzauste das Haar des Häuptlings, strich durch das hohe Gras und blies die Feder im Haar des Scouts auf die Schulter seines Hirschlederanzugs. Crazy Horse bemerkte auch sie. Sie war ein von den Cheyenne verliehenes Zeichen der Ehre. Er lebt, befahl der Anführer, bringt ihn zu Häuptling Sitting Bull, er soll das Fluss wurde auf die Füße gezerrt und zum Fluss hinunter getrieben. Auf dieser halben Meile sah er die Spuren des Massakers. Die 210 Männer der fünf Kompanien ohne die Scouts und Deserteure waren in bizarren Todesstellungen über den Hang verstreut. Die Indianer beraubten sie auf der Suche nach Trophäen all ihrer Kleider und führten dann je nach Stamm rituelle Verstümmelungen durch. Die Cheyenne schlitzten einem Toten die Beine auf, damit er sie nicht verfolgen konnte. Die Sue zertrümmerten mit Tomahawks Schädel und Gesichter. Andere trennten Arme, Beine und Köpfe ab. 50 Meter Hang abwärts sah der Scout die Leiche von George Armstrong Custer, bis auf seine Baumwollsocken nackt und Marmor weiß in der Sonne. Bis auf die durchstoßenden Trommelfälle blieb er unverstümmelt und wurde später so von Terrys Männern gefunden. Alles wurde mitgenommen, Taschen und Satteltaschen, Gewehre und Pistolen, samt einem reichen Vorrat an Munition, Brieftaschen mit Familienfotos, alles, was als Trophäe dienen konnte. Danach kamen Mützen, Stiefel und Uniformen an die Reihe. Der Hügel war voll von Kriegern und Squaws. Am Flussufer stand eine Gruppe von Ponys. Craig wurde auf eines gehoben und durchquerte zusammen mit seinen vier Bewachern den Little Beacon River zum westlichen Ufer. Als sie durch das Dorf der Cheyenne ritten, kamen die Frauen aus den Zelten und beschimpften den einzigen überlebenden Vachichun, doch als sie seine Adlerfeder sahen, verstummten sie. War er ein Freund oder ein Verräter? Die Gruppe durchmaß im Schritttempo das Lager der Saint-Sarc und der Minican Ju, bis sie das Dorf der Hangpapa erreichten. Das Lager befand sich in hellem Aufruhr. Diese Krieger hatten nicht auf dem Hügel gegen Casta gekämpft, sondern Major Reno in die Flucht geschlagen. Der Major hatte sich, belagert von den Indianern, mit den Resten seiner Truppe auf einem Hügel auf der anderen Seite des Flusses verschanzt, wo Bentin und der Maulesel tross zu ihnen gestoßen waren und sie sich fragten, warum Casta ihnen nicht zur Hilfe kam. Sia Sapa, Minicanju und Hangpapa Krieger ritten kreuz und quer durch das Lager und schwenkten Trophäen, die sie von Rinos Gefallenen erbeutet hatten. Hier und da sah Craig einen blonden oder rotbraunen Skalb. Umringt von kreischenden Squalls kamen sie zu der Unterkunft des großen Medizinmanns und Richters Sitting Bull. Craigs Oglala Bewacher überbrachten die Botschaft von Crazy Hawes, übergaben ihn dem Häuptling und ritten zurück, um auf dem Hang nach Trophäen zu suchen. Craig wurde unsanft in ein Tipi gestoßen und dann von zwei mit Messern bewaffneten Squalls bewacht. Es war lange schon dunkel, als sie nach ihm schickten. Ein Dutzend Krieger holte ihn ab. Lagerfeuer waren entzündet worden und in ihrem Licht boten die bemalten Krieger einen furchterregenden entfernt, jenseits des Pappelhains auf dem anderen Ufer, immer noch gelegentlich Schüsse fielen, die darauf hindeuteten, dass die Sue nach wie vor Reno und seine Männer am Steilhang attackierten. Die Sue hatten in der gesamten Schlacht an beiden Flanken des riesigen Lagers insgesamt 30 Gefallene zu beklagen. Obwohl insgesamt 1800 Krieger an der Schlacht teilgenommen hatten und der Feind praktisch vernichtet worden war, betrauerte man ihren Verlust. Überall Klage über ihren toten Männern und Söhnen und bereiteten sie auf die große Reise vor. In der Mitte des Hangpapa Dorfes brannte ein Feuer höher als die anderen. Darum geschah saß ein Dutzend Stammesführer mit ihrem obersten Häuptling Sitting Bull. Er war damals gerade erst 40, doch er sah älter aus. Sein Mahagoni-farbenes Gesicht wirkte im Schein der Flammen noch dunkler und war von tiefen Falten zerfurcht. Wie Crazy Horse wurde er verehrt, weil er einmal eine große Vision von der Zukunft seines Volkes und den Bisonherden in der Prärie gehabt hatte. Es war eine düstere Vision gewesen, in der der weiße Mann alle Büffel ausgerottet hatte, weswegen Sitting Bull die Waschinschuhen hasste. Knapp zehn Meter entfernt wurde Craig zu Boden gestoßen, sodass das Feuer die Sicht nicht versperrte. Eine Zeit lang starrten ihn alle an. Sitting Bull gab Craig nicht verstand. Ein Krieger zog sein Messer aus der Scheide und trat hinter Craig. Der wartete auf den Todesstoß. Doch das Messer durchtrennte das Lederband, das seine Handgelenke auf dem Rücken zusammenhielt. Zum ersten Mal seit 24 Stunden konnte er seine Hände wieder neben dem Körper halten. Sie waren völlig gefühllos, bis das Blut langsam zurückfloss und er ein schmerzhaftes Brennen spürte. Doch Craig verstand ihn nicht, doch er antwortete auf Cheyenne, das aufgeregtes und überraschtes Getuschel auslöste. Dann ergriff einer der anderen Häuptlinge, Tumun, von den Cheyenne das Wort. Der große Häuptling fragt dich, warum die Vashinchun dich an dein Pferd und deine Hände hinter dem Rücken gefesselt haben. Ich hatte sie beleidigt. War es eine schlimme Kränkung, wollte Tumun der Häuptling der Blauröcke wollte mich hängen, morgen. Was hattest du ihnen getan? Craig dachte nach. War es erst gestern Vormittag gewesen, als Braddock das Lager von Tall Elk zerstört hatte? Mit diesem Zwischenfall begann er und schloss mit seinem Todesurteil. Er sah, dass Tumun bei der Erwähnung von Tall Elks Lager nickte. Er wusste es also schon. Nach jedem Satz machte er eine Pause und Tumun übersetzte in die Sprache der Su. Als er fertig war, berieten sich die Häuptlinge murmelnd. Tumun rief einen seiner Männer »Reite zurück in unser Dorf und hole Tall Elk und seine Tochter her.« Der Krieger schwang sich auf sein Pinto und ritt davon. Derweil setzte Sitting Bull seine Befragung fort. »Warum bist du gekommen, um Krieg gegen den Roten Mann zu führen?« »Man hat mir gesagt, dass die Sioux zurück in ihre Reservate in North und South Dakota ziehen würden. Von Morden war keine Rede, bis Long Hair verrückt geworden ist. Wieder berieten sich die Häuptlinge murmelnd. »Long Hair war hier?« fragte Tumun und Craig begriff, dass sie gar nicht gewusst hatten, gegen wen sie kämpften. Er liegt auf dem Hügel am anderen Ufer. Er ist tot. Die Häuptlinge besprachen sich eine Weile leise, bevor Stille eintrat. Ein Stammesrad war eine ernste Sache und es bestand kein Grund zur Eile. Nach einer halben Stunde fragte Tumun »Warum trägst du die weiße Adlerfeder?« Craig erklärt es. Vor zehn Jahren hatte er sich im Alter von 14 einer Gruppe junger Cheyenne angeschlossen und mit ihnen gemeinsam in den Bergen gejagt. Sie besaßen alle Pfeil und Bogen bis auf Craig der sich Donaldsons Scharps Gewehr hatte ausleihen dürfen. Sie waren von einem alten Grizzly überrascht worden, einem übellaunigen alten Bär mit kaum einem Zahn im Maul, aber genug Kraft in den Tatzen um einen Menschen mit einem Schlag zu töten. Der Bär war mit Tumun standen, etwas sagen zu dürfen. Ich erinnere mich an diese Geschichte, sie ist im Dorf meines Vätters passiert. An einem Lagerfeuer gibt es nichts Besseres als eine gute Geschichte. Der Krieger wurde eingeladen, die Erzählung zu beenden und die Sue reckten die Hälse, um Tumuns Übersetzung zu verstehen. Der Bär war groß wie ein Berg und rannte sehr schnell. Die Cheyenne Jungen durchbohrte seine Brust. Der Bär stellte sich auf die Hinterbeine und taumelte groß wie eine Fichte weiter. Der weiße Junge lud nach. Die zweite Kugel traf in das Maul des Bären und schlug durch seine Schädeldecke. Der Bär machte noch einen Schritt und fiel dann nach vorn. Der große Kopf landete so dicht vor den Füßen des Jungen, dass Blut und Speichel auf seine Knie spritzten. Doch er bewegte sich keine Handbreit vom Fleck. Sie schickten einen Boten ins Dorf und die Krieger kamen mit einem Travoire zurück, um den Bär zu häuten und aus dem Fell einen Schlafsack für den Vater meines Vätters anzufertigen. Dann feierten sie ein Fest und gaben dem weißen Jungen einen neuen Namen. Bären Töter Die Häuptlinge nickten. Es war eine gute Geschichte. In diesem Moment tauchte eine Gruppe Ponys auf. Hinter eines war ein Travoire gespannt. Zwei Männer, die Craig nie gesehen hatte, traten ins Licht des Lagerfeuers. Ihrer Kleidung und den geflochtenen Haaren nach zu urteilen, waren sie Cheyenne. Einer war Little Wolf, der berichtete, wie er östlich des Rosebud Creek auf der Jagd war, als er diesseits des Flusses Rauchwolken am Himmel sah. Er war umgekehrt und hatte die ermordeten Frauen und Kinder gefunden. Als er sich noch in dem niedergebrannten Lager aufhielt, waren die Blaurücke zurückgekommen und er war ihnen Tag und Nacht gefolgt, bis sie das Tal mit dem Lager erreicht hatten. Doch zu dem großen Kampf war er zu spät erschienen. Der andere Mann, Tal Elk, war von der Jagd zurückgekehrt, als die Hauptkolonne das zerstörte Lager schon hinter sich gelassen hatte. Und noch während er um seine ermordeten Frauen und Kinder trauerte, war seine Tochter zurückgekommen, verletzt, aber lebend. Zusammen mit neun anderen Kriegern waren sie auf der Suche nach dem Lager der Cheyenne die ganze Nacht und den folgenden Tag durchgeritten und waren unmittelbar vor der Schlacht angekommen, in der sie entschlossen mitgekämpft hatten. Er selbst habe auf Casters Hügel den Tod gesucht und fünf Washington Soldaten getötet, doch der große Geist hatte ihn nicht zu sich gerufen. Das Mädchen auf dem Travoir wurde als letzte gehört. Sie war blass und litt Schmerzen aufgrund ihrer Verletzung und dem langen Ritt vom Rosebud Creek, doch sie sprach klar und deutlich. Sie berichtete von dem Massaker und dem großen weißen Mann mit den Streifen am Arm. Sie verstand seine Sprache nicht, aber sie hatte verstanden, was er ihr vor ihrem Tod antun wollte. Sie erzählte, wie der in dem Hirschlederanzug ihr Wasser und Essen gegeben und sie dann auf ein Pony gesetzt Der Washington durfte leben, konnte jedoch nicht zu seinen Leuten zurückkehren. Entweder würden diese ihn töten oder er würde ihnen den genauen Aufenthaltsort der Sue verraten. Man würde ihnen der Obhut von Tall Elk anvertrauen, der ihn als Gefangenen oder Gast behandeln konnte. Im Frühling war er frei zu gehen oder bei den Cheyenne zu bleiben. Die Krieger um das Lagerfeuer brummten und verbrachte die Nacht unter Bewachung zweier Krieger. Am Morgen rüstete sich das gesamte Lager zum Aufbruch. Scouts, die bei Dämmerung angekommen waren, brachten Nachricht von weiteren Blauröcken im Norden, sodass die Indianer beschlossen, nach Süden in Richtung der Bighorn Mountains zu ziehen und abzuwarten, ob die Washington ihnen folgen würden. Nachdem er Craig als Mitglied seines Clans akzeptiert hatte, zeigte Tall Elk sich großzügig. Man fand vier unverletzte Kavalerie Pferde, von denen Craig sich eins aussuchen durfte. Die Armeepferde wurden von den Prärie Indianern nicht besonders geschätzt. Sie zogen ihre robusten Pintus vor, weil Pferde sich nur selten an die rauen Winter der Prärie gewöhnten. Sie brauchten Heu, das die Indianer nicht sammelten und konnten die kalte Jahreszeit sehende schlanke rotbraune Stute und nannte sie Rosebud nach dem Ort, an dem er Whispering Wind begegnet war. Ein guter Sattel war schnell gefunden, weil die Indianer keine benutzten und als sein Scharpsgewehr und sein Bowie-Messer aufgespürt wurden, bekam er sogar die zurück, wenn auch nur widerwillig. In den Satteltaschen seines toten Pferdes auf der Hügelkuppe fand er seine Scharps-Munition, ansonsten war der Hang restlos leer geplündert. Die Indianer hatten alles genommen, was für sie brauchbar war. An dem Papier des Weißen Mannes hatten sie kein Interesse, sodass einige Bögen achtlos weggeworfen durch das hohe Gras flatterten. Darunter auch Captain William Cooks Aufzeichnungen des ersten Verhörs von Craig. Die Auflösung des Lagers dauerte den ganzen Vormittag. Die Tipis wurden abgebaut, sämtliche Gegenstände verstaut und Frauen, Kinder und Gepäck auf zahlreiche Travois verteilt, bevor sie kurz nach Mittag aufbrachen. Die Toten wurden in ihren Tipis aufgebahrt zurückgelassen, bemalt für die nächste Welt, eingehüllt in ihre edelsten Gewänder und mit der Federhaube geschmückt, die ihrem jeweiligen Rang entsprach. Doch all ihre Haushaltsgegenstände waren der Tradition folgend auf dem Boden verstreut worden. Als Terries aus dem Norden in das Tal vorstoßenden Männer dies am nächsten Tag entdeckten, glaubten sie, Sue und Cheyenne seien überstürzt und in großer Eile aufgebrochen. Doch dem war nicht so. Den persönlichen Besitz eines Toten zu verstreuen geboten die Gebräuche. Außerdem wurden die Sachen dann ohnehin geplündert. Selbst nach diesem Zwischenfall sollten die Indianer erklären, dass sie lediglich jagen und nicht kämpfen wollten. Doch Craig wusste, dass die Armee sich von dieser Niederlage erholen und auf Rache sinnen würde. Nicht sofort, aber irgendwann in naher Zukunft würden sie kommen. Das wusste auch Sitting Bulls großer Stammesrat und nach ein paar Tagen vereinbarte man, dass sich die Stämme in kleinere Gruppen aufteilen und zerstreuen sollten. Das würde es dem Blaurücken schwerer machen und die Chancen der Indianer erhöhen, den Winter in der Wildnis zu verbringen und nicht in die unter Hungersnot leidenden Reservate zurückgetrieben zu werden. Craig ritt mit dem, was von Tall Elks Clan übrig geblieben war. Einer der zehn Krieger, die ihre Frauen am Rosebud Creek verloren hatten, war am Little Beacon River gestorben. Zwei weitere waren verletzt worden. Einer hatte eine Schnittwunde in der Hüfte, entschloss sich jedoch zu reiten. Ein anderer war aus kurzem Abstand von einer Springfield Kugel an der Schulter getroffen worden und reiste auf einem Trova. Tall Elk und die anderen fünf würden neue Frauen finden. Um dies zu ermöglichen, hatten sie sich mit zwei anderen Großfamilien zusammengetan und bildeten nun einen Stamm von 60 Männern, Frauen und Kindern. Als sie von der Entscheidung der Gruppe sich zu trennen erfuhren, hielten sie Rat, auch Craig wurde nach seiner Meinung gefragt. Die Blauröcke werden hier entlang kommen, sagte er und malte mit einem Stock den Bickhorn River in den Sand. Sie werden euch hier im Süden und dort im Osten suchen. Doch ich kenne eine Gegend im Westen. Sie heißt Prior Range. Dort bin ich aufgewachsen. Und er erzählte ihnen von den Bergen der Prior Range. Auf den unteren Hängen wimmelt es von Wild. Die Wälder sind dicht und ihre Äste verdecken den Rauch, der von den Kochstellen aufsteigt. Die Flüsse sind voller Fische und weiter oben gibt es auch fischreiche Seen. Dorthin kommen die Waschinschun nie. Der Clan war einverstanden. Am 1. Juni trennten sie sich von dem Haupt Kontingent der Cheyenne, zogen, geführt von Craig, Nordwestlich ins südliche Montana und umgingen so auch die Spähtrupps, die General Terry vom Bighorn River in alle Richtungen ausgesandt hatte, die jedoch nicht so weit westlich vordrangen. Mitte Juli erreichten sie die Prior Range Mountains und es war so, wie Craig gesagt hatte. Die Tipis wurden von Bäumen verdeckt und waren schon aus einer halben Meile Entfernung unsichtbar. Von einem Fels sich ihn. Die Jäger brachten Vieh Wild und Antilopen aus den Wäldern und die Kinder angelten fette Forellen aus den Bächen. Whispering Wind war jung und gesund. Die Wunde verheilte rasch und bald lief sie wieder flink wie ein Reh. Manchmal wenn sie den Männern Essen brachte trafen sich ihre Blicke und sein Herz pochte wie wild. Sie ließ sich nicht anmerken was sie empfand und schlug die Augen nieder wenn sie ihn dabei ertappte wie er sie anstarrte. Er konnte nicht wissen dass etwas in ihr zu schmelzen schien und ihre Brust schier bersten wollte wenn er sie mit seinen dunkelblauen Augen ansah. Im Frühherbst verliebten sie sich einfach ineinander. Die Frauen bemerkten es sofort. Sie kehrte mit geröteten Wangen zurück wenn sie ihre Mutter und ihre Tanten waren tot sodass die Frauen alle aus anderen Familien stammten. Ihre Söhne waren unter den zwölf unverheirateten und deshalb verfügbaren Männern und sie fragten sich welche von ihnen das Herz des schönen Mädchens entflammt hatte. Neckend forderten sie sie auf es ihnen zu verraten bevor ein anderer daherkam und sie stehlen würde doch sie erklärte den Frauen dass sie Unsinn redeten. Im September fielen die Blätter und sie verlegten das Lager weiter hinauf in die Berge um von den Nadelbäumen abgeschirmt zu werden. Der Oktober kam und die Nächte wurden kühl doch die Jagd war immer noch ergiebig und die Ponys fraßen das letzte Gras bevor sie sich mit Flechten Moos und Weiden Rinde begnügen mussten. Rosebud passte sich den anderen Tieren an doch manchmal stieg Craig in die Prärie hinab und kehrte mit einem Sack frischem Gras zurück das er mit seinem Bowie Messer zu Büscheln geschnitten hatte. Hätte die Mutter von Whispering Wind noch gelebt hätte sie sich bei Tall Elk für sie einsetzen können doch dem war nicht so so dass sie es ihrem Vater selbst sagen musste sein Zorn war maßlos wie konnte sie an so etwas denken die Washing Schuhen hatten ihre gesamte Familie vernichtet dieser Mann würde zu seinen Leuten zurückgehen und dort war kein Platz für sie außerdem habe sich der Krieger der am Little Bickhorn von einer Kugel an der Schulter verletzt worden war beinahe vollständig erholt die zertrümmerten Knochen waren wieder zusammengewachsen nicht gerade aber ganz er hieß Walking Owl und war ein guter und tapferer Krieger mit ihm sollte sie vermählt werden es würde am nächsten Tag bekannt gegeben werden und diese Entscheidung sei endgültig tall elk war beunruhigt es konnte sein dass der weiße Mann genauso empfand ab sofort würde er ihn Tag und Nacht bewachen lassen er konnte nicht zu seinen Leuten zurückkehren er wusste wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten er musste den Winter über bleiben aber unter Bewachung und so geschah es Craig wurde unvermittelt in das Tipi einer anderen Familie verlegt drei weitere versuchte nachts zu entwischen Ende Oktober kam sie zu ihm er lag wach und dachte an sie als eine der Zeltwände langsam mit einem Messer aufgeschlitzt wurde er schlüpfte behutsam hindurch sie stand im Mondlicht und sah zu ihm auf sie umarmten sich zum ersten Mal und Leidenschaft ergriff sie schließlich trat sie einen Schritt zurück und bedeutete ihm ihr zu folgen sie führte ihn Seite des Lagers Rosebud war gesattelt ein Büffelfell hinter dem Sattel zusammengerollt sein Gewehr steckte in einem langen Schulterfutteral und die Satteltaschen waren prall gefüllt mit Nahrung und Munition daneben stand ein angebundenes Pinto Pony sie küssten sich und die Welt schien sich um sie zu drehen bring mich in deine Berge Ben Craig flüsterte sie und mach mich zu deiner Frau jetzt und für immer Whispering Wind sie saßen auf lenkten ihre Pferde lautlos durch den Wald bis sie in Sicherheit waren und ritten dann den Berghang hinab in Richtung Prairie Bei Sonnenaufgang hatten sie das Vorgebirge erreicht In der Dämmerung sah eine kleine Gruppe Crow sie aus der Ferne und wandte sich nach Norden um auf dem Boosman Trail Richtung Fort Alice zu reiten Die Cheyenne verfolgten sie zu Sext Sie ritten schnell ihre Gewehre über der Schulter Kriegsbeile im Bund und leichte Wolldecken als Sattel und sie hatten ihre Befehle Die Walking Old versprochene sollte Leben zurückgebracht werden Der Washington aber sterben Die Gruppe der Crow ritt im gestreckten Galopp nach Norden Einer von ihnen war im Sommer bei der Armee gewesen und wusste dass die Blauröcke eine hohe Belohnung für den weißen Überläufer ausgesetzt hatten genug um sich davon viele Pferde und Handelswaren zu kaufen Sie sollten den Boosman Trail nie erreichen 20 Meilen südlich des Yellowstone stießen sie auf eine Patrouille von Kavalleristen insgesamt zehn Mann unter dem Kommando eines Lieutenants Der ehemalige Scout erklärte was sie gesehen hatten wobei er sich hauptsächlich in der Zeichensprache ausdrückte doch der Lieutenant verstand ihn Er wandte sich mit seiner Einheit sofort den Bergen im Süden zu wobei die Crow als Führer fungierten und die Fährte der Flüchtigen aufzunehmen versuchten In jenem Sommer waren Nachrichten von dem Massaker an Custer und seinen Männern durch Amerika gefegt wie ein Orkan Die Großen und Mächtigen der Nation hatten sich im Osten in Philadelphia der Stadt der Brüderlichen Liebe versammelt um am 4. Juli 1876 den 100. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit zu feiern Die Neuigkeiten von der Grenze im Westen klangen schier geordnet Nach der Schlacht hatten General Terrys Soldaten den Todeshügel auf der Suche nach einer Erklärung für das Desaster abgesucht Sue und Cheyenne waren 24 Stunden zuvor aufgebrochen und Terry verspürte wenig Neigung sie zu verfolgen Die Überlebenden von Rinos Einheit waren befreit worden Doch sie wussten nur was sie gesehen hatten bis Custer und seine Männer jenseits der Hügelkette verschwunden waren Auf dem Hügel selbst wurde jeder Fetzen Beweismaterial eingesammelt und aufbewahrt während man die verwesenden Leichen eilig begrub Unter den Gegenständen befanden sich auch mehrere Bögen Papier darunter die Notizen von Captain Crook Von den Männern die hinter Custer gestanden hatten als jener Ben Craig verhörte lebte keiner mehr Doch die Aufzeichnungen des Adjutanten waren aussagekräftig genug Die Armee brauchte einen Grund für die Katastrophe und jetzt hatte sie einen Die Wilden waren gewarnt worden und hatten sich gründlich vorbereitet Der ahnungslose Custer war in einen gigantischen Hinterhalt geraten Besser noch Die Armee hatte einen Sündenbock Inkompetenz war als Grund inakzeptabel Verrat nicht Für die Ergreifung des Scouts wurde eine Belohnung von 1000 Dollar ausgesetzt Tod oder lebendig Die Spur wurde kalt bis die Crow den Flüchtigen Ende Oktober in Begleitung eines Indianermädchens durch die Pryor Mountains reiten sahen Die Pferde des Lieutenant waren über Nacht gefüttert und getränkt worden und hatten sich ausgeruht Sie waren frisch und er ritt im gestreckten Galopp nach Süden Seine Karriere stand auf dem Spiel Kurz nach Sonnenaufgang erreichten Craig und Whispering Wind die Pryor skaloppierten durch die Ausläufer des West Pryor bis sie in ein raues Ödland aus grasbewachsenen Hügelketten und Erosionsrinnen kamen das sich 50 Meilen gen Westen erstreckte Craig brauchte die Sonne nicht zur Orientierung Er konnte sein Ziel in der Ferne unter dem blauen Himmel in der Morgensonne glitzern sehen Er war unterwegs in die Wildnis von Absaroka in der er als Junge mit dem alten Donaldson gejagt hatte Es war ein durch und durch unwegsames Gelände aus Wäldern und Felsplateaus wohin nur wenige folgen konnten und führte hinauf zum Beertooth Range Selbst aus dieser Entfernung konnte er die vereisten Gipfel des Thunder Sacred Madsen und Beertooth Mountain über dem Land ausmachen die sich am Horizont erhoben als würden sie über das Land wachen In diesen Bergen konnte ein guter Mann mit einem Gewehr Pause doch dann drängte er weiter auf jene Gipfel zu die das Land an den Himmel zu nageln schien 20 Meilen hinter ihnen folgten in gleichmäßig schnellem Trab der die Kräfte der Ponys schonte und Meile um Meile fortgesetzt werden konnte die sechs Krieger den Boden nach verräterischen Spuren absuchend 30 Meilen weiter nördlich stieß der Kavalerietrupp nach Süden vor um Die Crow-Scouts zügelten plötzlich ihre Pferde und umkreisten einen Fleck von der Sonne getrockneter Erde sie wiesen auf die Hufspuren dicht gefolgt von der Fährte eines unbeschlagenen Ponys Unweit der Stelle entdeckten sie Spuren weiterer Ponys insgesamt fünf oder sechs Wir haben also Konkurrenz murmelte der Lieutenant Seistrum Er gab dem Befehl weiter nach Westen zu reiten obwohl die Pferde langsam müde wurden Als sie eine halbe Stunde später eine Anhöhe in der Prärie erreichten nahm er sein Fernrohr und suchte den Horizont ab Von den Flüchtigen war nichts zu sehen Dafür entdeckte er eine Staubwolke über sechs winzigen Gestalten auf Pintos die in die Berge traten Auch die Ponys der Cheyenne wurden müde Doch sie wussten dass es den Rössern der Flüchtigen ebenso ergehen musste Im Bridger Creek direkt unterhalb der modernen Siedlung Bridger tränkten die Krieger ihre Ponys und gönnten ihnen eine halbe Stunde Pause Einer von ihnen presste sein Ohr an den Boden und hörte die trappelnden Hufe der Verfolger so dass sie eilig aufsaßen und weiter ritten Nach einer Meile führte der Anführer die Gruppe vom Weg weg hinter einer Anhöhe hinter der sie sich versteckte während er selbst auf die Kuppe kletterte und Ausschau hielt Er sah die Kavalleristen in drei Meilen Entfernung Da die Cheyenne weder etwas von Papieren auf einem Hügel noch von einer Belohnung für einen entflohenen Washington wussten nahmen sie an dass die Blaurücke sie jagten weil sie ihr Reservat verlassen hatten Also beobachteten sie das Geschehen und warteten Als die Kavallerie Patrouille die Die Cheyenne sahen wie die Crow nach Westen wiesen bevor der Trupp in diese Richtung aufbrach Die Cheyenne folgten ihnen auf einer parallelen Route Sie beschatteten die Blaurücke so wie Little Wolf Custer am Lauf des Rosebud Creek beschattet hatte Doch am Nachmittag wurden sie von den Crow entdeckt Cheyenne rief der Crow Scout Der Lieutenant zuckte die Achsel Egal lass sie jagen wir haben unsere eigene Beute Die beiden Verfolger Gruppen drängten bis zum Anbruch der Dunkelheit weiter Die Crow folgten der Pferde und die Cheyenne der Patrouille Als die Sonne die Gipfel der Berge berührte wussten beide Gruppen dass ihre Pferde Ruhe brauchten Wenn sie versuchten weiter zu reiten würden die Tiere einfach unter ihnen zusammen brechen Außerdem wurde der Boden härter und die Fährte damit schwerer zu lesen Ohne Laternen die sie nicht bei sich hatten würde es in der Dunkelheit schlicht unmöglich sein Zehn Meilen vor ihnen dachte Ben Craig das Gleiche Rosebud war eine große kräftige Stute doch sie hatte ihn samt Ausrüstung jetzt 50 Meilen über unwegsames Gelände getragen Außerdem war Whispering Creek auf östlich der heutigen Siedlung Red Lodge entfachten aus Angst entdeckt zu werden jedoch kein Feuer Mit der einbrechenden Dunkelheit sanken auch die Temperaturen sie rollten sich in den Büffelfellumhang und Sekunden später war das Mädchen fest eingeschlafen Craig schlief nicht das konnte er später tun er kroch aus dem Umhang wickelte die rote Wolldecke um seinen Körper und wachte über das Mädchen das er liebte Niemand kam doch er war schon vor Anbruch der Dämmerung wieder auf den Bein sie nahmen ein rasches Mahl aus getrocknetem Antilopen Fleisch und eine Portion Maisbrot zu sich das sie mitgenommen hatten und mit Wasser aus dem Bach hinunterspülten dann brachen sie auf auch ihre Verfolger waren bereits unterwegs als das erste Licht des Tages ihre Spur wieder sichtbar machte sie lagen neun Meilen zurück und holten auf Craig wusste dass die Cheyenne hinter ihm her waren weil das was er getan hatte unverzeihlich war doch von der Kavallerie hatte er keine Ahnung das Land wurde immer unwegsamer das Vorwärtskommen beschwerlicher Craig war klar dass ihre Verfolger näher kamen und sie einholen würden wenn er sie nicht aufhielt indem er die Spur verwischte nach zwei Stunden im Sattel erreichten die Flüchtenden den Zusammenfluss zweier Bäche links von ihnen stürzte sich der Rock Creek von den Bergen ins Tal doch den hielt Craig auf dem Weg in die echte Wildnis für unpassierbar vor ihnen lag der West Creek der flache und weniger felsig war er stieg ab band den Fürstrick des Ponys an den Sattel des Pferdes und nahm Rosebud am Halfter er führte den kleinen Konvoi zunächst schräg auf den Rock Creek zu bevor er kehrt machte und dem anderen Wasserlauf folgte das eiskalte Wasser machte seine Füße taub doch er wartete zwei Meilen über Schotter und Kies weiter bevor er die beiden Reittiere aus dem Wasser in den dichten Wald am linken Ufer führte das Land stieg jetzt steil an und ohne die wärmende Sonne Wasser erreicht und Halt gemacht die Crow wiesen darauf hin dass die Spuren scheinbar den Rock Creek hinaufführten und nachdem er sich mit seinem Sergeant besprochen hatte befahl der Lieutenant der falschen Pferde zu folgen als sie verschwunden waren kamen die Cheyenne an die beiden Bäche sie mussten nicht durchs Wasser warten um ihre Spur zu verwischen doch sie entschieden sich für den richtigen Bach ritten am Ufer entlang und suchten die andere Seite nach Spuren ab die die aus dem Bach kommenden Pferde auf dem Weg ins Gebirge hinterlassen hatten nach zwei Meilen entdeckten sie im schlammigen Ufersand die Abdrücke nach denen sie Ausschau gehalten hatten spritzend ritten sie durch den Bach und drangen in den dichten Wald ein Gegen Mittag erreichte Craig den Ort an den er sich von seinem Jahre zurückliegenden Jagdausflug zu erinnern glaubte eine große offene Hochebene das Silver Run Plateau das direkt in die Berge führte obwohl sie es nicht wussten befanden sie sich mittlerweile in mehr als 3000 Metern Höhe vom Felsrand aus konnte er auf den Bachlauf hinab blicken dem er gefolgt und dann verlassen hatte zu seiner Rechten erkannte er an der Gabelung der beiden Bäche mehrere Gestalten er hatte kein Fernrohr doch in der dünnen Luft konnte man außergewöhnlich weit sehen aus einer halben Meile Abstand erkannte er dass dies keine Cheyenne sondern zehn Soldaten mit vier Crow Scouts waren die Patrouille die am Rock Creek entlang talwärts ritt nachdem sie ihren Irrtum bemerkt hatte da begriff Ben Craig dass die Armee immer noch hinter suchte einen Fels auf dem er den Lauf abstützen konnte stellte das Visier auf maximale Entfernung ein und blinzelte ins Tal er schießt das Pferd hatte der alte Donaldson immer gesagt in diesem Gelände muss ein Mann ohne Pferd umkehren er zielte auf die Stirn des Offiziers Pferdes als der Knall ertönte hallte er in den Bergen wieder wie rollender Donner die Kugel traf das Pferd des Lieutenant an der Schulter und es fiel samt seinem Reiter der sich beim Sturz einen Knöchel verdrehte um wie ein Sack die Kavalleristen suchten bis auf den Sergeant der sich hinter das niedergestreckte Pferd warf um dem Lieutenant zu helfen Deckung im Wald Das Pferd war noch nicht tot Der Sergeant erlöste es mit seiner Pistole von seinem Leiden und schleifte seinen Offizier in den Schutz der Bäume Weitere Schüsse fielen nicht Die Cheyenne ließen sich auf dem Hang im Schutz des Waldes von ihren Ponys auf den Teppich aus Kiefernadeln fallen Vier von ihnen hatten von der siebten erbeutete Springfields doch sie waren wie die meisten Prärie Indianer schlechte Schützen Außerdem wussten sie was der junge Washington mit einem Schabsgewehr anrichten konnte und auf welche Entfernung sie begannen den Berg hinauf zu robben was ihr vorwärts kommen deutlich verlangsamte einer folgte mit sämtlichen Ponys Craig schnitt die Decke in vier Stücke und band sie um Rosebudds Hufe Zwischen dem Hufeisen und dem felsigen Untergrund würde das Material nicht lange halten doch es würde die Spuren auf einer Strecke von 500 Metern verwischen anschließend tritt er im Schritt in südwestlicher Richtung über die Hochebene auf die Gipfel zu das Silver Run Plateau erstreckt sich über fünf Meilen und es gibt keine Deckung nach zwei Meilen sah sich Craig um und erkannte kleine Punkte die über den Hang auf das Fels Plateau kam er trottete weiter sie konnten ihn weder treffen noch einholen ein paar Minuten später tauchten weitere Punkte auf auch die Kavalleristen hatten ihre Pferde durch den Wald geführt und nun die felsige Hochebene erreicht jedoch eine Meile weiter östlich als die Cheyenne dann entdeckte er die Schlucht er war noch nie zuvor so hoch in den Bergen gewesen und wusste nicht dass sie existierte sie war steil und eng und hieß Lake Fork Kiefern wuchsen an ihren Hängen und ein eisiger Bach schlängelte sich im Tal Craig folgte ihrem Rand auf der Suche nach einer Stelle wo das Ufer flach genug war um den kleinen Fluss zu überqueren und fand sie im Schatten des Thunder Mountain doch er hatte eine halbe Stunde verloren er trieb sich und die Pferde zum äußersten an führte sie in die Klamm und auf der anderen Seite auf eine Felsplatte das Hellroaring Plateau als er aus der Schlucht auftauchte pfiff eine Kugel über seinen Kopf hinweg die Kavalleristen auf der anderen Seite der Schlucht hatten zwischen den Kiefern eine Bewegung wahrgenommen Craigs Verzögerung hatte sie nicht nur zu ihm aufschließen lassen sondern auch die beste Stelle für eine Überquerung gezeigt vor ihm lagen drei weitere Meilen einer Hochebene unterhalb der säulenartig aufragenden Felsformationen des Mount Rearguard in deren Labyrinth aus Felsen und Höhlen ihn nie jemand aufspüren würde Menschen wie Tiere keuchten in der sauerstoffarmen Luft doch er drängte immer noch weiter es würde bald dunkel werden so dass er zwischen den Gipfeln und Schluchten zwischen dem Rearguard dem Sacred und dem Beertooth Mountain verschwinden konnte dort oben war kein Mensch in der Lage einer Fährte zu folgen jenseits des Sacred Mountain lag die Wasserscheide und von dort führte der Weg bergab nach Wyoming sie würden die feindliche Welt hinter sich lassen heiraten in der Wildnis wohnen und ewig leben als das Licht des Tages verblasste schüttelten Ben Craig und Whispering Wind ihre Verfolger ab und ritten auf die Hänge des Mount Rearguard zu in der Dämmerung überquerten sie ein Felsplateau und stießen vor bis zur Schneegrenze dort entdeckten sie einen flachen breiten Felsvorsprung und dahinter eine tiefe Höhle ein paar verkümmerte Kiefern verdeckten den Eingang bei Einbruch der Dunkelheit band Craig den Pferden die Vorderbeine zusammen nachdem sie ein paar von den am Boden liegenden Kiefernadeln gefressen hatten es war eisig kalt doch sie hatten ihr Büffelfell der Scout schleppte seinen Sattel und die verbliebene Decke in die Höhle lud sein Gewehr legte es neben sich und breitete das Büffelfell am Eingang der Höhle aus Craig und Whispering Wind legten sich auf die eine Hälfte und deckten sich mit der anderen zu in diesem Kokon wurde ihnen bald wieder warm das Mädchen begann ihren Körper an seinen zu schmiegen Ben flüsterte sie mach mich zu ihrem sich ihm entgegenstreckenden Leib was ihr tut ist falsch so hoch in den Bergen war es vollkommen still doch obwohl die Stimme alt und brüchig klang waren ihre in Cheyenne gesprochenen Worte deutlich zu verstehen Craig griff blitzschnell nach seinem Gewehr und stürzte in die Kälte hinaus er begriff nicht warum er den Mann vorher nicht gesehen hatte er saß im Schneidersitz unter den Kiefern am Rand des Fels Vorsprungs sein eisgraues Haar hing bis auf seine nackte Brust sein Gesicht war faltig und zerfurcht wie eine verbrannte Walnuss er schien uralt und sehr heilig zu sein ein Schamane der auf der Suche nach Visionen an einem einsamen Ort fastete meditierte und mit der Unendlichkeit eins zu werden suchte du hast gesprochen heiliger Mann der Scout redete ihn mit diesem Ehrentitel an der Männer von hohem Alter und großer Weisheit vorbehalten ist woher er gekommen war wusste Craig nicht und wie er in dieser Kälte ungeschützt überleben konnte war ihm unvorstellbar Craig wusste nur dass einige Geistseher imstande waren den Naturgesetzen zu trotzen er spürte wie neben ihm Whispering Wind im Eingang der Höhle auftauchte es ist falsch in den Augen der Menschen und in den Augen von Meijar dem großen Geist sagte der alte Mann der Mond war noch nicht aufgegangen doch in der klaren und beißenden Luft funkelten die Sterne so hell dass der bereite Fels Vorsprung in blasses Licht getaucht war Craig sah das Glitzern in den alten Augen die ihn fixierten warum heiliger Mann sie ist einem anderen versprochen ihr zukünftiger hat tapfer gegen die Washington gekämpft er hat viel Ehre er hat es nicht verdient dass man ihn so behandelt aber sie ist jetzt meine Frau sie wird deine Frau sein Mann der Berge aber noch nicht so spricht der große Geist sie soll zu ihrem Volk und dem ihr bestimmten Mann zurückkehren wenn sie das tut werdet ihr eines Tages wieder vereint und sie deine Frau sein und du ihr Mann für immer so spricht mir ja er nahm einen Stock vom Boden und stützte sich beim Aufstehen darauf seine nackte Haut war dunkel und alt und nur mit Mokassins und einem Ländenschurz bekleidet setzte die Kälte ihm zu er Weg zwischen den Kiefern ins Tal bis er verschwunden war whispering wind sah zu Ben Craig empor Tränen rannen über ihre Wangen und erstarrten in der Kälte noch bevor sie das Kinn erreichten ich muss zu meinem Volk zurückkehren es ist meine Bestimmung er widersprach ihr nicht es wäre sinnlos gewesen er machte ihr Pony fertig während sie in ihren Mokassins schlüpfte und die Decke um ihren Körper wickelte er nahm sie ein letztes Mal in die Arme hob sie auf den Rücken des Pferdes und gab ihr die Zügel wortlos führte sie das Pinto auf den Weg zurück ins Tal Wind der leise spricht rief er sie drehte sich um wir werden zusammen sein eines Tages so ist es vorausgesagt während das Gras wächst und die Flüsse fließen werde ich auf dich warten und ich auf dich Ben Craig und dann war sie verschwunden Craig betrachtete den Himmel bis die Kälte unerträglich wurde dann führte er Rosebud in die Höhle streute Kiefernadeln auf den Boden zog das Büffelfell tiefer in die Dunkelheit reute sich darin ein und schlief der Mond ging auf die Krieger sahen sie über die felsige Hochebene kommen sie entdeckte die beiden schwach glimmenden Lagerfeuer unterhalb des Schluchtrandes wo die Kiefern wuchsen und hörte von dem auf der linken Seite kommend den leisen Ruf einer Eule dorthin lenkte sie ihr Polly sie sagten nichts das oblag ihrem Vater Tall Elk sie hatten ihre Befehle der Washing Chun der ihre Zelte entehrt hatte musste sterben sie warteten auf die Dämmerung um ein Uhr morgens fegten dicke Wolken über den Beer Tooth Range und die Temperaturen begannen zu sinken die Männer um die beiden Lagerfeuer zitterten vor Kälte und wickelten ihre Doch die Temperaturen fielen weiter Cheyenne wie Weiße hatten im rauen Dakota überwintert und wussten was ein harter Winter bedeutete aber dies war erst der letzte Tag im Oktober zu früh trotzdem wurde es immer kälter um zwei setzte dichte Schneetreiben ein im Lager der Kavallerie erhoben sich die Crow Scout von ihrem Lager wir würden kehrt machen rieten sie dem Offizier dessen Knöchel schmerzte doch er wusste auch dass die Ergreifung seiner Beute sein Leben in der Armee verändern würde es ist kalt aber bald kommt die Dämmerung entgegnete er ihnen dies ist keine gewöhnliche Kälte sagten sie dies ist die Kälte des langen Schlafes dagegen schützt kein Gewand der Washington den du suchst ist schon tot oder er wird noch vor Sonnenaufgang sterben dann geht forderte der Offizier sie auf Pferden mussten nicht mehr gelesen werden seine Beute saß auf dem Berg fest den er im Mondlicht hatte schimmern sehen bevor er unter dem Schnee versank die Crow saßen auf und machten sich über das Silver Run Plateau und die Hänge auf den Weg zurück ins Tal beim Aufbruch stieß einer von ihnen den schrillen Schrei eines Nachtvogels aus den hörten die Cheyenne und sahen sich an es war ein Warnruf auch sie löschten das Feuer nahmen das Mädchen mit sich bestiegen ihre Ponys und machten sich auf den Rückweg und die Temperatur sank noch weiter die Lawine ging um vier Uhr früh ins Tal nieder sie kam Wald strebte zischend auf die Lake Fork Schlucht zu und riss alles auf ihrem Weg mit sich die verbliebenen Männer und Pferde waren in der Kälte liegend oder stehend festgefroren und konnten sich nicht mehr bewegen der Schnee deckte die Schlucht zu bis nur noch die Spitzen der Kiefern herausragten am Morgen klarte der Himmel auf und die Sonne kehrte zurück so weit das Auge reichte war die Landschaft in ein weißes Kleid gehüllt in einer Million Löcher und Höhlen wussten die Tiere des Berges und der Wälder dass der Winter gekommen war in seiner Höhle unterhalb des Gipfels drehte sich der Prärie Scout in seinem Büffefell um und schlief weiter als er aufwachte konnte er sich wie es einem bisweilen ergeht nicht mehr daran erinnern wo er war im Dorf Er öffnete die Augen blinzelte aus den Falten des Büffelfells und registrierte die rauen Wände der Höhle und sofort war die Erinnerung wieder da Er richtete sich auf und versuchte den Schlaf ganz abzuschütteln Draußen erkannte er einen weißen mit Pulverschnee bestäubten Felsvorsprung der in der Sonne glitzerte Er trat mit nacktem Oberkörper ins Freie und atmete tief die Morgenluft ein Rosebud war noch immer an den Vorderläufen gefesselt hatte jedoch die Höhle verlassen und knabberte an einigen jungen Kiefern die am Rand des Felsvorsprungs ausgetrieben hatten Die Morgensonne stand zu seiner Rechten am Himmel und er starrte nach Norden in die entfernten Ebenen Montanas Er ging bis zum Rand der Felskante legte sich auf den Boden und spähte zum Hellroaring Plateau hinunter Über der Lake Fork Schlucht konnte er keinen Rauch von Lagerfeuern erkennen seine Verfolger schienen verschwunden zu sein Er kehrte in die Höhle zurück kleidete sich an nahm sein Bowie Messer und befreite Rosebud von ihren Fesseln Sie wieherte leise und rieb ihr samtweiches Maul an seiner Schulter Dann bemerkte er etwas Seltsames Die hellgrünen Schösslinge an denen das Pferd knabberte waren Frühlingstriebe Er sah sich um Die letzten zähen Kiefern die in dieser Höhe noch wuchsen hatten alle grüne Knospen die sich nach der Sonne ausrichteten Erschrocken wurde ihm bewusst dass er wie eine Kreatur der Wildnis die bittere Kälte des Winters verschlafen hatte So etwas gab es das wusste er Der älte Donaldson hatte einst einen Tropper erwähnt der in einer Bärenhöhle überwinterte und nicht gestorben war sondern wie die jungen Bären an seiner Seite schlief bis der Winter vorüber war In seinen Satteltaschen fand er eine letzte Portion Dörrfleisch Es war schwer zu kauen doch er wirkte es hinunter Zum Trinken nahm eine Handvoll Schnee den er zwischen seinen Handflächen zu Wasser schmelzen ließ und dann ableckte Er war Klug genug nicht einfach Schnee zu essen In den Satteltaschen fand er auch seine Trupper Mütze aus warmen Fuchs Fell die er aufsetzte Nachdem er Rosebud gesattelt hatte überprüfte er sein Schabs Gewehr und die 20 verbliebenen Patronen bevor er die Waffe in ihr Futural schob und sich zum Aufbruch rüstete Er rollte das schwere Büffelfell zusammen das ihm das Leben gerettet stieg zum Felsplateau Er wusste noch nicht was er tun sollte doch in den Wäldern an den unteren Hängen gab es genug Wild zum Jagen Er überquerte vorsichtig die erste Hochebene und hielt immer noch Ausschau nach einer Bewegung am Rand der Schlucht vielleicht würde sogar jemand einen Schuss auf ihn abfeuern Doch nichts geschah Als er die Klamm erreichte konnte er auch dort keine Spuren seiner Verfolger entdecken Was er nicht wusste war dass die Crow berichtet hatten dass alle Blauröcke im Schneesturm ums Leben gekommen waren und auch ihre Beute nicht überlebt haben konnte Er fand den Weg hinab in die Lake Fork Schlucht und auf der anderen Seite wieder hinaus Als er das Silver Run Plateau überquerte stieg die Sonne höher und stand schließlich im Winkel von 30 Grad über dem Horizont sodass ihm warm wurde Er durchquerte den Kiefernwald bis er auf die ersten Laubbäume stieß und schlug dort sein Lager auf Es war Mittag Er baute aus elastischen Ästen und einer Schnur eine Kaninchenfalle Es dauerte eine Stunde bis der erste arglose Nager aus seinem Bau kam Er tötete und häutete das Tier und benutzte seine kleine Zunderbüchse köstlich Er blieb eine Woche an diesem Platz zum Kräfte sammeln Frisches Fleisch gab es in Hülle und Fülle In den zahlreichen Bächen wimmelte es von Forellen und Wasser war alles was er zum Trinken brauchte Am Ende der Woche beschloss er in Richtung Prairie aufzubrechen Er wollte bei Mondlicht reiten und sich tagsüber verstecken bis er die Priors erreicht hatte wo er sich einer Hütte bauen und sich niederlassen wollte dann würde er sich erkundigen wohin die Cheyenne gezogen waren und warten bis Whispering Wind frei war er hatte keinen Zweifel dass das geschehen würde denn so war es ihnen vorhergesagt worden in der achten Nacht sattelte er sein Pferd und verließ die Wälder er orientierte sich an den Sternen und hielt sich nordwärts außerdem herrschte Vollmond der das Land in ein blasses weißes Licht tauchte nachdem er die erste Nacht durchgeritten war schlug er am Tag in einem trockenen Flusslauf sein Lager auf er machte kein Feuer mehr sondern aß das Fleisch das er im Wald geräuchert hatte in der nächsten Nacht wandte er sich nach Osten wo die Priors lagen und überquerte bald einen langen Streifen Schwarzen Felsens der sich endlos in beide Richtungen erstreckte kurz vor Anbruch der Dämmerung überquerte er einen zweiten und letzten Streifen dann erreichte er die Badlands unwegsames Gelände aber voller guter Verstecke unterwegs sah er einmal Viehstum im Mondlicht stehen und fragte sich welcher Siedler so dumm sein konnte seine Herde unbewacht zu lassen die Crow würden nicht zögern die Tiere Er hatte auf einer Anhöhe genächtigt und bei Sonnenaufgang sah er das vor in den Ausläufern des West Pryor Mountain Eine Stunde lang beobachtete er das Lager nach Lebenszeichen Ausschau haltend die schrille Fanfare eines Signalhorns etwa die vom Wind herüber getragen wurde oder Rauch der über dem Küchenhaus aufstieg Doch er sah und hörte nichts Als die Sonne höher stieg legte er sich nahm überlegte er was er tun sollte dies war immer noch Wildnis und ein allein reitender Mann schwebte in ständiger Gefahr das vor schien neu erbaut worden zu sein denn im letzten Herbst war es noch nicht da gewesen das bedeutete dass die Armee ihre Kontrolle über das Stammesgebiet der Crow weiter ausgedehnt hatte Noch vor einem Jahr war das nächste Fort im Osten vor Smith am Bicon River und im Nordwesten vor Alice am Boosman Trail gewesen zuletzt er nicht gehen weil man ihn dort erkannt hätte aber wenn das neue Fort nicht von der siebten oder mit Männern aus Gibbons Einheit besetzt war gab es niemanden der ihn schon einmal gesehen hatte und wenn er einen falschen Namen angab er sattelte Rosebud und beschloss das neue Fort in der Nacht auszukundschaften dabei jedoch unsichtbar zu bleiben er erreichte es als der Mond aufging an dem Fahnenmast wehte keine Standarte irgendeine Einheit kein Lichtstrahl fiel aus irgendeiner Kammer kein Geräusch drang aus den Mannschaftsquartieren durch die Stille kühner geworden ritt er zum Haupttor darüber prangten zwei Wörter das erste entzifferte er als vor weil er es schon oft gesehen hatte und die Umrisse der Buchstaben kannte das zweite Wort war ihm unbekannt es begann mit einem Buchstaben der aus zwei vertikalen Stangen bestand die durch eine Art Querlatte verbunden waren das hohe Doppeltor war mit einer Kette und einem schweren Vorhängeschloss gesichert er führte Rosebud an dem vier Meter hohen Palisadenwall entlang warum sollte die Armee ein vor bauen und es dann nicht benutzen war es überfallen und geplündert worden waren alle Insassen tot aber warum dann das Vorhängeschloss gegen Mitternacht stellte er sich auf Rosebuds Sattel und klammerte sich an den Rand der Palisaden Sekunden später stand er auf dem Wehrgang knapp zwei Meter unterhalb der Brüstung und gut zwei Meter über dem Boden und blickte nach unten er sah Offiziers und Mannschaftsquartiere Ställe und Küchen Waffenkammer und Wasserpumpe Vorratslager und Schmiede alles war vorhanden aber einsam und verlassen auf leisen Sohlen schlich er das Gewehr immer im Anschlag die Treppe hinunter und begann das Vor zu erkunden es war in der Tat neu wie er an dem Tischlerarbeiten und den frischen Sägeschnitten der Balken erkannte das Büro des Kommandanten war abgeschlossen aber alles andere stand einladend offen es gab Schlafplätze für Soldaten und Reisende nur die Sickergrube der Latrine konnte er nicht finden was ihm seltsam vorkam an der rückwärtigen Mauer stand eine kleine Kapelle daneben befand sich ein weiteres Tor das nur von innen mit einem Balken gesichert war den entfernte er trat hinaus ging um das Vor und führte Rosebud hinein bevor er den Balken wieder vorschob er wusste dass er nie in der Lage sein würde ein Vor allein zu verteidigen wenn ein Stamm auf dem Kriegspfad angriff konnte ihm das Vor als Basis dienen bis er herausgefunden hatte wohin Tall Elks Stamm gezogen war bei Tageslicht inspizierte er die Stallungen es gab Boxen für 20 Pferde Zaumzeug und Futter so viel man nur wollte und draußen im Trog frisches Wasser er nahm Rosebud den Sattel ab und schrubbte sie mit einer Bürste gründlich ab während sie einen Eimer Hafer verschlang in der Schmiede fand er eine Dose Fett mit der er sein Gewehr reinigte bis das Metall und der Holz griff glänzten im Laden entdeckte er Fallen und Decken mit letzteren bereitete er sich auf einer der Pritschen in der Hütte für die Besucher ein bequemes Lager das einzige was fehlte war Nahrung doch er fand schließlich ein Glas mit Süßigkeiten die ihm als Abendessen dienten die erste Woche verging wie im Flug morgens ritt er aus stellte Fallen und jagte nachmittags bereitete er die Felle der Tiere für den Handel vor er hatte reichlich frisches Fleisch und kannte mehrere Wildpflanzen aus deren Blättern man eine nahrhafte Suppe zubereiten konnte in dem Laden fand er auch ein Stück Seife das er mit zu einem bach in der Nähe nahm in dem er nackt badete das Wasser war eiskalt aber erfrischend es gab Gras für sein Pferd in Hülle und Fülle im Speiseraum fand er Blechschalen und Teller er sammelte von den Bäumen gefallenes und getrocknetes Holz und kochte Wasser das er zum Rasieren benutzte eines der Dinge die er aus der Hütte des alten Donaldson mitgenommen hatte war das scharfe Rasiermesser das Wasser von statten ging in der Wildnis oder mit der Armee auf Feldzug hatte er gezwungenermaßen mit kaltem Wasser und ohne Seife auskommen müssen aus dem Frühling wurde Frühsommer und noch immer war kein Mensch aufgetaucht er begann zu grübeln wen er fragen sollte wohin Whispering Wind und die Cheyenne gegangen waren erst dann konnte er ihre Verfolgung aufnehmen aber er scheute davor zurück zum Fort Smith im Osten oder Fort Alice im Nordwesten zu reiten weil man ihn dort bestimmt erkennen würde wenn er erfuhr dass die Armee ihn noch immer hängen wollte würde er den Namen Donaldson annehmen und hoffen unerkannt durchzukommen er hauste seit einem Monat in dem fort als die Besucher kamen war jedoch zum Fallen stellen in den Bergen es waren acht Personen in drei langen Stahlröhren die auf sich drehenden schwarzen Scheiben mit silberner Achse fuhren jedoch nicht von Pferden gezogen wurden einer der Männer war der Führer die anderen sieben seine Gäste der Führer war Professor John Ingalls Leiter des Instituts für die Geschichte des Wilden Westens an der University of Montana in Boosman Sein wichtigster Gast war einer der beiden Senatoren des Staates der sich eigens aus Washington her bemüht hatte in seiner Begleitung befanden sich drei Abgeordnete aus dem Capital in Helena sowie drei Beamte des Bildungsministeriums Professor Ingalls sperrte das Vorhängeschloss des Tors auf und die hohen Gäste betraten voller Neugier das Vor Senator meine Herren herzlich willkommen in For Heritage sagte der Professor strahlend er war einer jener glücklichen Männer die uneingeschränkt begeistert von der Tätigkeit sind mit der sie ihren Lebensunterhalt verdienen sein Beruf war auch seine Leidenschaft das Studium des Alten Westens und die Aufzeichnung seiner Geschichte er war durchdrungen von Wissen über das Montana der alten Zeit den Krieg der Prärie und die Stämme der amerikanischen Ureinwohner die hier Krieg geführt und gejagt hatten For Heritage war ein Traum den er seit einem Jahrzehnt geträumt und nach 100 Ausschusssitzungen endlich verwirklicht hatte dieser Tag war die Krönung jener zehn Jahre dieses Vor mit Handelsposten ist eine exakte und bis ins letzte und kleinste Detail stimmige Kopie eines Militärpostens wie er zur Zeit des unsterblichen General Custer ausgesehen hätte er führte die Gruppe durch die Anlage und erklärte wie das Projekt mit seiner ursprünglichen Bewerbung bei der Montana Historical Society und dem Cultural Trust seinen Anfang genommen hatte Mit viel Überredungskunst hatte man Mittel aus einem stillen Kohlesteuerfonds im Cultural Trust einsetzen können Der Professor führte aus dass die Ausstattung absolut originalgetreu sei gebaut wie seinerzeit mit einheimischem Holz sowie um die Perfektion auf die Spitze zu treiben mit Nägeln des Originaltyps und alten Schrauben die längst nicht mehr verwendet wurden Seine Begeisterung steckte nach und nach auch seine Besuche an während er erklärte Ein Aufenthalt in Fort Heritage wird für viele Kinder und Jugendliche nicht nur aus Montana sondern bestimmt auch aus den Nachbarstaaten eine wichtige und prägende Erfahrung werden Inzwischen haben sich sogar Reisegruppen aus Wyoming und South Dakota angemeldet Jenseits des Walls direkt am Rand des Crow Reservats haben wir 20 Morgenkoppeln für die Pferde auf denen wir zu der entsprechenden Jahreszeit Heu als Futter ernten Fachleute werden das Gras auf altmodische Art mit der Sense mähen Die Besucher können erleben wie das Leben an der Grenze zur Wildnis vor 100 Jahren ausgesehen hat Ich versichere Ihnen dass diese Einrichtung einzigartig in den Vereinigten Staaten ist Das gefällt mir das gefällt mir sehr sagte der Senator Und wie wollen Sie das vor personell ausstatten Das ist die absolute Krönung Senator Dies ist kein Museum sondern ein funktionierendes Fohr aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts Die zur Verfügung stehenden Mittel erlauben die Beschäftigung von bis zu 60 jungen Menschen den ganzen Sommer über was die wichtigen Feiertage vor allem aber die Schulferien abdeckt Es sollen wie gesagt vorwiegend junge Menschen sein die wir an verschiedenen Schauspielschulen in den großen Städten Montanas rekrutiert haben Die Reaktion der Studenten die einen ganzen Sommer lang arbeiten und gleichzeitig noch eine sinnvolle Aufgabe erfüllen wollen beeindruckend Wir haben unsere 60 Freiwilligen Ich selbst werde Major Ingalls von der zweiten Kavallerie sein Kommandeur des Vor und einen Sergeant einen Corporal und acht Kavalleristen haben Alles Studenten die gut reiten können Die Pferde bekommen wir von großzügigen Wrenchern geliehen Einige junge Frauen werden Köchinnen und Wäscherinnen darstellen und historische Kostüme tragen Andere Schauspielschüler sind für die Rollen von Weg nach Westen vor der Überquerung der Rockies vorgesehen Wir konnten auch einen echten Schmied gewinnen sodass die Besucher erleben können wie man Pferde beschlägt Ich werde in der Kapelle des Postens Gottesdienste abhalten und wir werden die Choräle der damaligen Zeit singen Die Mädchen haben natürlich ihren eigenen Schlafraum und eine Anstandsdame in Form meiner wissenschaftlichen Assistentin Charlotte Bevin Soldaten und Zivilisten haben getrennte Schlafquartiere Ich versichere ihnen kein Detail wurde übersehen Es muss doch irgendwelche modernen Dinge geben ohne die die jungen Leute nicht leben können Was ist mit der persönlichen Hygiene frischem Obst und Gemüse warf ein Kongressabgeordneter aus Helena ein Sie haben vollkommen recht erwiderte der Professor strahlend Es gibt in der Tat drei Punkte an denen wir zu Tricks greifen müssen Erstens werde ich auf dem Posten keine geladenen Feuerwaffen dulden Alle Pistolen und Gewehre werden Kopien sein bis auf einige wenige aus denen man Platzpatronen abfeuern kann und auch das nur unter Aufsicht Und was die Hygiene betrifft sehen Sie die Waffenkammer dort drüben In den Regalen Lagern nachgemachte Springfield Gewehre Doch hinter Waschbecken und Duschen Und die große Regentonne Es gibt Wasser aus einer unterirdischen Leitung Die Tonne hat auf der Rückseite einen versteckten Einstieg Dahinter befindet sich eine gasbetriebene Tiefkühleinheit für Fleisch Obst und Gemüse Propangas Flaschen Aber das ist alles Kein Strom Nur Kerzen und Petroleum Lampen Sie waren vor der Tür der Schlafhütte für die Gäste angekommen Einer der Beamten Späte hinein Sieht aus als hätten sie einen ungebetenen Gast gehabt bemerkte er und alle starrten auf die Decken auf der Pritsche in der Ecke Nach und nach entdeckten sie die anderen Spuren Pferdedung im Stall die Glut eines Feuers Der Senator lachte dröhnt Offenbar können es einige Besucher gar nicht erwarten sagt er Vielleicht hat sich ja auch ein echter Frontier Scout bei ihnen eingemietet darüber lachten alle Spaß beiseite Professor Sie haben großartige Arbeit geleistet Ein Gewinn für unseren Staat Damit verabschiedeten sie sich Als sie abgefahren waren verschloss der Professor das Haupttor hinter sich und grübelte immer noch über die Pritsche und den Pferdedung Die drei Vehikel fuhren über den unbefestigten Weg zu dem langen Streifen aus Schwarzem Stein dem Highway 310 und bogen auf dem Weg zum Flughafen nach Norden Richtung Billings ab Zwei Stunden später kehrte Ben Craig zurück Der erste Hinweis darauf dass seine Einsamkeit gestört worden war war das von innen verbarrikadierte Tor auf der Rückseite neben der Kapelle Er wusste dass er es nur angelehnt und mit einem Keil festgeklemmt hatte Wer immer den Balken von innen vorgelegt hatte das vor entweder durch das Haupttor verlassen oder war noch drin Craig überprüfte das große Haupttor doch es war nach wie vor abgeschlossen vor dem Tor entdeckte er seltsame Spuren die er nicht deuten konnte wie von Wagenrädern aber breiter und mit einem Zickzack Muster Das Gewehr in der Hand stieg er über den Wall und durchsuchte das vor bis er nach einer Stunde überzeugt war dass niemand mehr da war er öffnete das hintere Tor ließ Rosebud herein brachte sie in den Stall und fütterte sie bevor er die Spuren auf dem Exerzierplatz begutachtete er erkannte Abdrücke von Schuhen und schweren Stiefeln weitere Zickzack Spuren aber keine Hufabdrücke und vor dem Tor fand er überhaupt keine Fußspuren das war alles sehr seltsam zwei Wochen später traf die Gruppe der ausgewählten Studenten ein wieder war Craig in der Wildnis und sahen den Ausläufern der Priors nach seinen Fallen es war eine ansehnliche Kolonne drei Busse vier Pkw mit zusätzlichen Chauffeuren um die Fahrzeuge wieder weg zu bringen sowie 20 Pferde in großen silbernen Trailern als Pferde und Gepäck entladen waren verließen sämtliche Fahrzeuge wieder das vor das Personal hatte bereits in Billings die passenden Kostüme angelegt jeder besaß nur eine Reisetasche mit Kleidung zum Wechseln sowie ein paar persönliche Habseligkeiten der Professor hatte alles kontrolliert und darauf bestanden dass keinerlei moderne Gegenstände mit ins vor gebracht wurden nichts elektrisch oder per Batterie betriebenes durfte mitgenommen doch so stand es im Vertrag nicht einmal ein im 20. Jahrhundert veröffentlichtes Buch war erlaubt Professor Ingalls hatte darauf bestanden dass eine umfassende Rückverwandlung um ein Jahrhundert entscheidend sei sowohl um der totalen Authentizität willen als auch aus psychologischen Gründen mit der Zeit werdet ihr glauben dass ihr tatsächlich seid wer ihr seid Menschen die in einer entscheidenden Phase der Geschichte Montanas an der Frontier gelebt haben erklärte er ihnen mehrere Stunden lang erkundeten die Schauspiel Schüler die sich freiwillig für den Sommerjob gemeldet hatten weil der nicht nur besser als Kellnern sondern auch eine lehrreiche Erfahrung war die sich förderlich auf ihre Karriere auswirken würde ihre neue Umgebung mit wachsender Begeisterung die Kavalleristen brachten ihre Pferde in den Stall und richteten sich in den Mannschaftsquartieren ein zwei Pin-Up Fotos von Rackle Welch und Ursula Andres wurden aufgehängt und sofort konfisziert es herrschten ausgelassene Stimmung und ein Gefühl wachsender Spannung die Zivilisten der Hufschmied die Händler Köche Scouts und Siedler aus dem Osten belegten die zweite große Schlafhütte die acht Mädchen wurden von Miss Bevin in eigene Schlafquartiere gebracht zwei von schweren Zugpferden gezogene weiße Planwagen trafen ein und wurden neben dem Haupttor abgestellt wo sie eine Attraktion für zukünftige Besucher darstellen sollten Es war später Nachmittag als Ben Craig eine halbe Meile entfernt Rosebud zügelte und das Vormitwachsender Besorgnis betrachtete Die Tore standen weit offen Aus der Entfernung konnte er auf dem Exerzierplatz zwei weiße Planwagen sowie hin- und her eilende Menschen ausmachen Die Flagge der Union wehte am Mast neben dem Tor Er erkannte zwei blaue Uniformen Wochenlang hatte er darauf gewartet jemanden fragen zu können wohin die Scheren gegangen oder gebracht worden waren doch jetzt war er sich nicht mehr so sicher Nachdem er eine halbe Stunde lang überlegt hatte brach er auf Er ritt durch das Tor als zwei Kavalleristen es gerade schließen wollten Sie sahen ihn neugierig an sagten jedoch nichts Er stieg ab und wollte Rosebud in den Stall führen doch auf halbem Weg wurde er aufgehalten Miss Charlotte Bevin war eine nette Frau gutmütig und auf amerikanische Weise gastfreundlich blond aufrichtig und gesund aussehend mit Sommersprossen auf der Nase und einem breiten Lächeln Mit Letzterem bedachte sie Ben Craig Na hallo junger Mann Es war zu heiß um einen Hut zu tragen Also neigte der Scout den Kopf Ma'am Gehören sie zu der Gruppe Als Doktorandin und Assistentin des Professors war sie von Beginn an an dem Projekt beteiligt gewesen und hatte an den zahlreichen Bewerbungsgesprächen für die endgültige Auswahl teilgenommen Doch diesen jungen Mann hatte sie noch nie gesehen Ich nehme an Ja Ma'am sagte der Fremde Das heißt Sie wären gern dabei? Ich denke schon Nun das ist nicht ganz vorschriftsmäßig wenn sie nicht zum Personal gehören aber es wird spät und in der Prärie können sie die Nacht schlecht verbringen wir können ihnen bis morgen eine Schlafgelegenheit anbieten also bringen sie ihr Pferd in den Stall und ich rede mit Major Ingels wären sie so nett in einer halben Stunde in das Büro des Kommandanten zu kommen Sie überquerte den Exerzierplatz und klopfte an die Tür des Kommandanten der Professor saß in voller Uniform am Schreibtisch und war in irgendwelche Formulare vertieft setz dich Charlie haben sich die jungen Leute schon häuslich niedergelassen fragte er ja und wir haben noch einen zusätzlich bekommen was ein junger Mann auf einem Pferd Anfang Mitte 20 kam einfach aus der Prärie geritten sieht aus wie ein verspäteter Freiwilliger aus der Gegend er würde sich uns gern anschließen ich weiß nicht ob wir noch jemanden gebrauchen können wir sind komplett nun er hat immerhin seine eigene Ausrüstung mitgebracht Pferd Hirschlederanzug ziemlich schmutzig übrigens Sattel dahinter waren sogar fünf Tierfälle befestigt er hat sich offensichtlich Mühe gegeben wo ist er jetzt bringt sein Pferd in den Stall ich habe ihm gesagt er solltest ihn dir zumindest ansehen na gut meinetwegen Craig hatte keine Uhr deswegen orientierte er sich am Stand der untergehenden Sonne und war auf fünf Minuten genau pünktlich er klopfte und wurde hereingebeten John Engels hatte seine Uniformjacke zugeknöpft und saß hinter seinem Schreibtisch Charlie Bevin stand neben ihm Sie wollten mich sprechen Major Der Professor war sofort beeindruckt von der Authentizität des jungen Mannes vor ihm in den Händen hielt er eine Fuchsfellmütze ein offenes ehrlich wirkendes haselnussbraunes Gesicht mit klaren blauen Augen kastanienbraunes Haar das seit Wochen nicht mehr geschnitten worden und mit einem Lederband zu einem Pferdeschwanz gebunden war an dem eine einzelne Adlerfeder baumelte der Hirschlederanzug hatte sogar die unregelmäßigen handgefertigten Nähte die er zuvor nur bei Originalen gesehen hatte nun denn junger Mann Charlie hat mir erzählt dass sie sich uns gern anschließen und eine Weile bleiben würden ja Major das würde ich gern der Professor traf eine Entscheidung das Budget des vor ließ ihm einen gewissen Spielraum für spezielle Ausgaben und er hielt den jungen Mann für eine soll spezielle Ausgabe er griff nach einem langen Formular nahm einen Stahlfederhalter und tauchte ihn in das Tintenfass also gut dann brauchen wir noch ein paar Einzelheiten Name Craig zögerte bisher hatte es nicht den leisesten Hinweis darauf gegeben dass man ihn wieder erkannt hatte aber vielleicht klang sein Name ja vage vertraut andererseits war der Major dicklich und ziemlich blass er sah aus als wäre er gerade erst in den Westen gekommen vielleicht waren die Ereignisse des vergangenen Sommers im Osten gar nicht groß berichtet worden Craig Sir Ben Craig er wartete kein Anzeichen dass der Name dem Major etwas sagte mit plumper Hand und in Buchhalterschrift schrieb er Benjamin Craig Adresse Verzeihung Sir Wo leben Sie mein Sohn Woher kommen Sie Von da draußen Sir Da draußen kommt erst die Prärie und dann die Wildnis Ja Sir Ich bin in den Bergen geboren und aufgewachsen Major Gütiger Gott Der Professor hatte von Familien gehört die in mit Teerpappe gedeckten Holzhütten in der Wildnis hausten Doch so etwas fand man normalerweise nur in den Wäldern der Rockies in Utah Wyoming und Idaho Sorgfältig notierte er ohne festen Wohnsitz Namen der Eltern Die sind beide tot Sir Oh das tut mir leid Seit 15 Jahren Und wer hat sie aufgezogen Mr. Donaldson Sir Ah und der wohnt Auch tot Ein Bär hat ihn erwischt Der Professor legte seinen Stift beiseite Er hatte nicht von einem Todesfall nach Angriff eines Bären gehört obwohl manche Touristen wirklich erstaunlich unvorsichtig mit ihren Picknick Abfällen umgingen Es war alles eine Frage wie gut man die Natur kannte Wie auch immer der gut aussehende junge Mann hatte offensichtlich keine Familie Auch keine nächsten Verwandten Sir Wen sollen wir benachrichtigen für den Fall dass Ihnen etwas zustößt Niemanden Sir Es gibt niemanden zu benachrichtigen Ich verstehe Geburtsdatum 52 Ende Dezember glaube ich Das heißt Sie sind jetzt 25 Jahre alt Jawohl Sir In Ordnung Sozialversicherungsnummer Craig starrte ihn an Der Professor seufzte Also wirklich mein Junge Sie scheinen ja echt durchs Netz geschlüpft zu sein Also gut unterschreiben Sie hier Er drehte das Formular um schob es über den Schreibtisch und hielt ihm den Stift hin Craig nahm ihn Er konnte zwar die Worte Unterschrift des Bewerbers nicht lesen doch der Kasten war klar zu erkennen Er beugte sich über das Papier und machte seine Signatur Der Professor nahm das Formular wieder an sich und starrte ungläubig darauf Mein lieber Junge Er drehte das Blatt um damit Charlie es sehen konnte Sie betrachtete das Tintenkreuz in dem Kästchen Charlie als Lehrerin werden Sie in diesem Sommer eine kleine Sonderaufgabe haben Sie grinste Ja Major das glaube ich auch Sie war 35 hatte eine gescheiterte Ehe hinter sich und nie Kinder gehabt Sie fand dass der junge Mann aus der Wildnis wie ein kleiner Junge war naiv unschuldig verletzlich Er würde Ihren Schutz brauchen Also gut sagte Professor Ingalls Dann richten Sie sich mal ein Ben wenn Sie das nicht schon getan haben und wir sehen uns dann alle beim Abendessen Es war gutes Essen fand der Scout und reichlich Es wurde auf emaillierten Blechtellern serviert Er aß mit seinem Bowie Messer einem Löffel und einem Kanten Brot was an seinem Tisch mehrfach verstohlenes Grinsen waren freundlich Sie schienen aus allen möglichen Gemeinden und Städten zu kommen von denen er noch nie gehört hatte und die er irgendwo im Osten vermutete Doch es war ein anstrengender Tag gewesen und lesen konnte man nur bei Kerzenlicht das jedoch rasch gelöscht wurde Bald schliefen alle Ben Craig war nicht dazu erzogen worden seinen Mitmenschen mit Neugier zu begegnen Doch ihm fiel auf dass die jungen Männer um ihn herum in vielerlei Hinsicht seltsam waren Sie gaben vor Scouts Zureiter und Fallensteller zu sein Doch sie schienen von ihrem Geschäft nur sehr wenig zu verstehen Doch dann erinnerte er sich an die Rekruten die Kasta angeführt hatte und daran wie wenig sie von Pferden Waffen und den Indianern der Prärie gewusst hatten Er nahm an dass sich nicht viel verändert hatte in dem Jahr in dem er bei den Cheyenne und allein gewesen war Sie hatten zwei Wochen Zeit sich einzuleben und den Tagesablauf zu proben bevor die ersten Besucher Gruppen eintrafen Sie brachten das vor tiptop in Orden übten ihre Pflichten und hörten die Vorlesungen die Major Ingalls meist unter freiem Himmel hielt Von all dem wusste Craig nichts und überquerte den Exerzierplatz und strebte auf das Tor zu als ein junger Pferdeführer namens Brett ihm nachrief Was hast du denn da Ben er zeigte auf die Schafsfellhülle die vor dem Sattel und Craigs linken Knie hing Ein Gewehr sagte Craig Kann ich mal sehen ich stehe voll auf Waffen Behutsam zog Craig sein Schafsgewehr aus der Hülle und gab es Das ist ja unglaublich ich wusste gar nicht dass es davon Nachbauten gibt Brett zielte mit dem Gewehr auf die Glocke in dem Stuhl über dem Haupttor die alle im Gelände Arbeitenden warnen sollte sofort ins Vor zurück zu kehren wenn heranrückende Feinde entdeckt oder gemeldet wurden dann drückte er ab Peng wollte er gerade sagen doch das Schafsgewehr tat es für ihn Der Rückstoß ließ ihn nach hinten ohne Frage zertrümmert stattdessen prallte sie seitlich auf und trudelte pfeifend ins Nichts trotzdem brachte der Glockenschlag alle Aktivitäten in dem Vor zum Erliegen Der Professor rannte aus seinem Büro Was um alles in der Welt war das rief er und sah Brett mit einem schweren Gewehr am Boden kauern Brett was machst du da Brett rappelte sich auf und erklärte es ihm Ingrid sah Craig traurig an Vielleicht habe ich vergessen das zu erwähnen Ben aber in diesem Vor sind Gewehre strikt verboten Keine Gewehre Major Keine Gewehre jedenfalls keine echten Aber was ist mit den Sioux Soweit ich weiß leben sie in den Reservaten in North und South Dakota Aber Major sie könnten doch zurückkommen Der Professor glaubte der junge Mann wollte scherzen und lächelte nachsichtig könnten sie zurückkommen aber nicht in diesem Sommer denke ich und bis dahin wandert das in einen verschlossenen Schrank in der Waffenkammer Der vierte Tag war ein Sonntag und das gesamte Personal versammelte sich zum Gottesdienst in der Kapelle Es gab keinen Geistlichen Also fungierte Major Ingalls als Pastor Während der Messe stieg er auf die Kanzel und bereitete sich auf die Lesung vor Mithilfe eines Lesezeichens schlug er die schwere Bibel an der richtigen Stelle auf Das Evangelium für den heutigen Sonntag stammt aus dem Buch Jesaja Kapitel 11 Vers 6 und folgende Darin spricht der Prophet über die Zeit wenn der Friede Gottes über unsere Erde kommen wird Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben Kühe und Bären werden zusammen weiden dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen Er blätterte die Seite um doch die beiden Pergamentbögen klebten aneinander und er hielt inne als der Text plötzlich keinen Sinn mehr ergab während er noch seiner Verwirrung Herr zu werden versuchte ertönte aus der dritten Reihe vor ihm und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein wie das Wasser das Meer bedeckt es entstand Schweigen während die Gemeinde die Gestalt in dem fleckigen Hirschleder Anzug und der Adlerfeder an dem Zopf am Hinterkopf mit offenem Mund anstarrte John Ingalls fand die Stelle wieder und sagte ja genau hier endet die erste Lektion ich verstehe diesen jungen Mann nicht sagte er nach dem Mittagessen in seinem Büro zu Charlie er kann weder lesen noch schreiben aber ganze Passagen aus der Bibel auswendig die er als Kind gelernt hat ist er merkwürdig oder bin ich es mach dir keine Sorgen ich glaube ich weiß was mit ihm los ist sagte sie er ist wirklich der Sohn eines Paars das beschlossen hat in der Wildnis zu leben als sie starben wurde er adoptiert inoffiziell und wahrscheinlich illegal doch ein alleinstehender sehr viel älterer Mann hat ihn als seinen Sohn groß gezogen das heißt er hat über die Bibel die ihn seine Mutter gelehrt hat über die unberührte Natur und die Geschichte des Alten Westens woher hat er die von dem alten Mann vermutlich wenn jemand vor drei Jahren mit sagen wir 80 gestorben ist wäre er noch vor Ende des letzten Jahrhunderts geboren worden er muss dem Jungen erzählt haben woran er sich erinnert hat oder was Überlebende ihm aus den Tagen des Wilden Westens berichtet haben und warum spielt der junge Mann seinen Part dann so gut könnte er gefährlich werden nein sagte Charlie nichts dergleichen er fantasiert einfach er glaubt er hätte das Recht zu jagen und fallen zu stellen wie damals in den alten Tagen er spielt nur eine Rolle ja aber tun wir das nicht alle der Professor lachte schallend und klopfte sich auf die Schenkel das alle nur er beherrscht die Seine besonders gut sie stand auf weil er daran glaubt er ist der beste Schauspieler von allen überlass ihn ruhig mir ich werde dafür sorgen dass er keinen Schaden nimmt zwei der Mädchen machen ihm bereits schöne Augen in den Schlafquartieren fand Craig es nach wie vor seltsam dass seine Mitbewohner sich zum schlafen gehen bis auf eine kurze Baumwollunterhose immer ganz auszogen während er es vorzog in seiner gewohnten knöchelangen Kombination zu schlafen das führte nach einer Weile zu einem Problem und einer der jungen Männer sprach mit Charlie sie fand Craig der nachdem er den ganzen Tag Brennholz ins vor geschleppt hatte jetzt mit einer langstieligen Axt die Kiefernstämme zu kleinen Scheiten für die Küche hackte Ben darf ich dich etwas fragen gewiss Ma'am und nenn mich Charlie in Ordnung Charlie Ma'am Ben badest du manchmal baden ja ich meine ausziehen und den ganzen Körper waschen und nicht bloß die Hände und das Gesicht aber sicher Ma'am regelmäßig nun das freut mich zu hören Ben wann hast du zuletzt gebadet er überlegte der alte Donaldson hatte ihm beigebracht dass es notwendig war regelmäßig zu baden aber bei den von der Schneeschmelze eiskalten Bächen musste man es nicht gleich übertreiben ich glaube erst letzten Monat das habe ich vermutet meinst du du könntest wieder mal baden jetzt zehn minuten später traf sie ihn als sie die vollständig gesattelte Rosebud aus dem Stall führte wohin gehst du Ben zum Baden Charlie Man wie sie gesagt haben aber wohin zu dem Bach wohin sonst er war täglich in das hohe gras der prärie hinaus gewandert um sich zu erleichtern er hatte sich Gesicht Hände und Arme in den Pferdetrog gewaschen seine Zähne hielt er mit täglicher einstündiger Pflege mit einem ausgefransten Weidenzweig sauber was er beim Reiten erledigen konnte binde dein Pferd an und folge mir sie ging mit ihm zu der Waffenkammer öffnete sie mit einem Schlüssel an ihrem Gürtel und führte ihn hinein dort drückte sie auf einen in einem Astloch verborgenen Knopf und die versteckte Tür ging auf dahinter befand sich ein weiterer Raum der mit Waschbecken und Badewannen ausgestattet war Craig hatte während der zwei Jahre in Fort Alice schon Badezuber gesehen aber die waren aus Holzplanken während diese Wannen aus emailliertem Eisen bestanden er wusste dass man Badewannen mit ganzen Stafetten von Eimern voll heißem Wasser füllen musste doch Charlie drehte an einer seltsamen Armatur an einem Ende der Wanne und dampfend heißes Wasser floss heraus Ben in zwei Minuten komme ich zurück und dann möchte ich all deine Kleider bis auf den Hirschleder Anzug der in die Reinigung muss vor der Tür finden dann möchte ich dass du in die Wanne steigst und dich mit Seife und Bürste abschrubbst am ganzen Körper danach wächst du dir hiermit die Haare sie gab ihm eine Flasche mit einer grünen Flüssigkeit die nach Kiefern Nadeln roch danach ziehst du dich wieder an und nimmst dafür Unterwäsche und Hemden die du in den Regalen angenehm obwohl er Probleme mit der Armatur hatte und beinahe den ganzen Fußboden unter Wasser gesetzt hätte als er sich abgeschrubbt und die Haare gewaschen hatte war das Wasser grau er fand den Stöpsel und sah zu wie das Wasser abfloss von den Regalen in der Ecke des Raums wählte er Baumwoll Shorts ein weißes Unterhemd und ein warmes kariertes Flanellend aus zog sich an flocht die Adlerfeder in sein Haar und verließ das Bad Charlie wartete auf ihn sie hatte einen Stuhl in die Sonne gestellt und Kamm und Schere in der Hand ich bin zwar kein Experte aber es ist bestimmt besser als gar nichts sagte sie setz dich sie stutzte sein kastanienbraunes Haar und ließ nur die geflochtene Strähne mit der Adlerfeder unangetastet das ist schon besser sagte sie als sie fertig war und du riechst wirklich gut sie stellte den Stuhl zurück in die Waffenkammer und schloss sie ab sie hatte ein freundliches Dankeschön erwartet doch stattdessen sah der Scout Ernst ja beinahe traurig aus Charlie Ma'am würden sie mit mir spazieren gehen selbstverständlich Ben beschäftigt dich irgendwas insgeheim war sie hoch erfreut über die Gelegenheit vielleicht würde sie jetzt anfangen dieses rätselhafte und fremde Geschöpf der Wildnis zu verstehen sie gingen durch das Tor und er führte sie durch die Prärie zu dem Bach er schwieg den ganzen Weg und schien in Gedanken versunken und sie kämpfte ihren Drang nieder die Stille zu brechen der Bach lag etwa eine Meile entfernt und sie waren 20 Minuten unterwegs die Prärie roch nach schnittreifem Gras und der junge Mann richtete seinen Blick auf die Pryor Range deren Gipfel sich im Süden erhoben es ist schön hier draußen zu sein und auf die Berge zu blicken sagte sie das ist mein Zuhause erwiderte er und verfiel erneut in Schweigen als sie den Bach erreicht hatten setzte er sich ans Ufer und sie raffte die Röcke ihres Baumwollkleids und setzte sich ihm gegenüber was ist denn los Ben kann ich sie etwas fragen Ma'am Charlie ja natürlich kannst du das sie würden mir auch bestimmt keine Lügen erzählen keine Lügen Ben nur die Wahrheit welches Jahr haben wir sie war schockiert sie hatte auf etwas Enthüllendes gehofft etwas über seine Beziehung zu den anderen jungen Leuten aus der Gruppe sie starrte in seine großen tief blauen Augen und fragte sich sie war zehn Jahre älter als er aber nun es ist 1977 Ben falls sie ein beiläufiges Kopfnicken erwartete hatte sie sich getäuscht der junge Mann ließ den Kopf zwischen die Knie sinken und bedeckte mit beiden Händen das Gesicht seine Schultern begannen zu beben sie hatte erst einmal einen erwachsenen Mann weinen sehen er hatte neben einem Autowrack auf dem Highway zwischen Bruceman und Billings gestanden sie stützte sich auf die Knie und legte ihre Hände auf seine Schultern was ist denn Ben was ist denn mit dem Jahr Ben Craig hatte sich in seinem Leben schon manches Mal gefürchtet als er dem Grizzly gegenüber gestanden hatte oder auf dem Hang oberhalb des Little Bicorn aber das war nicht zu vergleichen mit der nackten Angst die er jetzt empfand ich bin sagte er schließlich im Jahr 1852 geboren sie war nicht überrascht sie hatte gewusst dass er ein Problem hatte sie legte ihren Arm um ihn drückte ihn an ihre Brust und streichelte seinen Kopf sie war eine moderne junge Frau ein Kind ihrer Zeit sie hatte über all diese Sachen gelesen die halbe Jugend des Westens war von den mystischen Philosophien des Ostens fasziniert sie kannte die Theorie der Reinkarnation oder zumindest den Glauben daran sie hatte von den Déjà-vu Erlebnissen mancher Menschen und ihrer Überzeugung gelesen dass sie vor langer Zeit schon einmal gelebt hatten dies war ein Phänomen von Selbsttäuschung das man angehen musste und von der psychiatrischen Wissenschaft auch schon in Angriff genommen wurde es gab Hilfe Rat Therapie ist schon gut Ben murmelte sie während sie ihn wie ein Kind hin und her wiegte ist schon gut alles wird gut werden wenn du nur daran glaubst wird alles gut du kannst den Sommer mit uns in dem vor verbringen wo wir alle so leben wie vor 100 Jahren und im Herbst kommst du mit mir nach Boosman und ich werde jemanden finden der dir hilft du wirst wieder gesund Ben vertrau mir sie zog ein Stofftaschentuch aus ihrem Ärmel und tupfte sein Gesicht ab überwältigt von ihrem Mitgefühl für den jungen Mann aus den Bergen gemeinsam gingen sie zum vor zurück froh dass ihre Unterwäsche modern war und dass für Schnittwunden Prellungen und Krankheiten moderne Medikamente zur Verfügung standen mit dem sicheren Wissen dass das Billings Memorial Hospital per Hubschrauber nur ein paar Minuten entfernt lag begann sie die langen Baumwollkleider das schlichte Leben und den Alltag eines funktionierenden Francher Forts zu genießen außerdem war ihre Ahnung nun Gewissheit geworden die Teilnahme an Major Ingalls Vorlesungen war für alle verpflichtend wegen des warmen Spätjuni Wetters hielt er sie auf dem Exerzierplatz ab die Studenten auf Bänken vor seine Schautafel und Bildmaterial griff bereit neben sich wenn er über die wahre Geschichte des Alten Westens referierte war er in seinem Element nach zehn Tagen war er bei den Präriekriegern angekommen hinter sich hatte er großformatige Fotografien der wichtigsten Zuhäuptlinge aufgehängt Ben Craig ertappte sich dabei wie er die Vergrößerung einer Fotografie von Sitting Bull anstarrte die allerdings erst in reiferem Alter von ihm aufgenommen worden war der Medizinmann der Hangpapa hatte in Kanada Asyl gefunden war jedoch zurückgekehrt um sich und die Reste seines Volkes der Gnade der US-Armee auszuliefern das Bild auf der Mordung gemacht worden Doch einer der seltsamsten Indianer Führer war der Uglala Häuptling Crazy Horse dozierte der Professor Aus persönlichen Gründen hat er sich nie vom weißen Mann fotografieren lassen Er glaubte die Kamera würde ihm seine Seele rauben Deshalb ist er der einzige wichtige Mann jener Zeit von dem keine Fotografie existiert so dass wir nie wissen werden wie er aussah Craig machte den Mund auf und wieder zu In einer weiteren Vorlesung beschrieb der Professor detailliert den Feldzug der zu der Schlacht am Little Beacon geführt hatte So erfuhr Craig erstmals was mit Majorino und seinen drei Kompanien geschehen und dass Captain Bentine aus den Badlands zurückgekehrt war und sich ihnen auf dem belagerten Hügel angeschlossen hatte Er war froh dass die meisten von General Terry gerettet worden waren In der letzten Vorlesung berichtete der Professor wie die verstreuten Gruppen von Sue und Cheyenne 1877 zusammengetrieben und zurück in die Reservate eskortiert worden waren Als John Ingalls die Studenten zu fragen ermunterte hob Craig die Hand Ja Ben Der Professor war froh eine Frage von dem einzigen seiner Schüler gestellt zu bekommen der seinen Fuß nie über die Schwelle einer Grundschule gesetzt hatte Major wurde je ein Stammeshäuptling namens Tall Elk erwähnt oder ein Krieger namens Walking Owl Der Professor wirkte sichtlich nervös In der Institutsbibliothek befanden sich genug Nachschlagewerke um einen LKW zu füllen und das meiste was darin stand wusste er auch Er hatte eine einfache Frage erwartet Er ging seine Erinnerungen durch Nein ich glaube nicht dass irgendjemand je von Ihnen gehört hat von späteren Zeitzeugen der Prairie Indianer wurden sie jedenfalls nie erwähnt warum fragst du Ich habe Sagen hören dass Tall Elk sich von der Hauptgruppe abgespalten hat Terries Patrouillen ausgewichen ist und in der Prairie Range überwintert hat Sir Nun ich habe nie etwas derartiges gehört wenn dem so war müssen er und seine Leute im Frühjahr entdeckt worden sein Da müsstest du in Lamedeer nachfragen vielleicht weiß man am Dall Knife Memorial College mehr dann Craig merkte sich die Namen im Herbst würde er den Weg nach Lane Deer finden wo immer das sein mochte und fragen am Wochenende kamen die ersten Besucher Gruppen und danach praktisch täglich sie trafen in Bussen und Privatwagen ein Schüler Gruppen mit Lehrern oder ganze Familien sie parkten etwa eine halbe Meile entfernt außer Sichtweite und wurden in Planwagen zum vor gebracht das war Teil von Professor Ingalls Einstimmungsstrategie sie funktionierte die Kinder und es waren vor allem Kinder fanden die Kutschfahrt aufregend und konnten sich schon weit vor dem Tor vorstellen dass sie wirklich Siedler im wilden Westen waren aufgeregt strömten sie aus den Kutschen Craig war eingeteilt worden mit Fällen zu arbeiten die er auf Rahmen spannte und in der Sonne mit Salz bearbeitete und abkratzte um sie zum Gerben und Färben vorzubereiten die Soldaten exerzierten der Schmied bediente den Blasebalg seiner Schmiede die Mädchen in ihren langen Baumwollkleidern wuschen in großen holzbottischen Wäsche während Major Ingalls die Besuchergruppen herumführte jede Arbeit erläuterte und erklärte warum sie für das Leben in der Prärie wichtig war zwei Studenten indianischer Abstammung posierten als freundliche Indianer die als Fährten Leser und Führer in dem Vor erlebten für den Fall dass eine Siedlergruppe in den Plains von einer Kriegergruppe außerhalb ihrer Reservation angegriffen wurde sie trugen Stoffhosen blaue Segeltuch Händen und lange schwarze Perücken unter hohen Hüten Hauptattraktion waren jedoch der Schmied und Ben Craig mit seinen Fällen hast du die selber gefangen fragt ein Junge von einer Schule in Helena ja hast du auch eine Lizenz eine was warum trägst du eine Feder im Haar wenn du kein Indianer bist die Scheren haben sie mir geschenkt warum weil ich einen Grizzly erlegt habe das ist aber eine schöne Geschichte sagte die begleitende Lehrerin ist es nicht sagte der Junge er ist bloß ein Schauspieler wie bei jeder neuen Wagenladung die eintraf suchte Craig die Besucher nach einem Kopf mit wallendem schwarzen Haar ab nach einem Gesicht mit zwei großen dunklen Augen doch sie kam nicht der Juli ging zu Ende der August begann Craig bat darum für drei Tage in die Wildnis reiten zu dürfen im ersten Morgengrauen brach er auf in den Bergen fand er einen Hain mit Osage Kirschen nahm die vom Schmied ausgeborgte Hand Axt und machte sich an die Arbeit nachdem er den Stab für den Bogen geschnitten und die Rinde abgeschält hatte nahm er in Ermangelung einer Tiersehne das Garn aus dem Vor die Pfeile schnitzte er aus festen kerzen geraden jungen Eschen die Schwanzfedern eines allzu sorglosen Truthhans dienten als Befiederung am Bach fand er Feuersteine aus denen er Pfeilspitzen anfertigte Sowohl die Cheyenne als auch die Sue hatten meist Pfeilspitzen aus Feuerstein oder Eisen benutzt die in eine Spalte an der Spitze des Schafts geklemmt und mit extrem feinen Lederfäden festgeknotet wurden Die Pfeile mit einer Feuersteinspitze waren bei den Siedlern gefürchtet Die eisernen Spitzen konnte man gegen den Widerhaken herausziehen aber die aus Feuerstein brachen für gewöhnlich ab was einen meist tödlich verlaufenden Eingriff am unbetäubten Patienten erforderlich machte Craig schnitzte vier Pfeile Am dritten Morgen erlegte er einen Rehbock Als er zurück nach Osten ritt hing das Tier über dem Zwiesel den Pfeil noch immer im Herzen Er brachte seine Jagdbeute in die Küche häutete und zerlegte das Tier und brachte dem Koch unter den Augen eines staunenden Stadtpublikums schließlich 50 Pfund frisches Wildbrät Ist irgendwas mit meinem Essen nicht in Ordnung fragte der Koch Nein es ist gut diese Käsepastete mit den kleinen farbigen Stückchen hat mir geschmeckt das heißt Pizza Ich dachte bloß dass wir mal wieder frisches Fleisch vertragen könnten Während der Scout sich im Pferde Trog Hände und Unterarme wusch nahm der Koch den blutigen Pfeil und eilte zum Büro des Kommandanten Wunderschöne Handwerksarbeit meinte Professor Ingalls nachdem er den Pfeil begutachtet hatte In Museen habe ich natürlich schon ähnliche Pfeile gesehen Auch die gestreiften Schwanzfedern eines Truthans weisen klar auf eine Handwerksarbeit der Cheyenne hin Woher hat er den Er sagt er hätte ihn selbst gefertigt erwiderte der Koch das ist unmöglich niemand kann Feuerstein heute noch so bearbeiten er hat jedenfalls vier Stück davon erwiderte der Koch und der hier steckte direkt im Herzen des Tieres heute Abend gibt es frisches Wild sie grillten das Tier außerhalb der Palisaden und genossen das Festmahl der Professor beobachtete über das Feuer hinweg wie Craig sich mit seinem scharfen Bowie Messer Scheiben des wirklich doch er hatte seine Zweifel konnte dieser seltsame junge Mann je gefährlich werden ihm fiel auf dass inzwischen schon vier Studentinnen die Aufmerksamkeit des jungen Mannes zu erregen versuchten doch der schien mit den Gedanken stets weit weg zu sein Mitte des Monats überkam Ben Craig finstere Verzweiflung er bemühte sich weiter daran zu glauben dass der große Geist ihn nicht belogen hatte ihn herum ahnte dass er bereits einen Entschluss gefasst hatte wenn er die Liebe der entwegen er der Bitte des Geist Seers nachgekommen war nicht bis zum Ende des Sommers gefunden hatte würde er zurück in die Berge gehen um sich ihr von eigener Hand in der Geisterwelt zu zu gesellen Eine Woche später rollten die beiden Planwagen wieder durchs Tor und die Kutscher zügelten die erhitzten Zugpferde Aus dem ersten Wagen strömte ein Schwarm aufgeregter kleiner Kinder Der Scout steckte das Messer das an einem Stein gewetzt hatte in die Scheide und ging auf die Neuankömmlinge zu Eine der Grundschullehrerinnen hatte ihm den Rücken zugewandt Eine dichte Mähne pechschwarzen Haars fiel auf ihren Rücken Sie drehte sich um Es war eine Amerikanerin japanische Abstammung mit einem runden puppenartigen Gesicht Das Scout wandte sich ab und ging davon Er schäumte vor Wut Er blieb stehen ballte die Fäuste gen Himmel und brüllte Du hast mich angelogen mir hier Du hast mich angelogen alter Mann Du hast mir gesagt ich soll warten Doch nun hast du mich in diese Wildnis geworfen ein Außenseiter Gott und den Menschen fremd Alle auf dem Exizierplatz blieben stehen und starrten ihn an Vor ihm stand einer der zahmen Indianer der sich ebenfalls umdrehte Das alte Gesicht zerfurcht und braun wie eine verbrannte Walnuss uralt wie die Felsen der Beer Tooth Range eingerahmt von Strähnen schneeweißen Haars und bedeckt von einem hohen Hut starrte ihn an In den Augen des Geistsehers lag ein Ausdruck unendlicher Traurigkeit Er schüttelte langsam den Kopf und wies dann mit dem Kopf auf einen Punkt im Rücken des jungen Scouts Craig drehte sich um sah nichts und wandte sich wieder dem Indianer zu Doch der Mann mit dem hohen Hut war sein Freund Brian Heavishield der ihn anstarrte als wäre er verrückt geworden Er wandte sich erneut dem Tor zu Der zweite Wagen wurde entladen Eine Horde von Schülern drängte sich um ihre Lehrerin Sie trug Jeans ein kariertes Hemd und eine Baseball Kappe Sie bückte sich um zwei streitende Kinder zu trennen und wischte sich mit dem Ärmel ihres Hemds über die Stirn Dabei war ihr Licht und zwei große dunkle Augen Whispering Wind Er war unfähig sich zu bewegen und brachte kein Wort heraus Er wusste dass er etwas sagen oder auf sie zugehen sollte Irgendwas Doch er konnte nicht starrte sie nur an Sie errötete verlegen wandte den Blick ab und sammelte ihre Schutzbefohlenen für den Rundgang ein Eine Stunde später erreichten sie geführt von Charlie die Stelle Ben Craig striegelte Rosebud Er wusste dass sie kommen würden Es lag an der offiziellen Route Hier halten wir die Pferde sagte Charlie Einige sind Kavalerierösser Andere gehören den Prärie Scouts und Fallenstellern die entweder hier leben oder nur bei uns Station machen Ben kümmert sich gerade um sein Pferd Rosebud Ben ist Jäger Fallensteller Scout und ein Mann der Berge Ich will alle Pferde sehen quiekte eines der Kinder Schon gut Schatz wir werden uns alle Pferde angucken aber geht nicht zu nah ran falls sie ausschlagen warnte Charlie und führte die Kleinen an der Reihe der Boxen entlang Craig und die Lehrerin blieben zurück und sahen sich an Es tut mir leid dass ich sie angestarrt habe Ma'am sagte er Mein Name ist Ben Craig Hi Ich bin Linda Pickett Sie streckte die Hand aus und er nahm sie sie war warm und klein so wie er sie in Erinnerung hatte Darf ich Sie etwas fragen Ma'am Nennen Sie jede Frau Ma'am Ich glaube schon So habe ich es gelernt Ist das schlimm Ein wenig altmodisch und förmlich Was wollten Sie mich fragen Erinnern Sie sich an mich Sie runzelte die Stirn Ich glaube nicht Sind wir uns schon einmal begegnet vor sehr langer Zeit Sie lachte Es war das Geräusch an das er sich erinnerte das Lachen das um die Lagerfeuer von Tall Elks Zelten erklungen war Dann muss ich noch zu jung gewesen sein Wo soll das denn gewesen sein Kommen Sie Ich zeige es Ihnen Er führte das verwirrte Mädchen nach draußen Jenseits des Holzwalds erhoben sich im Süden die Gipfel der Prior Nein die liegt weiter westlich Das sind die Prior Mountains Dort haben wir uns gekannt Aber ich bin nie in der Prior Range gewesen Als Kind haben meine Brüder mich immer zum Zelten mitgenommen aber nie dorthin Er drehte sich um und sah in das geliebte Gesicht Sie sind jetzt Lehrerin Billings Junior High School Warum Kommen Sie noch einmal hierher Ich weiß nicht Im Lauf des Sommers sollen noch weitere Gruppen das vor besichtigen Vielleicht werde ich eingeteilt Warum Ich möchte dass Sie wieder kommen Bitte Ich muss Sie wieder sehen Sagen Sie ja Miss Pickett wurde wieder rot Sie war zu hübsch um nicht schon häufiger von jungen Männern angesprochen worden zu sein Normalerweise wies sie sie mit einem Lachen ab das unmissverständlich war ohne beleidigend zu sein aber dieser junge Mann war eigenartig er machte ihr keine Komplimente und lächelte nicht einladend er wirkte so ernst und naiv sie starrte in die offenen kobalt blauen Augen und etwas in ihnen berührte sie Charlie kam mit den Kindern aus dem Stall Ich weiß nicht sagte das Mädchen Ich überlege es mir Eine Stunde später war sie mit ihrer Gruppe weg Es dauerte eine Woche aber sie kam zurück Eine ihrer Kolleginnen in der Schule musste an das Krankenbett eines Verwandten eilen sodass ein Begleiterplatz frei wurde für den sie sich freiwillig meldete Es war ein heißer Tag und sie trug ein schlichtes gemustertes Baumwollkleid Craig hatte Charlie gebeten im Buchungsplan nachzusehen ob eine weitere Gruppe von der Junior High School aus Billings erwartet wurde Hast du ein Auge auf jemanden geworfen fragte sie schelmisch sie war nicht enttäuscht sondern begriff dass eine Beziehung mit einem vernünftigen Mädchen seine vorsichtige Heranführung an die Realität unterstützen würde die Geschwindigkeit mit der er lesen und schreiben lernte freute sie sie hatte zwei einfache Bücher beschafft die er Wort für Wort entziffern konnte im Herbst würde sie ihm irgendwo in der Stadt eine Unterkunft und einen Job als Ladengehilfe und Kellner besorgen während sie ihre Theorie seiner Genesung weiter verfolgen konnte er wartete als die Wagen ihre Passagiere Kinder und Lehrer entließen wollen sie mit mir spazieren gehen miss linda spazieren gehen wohin in die prärie damit wir reden können sie wandte ein dass sie auf die Kinder aufpassen müsse doch eine ältere Kollegin zwinkerte ihr zu und flüsterte dass sie ihrem neuen Verehrer die Zeit widmen könne wenn sie wollte sie wollte sie entfernten sich vom Fohr und fanden einen Haufen Felsbrocken im Schatten eines Baums er wirkte ziemlich gehemmt wo kommst du her Ben fragte sie als sie seine schüchternheit bemerkte die ihr gefiel er wies mit dem Kopf auf die Berge in der Ferne du bist da drüben in den Bergen aufgewachsen er nickte erneut und auf welche Schule bist du gegangen auf gar keine Schule sie versuchte das gehörte zu verdauen Schule es war zu eigenartig in den Bergen muss es doch ziemlich still sein kein Verkehr keiner Radius kein Fernsehen er wusste nicht wovon sie sprach nahm jedoch an dass sie Geräte meinte die Geräusche machten die ganz anders klangen als Blätter rauschen und Vogel gezwitscher es ist der Klang der Freiheit sagte er sagen sie mir Miss Linda haben sie von den Northern Cheyenne gehört sie war überrascht jedoch auch erleichtert über den Themenwechsel natürlich meine Urgroßmutter mütterlicherseits war eine Cheyenne er wandte ihr den Kopf zu seine Adlerfeder tanzte im Wind seine dunklen Augen sahen sie eindringlich und flehend an erzählen sie mir von ihr bitte Linda Pickett erinnerte sich dass ihre Großmutter ihr einmal ein altes Foto von einer runzligen alten Frau gezeigt hatte die ihre Mutter gewesen war selbst im hohen Alter deuteten die großen Augen die feine Nase und die hohen Wangen Knochen auf dem verblassten Schwarz-Weiß Foto an dass die alte Frau einst sehr schön gewesen war sie erzählte ihm was sie wusste was ihre mittlerweile verstorbene Großmutter ihr als kleines Mädchen erzählt hatte die Squad de Cheyenne war mit einem Krieger verheiratet gewesen und hatte mit ihm einen kleinen Sohn gehabt doch Mann und Sohn waren einer Cholera Epidemie die um 1880 herum in einem der Reservate gewütet hatte zum Opfer gefallen zwei Jahre später hat ein aufrechter junger Prediger im wilden Westen sie ungeachtet der Missbilligung der anderen Weißen zur Frau genommen er war von schwedischer Abstammung groß und blond sie besaßen drei Töchter deren jüngste Miss Picketts Großmutter 1890 geboren wurde sie hatte natürlich einen Weißen geheiratet und ihm 1925 einen Sohn und zwei Töchter geboren Mary die Jüngere kam 1925 zur Welt war mit knapp 20 auf der Suche nach Arbeit nach Billings gekommen und hatte eine Anstellung bei der neu gegründeten Farmers Bank gefunden am Schalter neben ihr arbeitete ein ernsthafter und fleißiger Kassierer namens Michael Pickett 1945 geheiratet ihr Vater war wegen seiner Kurzsichtigkeit nicht zur Armee eingezogen worden sie hatte vier ältere Brüder alle groß und blond und dann wurde 1959 sie geboren sie war gerade 18 geworden ich weiß nicht warum aber ich bin mit einer pechschwarzen Mähne und dunklen Augen zur Welt gekommen ganz anders als meine Mom und mein Paar jetzt weißt du alles und du er ging nicht auf ihre um sie eine Narbe am rechten Bein mein Mutter mal woher um alles in der Welt weißt du das darf ich es bitte sehen warum es ist zu intim bitte sie zögerte hob dann jedoch ihren Baumwollrock und präsentierte ihm einen schlanken goldbraunen Schenkel sie waren noch da zweifaltige Grübchen ein und Austrittswunde der Kugel des Kavaleristen am Rosebud Creek irritiert ließ sie den Rocksaum wieder los sonst noch was fragte sie sarkastisch nur noch eine Sache wissen sie was die Cheyenne Worte Emus S C H bedeuten Herrgott nein sie bedeuten Wind der leise spricht Whispering Wind darf ich sie Whispering Wind nennen ich weiß nicht meinetwegen wenn du willst aber warum weil das einmal dein Name war weil ich von dir geträumt habe weil ich auf dich gewartet habe weil ich dich liebe sie lief dunkelrot an und stand auf das ist doch Wahnsinn du weißt nichts von mir und ich nicht von dir außerdem bin ich verlobt sie stapfte zurück zum vor und redete kein Wort mehr mit ihm doch sie kam wieder sie kämpfte mit ihrem Gewissen sagte sich tausend mal dass sie verrückt sei ein idiot nicht ganz bei sinnen dann sah sie seine klaren blauen augen vor sich und redete sich ein dass sie diesem liebeskranken jungen Mann sagen musste dass es keinen Sinn hatte sich weiter zu treffen zumindest sagte sie sich dass sie das tun würde an einem Sonntag eine Woche vor Ende der Ferien nahm sie einen Touristenbus aus der Er wartete mit gesatteltem Pferd auf dem Exerzierplatz wie er es jeden Tag getan hatte er half ihr aufs Pferd und ritt mit ihr in die Prärie Rosebud kannte den Weg zu dem Bach in dem glitzernden Wasser stiegen sie ab und er erzählte ihr wie seine Eltern gestorben waren und dass ihn ein Mann aus den Bergen als seinen Sohn angenommen und großgezogen hatte er erklärte ihr dass er statt in der Schule Karten und Bücher zu lesen gelernt hätte die Fährte jedes wilden Tier zu lesen den Ruf jedes Vogels zu erkennen und jeden Baum beim Namen zu nennen sie erklärte ihnen dass ihr Leben ganz anders war normal und konventionell sauber geplant ihr verlobter war ein junger Mann aus einer guten und sehr wohlhabenden Familie der ihr alles bieten konnte was eine Frau sich nur wünschte wie ihre Mutter immer sagte deshalb war es sinnlos dann küsste er sie sie versuchte ihn weg zu stoßen doch als ihre Lippen sich berührten wich aller Widerstand in ihr er schmeckte nicht nach Alkohol und abgestandenen Zigarettenqualm wie ihr verlobter er begrabschte sie nicht am ganzen Körper sie roch seinen Duft Hirschleder Holzfeuer Kiefern Laubbäume aufgewühlt löste sie sich aus der Umarmung und lief zum Vor zurück bleib bei mir Whispering Wind ich kann nicht wir sind füreinander bestimmt so ist es vor langer Zeit beschlossen worden ich kann dir keine Antwort geben ich muss nachdenken das ist doch verrückt ich bin verlobt sag ihm er müsse noch warten das ist unmöglich aus dem Tor kam ein Planwagen auf dem Weg zu dem außer Sicht weiterliegenden Parkplatz kurz entschlossen ging sie darauf zu und kletterte hinein Ben Craig stieg auf sein Pferd und folgte dem Wagen am Parkplatz verließen die Passagiere den Planwagen und bestiegen den Bus Whispering Wind rief Ben Craig wirst du zurückkommen ich kann nicht ich werde einen anderen heiraten diverse Mütter musterten den jungen wild aussehenden Reiter missbilligend der das nette junge Mädchen offensichtlich belästigte die automatischen Türen schlossen sich mit einem Zischen und der Fahrer ließ den Motor an Rosebud wehrte ängstlich und bäumte sich auf der Bus setzte sich in Bewegung und nahm auf der Schotterstraße zu dem asphaltierten Highway langsam Fahrt auf Craig trieb 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 Rosebud mit leichtem Schenkeldruck an und tritt dem Fahrzeug hinterher aus Trab wurde galopp die Stute war von dem Ungetüm neben sich völlig verängstigt sie schnaubte und wierte der Fahrtwind wurde heftiger neben dem Bus hörten die Fahrgäste einen Ruf Whispering Wind willst du mit mir in die Berge kommen und meine Frau werden Der Fahrer blickte in den Rückspiegel sah die geblähten Nüstern und die flackernden Augen des Pferdes und drückte aufs Gaspedal Der Bus rumpelte auf dem unebenen Boden hin und her Mehrere besorgte Mütter kreischten und zogen ihre gut genährten Sprösslinge an sich Linda Pickett erhob sich von ihrem Sitz und zerrte an dem Schiebefenster neben sich Der Bus drohte das galoppierende Pferd abzuhängen Rosebud war vollkommen panisch vertraute jedoch dem kräftigen Druck an ihren Flanken und dem festen Griff an ihrem Zügel Ein dunkler Kopf tauchte an dem offenen Fenster auf und der Fahrtwind trug ihre Antwort zu ihm Ja Ben Craig Ich will Der Reiter zügelte sein Pferd und wurde bald von einer Staubwolke verschluckt Sie formulierte ihren Brief vorsichtig weil sie keinen seiner Wutausbrüche provozieren wollte wie sie ihn schon einmal erlebt hatte Trotzdem wollte sie ihre bedauerliche Botschaft unmissverständlich klar machen Den vierten Entwurf schickte sie schließlich ab Eine Woche lang blieb er ohne Reaktion Als es dann schließlich zu einem Treffen kam war es kurz und brutal Michael Pickett war eine Säule der Gemeinde Präsident und Geschäftsführer der Farmers Bank von Billings Er hatte kurz vor Pearl Harba als bescheidener Kassierer angefangen und war bis zum stellvertretenden Geschäftsführer aufgestiegen Sein waren dem Gründer und Besitzer der Bank einem Junggesellen ohne Kinder aufgefallen Beim Eintritt in den Ruhestand hatte er Michael Pickett seine Bank zum Verkauf angeboten Er suchte jemanden der seine Tradition fortsetzte Kredite wurden beschafft und der Verkauf ging über die Bühne Im Lauf der Zeit waren die meisten Kredite zurückgezahlt worden Doch Ende der 60er Jahre hatte es Probleme gegeben Zu schnelles Wachstum gekündigte Hypotheken und faule Kredite Um Kapital zur Rettung der Bank aufzubringen war Pickett gezwungen gewesen Beteiligungen anzubieten Die Krise war überwunden Die Liquidität des Instituts wiederhergestellt worden Eine Woche nachdem der Brief seiner Tochter angekommen war wurde Mr. Pickett auf die imposante Bar T-Ranch am Ufer des Yellowstone südwestlich von Billings zu einem Treffen mit dem Vater des Verlobten nicht etwa eingeladen sondern zitiert Sie hatten sich seit dem Verlöbnis ihrer Kinder bereits einmal getroffen damals jedoch im Speisesaal des Cattleman's Club Der Banquet wurde in ein riesiges Büro mit polierten Holzböden und teurer Täfelung geführt dessen Wände mit Trophäen gerammten Urkunden und den Köpfen von preisgekrönten Bullen dekoriert waren Der Mann hinter dem ausladenden Schreibtisch stand nicht auf um seinen Gast zu begrüßen Er wies lediglich auf einen einzelnen Stuhl gegenüber dem Schreibtisch Als sein Gast Platz genommen hatte starrte er den Banquet wortlos an Mr. Pickett war verunsichert er glaubte zu wissen worum es ging Der Rancher und Großmagnat ließ sich Zeit er packte eine dicke Kohiba aus zündete sie an und schob als sie zu seiner Zufriedenheit brannte ein einziges Blatt Papier über den Schreibtisch Pickett nahm es und las es war der Brief seiner Tochter es tut mir leid sagte er sie hat es mir erzählt ich wusste dass sie geschrieben hatte aber ich habe den Brief nicht gelesen der Rancher beugte sich vor hob warnend einen Finger und unter dem Stetzen den er ständig sogar in seinem Büro trug blitzten seine Augen in seinem fleischigen Gesicht wütend auf kommt nicht in Frage sagte er kommt überhaupt nicht in Frage kapiert kein Mädchen behandelt meinen Jungen so der Bankier zuckte die Achseln ich bin ebenso enttäuscht wie sie erwiderte er aber die jungen Leute manchmal ändern sie eben ihre Meinung sie sind beide noch jung vielleicht war das ganze ein wenig überstürzt reden sie mit ihr erklären sie ihr dass sie einen großen Fehler gemacht hat ich habe mit ihr geredet genau wie ihre Mutter aber sie möchte die Verlobung lösen der rancher lehnte sich zurück sah sich im zimmer um und dachte wie weit er seit seinen tagen als einfacher viehtreiber gebracht hatte nicht mit meinem jungen sagte er er nahm den brief wieder an sich und schob einen stapel papiere über den schreibtisch vielleicht sollten sie sich die mal ansehen William Big Bill Braddock hatte es in der Tat weit gebracht sein großvater war als unehelicher sohn eines im krieg in der prairie gefallenen kavalleristen in Bismarck north dakota geboren worden und später in den westen gegangen der großvater hatte eine anstellung in einem laden angenommen die er sein leben lang behalten sollte ohne aufzusteigen oder entlassen zu werden sein vater war in dieselben bescheidenen fußstapfen getreten doch der enkel hatte einen job auf einer viehrange angenommen der junge war groß und kräftig ein geborener rüpel der dazu neigte seine meinungsverschiedenheiten mit den Fäusten auszutragen und meist zu seinen den Viehtransport der erstklassiges Rindfleisch an Orte liefern konnte die hunderte von Meilen vom Zuchtort der Tiere in Montana entfernt lagen er machte sich selbstständig fing mit LKW an gründete später auch Schlachthöfe und Metzgereien bis er das gesamte Gewerbe von der Ranch bis zum Grill kontrollierte er schuf seinen eigenen Markennamen Big Bulls Beef aus Freilandzucht saftig und frisch in jedem Supermarkt als er zur Viehzucht Das Glied das ihm in der Kette noch fehlte tat er dies als Boss Er hatte die Bar T-Ranch vor zehn Jahren gekauft und zu einem Schmuckstück ausgebaut Die beeindruckendste Villa am Yellowstone Seine Frau ein schmaler Strich in der Landschaft und für das bloße Auge beinahe unsichtbar hatte ihm einen Sohn geboren der allerdings kaum nach dem Vater kam Kevin war Mitte 20 verwöhnt und verhätschelt und hatte furchtbare Angst vor seinem Vater doch Bill vergötterte seinen einzigen Spross für ihn war ihm nichts zu gut Michael Pickett beendete Blass und mit erschütterter Miene die Lektüre der Papiere das verstehe ich nicht sagte er nun Pickett es ist ganz einfach ich habe jeden Stein aufgekauft den sie in diesem Staat besitzen das heißt ich halte jetzt die Mehrheit ihrer Aktien die Bank gehört mir und das hat mich einen Haufen Geld gekostet alles wegen ihrer Tochter hübsch das muss ich ihr lassen aber blöd es ist mir egal wer dieser andere Kerl ist den sie getroffen hat aber sie werden ihr sagen sie soll ihn in die Wüste schicken sie schreibt meinem Sohn einen weiteren Brief in dem sie zugibt dass sie einen Fehler gemacht hat und das Verlöbnis bleibt bestehen aber wenn ich sie nicht überzeugen kann dann können sie ihr sagen dass sie für ihren ruin verantwortlich ist ich nehme ihnen die bank ab ich nehme ihnen das haus ab ich nehme ihnen alles ab was ihnen gehört sagen sie ihr dass sie in diesem bezirk nicht einmal mehr eine tasse kaffee auf pump kriegen haben sie mich verstanden als mich pickett die ranch richtung highway verließ war er ein gebrochener Mann er wusste dass Braddock nicht spaßte er hatte menschen die ihm in die quere gekommen waren schon früher ähnliches angetan er hatte darauf bestanden dass die hochzeitsfeierlichkeiten auf mitte mitte oktober vorgezogen wurden also in einem monat die familienkonferenz war unerfreulich ihre mutter machte ihr abwechselnd vorwürfe und redete ihr gut zu was glaubte sie was sie tat hatte sie überhaupt eine ahnung was sie angerichtet hatte eine ehe mit kevin braddock würde ihr auf einen schlag alles verschaffen wofür andere ein leben lang arbeiten mussten ein schönes haus ein großes grundstück um die kinder groß zu ziehen die besten schulen eine position in der gesellschaft wie konnte sie all das wegwerfen für eine alberne vernahrtheit in einen arbeitslosen schauspieler der für die dauer eines sommerjobs vorgab ein frontscher scout zu sein zwei ihrer brüder die in der gegend wohnten und arbeiteten waren ebenfalls anwesend einer schlug vor dass er nach for heritage fahren und von mann zu mann mit dem unerwünschten fremden reden könnte beide brüder fürchteten ein rachsüchtiger bradock könne dafür sorgen dass sie ihre stellen verloren einer von ihnen war bei der Staatsregierung beschäftigt und bradock hatte mächtige Freunde in Helena ihr verstörter Vater polierte die dicken Gläse seiner Brille und sah elend aus am ende war es sein leiden das linda pickett überzeugte sie nickte stand auf und ging in ihr zimmer diesmal schrieb sie zwei briefe der erste waren kevin bradock sie gestand dass sie eine alberne mädchenhafte vernarrtheit in einen viehtreiber aus for heritage entwickelt hatte doch das sei vorbei sie erklärte ihm es sei dumm von ihr gewesen ihm so zu schreiben wie sie ihm geschrieben hatte und bat um verzeihung sie wünschte dass ihr verlöbnis bestehen bleibe und würde sich darauf freuen noch vor ende oktober seine frau zu werden ihr zweiter brief war adressiert an mr. ben craig co4 heritage beckon county montana beide briefe schickte sie am folgenden tag ab trotz seines geradezu zwanghaften strebens nach authentizität hatte professor ingalls zwei zugeständnisse an die modernität gemacht obwohl es keine telefonleitung zum vor gab bewahrte er in seinem büro ein funktelefon auf das mit aufladbaren cadmium nickel batterien betrieben wurde und es gab auch einen postdienst das postamt von billings hatte sich bereit erklärt sämtliche post an das vor durch das größte bus unternehmen der stadt zustellen zu lassen dass die tasche mit ankommenden briefen jeweils dem fahrer der nächsten zum vorabgehenden tour mitgab vier tage später erhielt ben craig den brief er versuchte ihn zu lesen hatte jedoch schwierigkeiten dank charles unterricht konnte er die großbuchstaben entziffern und auch die in druckschrift geschriebene kleinschrift lesen doch die kursive handschrift des mädchens überforderte ihn er brachte charlie den brief die ihn las und ihn dann voller mitgefühl ansah es tut mir leid ben er ist von dem mädchen in das du dich verguckt hast linda bitte lesen sie ihn mir vor charlie lieber ben las sie vor zwei wochen habe ich etwas sehr törichtes getan als du mir von deinem pferd aus zugerufen hast habe ich dir glaube ich vom bus aus geantwortet dass wir heiraten könnten zu hause erkannte ich dann wie dumm das war in Wahrheit ich habe festgestellt dass ich das verlöbnis mit ihm einfach nicht lösen kann wir werden nächsten monat heiraten bitte wünsch mir glück für die zukunft so wie ich dir glück wünsche mit einem abschiedskuss linda pickett charlie faltete den brief und gab ihn ben craig zurück der gedanken verloren richtung berge starte charlie streckte die hand aus und legte sie auf seine es tut mir leid ben so was passiert schiffe die sich im dunklen begegnen sie hat offensichtlich auf eine mädchenhafte art für dich geschwärmt das kann ich gut verstehen aber nun hat sie beschlossen bei ihrem verlobten zu bleiben craig wusste nichts von schiffen starrte weiter auf die berge und fragte wer ist ihr verlobter ich weiß es nicht es steht nicht im brief könnten sie das rausfinden du willst doch keinen ärger machen oder ben vor langer zeit hatten sich einmal zwei männer wegen charlie gestritten sie hatte das damals als schmeichelhaft empfunden aber das war lange her sie wollte nicht dass ihr schützling wegen eines jungen dings das dreimal ins vor gekommen war und mit seinen gefühlen gespielt hatte in eine schlägerei geriet du wirst doch nicht nach billings reiten und einen streit vom zaun brechen charlie ich will bloß was mir gehört den augen der menschen und des großen geistes wie es mir vor langer zeit vorhergesagt worden ist er sprach wieder in rätseln also hakte sie nach aber nicht linda pickett er kaut auf einem gras halm und überlegte einen moment nein nicht linda pickett versprichst du mir das ben ich verspreche es ich werde sehen was sich machen lässt eine studienfreundin charlis aus dem college in buzman war journalistin geworden und arbeitete mittlerweile für die billings gazette sie rief sie an und bat sie rasch im archiv nachzusehen ob sie die bekanntgabe der verlobung einer jungen frau namens linda pickett finden konnte es dauerte nicht lang vier tage später kam per post ein zeitungsausschnitt aus dem frühsommer mr und mrs michael pickett und mr und mrs william braddock gaben die verlobung ihrer tochter linda und ihres sohnes kevin bekannt charlie zog die augenbrauen hoch und pfiff leise kein wunder dass das mädchen ihr verlobnis nicht lösen wollte das muss der sohn von big bill braddock sein erklärte sie craig der beefsteak könig weißt du der scout schüttelte den kopf nein natürlich kennst du den nicht meinte charlie resigniert du jagst dir deinen braten ja selbst ohne lizenz nun ben der vater ist in der tat sehr reich er lebt auf einem großen grundstück nördlich von hier am yellowstone kennst du den fluss craig nickte er war mit general gibbon jeden zentimeter des südufers abgeritten von vor alice bis zur mündung des tang weit östlich des rosebud creek wo sie kehrt gemacht hatten könnten sie herausfinden wann die hochzeit ist charlie du weißt schon was du mir versprochen hast ja keine linda pickett genau also was hast du vor eine kleine überraschung hm charlie telefonierte ein weiteres mal der september ging zu ende der oktober begann das wetter blieb schön und mild die langfristige vorhersage ließ auf einen echten altweibersommer mit viel sonne bis zum ende des monats hoffen am 10 oktober kam mit dem tourbus ein exemplar der billings gazette mit dem wiederbeginn der schule hatte der besucher strom deutlich nachgelassen in der zeitung die ihre freundin geschickt hatte entdeckte charlie eine ganze spalte des gesellschaftsreporters die in der hektischen prosa eines klatschreporters wurde über die bevorstehenden hochzeitsfeierlichkeiten von kevin braddock und linda pickett berichtet die vermählung sollte am 20 oktober in der prachtvollen bar t ranch südlich von laureltown stattfinden bei mildem wetter würde die zeremonie vor geladenen gästen aus der high society und der wirtschaftselite montanas um 14 uhr in dem riesigen garten des anwesens abgehalten werden und so ging es bis zum ende weiter ben craig nickte und merkte sich alles gut am nächsten tag hielt der kommandeur auf dem exerzierplatz eine rede an das versammelte personal der historische erlebnispark vor heritage würde für den winter schließen sagte er die aktion sei ein überragender erfolg gewesen pädagogen und abgeordnete aus dem ganzen staat hätten überschwänglich gratuliert in den vier tagen bevor wir schließen gibt es noch eine menge zu tun erklärte professor ingles seinem jungen team gehälter und honorare werden am vorletzten tag ausgezahlt vor unserer abreise müssen wir die anlage aufräumen die ausrüstung einlagern und das vor winterfest machen hinterher nahm charlie ben craig zur seite nun ben es geht zu ende sagte sie wenn es vorbei ist können wir alle wieder unsere normale kleidung tragen das sind vermutlich deine normalen kleider nun du kriegst ja bald ein bündel dollar scheine wir können nach billings fahren und dir turnschuhe jeans ein paar t-shirts und vielleicht eine dicke karierte winterjacke kaufen dann möchte ich dass du mit mir nach buzman kommst ich finde eine nette unterkunft für dich und mache dich mit ein paar leuten bekannt die dir helfen können in ordnung charlie sagte er an diesem abend klopfte er an die tür des professors john ingles saß an seinem schreibtisch in der ecke brannte ein feuer in einem bauchigen ofen um die abend kühle zu mildern der professor empfing seinen in hirschleder gekleideten besucher freundlich der bursche hatte ihn mit seinen kenntnissen von der wildnis vom wilden westen und mit der tatsache beeindruckt dass er immer in seiner rolle geblieben war mit einem hochschulabschluss hätte der junge mann von ihm einen posten an der uni vermittelt bekommen können wenn mein junge was kann ich für sie tun er erwartete dass er einen väterlichen rat für die zukunft erteilen konnte haben sie zufällig eine landkarte major eine landkarte aber ja ich glaube schon welches gebiet von der gegend um das vor und weiter nördlich bis zum yellowstone bitte sir gute idee immer hilfreich seinen standort und die umgebung zu kennen hier er breitete die karte auf dem schreibtisch aus und erklärte craig hatte schon militär karten gesehen doch die waren bis auf ein paar von einigen trappern oder scouts eingezeichnete landmarken meist leer während diese karte mit linien und punkten übersät war hier ist das vor am nordhang des west prior mountain es blickt nach norden auf den yellowstone und nach süden auf die prior mountains hier ist billings und das ist die stadt aus der ich komme boosman craig folgte mit dem finger der linie zwischen den beiden hundert meien voneinander entfernt liegenden städten der boosman trail fragte er genau so wurde er früher genannt heute ist es natürlich ein asphaltierter highway craig wusste nicht was ein asphaltierter highway war dachte jedoch dass es sich um die langen streifen aus schwarzem stein handeln könnte die er im mondlicht gesehen hatte am südufer des yellowstone verzeichnete die detailgenaue karte dutzende von kleineren ortschaften bei der mündung des clark creek sogar ein anwesen namens bar tea ranch er schätzte dass es ein wenig westlich einer route lag die vom vor 15 meilen quer feld ein direkt nach norden führte er bedankte sich bei dem major und gab ihm die karte zurück am abend des 19. oktober ging jungen männer hatten den ganzen tag lang sauber gemacht eisenteile zum schutz gegen den winterfrost eingefettet und die werkzeuge in verschließbaren schuppen verstaut die anderen verzogen sich gegen zehn auf ihre pritschen und schliefen sofort ein niemand bemerkte dass ihr kollege unter seiner decke vollständig bekleidet war um mitternacht stand er auf setzte seine fuchsfell mütze auf faltete zwei decken und schlich sich geräuschlos nach draußen niemand bemerkte dass er zum stall ging und rosebud sattelte er hatte dafür gesorgt dass sie die doppelte ration hafer bekommen hatte weil sie viel kraft brauchen würde als sie fertig gesattelt war schlich er sich in die schmiede und nahm die gegenstände mit die er am vortag entdeckt hatte eine handaxt mit gürteltasche ein stemmeisen und einen bolzenschneider mit dem stemmeisen brach er die tür der waffen kammer auf und der bolzenschneider machte kurzen prozess mit der kette die durch die sicherung der gewehre gefädelt war alles kopien bis auf eins er nahm seinen 52 schabs wieder an sich und ging er führte rosebud zu dem kleinen hinterausgang bei der kapelle entriegelte das tor und verließ das vor unter seinem sattel lagen die beiden decken das büffelfell war zusammengerollt hinter den sattel gebunden das gewehr hing in dem futteral vor nachdem er sein pferd leise eine halbe meile vom vor weg geführt hatte stieg er auf so ausgerüstet ritt ben craig präri-scout und einziger überlebender des massakers am little big corn aus dem jahr des herren 1877 in das letzte viertel des 20 jahrhunderts als der mond unterging war es seiner schätzung nach zwei uhr er konnte die 20 meilen bis zur bar t ranch laufen und rosebuds kräfte schon er entdeckte den polarstern enthielt sich ein paar grad westlich der von ihm vorgegeben nördlichen route die prärie ging in farmland über und er stieß auf pfähle zwischen denen drähte gespannt waren er benutzte den bolzenschneider und marschierte weiter dabei überquerte er die grenze zwischen dem big corn und dem yellowstone county doch davon wusste er nichts bei dämmerung kam er an das ufer des clark creek und folgte dem gewundenen flusslauf nach norden als die sonne über die kuppen der hügel im osten lugte entdeckte er einen langen weißen latten zaun und ein schild mit der aufschrift bar t ranch privat grundstück zutritt verboten er entzifferte die buchstaben und ging weiter bis eine privatstraße entdeckte die zum haupttor führte nach einer halben meile konnte er das tor sehen dahinter ein riesiges haus umgeben von großen scheunen und stallungen am tor versperrte ein gestreifter schlagbaum die straße in einem wachhäuschen brannte ein schwaches licht er zog sich in den schutz einer baum meile entfernt stand nahm rosebud den sattel ab und ließ sie ausruhen und grasen auch er nach wie ein tier in der wildnis in wahrheit hatte der gesellschaft reporter den aufwand den bill bradock zur hochzeit seines sohnes betreiben wollte noch untertrieben zunächst hatte bradock senior darauf bestanden dass die verlobte seines sohnes sich einer untersuchung durch seinen hausarzt unterzog und das gedemütigte mädchen hatte keine andere wahl als zuzustimmen als er den untersuchungsbericht las zog er die augenbrauen hoch sie ist was fragte er den arzt und der mediziner sah auf die stelle auf die er mit seinen fleischigen zeigefinger deutete ja absolut zweifel zwei vollkommen intakt bradock grinste anzüglich nun da hat er glück der kleine kevin und ansonsten makellos eine sehr hübsche und gesunde junge frau das anwesen war von den gefragtesten in architekten die man für geld engagieren konnte in ein märchenschloss verwandelt worden in dem riesigen garten hatte man 20 meter vor dem latten zaun hinter dem sich die prärie erstreckte einen altar errichtet davor etliche reihen bequemer stühle für insgesamt 1000 gäste mit einem mittelgang durch den das sich liebende paar zu den klängen von mendelsson schreiten würde zuerst Kevin begleitet von seinem trauzeugen gefolgt von der braut mit ihrem vertrottelten vater das festbuffet war auf langen tischen hinter den stuhl reihen aufgebaut worden man hatte weder kosten noch mühen gescheut pyramiden von champagnergläsern aus duat kristall warteten auf den teuersten marken champagner der in strömen fließen sollte bradock wollte seinen illustren gästen an rein gar nichts fehlen lassen aus Seattle waren arktische hummer krebse und austern eingeflogen worden für diejenigen die hochprozentigeres bevorzugten gab es kistenweise sheevers regal als er am vorabend der hochzeit in sein himmelbett stieg machte bill bradock sich lediglich sorgen um seinen sohn der junge war wieder betrunken gewesen und würde am morgen eine stunde unter der dusche brauchen um halbwegs auf die beine zu kommen während das junge paar unterhaltung seiner gäste vor dem garten ein wild west rodeo veranstalten die showreiter hatte er ebenso wie das personal der catering firma gemietet die einzigen die bradock nicht gemietet hatte waren die leute vom sicherheitsdienst bradock war geradezu zwanghaft um seine eigene sicherheit besorgt und hielt sich eine regelrechte privatarmee außer den drei oder vier leibwächtern die er ständig um sich hatte arbeiteten die männer als viehtreiber auf der ranch waren jedoch alle geübte schützen hatten nahkampferfahrung und würden jeden befehl ausführen dafür wurden sie bezahlt für die hochzeit hatte er alle 30 um das haus postiert zwei besetzten das wach häuschen am hauptor seine persönliche leibgarde würde sich angeführt von einem ehemaligen elite soldaten in seiner um um ge aufhalten die anderen das strom von limousinen und luxus bussen die gäste vom flughafen in billings abgeholt hatten auf das hauptor zu wurde kontrolliert und hereingelassen craig beobachtete die parade aus seiner deckung kurz nach mittag traf der pastor ein gefolgt von den musikern eine weitere kolonne mit lieferwagen und den rodeo reitern kam durch ein anderes tor das jedoch außer sichtweite lag kurz nach eins begannen die musiker ihre instrumente zu stimmen craig hörte sie und sattelte sein pferd er lenkte rosebud in die offene prairie ritt an dem zaun entlang bis das wachhäuschen außer sichtweite war dann fiel er vom trab in den galopp und ritt auf den latten zaun zu rosebud sah die pfähle kommen passte ihren schritt an und sprang darüber der scout fand sich auf einer großen koppel wieder etwa eine halbe meile entfernt von den außen gebäuden der ranch auf der friedlich eine herde preisgekrönter longhorn rinder graste am anderen ende des fels fand craig ein tor zu dem scheunen komplex das er öffnete und offen stehen ließ als er zwischen den scheunen hindurch auf einen gepflasterten Hof ritt wurde er von zwei patrouillierenden wachen angehalten du gehörst bestimmt zu der show truppe craig starrte sie an und nickte da bist du hier aber falsch wenn du da entlang reitest siehst du die anderen hinter dem aus craig folgte der beschriebenen gasse wartete bis die beiden wachmänner verschwunden waren machte kehrt und ritt in richtung der musik den Hochzeitsmarsch konnte er nicht kennen vor dem altar stand kevin braddock mit seinem trauzeugen herausgeputzt in einem blütenweißen frack er war knapp 20 zentimeter kleiner als sein vater und gut 20 kilo leichter hatte schmale schultern und breite hüften mehrere pickel zu denen er bei seiner fettigen haut neigte zierten seine wangen notdürftig vom gesichtspuder seiner Mutter kaschiert mrs pickett und die braddock saßen durch den mittelgang getrennt in der ersten reihe am ende des gang tauchte nun linda pickett am arm ihres vaters auf in dem weißen hochzeitskleid aus seide das eigens von baletheaga in paris eingeflogen worden war sah sie geradezu überirdisch schön aus ihr gesicht war blass und ihre mine drückte schicksals ergebenheit aus sie blickte ohne zu lächeln starr stuhlrein für die gäste standen dicht gedrängt kellner und serviererinnen und sahen ebenfalls zu und dahinter tauchte plötzlich ein einzelner reiter auf michael pickett führte dem wartenden bräutigam seine tochter zu und nahm neben seiner frau platz die sich die augen mit einem taschentuch abtupfte der pastor hob blick und stimme liebe brüder und schwestern wir haben uns heute hier im angesicht des herrn versammelt um diesen man und diese frau im heiligen stand der ehe zu vereinen begann er als die letzten akkorde des marsches verklungen waren falls er den reiter sah der ihm 50 meter entfernt am anderen ende des mittelgangs gegenüber stand fand er das möglicherweise seltsam ließ sich jedoch nichts anmerken ein dutzend kellner wurden zur seite gedrängt als das dutzend leibwächter das am rand des gartens verteilt war hatte nur augen für das paar der pfarrer fuhr fort und so wollen wir nun zur trauung dieser beiden schreiten mrs pickett schluchzte vernehmlich bradock blickte wütend zu ihr hinüber der pfarrer war überrascht dass auch in den augen der braut zwei tränen glitzerten die langsam über ihre wangen kullerten er nahm an dass die freude sie überwältigt hatte wenn deshalb irgendjemand einen stichhaltigen grund vorbringen kann warum diese beiden nicht rechtmäßig mann und frau werden können so möge er jetzt die stimme erheben oder für immer schweigen er hob den blick und strahlte die versammlung an ich habe einen solchen grund vorzubringen sie ist mir versprochen die stimme war jung und kräftig und war bis in jeden winkel des gartens zu hören während er sich mit seinem pferd näherte kellner gingen zu boden zwei leibwächter stürzten sich auf den reiter beide bekamen einen tritt ins gesicht und landeten zwischen den gästen in den beiden letzten reihen Männer schrien Frauen kreischten und der Mund des Pfarrers blieb offen stehen binnen beugte sich herab umfasste mit seinem rechten arm die schlanke seiden umhüllte hüfte der braut und hob das mädchen aufs pferd einen moment lang hing sie in der luft dann schwang sie sich hinter ihn warf ein bein über das büffelfell und klammerte sich mit beiden armen an den reiter das pferd preschte an der ersten Reihe vorbei machte einen Satz Gäste waren aufgesprungen und schrien durcheinander die Longhorn Herde trottete heran und zertrampelte den säuberlich gestutzten Rasen einer von Redox vier Bodyguards der am Rand der ersten Reihe über seinen Herrn wachte rannte an dem Pfarrer vorbei zog eine Pistole und zielte auf das davon galoppierende Pferd Michael Pickett schrie Nein stürzte sich auf den Schützen und riss seine Hand hoch bei dem anschließenden Hand Gemenge fielen drei Schüsse das war sowohl für die Hochzeitsgäste als auch für die Stiere zu viel beide suchten in Panik das Weite Stühle fielen um Tabletts mit Hummer und Krebs segelten auf den Rasen der Bürgermeister einer Nachbargemeinde wurde in eine Champagnerglas Pyramide gestoßen und ging in einem teuren Scherbenregen zu Boden der Pfarrer suchte Schutz unter dem Altar wo er den Bräutigam traf Vor der Haupteinfahrt zu dem Anwesen parkten zwei Streifenwagen des Sheriffs besetzt mit jeweils zwei Polizisten Sie sollten an sich nur den Verkehr regeln und waren geradezu einem Imbiss auf die Ranch eingeladen worden Als sie die Schüsse hörten sahen sie sich an warfen ihre Hamburger weg und stürmten in den Garten Einer von ihnen stieß mit einem flüchtenden Kellner zusammen Er riss dem Mann am Revier seines weißen Jacketts hoch Was zum Teufel ist hier passiert wollte er wissen Die anderen drei starrten mit offenem Mund auf den Tumult Ihr Kollege hörte dem Kellner zu und sagte dann zu den anderen Lauf zurück zum Auto und meldet dem Sheriff dass wir in der Tür seines Büros auftauchte Es gibt ein Problem auf der Bar T Ranch Er hatte ein Telefon in der Hand Die Brader Koch Zeit Wissen Sie Ed ist dran Er sagt Die Braut wäre gerade entführt worden Sie ist was Stell ihn durch Das rote Lämpchen leuchtete auf und er riss den Hörer von der Gabel Ed Paul hier Was zum Teufel redest du da Er hörte zu während sein Mann auf der Ranch berichtete Wie alle Polizisten hasste er den Gedanken an Kidnapping Erstens war es ein schmutziges Verbrechen das sich normalerweise gegen die Frauen und Kinder der Reichen richtete Zweitens war es ein Bundesvergehen was bedeutete dass das FBI über sie kommen würde wie eine Plage In seiner 30 jährigen Dienstzeit im Carbon County zehn Jahre davon als Sheriff hatte er drei Geisel Namen erlebt die alle unblutig zu Ende gegangen waren jedoch noch nie eine Entführung er stellte sich eine Gruppe von Gangstern mit schnellen Autos vielleicht sogar einem Hubschrauber vor ein einzelner Reiter bist du übergeschnappt wohin ist der geritten über den Zaun in die offene Prärie ok da muss er irgendwo ein Auto versteckt haben ich rufe Verstärkung aus den Nachbar Bezirken und lasse die Haupt Ausfall Straßen sperren pass auf du nimmst die Aussagen von jedem auf der etwas gesehen hat wie er reingekommen ist was er gemacht hat wie er das Mädchen überwältigt hat und wie er entkommen ist ruf mich zurück er verbrachte eine halbe Stunde am Telefon alarmierte die Einsatzreserve und sorgte dafür dass an den wichtigsten Highways nach Norden Süden Osten und Westen Kontrollen aufgestellt wurden die Beamten der Highway Patrol wurden angewiesen jedes Fahrzeug und jeden Kofferraum zu überprüfen sie suchten nach einer schönen dunkelhaarigen Frau in einem weißen Hochzeitskleid es war kurz nach drei als Ed sich aus dem Streifenwagen an der Bar T-Ranch meldete das Ganze wird immer seltsamer Chief wir haben jetzt etwa 20 Aussagen von Augenzeugen aufgenommen West-Rodeo-Show gehören würde er trug einen Hirschlederanzug und ritt auf einem großen kastanienbraunen Pferd er trug eine Trappermütze aus Fell an seinem Hinterkopf baumelte eine Feder und er hatte einen Bogen einen Bogen was für einen Bogen denn von den Musikern nein nicht so einen Bogen Chief einen mit Pfeilen es wird immer verrückter das geht gar nicht mehr aber erzähl weiter alle Zeugen sagen dass das Mädchen als er ihm die Arme entgegen gestreckt hat sie meinen die beiden schienen sich zu kennen sie hat jedenfalls die Arme um ihn geschlungen als sie über den Zaun gesprungen sind sonst wäre sie nämlich vom Pferd gefallen und jetzt noch hier dem Sheriff fiel ein großer Stein vom Herzen mit ein bisschen Glück hatten sie es nicht mit einer Entführung sondern mit einer durchgebrannten Braut zu tun ein Grinsen seinen Zwiesel geworfen und beim Davonreiten gewaltsam festgehalten offenbar nicht er hat natürlich einen immensen Schaden angerichtet die Hochzeitsfeier ist ruiniert das Buffet weitestgehend in Scherben der Bräutigam sauer und die Braut verschwunden das Grinsen des Sheriffs wurde breiter oh je das ist aber schrecklich sagte er wissen wir wer er ist schon möglich der Vater der Braut sagt seine Tochter hätte sich wohl in einen dieser jungen Schauspieler verknallt die im For Heritage den ganzen Sommer lang die Frontier Scouts gemimt haben weißt du Louis wusste alles über das vor seine Tochter hatte es mit seinen Enkeln besucht und die waren begeistert gewesen wie dem auch sei sie hat deswegen sogar ihr Verlöbnis mit Kevin Braddock gelöst ihre Eltern haben sie davon überzeugt dass das verrückt war und das Verlöbnis wurde wieder erneuert sie sagen er heißt Ben Craig als der diensttuende Hilfsscheriff sich wieder seinem Protokoll zuwandte nahm er an dass Scheriff Louis als nächstes For Heritage kontaktieren würde doch Professor Ingalls kam ihm zuvor der Hilfsscheriff stellte ihn durch vielleicht ist es völlig harmlos begann er aber einer meiner jungen Mitarbeiter ist verschwunden er offensichtlich getürmt gestern Nacht hat er etwas gestohlen Professor nein eigentlich nicht er hatte sein eigenes Pferd und eigene Kleidung er hat aber auch ein Gewehr das hatte ich für die Dauer seines Aufenthalts im Vor konfisziert er hat die Waffenkammer aufgebrochen und es sich wieder genommen hat er einen Waffenschein ich glaube nicht mal dass er überhaupt weiß was das ist er ist ein netter junger Mann aber ein bisschen wild er ist in der prior range aufgewachsen seine familie waren offenbar irgendwelche einsiedler aus den bergen er hat nie eine schule besucht hören sie professor das ist vielleicht eine ernste sache könnte dieser junge man gefährlich werden oh ich hoffe nicht was hat er sonst noch bei sich nun er hat ein boi messer außerdem empfehlen eine hand axt und ein cheyenne bogen mit vier pfeilen die spitzen aus feuerstein er hat die original stücke mitgenommen nein er hat sie selbst angefertigt der sheriff zählte langsam leise bis fünf es handelt sich nicht zufällig um ben craig doch woher wussten sie das egal beantworten sie einfach meine fragen professor hatte eine affäre mit einer hübschen jungen lehrerin aus billings angefangen die das vor besucht hat er hört wie der professor sich mit einer person namens charlie beriet offenbar hat er eine tiefe zuneigung zu diesem mädchen entwickelt er glaubt dass sie seine gefühle erwidert aber wie ich höre hat sie die sache mit einem brief beendet das hat er nur schwer verkraftet und sogar gefragt wo und wann ihre Hochzeit stattfinden würde ich hoffe er hat sich nicht zum trottel gemacht nicht unbedingt er hat sie sich bloß direkt vom altar geschnappt oh mein gott hören sie könnte er vom pferd in ein auto umsteigen um himmels will nein er kann gar nicht fahren er hat nie in einem auto gesessen er wird bei seinem geliebten pferd bleiben und in der wildnis kampieren und wohin wird er reiten bestimmt nach vielen dank professor sie haben uns sehr geholfen er ließ die straßensperren abziehen und rief den hubschrauber piloten von carbon county an er sagte ihm er solle sich in seinen helikopter schwingen und so schnell wie möglich einsatzbereit melden dann wartete er auf den unvermeidlichen anruf von big bill bradock sheriff paul lewis war ein guter polizist durch nichts aus der ruhe zu bringen streng aber freundlich ihm war es lieber leuten aus der patsche zu helfen als die ein zu sperren doch gesetz war gesetz und er zögerte nicht es durchzusetzen sein großvater war soldat bei der kavallerie gewesen und in der prärie gefallen in vor lincoln hatte er eine frau und einen kleinen sohn hinterlassen die witwe heiratete einen anderen soldaten der im westen von montana stationiert wurde sein vater war in diesem stadt aufgewachsen und zweimal verheiratet gewesen aus der ersten ehe geschlossen 1900 stammten zwei töchter nach dem tod seiner frau hatte er erneut geheiratet und im reifen alter von 45 jahren 1920 seinen einzigen sohn gezeugt sheriff lewis war jetzt 58 und würde in zwei jahren in pension gehen für die zeit danach hatte er gewisse sehen in montana und wyoming im auge deren forellen bestand sich seiner persönlichen aufmerksamkeit erfreuen würde er war nicht zu der hochzeit eingeladen worden und musste auch nicht lange rätseln warum im lauf der jahre hatten seine leute insgesamt viermal gegen kevin braddock ermittelt immer im zusammenhang mit kneipenschlägereien die besitzer der läden waren jedes mal großzügig entschädigt worden und hatten keine anklage erhoben raufereien unter jungen männern betrachtete der sheriff vergleichsweise locker wenn braddock junior allerdings ein bar girl zusammenschlug das sich seinen recht seltsamen neigungen verweigert hatte konnte er ziemlich ungemütlich werden der sheriff hatte ihn ins kittchen gesteckt und hätte seinerseits auf eine anklage erhebung hingewirkt doch das mädchen hatte sich plötzlich daran erinnert dass sie nur die treppe hinunter gefallen war es gab noch eine information die der sheriff für sich behalten hatte vor drei jahren war er von einem freund aus polizeischultagen von helena city aus angerufen worden der kollege berichtete dass seine beamten eine razzia in einem nachtclub durchgeführt hätten die personalien aller anwesenden waren aufgenommen worden einer von ihnen hieß kevin braddock wenn er irgendwelche drogen bei sich gehabt hatte war er sie rechtzeitig los geworden und musste deshalb freigelassen werden doch der club war eine reine schwulenbar gewesen das telefon klingelte es war mr valentino big bill braddocks persönlicher anwalt vielleicht haben sie schon gehört was heute nachmittag passiert ist sheriff ihre beamten waren ja minuten später am tatort ich habe gehört dass nicht alles nach plan gelaufen ist kommen sie mir bloß nicht so gönnerhaft sheriff lewis was sich ereignet hat war ein fall von brutaler wenn das mädchen das verlöbnis hätte lösen wollen hätte ihr das doch jederzeit freigestanden das mädchen ist gewaltsam entführt worden der täter hat mr braddocks grundstück unbefugt betreten zwei mitarbeiter seines personals ins gesicht getreten und vorsätzlich beträchtlichen sachschaden angerichtet mr braddock wird anzeige erstatten fangen sie diesen rowdy ein oder sollen wir es tun sheriff lewis mochte es nicht wenn man ihn drohte ich hoffe sie und ihr mandant haben nicht vor die sache selbst in die hand zu nehmen das wäre äußerst unklug der anwalt ignorierte die gegen drohung mr braddock ist äußerst besorgt um die sicherheit seiner schwiegertochter er hat das recht nach ihr zu suchen wurde die trauungszeremonie zu ende geführt wie meinen sind der sohn ihres mandanten und miss pickett tatsächlich rechtmäßig verheiratet in diesem fall handelt es sich also keineswegs um die schwiegertochter ihres mandanten es besteht vielmehr keinerlei verwandtschaftliches verhältnis bis auf weiteres ist sie noch immer die verlobte des sohnes meines mandanten dann wird er eben als besorgter bürger aktiv wollen sie diesen rowdy jetzt einfangen ich kann mich auch an helena wenden sheriff lewis seufzte er wusste wie viel einfluss bill braddock auf einige abgeordnete in der hauptstadt des staates hatte doch auch davor hatte er keine angst aber dieser junge man ben craig hatte unbestreitbar straftaten begangen sobald wir ihn aufgespürt haben bin ich zur stelle sagte er als er den hörer auflegte dachte er dass es vielleicht klüger wäre wenn er die turteltäubchen vor braddocks bewaffneten männern erreichte sein hubschrauberpilot meldete sich es war fast vier uhr in zwei stunden würde die sonne untergehen jerry ich möchte dass du die bar t-range ansteuerst und dann nach süden in richtung der priors fliegst halt nach vorn und zu beiden seiten die augen offen wonach suche ich denn paul kam die stimme über den äther nach einem einzelnen reiter auf dem weg nach süden wahrscheinlich in die berge bei ihm im sattel sitzt ein mädchen in einem weißen hochzeits kleid willst du mich verarschen nein irgendein dahergelaufener viehtreiber hat sich die verlobte von bill bradocks sohn vom traualtar weggeschnappt ich glaube der typ ist mir schon jetzt sympathisch sagte der pilot und ließ den flugplatz von billings hinter sich finde ihn einfach für mich jerry kein problem wenn er da draußen ist kriege ich ihn ende fünf minuten später schwebte er über der bar t ranch und stellte einen direkten südkurs ein er hielt sich in tausend fuß höhe tief genug um einen reiter im gelände noch erkennen zu können und gleichzeitig so hoch dass er nach rechts und links zehn meilen weit gute sicht hatte zu seiner rechten erkannte er den highway 310 und die eisenbahn linie die nach süden zu dem dorf warren und weiter über die ebene nach wyoming führte vor sich sei die gipfel der priors für den fall das der reiter versucht hatte seiner entdeckung zu entgehen indem er sich weiter westlich auf der anderen seite der straße hielt hatte sheriff lewis die highway patrol angewiesen die 310 zu kontrollieren und links und rechts der Straße nach einem reiter ausschau zu halten dessen gestalt sich über das prärie gas erhob auch big bill braddock war nicht müßig gewesen er hatte seinem personal überlassen sich mit den anarchischen zuständen in Haus und Garten auseinander zu setzen und sich mit seinen sicherheitsleuten in sein büro zurückgezogen braddock war auch vorher nicht als besonders leutseliger typ bekannt gewesen doch derart fuchsteufelswild hatten ihn seine männer noch nie erlebt eine weile saß er schweigend an seinem schreibtisch um ihn herum ein dutzend männer die auf befehle warteten was sollen wir machen boss fragte einer von ihnen schließlich nachdenken knurrte der ranger nachdenken er ist allein auf einem schwer beladenen pferd das heißt sein bewegungsradius ist eingeschränkt wohin kann er reiten der ehemalige elite soldat studierte die karte des county an der wand auf keinen fall nach norden da müsste er den yellowstone überqueren zu tief also nach süden zurück zu diesem vor in den hügeln genau ich will zehn bewaffnete männer ihr fächert euch auf eine front von fünf meilen auf reitet wie der teufel nach süden und überholt ihn als die zehn viehtreiber ihre pferde gesattelt hatten richtete er draußen noch einmal das wort an sie ihr habt eure funkgeräte haltet verbindung wenn ihr ihn seht ruft verstärkung wenn ihr ihn in die mädchen wenn er sie oder euch bedroht wisst ihr was zu tun ist ich denke ihr versteht mich ich will das mädchen zurück nur sie und jetzt los die zehn reiter trabten durch das haupttor verteilten sich und fielen in gestreckten galopp der flüchtige hatte 40 minuten vorsprung aus seinem pferd musste zwei reiter sowie satteltaschen ein gewehr und ein schweres büffelfell tragen in der ranch erstattete anwalt valentino bericht der sheriff scheint das ganze nicht sonderlich ernst zu nehmen doch er wird eine suche starten streifenwagen auf den straßen und wahrscheinlich einen hubschrauber sagte er er darf auf keinen fall als erster da sein bellte braddock aber ich will wissen was für informationen er bekommt max ab in den funk raum alle polizeifunkanäle des county müssen rund um die uhr abgehört werden außerdem möchte ich meinen eigenen helikopter da oben er soll diesen nichts nutz von einem viehtreiber aufspüren und die reiter zu ihm führen das heißt wir brauchen mehr als einen charter am flugplatz noch zwei hubschrauber los zack zack sie alle irrten der professor der sheriff und braddock der scout er wusste dass das zu offensichtlich war fünf meilen südlich der ranch hatte er halt gemacht eine der satteldecken genommen und sie um whispering wind gehüllt sie war hellrot verhüllte jedoch das leuchtende weiß des kleides von hubschraubern hatte er allerdings noch nie gehört nach der rast ritt er in südwestlicher Richtung weiter wo er wie er sich zu erinnern glaubte im vergangenen frühling einen langen streifen schwarzen drähte gespannt waren die sich erstreckten soweit das auge reichte es waren die telefonleitungen über der parallel zum highway verlaufenden burlington bahnlinie um halb drei meldete larry sich aus seinem schwebenden sikorsky paul ich dachte du hast gesagt wir suchen einen einzelnen reiter da unten ist eine ganze verdammte armee unterwegs bradocks verfolger dachte der sheriff was siehst du genau jerry seine stimme wurde durch knacken und rauschend verzerrt ich zähle mindestens acht reiter die mit leichtem gepäck in einer linie nach süden galoppieren außerdem ist noch ein helikopter in der luft der über den gebirgsausläufern unweit des nachgebauten vor in der luft schwebt luis fluchte leise er wünschte er würde mit in dem hubschrauber und nicht in seinem büro sitzen larry wenn du die flüchtigen irgendwo entdeckst versuche unbedingt zuerst zu ihnen zu gelangen denn wenn Braddock's Gangster den jungen als erst erwischen ist sein Leben kein Pfifferling mehr wert so sieht's aus paul ich suche weiter in der ranch streckte der leiter der funk überwachung den kopf in die tür mr braddock sir der hubschrauber des sheriffs ist direkt über unserer truppe damit haben wir einen augen zeugen sagte max sagt meinen jungs sie sollen weitersuchen knurrte braddock um mögliche gerichtsverfahren kümmern wir uns später als um fünf vor fünf eine meldung einging war sheriff lewis doch froh dass in seinem büro geblieben war wo er die gesamtsituation unter kontrolle hatte ich habe sie rief eine aufgeregte stimme wer da identifizieren sie sich wagen tango 1 auf der 310 er hat gerade den highway überquert und reitet nach südwesten ich habe ihn kurz gesehen bevor bestätigen sie dass sich die zielperson jetzt westlich das highway befindet befahl lewis absolut positiv sheriff bleiben sie auf dem highway für den fall dass er die straße erneut überquert roger sheriff lewis betrachtete die karte an der wand wenn der reiter seinen kurs hielt würde er auf eine weitere bahnlinie sowie die sehr viel größere interstate 212 stoßen die durch die Berge nach park county wyoming führte auf der interstate fuhren zwei wagen der highway patroll streife er bat sie ihre patrouille weiter südlich vorzusetzen und die augen nach einem reiter offen zu halten der versuchte die interstate von osten nach westen zu überqueren dann funkte er seinen hubschrauber piloten an jerry er ist gesehen worden ein ganzes stück westlich von deiner position kannst du dorthin fliegen etwa vier meilen nördlich von bridger er ist wieder in offenem gelände okay paul aber ich werde demnächst probleme mit dem sprit kriegen und außerdem dämmert es bereits der sheriff betrachtete erneut die karte der winzigen gemeinde von bridger bei bridger gibt es eine landebahn flieg deinen tank leer und geh dann runter vielleicht musst du dort übernachten ich sag jenny bescheid in der er ist unterwegs in die wildnis und weiter zur beer tooth range er hat wahrscheinlich vor den gebirgszug zu überqueren und in wyoming unter zu tauchen clever das würde ich auch machen redox funker dirigierte die zehn reiter richtung westen um wo sie auf der anderen seite des highway weitersuchen sollten sie willigten ein gaben jedoch zu bedenken dass ihre Pferde völlig erschöpft waren weil sie sie 15 meint so gehetzt hatten außerdem wurde es dunkel wir sollten ein paar leute mit autos auf der interstate postieren meinte max die muss er überqueren wenn er in die wildnis will zwei große landrover mit jeweils vier mann wurden losgeschickt als die interstate vor ihm auftauchte stieg ben craig ab kletterte auf einen baum auf einer kleinen anhöhe und betrachtete die barriere linie hin und wieder kam ein wagen in nördlicher oder südlicher richtung vorbei meilenweit erstreckte sich das ödland raues unwegsames gelände aus ausgetrockneten flussläufen felsen und ungemähtem präriegras das einem pferd bis zum bauch reichte er kletterte wieder herunter und nahm die zunderbüchse aus seiner satteltasche eine leichte brise von osten fachte das feuer an so dass es sich rasch ausbreitete und wenig später wie eine wand von etwa einer meile länge auf die straße zubewegte rauchwolken stiegen in den dunkler werdenden himmel und der wind trieb sie schneller als das feuer nach westen bis die straße in dichten schwaden verschwunden war der streifenwagen fünf meilen weiter nördlich entdeckte den rauch und fuhr nach süden um nachzusehen als der umhüllt und es blieb ihnen nichts anderes übrig als zurück zu setzen der sattelschlepper der richtung süden nach wyoming unterwegs war bemühte sich nach kräften den rücklichtern auszuweichen als er sie sah seine bremsen funktionierten einwandfrei und der truck kam rechtzeitig zum stehen so viel glück hatte der lkw hinter ihm nicht sattelschlepper sind sehr gelenkig und wendig solange sie sich nicht quer stellen doch genau das passierte der zweite truck fuhr auf den ersten auf beide stellten sich quer durchbrachen den mittelstreifen und blockierten den highway in beiden richtungen wegen der steilhänge links und rechts der fahrbahn war es unmöglich das hindernis zu umfahren die streifen polizisten konnten über funk noch eine meldung durchgeben bevor sie ihr fahrzeug verlassen und mit den lkw fahrern ein stück die straße hinauf flüchten mussten um den dichten rauchschwaden zu entkommen die meldung reichte um mehrere feuerwehr züge und schwere räumfahrzeuge richtung süden in bewegung zu setzen wo sie sich um das chaos kümmern sollten es dauerte die ganze nacht doch bis zum morgengrauen hatten sie den highway wieder frei die entsprechenden stellen in wyoming wurden benachrichtigt und hielten sämtlichen verkehr südlich der berge auf nur diejenigen die schon auf dem highway waren saßen die ganze nacht fest in der allgemeinen verwirrung und in den rauchwolken unsichtbar trottete ein einzelner reiter über den highway und in die unwegsame wildnis im westen der mann trug ein halstuch als mundschutz das mädchen das hinter ihm auf dem sattel saß war von einer decke geschützt auf der anderen seite des highway stieg der reiter ab die muskeln unter dem glänzenden schweißfilm auf rosebuds feld zuckten vor anstrengung dabei lagen noch weitere zehn meilen durch den wald vor ihnen whispering wind rutschte auf dem sattel nach vorn doch sie wog nur halb so viel wie ihr geliebter die decke glitt ihr von der schulter und ihr schimmerte weiß im halb rot in den letzten strahlen der sonne aufragten wächter über ein anderes besseres leben durch die berge nach wyoming dort baue ich uns eine hütte und fische und jage für dich wir werden frei sein und ewig leben da lächelte sie denn sie liebte ihn sehr glaubte ihm und war wieder glücklich Bradocks privatpilot hatte keine andere Wahl als umzukehren sein Tank war fast leer und das gelände unter ihm zu dunkel um noch details zu erkennen mit den letzten tropfen der reserve landete er auf der ranch die zehn reiter trotteten auf ihren erschöpften pferden in die kleine gemeinde bridger und fragt nach einer unterkunft sie aßen zu abend und bereiteten sich mit ihren satteldecken ein lager jerry landete den helikopter des sheriffs auf dem kleinen flugplatz von bridger wo ihm der betreiber ein bett für die nacht anbot auf der ranch übernahm der ehemalige green barrett die planung zehn mann seiner privat armee waren in bridger gestrandet acht weitere saßen ein stück strom aufwärts wegen der sperrung des interstate highway in ihren fahrzeugen fest max sah bill bradock und die verbliebenen zwölf männer an er plante einen feldzug und war in seinem element wie damals in vietnam eine große karte des county zierte die wand plan eins sagte er den pass vollkommen abriegeln genau hier verläuft eine tiefe schlucht oder ein hohlweg direkt durchs gebirge nach wyoming die schlucht heißt rock creek der highway verläuft parallel dazu bis zur südseite des gebirgszugs vielleicht bleibt unser mann in den begrasten hügeln um die steilen hänge zu beiden seiten zu meiden sobald der interstate highway wieder frei ist müssen unsere jungs dort hin rasen und die straßen an der staatsgrenze im auge behalten wenn er auftaucht wissen sie was zu tun ist einverstanden knurrte braddock und was wenn er versucht die ganze nacht durchzureiten das kann er nicht sein pferd muss aus dem letzten loch pfeifen ich vermute dass er die straße überquert hat weil er unterwegs in den wald und weiter in die berge ist wie sie sehen muss er durch den ganzen caster national forest immer bergauf bis zu einer schlucht namens west folk die muss er überqueren und von dort weiter auf diese hochebene das silver run plateau daher plan 2 wir benutzen die beiden hubschrauber um über ihn hinweg zu fliegen und laden unterwegs die zehn man in bridger ein die männer verteilen wir in gefechtsformation über dieses plateau wenn er aus dem wald auf die felsige hochebene kommt wird er für die männer die hinter den felsen auf dem plateau verborgen auf ihn warten ein leichtes ziel sein sofort anordnen befahl bradock was noch plan 3 sir der rest von uns stößt bei anbruch der dunkelheit auf pferden in den wald vor und hetzt ihn auf die hochebene so oder so werden wir ihn in die enge treiben wie jagdwild und wenn wir im wald auf ihn stoßen max lächelte genussvoll nun sir ich bin ein ausgebildeter dschungelkämpfer und unter den männern sind noch drei oder vier die in vietnam gedient haben ich möchte sie alle dabei haben wenn er versucht sich im wald zu verschanzen gehört er mir wie kriegen wir die pferde dorthin wenn der highway blockiert ist fragte einer der anderen max fuhr mit dem finger an einer schmalen linie auf der karte entlang es gibt eine kleine nebenstraße sie geht 15 meilen westlich von hier vom billings highway ab und endet in red lodge direkt am anfang der rock creek schlucht wir transportieren die pferde über nach den trailern satteln sie beim ersten morgengrauen und nehmen die verfolgung auf red dock nickte noch eins major ich komme mit ihnen genau wie kevin es wird zeit dass wir beide das ende eines mannes sehen der mich heute gedemütigt hat sheriff lewis hatte ebenfalls eine karte und war zu ähnlichen schlüssen gekommen er bat bei der stadt red lodge um unterstützung und man versprach ihm zwölf frische und bei sonnenaufgang fertig gesattelte pferde zur selben zeit würde jerry den hubschrauber volltanken und sich zum start bereit halten eine nachfrage beim räumungskommando auf dem interstate highway ergab dass die straße um vier uhr morgens wieder frei sein würde er bat darum dass man seine wagen als erste durch ließ dann konnte er um halb fünf in red lodge sein obwohl es ein ziemlich ereignislos sein aber eine echte menschenjagd setzte für gewöhnlich genug adrenalin frei neben jerry wartete ein weiterer privater pilot mit einem erkundungsflugzeug in bereitschaft dazu zehn mann für die suche am boden das sollte für einen reiter genug sein er starrte lange und grimmig auf die karte bitte geh nicht in den wald junge murmelte er dort könnte es verdammt schwer wind den waldrand und verschwanden zwischen den bäumen unter dem dichten dach von tannen und kiefern war es stockduster nach einer halben meile schlug craig ein lager auf er befreite die erschöpfte rosebud von ihrer last zwischen den bäumen fand die stute ein rinser mit frischem wasser und kräftig nahrung sie begann sich langsam zu erholen das gaut zündete kein feuer an doch whispering wind brauchte auch keins sie rollte sich in das büffelfell und schlief sofort ein craig nahm seine axt und ging in den wald sechs stunden blieb er weg als er zurückkam schlief er eine stunde und brach dann das lager ab er wusste dass irgendwo dort oben der bach lag an dem er vor langer zeit die Kavallerie und die Cheyenne abgehängt hatte er wollte ihn überqueren und das andere ufer erreichen bevor seine verfolger in schussweite kam rosebud war frischer wenn auch nicht völlig erholt von den strapazen des vortags er führte sie am halfter trotz der rast verlor sie schnell an kraft obwohl sie bis hinauf in den schutz der gipfel noch viele meilen vor sich hatten er ging eine Stunde zu den himmel über den heiligen black hills von dakota zart rosa er kam an die erste schlucht auf seinem weg eine runse namens west fog er wusste dass er schon einmal hier gewesen war und es einen weg hinüber gab wenn er ihn nur finden könnte es dauerte eine Stunde rosebud trank von dem kühlen Wasser bevor sie die steile Böschung des anderen Ufers erklommen wobei die hufe des pferds immer wieder abrutschten als sie es geschafft hatten gönnte craig rosebud eine weitere pause an einem geschützten platz von dem aus man die schlucht überblicken konnte er wollte sehen wie viele verfolger es waren er wusste dass sie auf frischen pferden kommen würden doch eines war anders diese verfolger hatten seltsame eisenkästen die sich unter drehenden flügeln und wie ein brunftiger elch brüllend durch die luft bewegten er hatte diese fliegenden kisten am tag zuvor über dem ödland gesehen das räumkommando hielt wort und der interstate highway war kurz nach vier uhr morgens frei die beiden wagen von sheriff lewis wurden von einem beamten der highway patrol durch die fahrzeug schlange bis zum anfang des staus geschleust und fuhren zu dem 15 meilen weiter südlich gelegenen städtchen red lodge acht minuten später wurden sie von zwei großen land rovern überholt die mit hoher geschwindigkeit unterwegs waren sollen wir sie verfolgen fragte der fahrer des streifen wagens lass sie fahren meinte der sheriff die land rover rasten dröhnend durch die erwachende ortschaft red rock weiter ins tal zu der stelle wo der interstate highway die rock creek schlucht streift die schlucht wurde enger die hänge steiler rechts fiel die böschung knapp 200 meter fast senkrecht zu der klamm hin ab links erhob sich ein schroffer bewaldeter hang die haarnadel kurven wurden enger und enger aus der fünften kurve kam das führende fahrzeug zu schnell um noch den kiefernstamm zu sehen der quer über der straße lag die karosse des land rovers schaffte es auf die südseite die vier räder blieben im norden in dem fahrzeug saßen fünf personen mit zusammen zehn beinen von denen vier gebrochen waren des weiteren gab es drei gebrochene arme zwei schlüsselbeinfrakturen und eine ausgerengte hüfte der fahrer des zweiten fahrzeugs musste sich rasch entscheiden entweder er ist das steuer nach rechts und fiel in die berg er entschied sich für links und der berg blieb sieger zehn minuten später taumelte der am wenigsten verletzte man den highway hinauf um hilfe zu holen als der erste sattelschlepper gerade um eine kurve bog die bremsen funktionierten nach wie vor einwandfrei der truck kam rechtzeitig zum stehen stellte sich jedoch erneut quer worauf sich der anhänger wie aus stillem protest gegen diese lewis mit seiner truppe von sieben hilfs chargers in red lodge eingetroffen wo sie von einem einheimischen polizisten mit einer reihe geliehener pferde erwartet wurden außer ihm waren noch zwei forest ranger anwesend einer von ihnen breitete eine karte auf der kühlerhaube eines wagens aus und deutete auf die landmarken im caster national forest der wald wird von ost nach westen durch diese schlucht den west for creek geteilt sagte er auf dieser seite der schlucht gibt es wege und zelt plätze für touristen im sommer auf der anderen seite beginnt die echte wild wenn ihr mann die schlucht überquert hat müssen wir ihm wohl oder übel folgen da kommt man mit fahrzeugen nicht durch deshalb die pferde wie dicht ist der wald drüben sehr dicht sagte der ranger bei dem milden wetter stehen die laubbäume noch in voller pracht dann kommt ein kiefernwald dem folgt ein felsplateau bis zu den gipfeln kann ihr mann dort oben überleben soweit ich weiß ist eine wildnis geboren und aufgewachsen erwiderte der sheriff seufzend kein problem wir haben ja die moderne technik meinte der andere ranger hubschrauber erkundungsflugzeuge kam der flugleiter des flugplatzes in billingsfield wurde durchgestellt ich habe hier zwei helikopter die auf eine starterlaubnis warten sagte der mann im kontrollturm er und sheriff lewis kannten sich seit jahren sie gingen zusammen forellen fischen und es gibt kaum etwas was zwei männer stärker verbindet ich hätte ihnen die starterlaubnis schon erteilt aber big bill bradock hat sie gechartert sie wir haben kurs auf bidder angemeldet jerry sagt du hast da unten ein problem hat das was mit der hochzeit auf der bar t ranch zu tun es ist überall in den morgen nachrichten halt sie hin gib mir zehn minuten wird erledigt den wartenden hubschrauber piloten sagte der flugleiter starterlaubnis ausgesetzt wir haben ein landendes flugzeug sheriff lewis erinnerte sich dass jerry von einer truppe bewaffneter reiter berichtet hatte die nach süden unterwegs war um den flüchtigen zu verfolgen die waren fernab der ranch von der dunkelheit überrascht und gezwungen worden in der offenen prärie oder in bridger zu übernachten aber warum ritten sie nicht auf frischen pferden zurück wenn sie zur ranch zurück beordert worden waren er bat mit einem weiteren freund verbunden zu werden dem leiter der FAA der bundesbehörde für flugsicherung in helena der beamte musste geweckt werden und kam knurrend ans telefon ich hoffe bloß es ist was wichtiges paul ich hasse ruhestörungen am sonntag ich habe ein kleines problem mit zwei ausreißern die beschlossen haben in die wildnis von absaroka zu fliehen wir werden sie mit einer truppe hilfs verfolgen rangers verfolgen um sie einzufangen offenbar gibt es in der gegend aber auch ein paar besorgte bürger die das ganze zu einem fröhlichen truthan schießen und funktionieren wollen und später kommen dann garantiert die medien könntest du den luftraum über dem betroffenen gebiet sperren klar am flugplatz von billings warten zwei hubschrauber auf eine starterlaubnis wer sitzt in billings im tower jib anderson überlass das ruhig mir zehn minuten später rief der kontrollturm die helikopter tut uns leid das landende flugzeug hat abgedreht sie haben jetzt starterlaubnis bis auf den von der faa zeitweilig reservierten luftraum was für ein zeitweilig reservierter luftraum der gesamte untere luftraum des kontrollbezirks über der wildnis von absa roca in fragen des luftraums und der luftverkehrssicherheit war das wort der faa gesetz und die die rotorblätter kamen langsam zum stehen big bill braddock und seine verbliebenen zehn männer hatten red lodge über die von nordwesten kommende nebenstraße noch vor morgengrauen erreicht fünf meilen vor der stadt ließen sie am waldrand die pferde aus den anhängern überprüften ihre waffen saßen auf und ritten in den wald braddock hatte ein tragbares funkgerät dabei und stand in ständigem kontakt mit der zentrale in der ranch als über dem dichten blätterdach der morgen dämmerte erfuhr er dass zehn seiner männer in red lodge auf baren von der interstate getragen wurden während weitere zehn ohne starterlaubnis in bridger festsaßen plan eins und zwei des majors waren hinfällig dann schnappen uns den mist karl eben selbst knurrte der rennscher sein sohn der sich im sattel sichtlich unwohl fühlte nahm einen schluck aus einer feldflasche die bande verteilte sich auf einer breite von einer viertel meile drang in den wald ein und suchte den boden nach frischen hufspuren ab nach einer halben stunde entdeckte einer von ihnen etwas rosebuds hufspuren sowie abdrücke von moccasins per funkgerät alarmierte er die anderen und gemeinsam folgten sie der fährte eine meile hinter ihnen drang sheriff lewis mit seiner truppe in das dichte unter holz ein die ranger mit ihren scharfen augen brauchten keine zehn minuten wie viele pferde hat der man fragte einer nur das eine sagte lewis wir haben hier aber nicht nur die hufabdrücke von einem tier erwiderte der ranger ich zähle mindestens die von vieren der verdammte blödmann meinte der sheriff und rief per funk sein büro um sich von dort mit der privat villa von rechtsanwalt valentino verbinden zu lassen mein mandant macht sich allergrößte sorgen um die sicherheit der jungen dame sheriff lewis möglicherweise hat er einen suchtup zusammengestellt ich versichere ihnen dass das vollkommen rechtmäßig ist mr valentino wenn diesen jungen leuten irgendetwas passiert wenn einer von beiden getötet wird werde ich wegen mordes ermitteln das können sie ihrem mandanten ausrichten schaltete das funkgerät ab bevor der anwalt protestieren konnte paul der junge hat ein mädchen entführt und ist mit einem gewehr bewaffnet murmelte der dienstälteste hilfssheriff tom barrow sieht so aus als könnten wir gezwungen sein erst zu schießen und dann fragen zu stellen es gibt einen haufen zeugenaussagen dass das mädchen freiwillig auf das pferd gesprungen ist fauchte louis ich will wegen eines haufens scherben keinen jungen menschen erschießen und zwei tritten ins gesicht schon gut und zwei tritten ins gesicht und ein präribrand dessen wegen die interstate dicht gemacht werden musste ja ja ich weiß die liste ist ganz schön lang aber er ist allein da oben mit einem hübschen mädchen einem erschöpften pferd und einem gewehr aus dem jahr 1852 ach ja und mit pfeil und bogen wir haben die gesamte technik zur verfügung er gar keine also übertreibt mal nicht und folgt weiter den spuren ben craig lag unsicht beim dickicht als der erste reiter die schlucht erreichte aus 500 metern entfernung konnte er die hoch aufragende gestalt von big bill braddock ausmachen daneben seinen sehr viel kleineren sohn der in dem versuch sein wundgerittenes hinterteil zu schonen auf dem sattel hin und her rutschte einer der männer neben braddock trug keine ranger kleidung sondern einen tarnanzug militärstiefel und eine basken mütze sie hat nicht lange nach einem weg die steile böschung hinab zu dem bach suchen müssen genauso wenig wie nach dem pfad der auf der anderen seite wieder hinaufführte sie waren einfach rosebuds spuren gefolgt wie er es vorausgesehen hatte whispering wind konnte auf ihren seiden pumps ohnehin nicht laufen und rosebud ihre spuren in dem weichen boden schlecht verbergen er beobachtete ihren abstieg zu dem sprudelnden klaren bach wo sie eine pause einlegten und sich erleichtert das gesicht benetzten niemand hörte die pfeile schwirren keiner sah woher sie kam als sie die magazine ihrer gewehre auf die bäume am gegenüber liegenden ufer leer gefeuert hatten war der bogenschütze längst verschwunden auf leisen sohlen und ohne spuren zu hinterlassen war er durch den wald zu seinem pferd und seinem mädchen geschlichen und führte sie nun weiter hinauf zu den gipfeln die zwei mann lagen vor schmerzen schreiend am boden max der vietnam veteran rannte das südufer hinauf warf sich auf den boden und suchte das unterholz ab in dem der angreifer verschwunden war er sah nichts aber wenn der heckenschütze noch da gewesen wäre hätte max feuerschutz die truppe in der schlucht abgesichert braddocks Männer halfen den verwundeten die böschung hinauf von der ins krankenhaus na gut dann lasst sie aufsitzen und gehen erwiderte braddock sie können nicht aufsitzen sie können nicht mal laufen es gab keine andere möglichkeit als äste abzuhacken und zwei provisorische tragen zu bauen als das erledigt war wurden weitere vier mann gebraucht um sie zu transportieren nachdem sie sechs mann und eine stunde verloren hatte fand sich braddocks truppe unter dem feuerschutz von major max schließlich auf dem anderen ufer wieder zusammen die vier träger machten sich auf den rückweg durch den wald sie wussten nicht dass ein trevor viel einfacher gewesen wäre und weniger begleiter erfordert hätte der sheriff hatte das gewehrfeuer gehört und fürchtete bereits das schlimmste doch bei dem dichten bewuchs wäre es dumm gewesen blind links los zu galoppieren womöglich direkt in die kugeln des gegners sie trafen auf die träger mit den beiden verletzten die den von den pferden getrampelten fahrt herunter kamen was zum teufel ist passiert fragte der sheriff und braddock söldner berichteten ist er entkommen ja major max hat es ans andere ufer geschafft aber er war weg die träger marschierten weiter in richtung zivilisation während die truppe des sheriffs zur schlucht drängte und ihr könnt aufhören zu grinsen fauchte der sheriff der mit den beiden waldläufern vor sich langsam die geduld verlor niemand wird diesen kampf nur mit pfeil und bogen gewinnen mein gott wir haben 1977 die beiden verletzten hatten beuchlings auf ihren tragen gelegen einen mit truthahnfedern geschmückten schehenpfeil in der linken pohbacke rutschend schlitternd und an den zügeln ihrer pferde zerrend durchquerte die truppe des sheriffs den bach und formierte sich auf der anderen seite neu hier würde es keine picknick plätze für camper mehr geben dies war eine landschaft aus der zeit als die welt noch jung war immerhin war larry tausend fuß über den bäumen in seinem hubschrauber unterwegs und suchte die wildnis systematisch ab bis er die reiter gruppen entdeckte die den bach überquerten das engte seinen suchbereich ein die flüchtigen mussten irgendwo vor ihren verfolgern sein und jeden moment aus dem wald auf der hochebene unterhalb der gipfel auftauchen aber die überlegene technik bereitete auch larry probleme wegen des dichten laubwerks konnte er sheriff lewis nicht über walkie talkie empfangen der sheriff konnte den piloten zwar hören jedoch nicht verstehen was er sagte das rauschen war zu laut und die worte wurden zerhackt was larry sagte war ich habe ihn ich habe ihn gesehen er hatte in der tat kurz ein einzelnes pferd mit der von einer decke verhüllten gestalt eines mädchens im sattel gesehen das von seinem reiter am halfter geführt wurde die flüchtigen hatten gerade eine kleine lichtung im wald hinter sich gelassen als der helikopter schräg in den senkflug ging um dem piloten optimale sicht durch das seitenfenster zu ermöglichen er hatte sie einen moment lang im visier gehabt bevor sie wieder unter den bäumen verschwunden waren ben craig starrte durch das blätterdach auf das ungetüm das über ihm knatterte lärmte der mann der darin sitzt wird den jägern melden wo du bist wie sollen die das bei dem lärm denn hören fragte er ist doch egal ben sie haben ihre möglichkeiten die hatte auch der frontiers scout er zog sein altes schabs gewehr aus der hülle und lud es mit grobkörniger munition um bessere sicht zu haben war larry um 600 fuß nach unten auf jetzt nur noch knapp 200 meter über den Boden gegangen die Nase leicht nach unten geneigt schwebte er über dem Wald auf der Suche nach einer weiteren kleinen Lichtung die die Flüchtigen vielleicht passieren würden der Mann unter ihm zielte sorgfältig und feuerte die schwere Ladung drang durch den Boden des Helikopters zwischen den gespreizten Schenkeln des Piloten hindurch und schlug ein sternförmiges Loch in die Kunststoff Kuppel vom Boden aus betrachtet flog der Sikorski einen trudelnden Kreis bevor es ihn nach oben und zur Seite riss erst eine Meile weiter westlich und eine Meile höher hatte sich der Hubschrauber wieder stabilisiert Paul der Mistkerl hat mich gerade durch löchert bröte Larry ins Mikrofon direkt durch die Haube ich bin hier weg ich muss zurück nach Bridger und den Schaden überprüfen lassen wenn er die Hauptrotorwelle oder die Blattbefestigung getroffen hätte wäre ich hinüber der kann mich mal Mission abgeblasen klar der Sheriff verstand kein Wort er hatte jedoch den entfernten Knall des alten Gewehrs gehört und gesehen wie der Hubschrauber eine Ballettvorstellung gegeben hatte bevor er in Richtung Horizont abdrehte wir haben die Technik murmelte einer der Ranger Klappe maurte Lewis der Junge geht für Jahre in den Bau also immer schön weiter Gewehr griff bereit Augen und Ohren auf wir haben es hier mit einer richtigen Menschenjagd zu tun ein anderer Jäger hatte den Schuss ebenfalls gehört und war sehr viel näher etwa eine halbe Meile Max hatte vorgeschlagen dass er als Späher fungieren würde er führt sein Pferd Sir was bedeutet dass ich schneller bin er wird mich nicht kommen hören wenn ich sauber ziele erwische ich ihn auch wenn das Mädchen nur ein zwei Meter daneben steht Braddock war einverstanden Max schlich lautlos durchdickigt jeden Busch im Blick auf die winzigste Bewegung achtend als er den Gewehrschuss hörte hatte er eine klare Orientierung eine Linie der er eine halbe Meile und immer ein paar Meter neben der Spur folgen konnte er holte auf vor ihm hatte Ben Craig sein und zu der Hochebene die Silver Run Plateau hieß über den Bäumen sah er die Berge langsam näher rücken er wusste dass er seine Verfolge aufgehalten aber nicht endgültig abgeschüttelt hatte sie waren noch immer da noch immer auf seiner Fährte hoch über ihnen schrie ein Vogel in den Bäumen er kannte den Vogel und auch den Ruf ein wiederholtes Tock Tock als es verklang als er weg flog ein anderer Vogel antwortete mit dem gleichen Ruf einem Warnruf Craig ließ Rosebud grasen entfernte sich 20 Schritte von ihren Hufspuren und ging lautlos zwischen den Kiefern zurück Max huschte den Hufspuren folgend von Deckung zu Deckung bis er zu der Lichtung kam in dem Tarnanzug und mit seinem schwarz bemalten Gesicht war er im Schatten der Bäume fast unsichtbar er nahm die Lichtung in Augenschein und grinste als er die matt glänzende Patronenhülse entdeckte was für ein dummer Trick er war klug genug nicht die Deckung aufzugeben um die Hülse näher zu untersuchen und sich dabei der Gefahr auszusetzen dass er vom versteckten Schützen ins Visier genommen wurde er wusste dass der Mann da sein musste der allzu offensichtliche Köder bewies es Zentimeter für Zentimeter suchte er das Unterholz auf der anderen Seite der Lichtung ab dann sah er wie sich ein Zweig bewegte es war ein großer dicht belaubter Busch auf der anderen Seite der Lichtung eine leichte Brise strich durch die Blätter doch immer aus einer Richtung während sich dieser Zweig in die entgegengesetzte bewegt hatte als er angestrengt auf den Busch starrte erkannte er einen verschwommenen gelbbraunen Schatten und erinnerte sich daran dass der Reiter am Vortag eine Fellmütze getragen hatte er hatte seine bevorzugte Waffe den M16 Karabiner dabei leicht mit kurzem Lauf und absolut zuverlässig mit dem rechten Daumen schob er den Sicherungshebel lautlos auf Automatik und schoss ein halbes Magazin entleerte er in den Busch der elbraune Schatten verschwand und tauchte am Boden wieder auf erst jetzt verließ der Major seine Deckung die Scheren benutzten nie Tomahawks aus Stein sie bevorzugten Kriegsbeile mit Metallklingen mit denen sie vom Pferd aus seitlich und nach unten zuschlagen und die sie mit großer Präzision und Geschwindigkeit werfen konnten die fliegende Axt traf den Major am rechten Arm durchtrennte den Bizeps und zertrümmerte den Knochen der Karabiner fiel aus seiner gefühllosen Hand er starrte mit aschfahlem Gesicht auf seinen Körper zog die Axt heraus und drückte als das Blut zu spritzen begann seine linke Hand auf die Wunde um die Blutung zu stillen dann machte er kehrt und rannte den Pfad zurück auf dem er gekommen war der Scout ließ den liebenden drei Männer nach kamen fanden sie den Major schwer atmend an einen Baum gelehnt Sheriff Lewis hatte das Gewehrfeuer ebenfalls gehört das zweite an diesem Tag das jedoch ganz anders geklungen hatte als der einzelne Schuss aus dem Gewehr des Flüchtigen und war eilig zum Tatort geritten Der ältere der beiden Ranger sah den zertrümmerten Arm sagte Aderpresse und riss seine erste Hilfetasche auf Während der Ranger die tiefe Wunde verbannt hörte Lewis Braddock zu was dieser zu berichten hatte Der Sheriff starrte den Rancher voller Verachtung an Ich sollte sie alle miteinander verhaften fauchte er und wenn wir nicht so verdammt weit weg wären von jeder Zivilisation würde ich das auch tun Sie und ihre Leute halten sich ab sofort aus der Sache raus Ich ziehe das bis zum Ende durch brüllte Braddock Dieser Wilde hat das Mädchen meines Sohnes geraubt und drei meiner Männer schwer verletzt die eigentlich gar nicht hätten hier sein sollen Ich werde diesen Burschen kriegen und vor Gericht bringen aber ich bin nicht auf Tote aus Deshalb geben sie mir sofort ihre Waffen und zwar alle Mehrere Gewehrläufe richteten sich auf Braddock und seine Männer während zwei andere Hilfssheriffs Gewehre und Handfeuer Waffen einsammelten Der Scheriff wandte sich an den Ranger der den Arm des Majors versorgt hatte Was meinen sie Er muss so bald wie möglich ins Krankenhaus erwiderte der Ranger Er könnte auch in Begleitung nach Red Lodge reiten doch bis dahin sind es 20 beschwerliche Meilen inklusive der Westfork Schlucht Ein harter Ritt Vielleicht schafft er es nicht Ein Stück weiter oben liegt das Silver Run Plateau Dort sollten die Funkgeräte wieder funktionieren Wir könnten einen Rettungshubschrauber anfordern Was schlagen sie vor Helikopter meinte der Ranger Der Arm muss unverzüglich operiert werden Sonst wird er ihn verlieren Sie ritten weiter Auf der Lichtung fanden sie den Karabiner des Majors und die Patronenhülse Der Ranger betrachtete beides Pfeile mit Spitzen aus Feuerstein ein fliegendes Beil ein Büffeljäger Gewehr Wer zum Teufel ist dieser Kerl Sheriff Ich dachte ich wüsste es antwortete Louis aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher Er ist jedenfalls kein arbeitsloser Schauspieler sagte der Ranger Ben Craig stand am Waldrand und ließ den Blick über das schimmernde Felsplateau schweifen Nach fünf Meilen bis zu der letzten verborgenen Schlucht zwei weitere über das Hellroaring Plateau und eine letzte den Berghang hinauf Er streichelte Rosebuds Kopf und ihre samtweiche Schnauze Nur noch einmal bis zum Sonnenuntergang erklärte er ihr Noch ein Ritt und wir sind frei Er saß auf und trieb das Pferd im Trab über die Ebene aus der Entfernung nur ein Fleck an der Felswand Als sie aus dem Wald kamen funktionierten auch die Funkgeräte wieder Sheriff Louis stellte Kontakt zu Jerry her und er Korsky Jerry war zurück am Flugplatz von Billings und hatte sich einen größeren Bell Jet Ranger ausgeliehen Komm sofort hierher Jerry Mach dir wegen dem Schützen keine Sorgen Er ist mehr als eine Meile entfernt Auf jeden Fall außer Reichweite Wir haben hier einen Verletzten Und was ist mit dem Freiwilligen mit der Piper Cup Sag ihm dass ich ihn sofort brauche Ich will dass er über das Silver 100 Metern Höhe Sag ihm er soll nach einem einzelnen Reiter auf dem Weg in die Berge Ausschau halten Es war schon nach drei und die Sonne wanderte nach Westen auf die Gipfel zu Sobald sie hinter den Spirit und den Beertooth Mountain verschwand würde es rasch dunkel werden Jerry war mit dem Bell als erster vor Ort tauchte knatternd am blauen Himmel auf und landete auf dem flachen Fels Der Major wurde an Bord gehievt und von einem Hilfssheriff begleitet Der Polizeipilot hob ab und bat über Funk um Landeerlaubnis auf dem Parkplatz des Billings Memorial Hospital sowie um ein bereitstehendes Team von Notärzten und Unfallchirurgen Die verbliebenen Reiter machten sich auf den Weg über die Hochebene Ein Stück weiter gibt es eine versteckte Schlucht von der er wahrscheinlich ist schmal und steil Mit dem Pferd gibt es nur einen passierbaren Weg hindurch und er wird eine Ewigkeit brauchen um ihn zu finden Wir könnten aufholen und ihn dort überwältigen Und wenn er das Gewehr auf uns anlegt in den Bäumen lauert Ich möchte nicht ein oder zwei ihrer Leute verlieren nur um mir etwas zu beweisen Und was sollen wir dann tun Wir halten uns zurück antwortete Louis Es gibt für ihn keinen Weg aus den Bergen nicht mal nach Wyoming nicht mit Luft Überwachung Es sei denn er marschiert die ganze Nacht durch Er hat ein erschöpftes Pferd und ein Mädchen in weißen Hochzeits Schuhen bei sich Langsam geht ihm die Puste aus Und das sollte er auch wissen Wir behalten ihn einfach aus einer Meiler Entfernung im Auge bis das Erkundungsflugzeug kommt Die winzige Gestalt immer im Blick ritten sie weiter Bis um kurz vor vier das Erkundungsflugzeug eintraf Der junge Pilot hatte an seinem Arbeitsplatz in Billings alarmiert werden müssen wo er in einem Laden für Campingbedarf jobbte Die Baumwipfel an den steilen Hängen der Was wollen Sie wissen Vor uns befindet sich ein einzelner Reiter mit einem in eine Decke gehüllten Mädchen auf seinem Pferd Können Sie ihn sehen Die Piper Cap drehte hoch am Himmel in Richtung der Schlucht ab Sicher unter mir ist eine enge Schlucht Er hat gerade die Bäume an ihrem Hang erreicht Halten Sie Alles klar aber ich kann ihn immer noch sehen er führt das Pferd zu dem Bach hinunter Da kommt er auf der anderen Seite nicht wieder rauf zischte der Ranger Jetzt können wir aufschließen Die Gruppe setzte sich in Bewegung Braddock sein Sohn und die verbliebenen Pistoleros mit ihren leeren Holstern folgten ihm Bleiben Sie außer Reichweite warnte der Sheriff erneut dem Piloten Er kann auch immer aus der Deckung schießen wenn sie zu nah rankommen Das hat er mit Larry auch gemacht Larry ist in 600 Fuß Höhe geflogen gab der Pilot zurück Ich fliege in 3000 mit 120 Knoten Er scheint den Weg aus der Schlucht gefunden zu haben Er steigt jetzt auf das Hellroaring Plateau Der Sheriff sah den Ranger an und schnaubte verächtlich Man könnte meinen er wäre schon einmal hier gewesen sagte der verblüffte Ranger Vielleicht war er das ja auch knurrte der Sheriff Unmöglich wir wissen wer da hoch geht Die Truppe erreichte den Rand der Schlucht doch die Kiefern verdeckten den Blick auf den erschöpften Mann der sein Pferd samt Last auf der anderen Seite aus dem Tal zerrte als sie die zweite Hochebene erreichten waren die Flüchtigen erneut zu einem Punkt in der Ferne geschrumpft Es wird langsam dunkel und mein Tank ist fast leer meldete sich der Pilot Ich muss zurück Noch eine letzte Runde drängte der Sheriff Wo ist er jetzt Er hat es bis zu dem Berg geschafft Er ist wieder abgestiegen und führt das Pferd Sie erklimmen die Nordwand Aber es sieht aus als als ob das Pferd schlapp machen würde Es stolpert bei jedem Schritt Ich vermute bei Sonnenaufgang haben sie ihn Weidmann Zeit Sheriff Piper wandelte am dunkler werdenden Himmel und tuckerte zurück Richtung Billings Reiten wir weiter Boss fragte einer der Hilfssheriffs Sheriff Lewis schüttelte den Kopf Die Luft war dünn alle atmeten schwer und es dämmerte rasch Nicht in der Dunkelheit Wir schlagen hier bis morgen früh ein Lager auf Sie kampierten oberhalb der Schlucht mit Blick auf den Berg im Süden der im Dämmerlicht über den winzigen Punkten von Männern und Pferden auf dem Fels zu wachen schien Sie packten ihre warmen Schaffellmäntel aus und zogen sie über Unter den Bäumen fanden sie trockenes Holz aus dem sie bald ein helles warmes Feuer entfacht Felsplateau zu verbringen und besaßen weder Isomatten noch Essensvorräte an ihre Sättel gelehnt hockten sie auf Pferdedecken ums Feuer und aßen die mitgebrachten Schokoriegel Sheriff Lewis starrte in die Flammen was wirst du morgen tun Paul fragte Tom Barrow ich werde unbewaffnet alleine bis zum Berg gehen eine weiße Flagge schwenken und mit dem Megafon versuchen ihn zu überreden dass er mit dem Mädchen von diesem Berg runter kommt das könnte gefährlich werden er ist ein wilder bursche und ziemlich unberechenbar meinte der Ranger er hätte heute drei Menschen töten können sinnierte der Sheriff aber er hat es nicht getan ihm muss klar sein dass er das Mädchen da oben bei einer Belagerung nicht verteidigen kann und ich denke dass er nicht auf einen Polizisten mit einer weißen Flagge schießen wird erst wird er zuhören einen Versuch ist es wert Kälte senkte sich auf den Berg ziehend zerrend bettelnd unflehend führte Ben Craig Rosebud das letzte Stück bis zu dem Fels versprung vor der Höhle hinauf die Stute blieb mit mattem Blick und zitternden Flanken stehen als Ben das Mädchen von ihrem Rücken hob Craig machte Whispering Wind ein Zeichen die alte Bärenhöhle zu betreten band das Büffelfell vom Sattel und breitete es für sie aus er nahm den Köcher mit den beiden verbliebenen Pfeilen und den von seiner Schulter hängenden Bogen und legte sie auf den Boden zuletzt löste er den Gurt und nahm den Sattel und die beiden Taschen ab von ihrer Last befreit machte die kastanienbraune Stute ein paar Schritte auf die verkrüppelten Bäume und die trockenen Nadeln an ihren Zweigen zu ihre Hinterläufe gaben nach und sie ließ sich auf dem Boden nieder dann knickten ihre Vorderbeine ein und sie rollte sich zur Seite Craig kniete neben ihrem Kopf bettete ihn in seinen Schoß und streichelte ihr Maul bei seiner Berührung wierte sie leise bevor ihr Herz zu schlagen aufhörte auch der junge Mann war zwei Tage und Nächte war er ununterbrochen auf den Beinen gewesen hatte kaum etwas gegessen an fast hundert Meilen Weg zurückgelegt doch es gab noch viel zu tun und er konnte sich keine Rast gönnen er blickte von dem Felsvorsprung nach unten und sah die beiden Lagerfeuer seiner Verfolger er schnitt ein paar Äste und Triebe ab und entfachte an der Stelle an welcher der alte Mann gesessen hatte ein Feuer die Flammen erhellten den Felsvorsprung die Höhle und die in weiße Seide gekleidete Gestalt des einzigen Mädchens das er je geliebt hatte und immer lieben würde er öffnete die Satteltaschen und bereitete ein Essen aus Vorräten zu die er vom Vormit genommen hatte sie saßen nebeneinander auf dem Büffelfell und aßen das einzige Mal das hatte beinahe vorüber war doch der alte Seher hatte versprochen dass dieses Mädchen seine Frau werden würde wie es ihm der große Geist verheißen hatte weiter unten auf der Hochebene wurde das Gespräch unter den Männern träger bis es schließlich ganz verstummte sie saßen schweigend da und starrten die Gesichter von den flackernden Flammen beleuchtet ins Feuer in der dünnen Höhenluft war die Stille vollkommen vom Gipfel wehte ein leichter Wind und dann hörte man ein Geräusch es war ein Schrei lang und klar der Schrei einer jungen Frau doch es war kein Angst Schrei sondern der bebende verhallende Schrei einer Frau in Ekstase die Hilfssheriffs blickten sich an und senkten dann die Köpfe und der Scheriff sah wie ihre Schultern zuckten und bebten 100 Meter entfernt erhob sich geflissentlich seinen Blick er starrte auf den Berg sein Gesicht eine Maske aus Hass und Wut gegen Mitternacht begann die Temperatur zu fallen zunächst hielten die Männer das für die Nacht kühle die wegen der Höhe und der dünnen Luft etwas beißender als gewohnt war sie zitterten und zogen ihre Schafellmäntel enger um ihren Körper doch die Kälte drang durch das Fell und älter die Hilfssheriffs blickten zum Himmel und sahen dicke Wolken aufziehen die die Sicht auf den Gipfel verdeckten hoch oben am Mount Rearguard konnte der Sheriff den Punkt eines einzelnen brennenden Feuers ausmachen der jedoch bald hinter den Wolken verschwand sie waren alle Männer aus Montana an harte Winter gewöhnt doch dafür war es Ende Oktober zu früh um 1 Uhr nachts schätzten die Ranger den Beinen und jeder Gedanke an Schlaf vergessen sie stampften mit den Füßen auf um den Kreislauf in Gang zu halten und bliesen sich in die Hände während sie immer mehr trockene Es ins Feuer warfen ohne dass es dadurch wärmer wurde die ersten dicken Schneeflocken fielen zischend in die Flammen und nahmen ihnen die Wärme der ranghörste Ranger ging mit klappernden Zähnen zu Sheriff Lewis Kerl und ich meinen dass wir uns in den Schutz des Custer Forest zurückziehen sollten sagte er Ist es da wärmer? fragte der Sheriff Schon möglich Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Sie werden mich für verrückt halten Sheriff aber raus mit der Sprache Der Schnee wurde dichter die Sterne waren verschwunden und eine eisige weiße Wildnis breitete sich aus An dieser Stelle grenzt das Land der Crow an das der Schoschonen Viele Jahre vor Ankunft der Weißen haben hier Krieger gekämpft und ihr Leben gelassen Die Indianer glauben dass ihre Seelen noch immer in diesen Bergen hausen Sie glauben dies sei ein magischer Ort Nette Überlieferung aber was hat das mit dem verdammten Wetter zu tun Ich habe ja gesagt es klingt verrückt doch es heißt Mensch gewappnet ist Natürlich handelt es sich lediglich um ein eigenartiges klimatisches Phänomen aber ich denke wir sollten zusehen dass wir hier weg kommen wenn wir bleiben sind wir bis Sonnenaufgang erfroren Scheriff Lewis überlegte und nickte dann Sattelt die Pferde befahl er wir reiten zurück ins Tal sagt Braddock und seinen Männern Bescheid ein paar Minuten später kam der Ranger durch den Zitternd vor Kälte überquerten Sheriff Hilfssheriffs und Ranger das Silver Run Plateau und erreichten den dichten Kiefernwald unter den Bäumen stieg die Temperatur wieder auf den Gefrierpunkt sie entzündeten weitere Feuer und überlebten um halb fünf löste sich die weiße Hülle des Berges bewegte sich wie eine lautlose Welle über die Hochebene und schob sich als weiße Wand über das Felsplateau stürzte in die enge Schlucht und füllte sie bis zum Rand Auf dem Silver Run Plateau kam sie schließlich zum Stehen Der Himmel begann aufzuklagen Zwei Stunden später stand Sheriff Paul Lewis am Waldrand und blickte nach Süden Die Berge waren weiß Im Osten erwachte zartrosa der neue Tag und die Farbe des Himmels wechselte von dunkel zu hellblau Er hatte das Funkgerät die ganze Nacht dicht am Körper getragen damit es nicht einfror Jerry rief er seinen Piloten Wir brauchen dich hier oben mit dem Jet Ranger und zwar schnell wir hatten einen Schneesturm und es sieht nicht gut aus Nein wir sind wieder am Waldrand wo du gestern den Mann abgeholt hast dort wirst du uns alle finden Der Hubschrauber kam aus der Richtung der aufgehenden Sonne und landete auf dem mittlerweile wieder schneefreien Felsplateau Lewis ließ zwei Hilfs-Sheriffs auf dem Rücksitzplatz nehmen und stieg selbst neben seinem Piloten ein Geh noch mal hoch zum Gipfel Und was ist mit dem Scharfschützen Ich glaube nicht dass der jetzt nochmal schießt Sie können von Glück reden wenn sie überlebt haben Der Helikopter folgte dem Weg den die Truppe am Vortag geritten war Die Lake Fork Schlucht war nur noch an den Spitzen einiger Kiefern und Lärchen zu erkennen Sie flogen zum Gipfel weiter Der Sheriff suchte nach der Stelle wo er im Dunkeln das Feuer gesehen hatte Der Pilot war nervös und hielt gebührenden Abstand Er wollte keinerlei Risiko mehr eingehen Lewis sah den tintenschwarzen Fleck an der Bergwand als erster den Eingang der Höhle und davor einen Felsvorsprung der breit genug war um den Jet Ranger darauf zu landen Bring ihn runter Jerry Der Pilot setzte vorsichtig zur Landung an und behielt dabei ständig die Felsen im Auge jeden Moment damit rechnend auf verdächtige Bewegungen einen Mann der auf ihn anlegte oder die Stichflamme eines altertümlichen Förderladers reagieren zu müssen Nichts rührte sich Der Hubschrauber landete auf dem Felsvorsprung doch die Sheriff Louis sprang mit gezogener Pistole aus dem Hubschrauber Die Hilfsscheriffs folgten ihm mit Gewehren und ließen sich beim Eingang der Höhle auf den Boden fallen Nichts bewegte sich Kommen Sie mit erhobenen Händen raus rief Louis Ihnen wird nichts geschehen Er erhielt keine Antwort Er rannte im Zickzack auf den Eingang der Höhle zu und spähte hinein Auf Was immer es einmal gewesen war vermutlich ein Tierkadaver sah verfault und vergammelt aus und wurde nur noch von Hautfäden zusammengehalten Das eigentliche Fell war verschwunden Er hob den Hautlappen an Sie lag da in ihrem weißen Hochzeitskleid Das lange Haar war ein Rauhreif überzogen als würde sie in ihrem Brautbett schlafen Doch als er ihre Schulter berührte war sie kalt wie Marmor Ohne einen Gedanken an einen lauernden Schützen hob der Beamte sie auf und rannte nach draußen Zieht die Mäntel aus und wickelt sie darin ein rief er seinen Männern zu Bringt sie nach hinten und wärmt sie mit euren Körpern Die Hilfssheriffs rissen sich ihre warmen Mäntel vom Leib und wickelten den Körper des Mädchens darin ein Einer stieg mit der jungen Frau auf die Rückbank und begann ihre Hände und Füße zu massieren Der Scheriff schubste den anderen Mann auf den freien Vordersitz und rief Jerry zu Flieg sie in die Klinik in Red Lodge Schnell und benachrichtige sie vorher dass du einen Fall von lebensgefährlicher Unterkühlung an Bord hast Dreh die Heizung in der Kabine bis zum Anschlag auf Eine kleine Chance haben wir vielleicht Und danach kommst du mich abholen Er beobachtete wie der Jet Ranger über das Felsplateau knatterte und weiter über den Wald davon flog Dann inspizierte er die Höhle und den Fels Vorsprung Als er damit fertig war setzte er sich auf einen Felsbrocken starrte nach Norden und genoss die atemberaubende Aussicht In der Klinik in Red Lodge kümmerten sich ein Arzt und eine Schwester um das Mädchen zogen ihr das Hochzeitskleid aus massierten ihr Hände und Füße Arme Beine und Brustkorb Die Hauttemperatur lag unterhalb der Erfrierungsgrenze und die Körpertemperatur weit im kritischen Bereich Nach 20 Minuten hörte der Arzt das schwache Pochen Die Körpertemperatur begann langsam zu steigen Einmal setzte auch die Atmung aus und der Arzt musste sie durch Mund-zu-Mund-Beatmung wieder in Gang bringen In dem Raum herrschten Temperaturen wie in einer Sauna und die elektrische Heizdecke um ihre unteren Gliedmassen war auf die höchste Stufe gestellt Nach einer Stunde flatterte ein Augenlid und ihre Lippen begannen sich wieder mit Blut zu füllen Die Krankenschwester überprüfte die Körpertemperatur Sie war aus dem kritischen Bereich und stieg stetig an Der Herzschlag wurde regelmäßiger und kräftiger Eine halbe Stunde später schlug Whispering Wind ihre großen dunklen Augen auf und flüsterte Ben? Der Arzt stieß ein kurzes stummes Dankgebet an den alten Hippokrates aus Luke aber das macht nichts Ich dachte schon wir hätten dich verloren Kleines Der Scheriff saß auf seinem Fels und beobachtete wie der Jet Ranger zurückkam In der klaren Luft konnte er ihn schon aus großer Entfernung sehen und das Knattern seiner Rotorblätter hören Auf dem Berg war es so friedlich Als Jerry landete machte Louis dem Hilfssheriff auf dem Vordersitz ein Zeichen Bring Sie zwei Decken mit und kommen Sie her rief er als die Rotorblätter auf Leerlauf geschaltet hatten Als der Hilfssheriff neben ihm stand wies Sheriff Louis auf etwas und sagte Nehmen Sie den auch mit Der junge Mann rümpfte die Nase Sheriff Tun Sie einfach was ich sage Er war auch einmal ein Mensch Er verdient ein christliches Begräbnis Das Skelett des Pferdes lag auf der Seite Jeder Haut Fetzen jeder Muskel und jede Sehne waren längst verschwunden und die Haare von Schwanz und Mähne hatten wahrscheinlich bei Nestbau Verwendung gefunden Aber die vom harten Futter der Prärie abgeschliffenen Zähne saßen fest im Kiefer Das Zaumzeug war fast zu Staub zerfallen Doch das Metallstück zwischen den Zähnen glänzte noch Die braunen Hufe mit ihren vier Eisen vor langer Zeit von einem Huf Schmied der Kavallerie beschlagen waren intakt Das Glätt des Mannes lag ein paar Meter entfernt auf dem Rücken als in Fetzen vergammelten Hirschleders Der Hilfssheriff bereitete eine Decke aus und begann sämtliche Knochen darauf zu legen Der Scheriff wandte sich den Halbseligkeiten des Reiters zu Wind und Wetter hatten Sattel und Bauchgurt in einen Haufen vermoderten Leders verwandelt Ebenso die Satteltaschen Doch mittendrin glänzte eine Handvoll Patronen mit Messinghülsen die Scheriff Louis an sich nahm Des Weiteren fand er ein stark verrostetes Bowie-Messer in den Überresten einer Perlen bestickten Scheide die bei Berührung zu Staub zerfiel Das Scharfell Futteral eines Froncher Gewehrs war von Vögeln zerfetzt worden Doch das Gewehr selbst zwar festgefroren und vom Rost der Jahrzehnte angefressen existierte noch Was den Scharre verblüffte waren die beiden Pfeile in dem Köcher mit ihrem an beiden Enten verjüngten Schaft aus Osage Kirsche und der Kerbe für die Sehner des Bogens sowie die Axt Beides sah fast neu aus Daneben lag die Schnalle eines Gürtels an der noch ein fetzen alten Leders hing der die Zeit über Dauert hatte Der Schariff nahm alles wickelte es in die zweite Decke sah sich ein letztes Mal um um sich zu vergewissern dass er nichts vergessen hatte und kletterte in den Hubschrauber Der Hilfs Schariff saß mit dem anderen Bündel hinten Ein letztes Mal hob der Jet Ranger von dem kleinen Fels Vorsprung ab und flog über die beiden Hochebenen und das ausgedehnte Grün des National Forest in der Morgensonne zurück Schariff Lewis blickte auf die vom Schnee erstickte Lake Fog Schlucht Man würde eine Expedition losschicken um und fragte sich was aus dem jungen Mann geworden war den er durch diese gnadenlose Wildnis gehetzt hatte Aus der Höhe von 5000 Fuß konnte er zu seiner Rechten auf die Rock Creek Schlucht hinab blicken und erkennen dass der Verkehr auf der Interstate wieder floss Die umgestürzte Kiefer war beseitigt und die Unfallstelle geräumt worden Sie flogen über Red Lodge und Jerry fragte bei dem Hilfssheriff nach der vor Ort geblieben war Er berichtete dass das Mädchen immer noch auf der Intensivstation lag jedoch mittlerweile einen stabilen Kreislauf hatte Sie folgten dem Highway und sahen vier Meilen nördlich von Bridger Hunderte von Morgen verkohlter Prärie 20 Meilen weiter erkannten sie den gepflegten Rasen der Bar Tee Ranch und die friedlich grasende Herde preisgekrönter Longhornrinder Der Hubschrauber überflog den Yellowstone River und den Highway nach Westen Richtung Boosman und ging in den Sinkflug über Wenig später landete er auf dem Flugplatz von Billings Mensch der du vom Weibe geboren bist deine Zeit auf Erden ist kurz Es war Ende Februar und bitter kalt auf dem kleinen Friedhof von Red Lodge In einer entlegenen Ecke war eine Grube frisch ausgehoben worden neben der auf zwei Querlatten ein schlichter Kiefernholz Sarg stand Der Pfarrer hatte sich mit warmer Kleidung gegen die Kälte geschützt Die beiden toten Gräber trugen Handschuhe und schlugen während sie warteten die ganze Zeit die Hände gegeneinander Nur eine Person stand mit Schneestiefeln einem Steppmantel aber unbedecktem Kopf vor dem Grab Eine pechschwarze Mähne fiel auf ihre Schulter Am anderen Ende des Friedhofs stand unter einer Eibe ein großer Mann und sah zu kam jedoch nicht näher Er trug einen warmen Mantel aus Scharfell an dem an der Brust sein Amtsabzeichen prangte Es war ein eigenartiger Winter gewesen sinnierte der Mann unter dem Baum Die verwitwete Mrs. Braddock hatte eher erleichtert als verzweifelt gewirkt war aus ihrer Lethargie erwacht und hatte den Vorstandsvorsitz von Braddock Beef Incorporated übernommen Sie hatte ihre Frisur und ihren ganzen Typ verändert trug jetzt schicke Kleider und ging auf Partys Sie hatte das Mädchen das ihr Sohn beinahe geheiratet hätte im Krankenhaus besucht es sympathisch gefunden und ihm mietfrei ein kleines Häuschen auf der Ranch sowie eine Anstellung als Privatsekretärin angeboten Linda Pickett hatte beides angenommen Per Schenkung hatte die Witwe Mr. Pickett die Aktienmehrheit über seine Bank zurückgegeben Erde zu Erde Asche zu Asche Staub zu Staub sagte der Pfarrer Zwei Schneeflocken fielen wie Blüten auf das pechschwarze Haar des Mädchens Die Totengräber nahmen die Seile und ließen den Sarg in das Grab hinab Dann traten sie ein paar Schritte zurück und warteten erneut während sie ihre Schaufeln betrachteten die in einem Haufen frischer Erde steckten Die Pathologen in Boosman hatten sich Zeit gelassen und ihr Möglichstes getan Sie stellten fest dass die Knochen die eines jungen kräftigen Mannes von knapp 1,80m waren Knochenbrüche oder andere Hinweise auf Verletzungen die zu seinem Tod geführt haben konnten stellten sie nicht fest sodass man als Todesursache Unterkühlung vermutete Die Zähne des Toten hatten die Zahnmediziner fasziniert gerade weiß und ebenmäßig keine Karies Sie schätzten den jungen Mann auf Mitte bis Ende 20 Wissenschaftler hatten sich der nichtmenschlichen Funde angenommen Radiokarbon Tests hatten ergeben dass die organischen Stoffe wie Hirschleder Leder und Fell ziemlich sicher aus den 70er Jahren des 19 Jahrhunderts stammten Köcher Pfeil und Bogen blieben ein Rätsel denn dieselben Tests ergaben dass alle aus jüngster Zeit stammten schließlich wurde als allgemein akzeptierte Lösung angenommen dass eine Gruppe amerikanischer Ureinwohner die Höhle in jüngster Zeit besucht und ihre Trophäen für den Mann hinterlassen hatte der dort vor langer Zeit gestorben war das Bowie Messer wurde poliert und restauriert und Professor Ingers geschenkt der es in seinem Büro aufbewahrte das alte Gewehr hatte der Sheriff für sich reklamiert es Er würde es behalten wenn er in Pension ging In dem sicheren Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben Amen Erleichtert dass ihr Warten ein Ende hatte brachten die Totengräber ihren Kreislauf wieder in Bewegung indem sie begannen Erde auf den Sarg zu schaufeln Der Priester sprach ein paar Worte mit dem einzigen Trauer Gast tätschelte ihren Arm und eilte zurück in die Wärme seines Pfarrhauses Sie bewegte sich nicht von der Stelle Nach einer kurzen und wenig aufschlussreichen Aussage des Mädchens im Krankenhaus hatte man die Suche nach Craig aufgegeben Die Presse spekulierte der Mann müsse in der Nacht ins Tal geritten und in der Wildnis von Wyoming verschwunden sein während er sie ihrem sicheren Tod in der Höhle überlassen hatte Die Totengräber schaufelten das Grab zu errichteten rasch eine Umfriedung aus Steinen und kippten vier Säcke braunen Kies auf die Fläche Dann tippten sie sich an das Mädchen gewand an die Pelzmützen nahmen ihre Schaufeln und gingen Sie blieb weiter am Grab stehen um seine Anwesenheit und Identität wissend Er nahm seinen Hut ab Wir haben ihren Freund nie gefunden Miss Pickett sagte er Nein Sie Rose Vermutlich finden wir ihn jetzt auch nicht mehr Nein Er nahm ihr die Rose ab trat einen Schritt vor und legte sie auf den Kies Auf dem Grab stand ein Holzkreuz das die guten Menschen von Red Lodge gespendet hatten Ein einheimischer Handwerker hatte mit einem heißen Eisen einige Worte in das Holz gebrannt Sie lauteten Hier Ruth ein Pionier der Wildnis gestorben ca. 1872 in den Bergen Gott allein kennt seinen Namen Der Mann richtete sich auf Kann ich irgendwas für Sie tun Soll ich Sie nach Hause bringen Nein danke ich bin selbst mit dem Wagen hier Er setzte seinen Hut wieder auf und tippte mit dem Finger an die Krempe Viel Glück Miss Pickett Damit ging er zu seinem Dienstwagen mit dem Emblem des County Sheriffs den er vor dem Friedhof geparkt hatte Bevor er einstieg blickte er noch einmal auf Im Südwesten glitzerten die Gipfel der Beertooth Range in der Sonne Die junge Frau blieb noch ein wenig länger bevor auch sie sich abwandte und den Friedhof verließ Dabei erfasste ein leichter Windstoß ihren langen Mantel und wehte ihn auseinander sodass man die kleine Wölbung ihres Bauchs erkennen konnte die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.